Es gibt einen Fluch, der lautet, mögest du in interessanten Zeiten leben. Hier spielen die Götter mit dem Leben von Menschen, auf einem Brett, das der Spielbereich und gleichzeitig die ganze Welt ist. Und das Schicksal gewinnt immer. Es gewinnt immer. Die meisten Götter würfeln, aber Schicksal spielt Schach und zwar mit zwei Damen, was man erst ganz zum Schluss herausfindet, wenn es zu spät ist. Das Schicksal gewinnt, so sagt man jedenfalls. Was auch immer passiert, hinterher heißt es, dass es Schicksal gewesen sein muss. In dieser Hinsicht sind die Leute ein wenig verwirrt, ebenso bei Wundern. Wird jemand durch eine sonderbare Verkettung von Umständen vor dem sicheren Tod gerettet, spricht man von einem Wunder. Doch wenn eine unglückselige Folge von Ereignissen jemanden umbringt, hier ein Ölfleck und dort eine Lücke in der Leitplanke, so ist das ebenfalls ein Wunder. Der Vorgang wird nicht weniger wundersam, nur weil er uns nicht gefällt. Götter können jede beliebige Gestalt annehmen, doch sie sind nicht imstande, etwas an den Augen zu ändern, die ihre wahre Natur verraten. Schicksalsaugen sind zwei dunkle Öffnungen, durch die man eine Unendlichkeit sieht, in der Sterne oder vielleicht noch ganz andere Dinge funkeln. Er blinzelte nun und lächelte so wie Gewinner lächeln, bevor sie gewinnen. »Ich beschuldige, den hohen Priester der grünen Kutte in der Bibliothek mit der zweihändigen Streitaxt gemordet zu haben.« Er gewann und strahlte. »Es ist feuflich, wenn jemand dauernd gewinnt,« lispelte der Krokodilgott Offla durch seine langen Reißzähne. »Affenbar habe ich heute Glück,« sagte Schicksal. »Wie wär's mit einem anderen Spiel?« Die Götter zuckten mit den Schultern. »Ihre Könige?« schlug Schicksal vor. »Verzweifelte Liebe?« »Ich glaube, dafür haben wir die Spielregeln verloren,« meinte der Blinde Io, das Oberhaupt der Götter. »Was haltet ihr von Seeleute im Sturm?« »Du läßt sie immer wieder ertrinken,« stellte Io fest. »Flut und Dürre,« fragte Schicksal hoffnungsvoll. »Das ist ganz einfach.« Ein Schatten fiel auf den Tisch. Die Götter hoben den Blick. »Hä,« kommentierte Schicksal. »Lasst uns ein Spiel beginnen,« sagte die Lady. »Es herrschte noch immer keine Einigkeit darüber, ob die Lady zu den Göttern zählte. Nie hatte sie jemand mit Erfolg verehrt, und sie erschien immer dann, wenn man sie nicht erwartete. So wie jetzt. Wer ihr vertraute, überlebte nur selten. Ihr gewidmete Tempel wurden ziemlich sicher vom Blitz getroffen. Wer ihren Namen nannte, brachte sich in größerer Gefahr als jemand, der auf einem hohen Drahtseil mit Äxten jonglierte. »Sie war die Kellnerin in der Taverne. Letzte Chance.« Für gewöhnlich nannte man sie einfach nur Lady. Ihre Augen waren grün, aber nicht so wie bei Menschen. Es war das Grün von Smaragden, und es beschränkte sich nicht nur auf die Pupillen. Es hieß, »Grün sei die Lieblingsfarbe der Lady.« »Hä,« wiederholte Schicksal. »Und an welches Spiel hast du gedacht?« Sie nahm ihm gegenüber Platz. Die anderen Götter beobachteten das Geschehen und erhofften sich gute Unterhaltung. Schicksal und die Lady galten als alte Feinde. »Ich hätte Lust zu?« Die Lady zögerte kurz. »Mächtige Reiche?« »Ein gräfliches Spiel,« krummelte Offler, nachdem es einige Sekunden stillgeblieben war. »Zum Schluss verderben alle.« »Ja,« bestätigte Schicksal. »Das stimmt tatsächlich.« Er nickte der Lady zu und sprach in einem Tonfall, in dem professionelle Spieler »Sind er sehr hoch?« fragten. »Der Niedergang großer Häuser? Das Schicksal der Nationen hängt an einem seidenen Faden.« »Natürlich!« erwiderte die Lady. »Oh, gut!« Schicksal hob die Hand über Spielbrett. Die Scheibenwelt erschien. »Und wo spielen wir?« bekundigte er sich. »Auf dem Gegengewicht-Kontinent,« sagte die Lady. »Fünf adlige Familien kämpfen dort schon seit Jahrhunderten gegeneinander.« »Im Ernst?« warf Io ein. »Wie heißen die Familien?« Mit einzelnen Menschen bekam er es nur selten zu tun. Er kümmerte sich vor allem um Donner und Blitze, weshalb die Menschheit für ihn nur existierte, um entweder nass zu werden oder gelegentlich zu brutzeln. »Es sind die Honks, Sungs, Tanks, McSweenies und Fanks.« »Ech!« murmelte Io. »Ich wußte gar nicht, dass sie zu Magi gehören.« »Sie sind sehr reich!« erklärte die Lady. »Allein aus Gründen der Zweckdienlichkeit und des Stolzes haben sie Millionen von Menschen auf dem Schlachtfeld oder in Folterkammern sterben lassen.« Die zuhörenden Götter nickten ernst. »Genau so verhielt sich der wache Adel.« »McFeeney!« fragte Offler. »Eine sehr alte und angesehene Familie,« entgegnete Schicksal. »Ja.« »Und bei dem langen Kampf geht es um ein Reich,« sagte Schicksal. »Ausgezeichnet. Wen übernimmst du?« Die Lady betrachtete die sich vor ihnen ausdehnende Geschichte. »Die Hongs sind sehr mächtig. Während wir hier miteinander sprechen, erobern sie weitere Städte. Offenbar sind sie dazu bestimmt, den Sieg zu erringen.« »Also willst du eine schwächere Familie?« Schicksal hob erneut die Hand. Spielfiguren erschienen und wandelten über das Spielbrett, als hätten sie ein eigenes Leben, was natürlich der Fall war. »Wir verwenden keine Würfel,« sagte er. »Beim Würfeln traue ich dir nicht. Du wirfst sie immer dorthin, wo ich sie nicht sehen kann. Wir spielen mit Stahl und Taktik, mit Politik und Krieg.« Die Lady nickte. Schicksal musterte seine Gegnerin. »Du bist dran,« sagte er. Sie lächelte. »Ich habe meine Figuren schon gesetzt.« Schicksal blickte aufs Brett. »Wo sind Sie?« »Sie befinden sich noch nicht auf dem Spielbrett,« antwortete die Lady und. öffnete ihre Hand. Etwas Schwarzes und Gelbes kam zum Vorschein. Nach kurzem Pusten entfaltete es die Flügel. Ein Schmetterling. Das Schicksal gewinnt immer. Zumindest dann, wenn sich die Leute an die Regeln halten. Nach dem Philosophen-Lieh-Schwarzmaul findet man immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Dies ist der Schmetterling der Stürme. Seine Flügel sind nur wenig mehr ausgefranst als die Schwingen eines gewöhnlichen Palmutfalters. Doch wenn man die fraktale Natur des Universums berücksichtigt, dann sind die Flügelränder unendlich. Auf die gleiche Weise ist eine zerklüftete Küstenlinie unendlich lang, wenn man sie auf mikroskopischem Niveau mißt. Um zum Schmetterling zurückzukehren. Wenn die Flügelränder nicht wirklich unendlich sind, so kommen sie der Unendlichkeit doch so nahe, wie man diese an einem klaren Tag sehen kann. Woraus folgt? Wenn die Ränder unendlich lang sind, so müssen die Flügel unendlich groß sein. Sie scheinen genau die richtige Größe von Schmetterlingsflügeln zu haben, aber nur deshalb, weil die meisten Leute gesunden Menschenverstand der Logik vorziehen. Der Quantenwetter Schmetterling, Papilio tempestai, zeichnet sich durch ein unauffälliges Gelb aus, aber die Mandelbrotmuster der Flügel sind sehr interessant. Seine herausragende Fähigkeit besteht darin, Wetter zu erzeugen. Ursprünglich war dies vermutlich eine Eigenschaft, die das Überleben der Spezies förderte. Selbst ein sehr hungriger Vogel empfände es als ausgesprochen unangenehm, in einen scheußlichen lokalen Tornado mit einem Durchmesser von etwa 15 Zentimetern zu geraten. Später wurde daraus ein sekundäres Geschlechtsmerkmal, wie zum Beispiel das Gefieder von Vögeln oder die Kehlbeutel mancher Frösche. »Sieh mich an«, sagt das Männchen, während es unter dem Dach des Regenwalds sitzt und lässig mit den Flügeln schlägt. »Mein Gelb mag unauffällig sein, aber in 14 Tagen wird es anderthalbtausend Kilometer von hier entfernt heißen. Sturmböen führen zu Verkehrschaos.« Dies ist der Schmetterling der Stürme. Er schlägt mit den Flügeln. Dies ist die Scheibenwelt, die auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte durchs All getragen wird. Es geht vielen Welten so, zumindest vertreten ihre Bewohner während bestimmter Phasen ihrer Entwicklung solche Meinungen. Offenbar ist das eine kosmologische Perspektive, die zu den Basisprogrammen des menschlichen Gehirns gehört. In Steppen und auf weiten Ebenen, im wolkenverhangenen Dschungel und in stillen roten Wüsten, in Sümpfen und Mooren, überall dort, wo etwas mit einem Plopp von schwimmenden Baumstämmen springt, wenn man sich nähert, kommt es zu Beginn der Stammesmythologie zu folgender oder ähnlicher Szene. »Hast du das gesehen?« »Was denn?« »Da ist was von dem Baumstamm gesprungen. Mit einem Plopp.« »Ja.« »Und?« »Ich schätze. Ich schätze. Hey, ich schätze, eins von den Biestern trägt die Welt auf dem Rücken.« Es folgen einige Sekunden Stille, während über diese astrophysikalische Hypothese nachgedacht wird. Dann... »Die ganze Welt.« »Wenn ich eins von den Biestern sage, meine ich natürlich ein besonders großes.« »Ja, es müsste wirklich ziemlich groß sein.« »Richtig riesig.« »Komisch, aber ich verstehe, was du meinst.« »Gibt doch einen Sinn, oder?« »Ja.« »Die Sache ist nur...« »Was?« »Hoffentlich macht das große Biest nicht ebenfalls Plopp.« »Aber dies ist die Scheibenwelt, und sie wird nicht nur von einer riesigen Schildkröte getragen, sondern auch von vier großen Elefanten, auf deren Rücken sie sich langsam dreht.« Viele Leute fragen sich, wie so etwas möglich ist. Immerhin gibt es keinen irdischen Elefanten, der eine sich drehende Last über längere Zeit hinweg tragen kann, ohne daß er Reibungswunden bekommt. Nun, ebenso gut könnte man fragen, warum die Achse eines Planeten nicht quietscht, wohin die Liebe verschwindet und wie die Farbe gelb klingt.« »Da erstreckt sich das Ronde Meer, etwa auf halbem Weg zwischen Mitte und Rand, gesäumt von Ländern, die nach Ansicht der Historiker die zivilisierte Welt bilden.« »Das heißt eine Welt, die sich Historiker leisten kann.« »Efebe, Zord, Omnien, Klatsch und der wuchernde Stadtstaat Ankh-Morpork.« »Dies ist eine Geschichte, die woanders beginnt. Dort, wo jemand auf einem Floß liegt, das in einer blauen Lagune unter einem sonnigen Himmel treibt. Der Mann hat die Hände hinterm Kopf gefaltet und ist glücklich. In seinem Fall ein einzigartiges, völlig neues Empfinden.« Er summt eine fröhliche Melodie und läßt die Füße ins kristallklare Wasser baumeln. Die Füße sind rosarot, ihre Zehen wackeln immer wieder. Aus dem Blickwinkel eines Heißgesehenen, der langsam übers Reff gleitet, sind sie die Einladung zum Buffet. Wie üblich war es eine Frage des Protokolls, beziehungsweise der Diskretion oder der sorgfältigen Etikette und letztendlich des Alkohols. Besser gesagt, der Illusion von Alkohol. Als oberster Herrscher von Ankh-Morpork konnte Lord Vettinari, dem Erzkanzler der unsichtbaren Universität, jederzeit befehlen, zu ihm zu kommen. Er war auch berechtigt, ihn bei Ungehorsam hinrichten zu lassen. Andererseits hatte Mastron Ritkali als Oberhaupt der Zauberer mit höflicher Deutlichkeit darauf hingewiesen, daß er den Patrizia jederzeit in eine kleine Amphibie verwandeln konnte, um anschließend mit einem Sitzball durchs Zimmer zu hüpfen. Alkohol überpöckte die diplomatische Kluft. Manchmal lud Lord Vettinari den Erzkanzler zu einem Gläschen in dem Palast ein. Ritkali nahm solche Einladungen natürlich an, da es sehr unfreundlich gewesen wäre, sie einfach zu ignorieren. Alle verstanden die Situation und versuchten immer, freundlich zu sein, was Unruhen in der Bevölkerung und Schleim auf dem Teppich vorbeugte. Es war ein herrlicher Nachmittag. Lord Vettinari saß im Palastgarten und beobachtete die Schmetterlinge mit verärgert gerunzelter Stirn. Er fand es unverschämt, daß sie einfach so herumflatterten und sich ihres Lebens erfreuten, ohne irgendwelche Pflichten wahrzunehmen. Nach einer Weile hob er den Kopf. »Oh, Erzkanzler«, sagte er, »freut mich, dich zu sehen. Nimm Platz. Ich hoffe, es geht dir gut.« »Ich kann nicht klagen«, erwiderte Marstrom Ritkali. »Und du? Bist du bei guter Gesundheit?« »Ich habe mich nie besser gefühlt. Nun, wie ich sehe, ist das Wetter wieder besser geworden.« »Morgen soll es noch schöner sein.« »Eine schöne Wetterperiode könnten wir gut gebrauchen.« »In der Tat.« »Ja.« »Äh.« »Gewiß.« Sie beobachteten die Schmetterlinge. Ein Diener brachte kühle Drinks. »Was stellen Sie eigentlich mit den Blumen an?« fragte Lord Vettinari. »Wie bitte?« Der Patrizia zuckte mit den Schultern. »Schon gut. Es war nicht weiter wichtig. Nun, da du dir schon einmal die Zeit genommen hast, mich zu besuchen, verehrter Erzkanzler, obgleich sicher weitaus wichtigere Dinge deiner Aufmerksamkeit verlangen. Vielleicht könntest du mir folgende Frage beantworten.« »Wer ist der große Zauberer?« Ritkali dachte darüber nach. »Vermutlich der Dekan«, sagte er, »dürfte so um die hundertdreißig Kilo wiegen.« »Ich fürchte, mit dieser Auskunft kann ich kaum etwas anfangen«, meinte Lord Vettinari. »Nach dem Kontext ist mit groß ein besonders guter Zauberer gemeint.« »Dann kommt der Dekan nicht in Frage«, entschied Ritkali. Lord Vettinari versuchte sich, die Fakultät der unsichtbaren Universität ins Gedächtnis zurückzurufen. Das Erinnerungsbild zeigte ihm kleine Vorberge mit spitzen Hüten. »Nein, der Kontext weist tatsächlich nicht auf den Dekan hin«, pflichtete er dem Erzkanzler bei. »Näh«, Ritkali zögerte kurz. »Könntest du das mit dem Kontext etwas näher erklären?« Der Patrizier griff nach seinem Gehstock. »Komm, du solltest es dir besser selbst ansehen. Es ist eine verzwickte Angelegenheit.« Ritkali blickte sich interessiert um, als er Lord Vettinari folgte. Er bekam nicht oft Gelegenheit, den Park zu besichtigen, der in Gärtnerei-Handbüchern unter der Rubrik »Was man unbedingt vermeiden sollte« zu finden war. Der berühmt-berüchtigte Landschaftsgärtner und Erfinder »Absolut Beklopter Johnson« hatte die Parkanlage geplant, beziehungsweise verbrochen. Geistesabwiesenheit und Nichtbeachtung selbst der elementarsten Mathematik machten jeden Schritt zu einer Gefahr. Johnsons Genie, falls man in diesem Zusammenhang überhaupt von Genie sprechen konnte, war das genaue Gegenteil jener Genialität, die bei Erdarbeiten alle positiven Kräfte des Bodens nutzt. Niemand wußte genau, welche Kräfte die Entwürfe des absolut bekloppten Johnson anzapften, aber das Ergebnis sah folgendermaßen aus. Die läutende Sonnenuhr explodierte oft. Das Mosaikpflaster hatte Selbstmord begangen. Die gusseisernen Gartenmöbel waren schon dreizehnmal geschmolzen. Der Patrizia geleitete den Erzkanzler durch ein Tor, und kurz darauf erreichten sie eine Art Taubenschlag. Drinnen führte eine knarrende Holztreppe nach oben. In den Schatten flüsterten und kicherten einige der überaus widerstandsfähigen wilden Tauben von Ankh-Morpork. »Was ist dies?«, fragte Ritkali, während die Stufen unter ihm stöhnten. Der Patrizia zog einen Schlüssel aus der Tasche. »Soweit ich weiß, sahen Johnsons Pläne an dieser Stelle einen Bienenstock vor. Da es hier jedoch keine drei Meter langen Bienen gibt, mußten wir nach anderen Verwendungszwecken suchen.« Er öffnete eine Tür und betrat einen großen Raum. Jede Wand hatte ein unverglastes Fenster, und vor jeder rechteckigen Öffnung stand eine Vorrichtung aus Holz, ausgestattet mit Sprungfeder und Glocke. Auf den ersten Blick wurde klar, was durch eins der Fenster hereinkam und groß genug war, ließ die Glocke läuten. In der Mitte des Raums stand auf einem Tisch der größte Vogel, den Ritkali jemals gesehen hatte. Das Tier drehte den Kopf und musterte ihn aus gelben Knopfaugen. Der Patrizia holte ein Glas mit Sardellen hervor. »Es hat uns ziemlich überrascht«, sagte er, »seit dem Eintreffen des letzten Kuriers sind fast zehn Jahre vergangen. Früher hatten wir hier eisgekühlte, frische Makrelen.« »Ist das nicht ein sinnloser Albatross?«, fragte Ritkali. »Ja«, bestätigte Lord Vetinari. »Und ein gut dressierter noch dazu. Heute Abend kehrt er zurück, schafft zehntausend Kilometer mit einem Glas Sardellen und einer Flasche Fischbrei, die Trunknort in der Küche fand. Erstaunlich!« »Äh, was?«, fragte Ritkali. »Wohin kehrt er zurück?« Lord Vetinari wandte sich ihm zu. »Nicht zum Gegengewicht, Kontinent. Das möchte ich auszüglich betonen,« sagte er. »Dies ist keiner der Vögel, die das Erhardner Reich für Kurierdienste einsetzt. Es ist allgemein bekannt, dass wir nicht die geringsten Beziehungen zu jenem geheimnisvollen Land unterhalten. Und dieser Vogel ist nicht der erste, der hier seit vielen Jahren eintrifft, und er bringt keine sonderbare und sehr rätselhafte Nachricht. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?« »Nein.« »Gut.« »Dies ist kein Albatross,« der Patrizia lächelte. »Ah, wie ich sehe, verstehst du allmählich.« Marstrum Ritzkali verfügte zwar über ein großes und recht leistungsfähiges Gehirn, doch mit Doppeldeutigkeiten konnte er nur wenig anfangen. Er betrachtete den tückisch wirkenden Schnabel. »Sieht ganz wie ein verdammter Albatross aus,« murmelte er. »Und du hast gesagt, es sei keiner. Ich habe mich gefragt, ob es...« Der Patrizia winkte verärgert ab. »Vergäude keine Zeit mit ornithologischen Studien. Wichtig ist vor allem dieser Zettel, den der Nachrichtenbeutel des Vogels enthielt.« »Du meinst, er enthielt ihn nicht?« fragte Ritzkali und bemühte sich, den Sinn in der ganzen Sache zu erkennen. »Ja, genau das meine ich. Und hier ist er nicht. Sieh dir das an.« Laut Wettinari reichte dem Erzkanzler ein Blatt. »Da hat jemand kleine Bilder gemalt,« stellte Ritzkali fest. »Das sind erratene Piktogramme,« erläuterte der Patrizia. »Du meinst, das sind keine erratenen Piktogramme?« »Ja, ja, natürlich,« laut Wettinari seufzte. »Offenbar kennst du dich gut mit den wesentlichen Aspekten der Diplomatie aus. Nun, was hältst du davon?« »Sieht nach Klecks, 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 Klecks Zauberbärer aus,« sagte Ritzkali. »Und was schließt du daraus?« »Hier hat sich jemand für Kunst entschieden, weil er mit dem Buchstabieren nicht zurechtkam. Wer hat das geschrieben? Oder gemalt?« »Keine Ahnung. Früher haben die Großvisiere gelegentlich Mitteilungen geschickt, doch in jüngster Zeit muß es ein ziemliches Durcheinander gegeben haben. Du hast sicher bemerkt, daß eine Unterschrift fehlt. Wie dem auch sei, ich kann die Nachricht nicht einfach ignorieren.« »Zaubbärer, Zaubbärer«, murmelte Ritzkali nachdenklich. »Die Piktogramme bedeuten? Schickt uns sofort den Großen«, übersetzte Lord Wettinari. »Zaubbärer«, wiederholte Ritzkali leise und klopfte auf den Zettel. Der Patrizier warf dem Albatross seine Sadelle zu, die der Vogel gierig verschlang. »Die Streitkräfte des Reichs sind eine Million Mann stark«, sagte er. »Zum Glück finden die Herrscher Gefallen daran, zu behaupten, daß sie jenseits der Grenzen nur weite Wüsten erstrecken, deren einzige Bewohner Vampire und Geister sind. Normalerweise interessieren sie sich nicht für unsere Angelegenheiten, worüber wir uns freuen können, denn die Regenten des erhartenen Reichs sind schlau, reich und mächtig. Offen gesagt hatte ich gehofft, daß sie uns völlig vergessen haben. Und jetzt dies. Wir sollten die angeforderte Person so schnell wie möglich auf die Reise schicken, um zu vermeiden, daß sich Probleme für uns ergeben.« »Zaubbärer«, brummte Ritzkali. »Möchtest du vielleicht Urlaub machen?«, fragte der Patrizier hoffnungsvoll. »Ich? Nein, vertrage kein ausländisches Essen,« entgegnete Ritzkali rasch, um dann noch einmal zu wiederholen. »Zaubbärer«, »das Wort scheint sich zu faszinieren«, sagte Lord Vetinari. »Ich habe es schon einmal auf diese Weise geschrieben gesehen«, erwiderte Ritzkali. »Aber wo? Ich erinnere mich nicht mehr daran.« »Bestimmt fällt es dir wieder ein, und ich bin sicher, du schickst den großen Zauberer, wie auch immer er geschrieben wird, bis heute Abend zum Reich.« Ritzkalis Kinnlade klappte nach unten. »Zehntausend Kilometer! Mit Magie! Weißt du, wie schwierig das ist?« »Ich genieße meine diesbezügliche Unwissenheit«, sagte Lord Vetinari. »Außerdem sind die Leute dort.« »Äh, ausländisch«, fuhr Ritzkali fort. »Und ich dachte, sie hätten selbst Zauberer.« »Davon ist mir nichts bekannt.« »Wissen wir, warum der große Zauberer geschickt werden soll?« »Nein, aber sicher gibt es jemanden, den du entbehren kannst. In der Universität mangelt es nicht an Zauberern.« »Vielleicht steckt irgendein grässlicher ausländischer Zweck dahinter«, spekulierte Ritzkali. Der Dekan watschelte an seinem inneren Auge vorbei. Darauf erhellte sich die Miene des Erzkanzlers. »Vielleicht genügt.« »Ein großer Zauberer. Was meinst du?« »Das überlasse ich ganz dir. Ich möchte heute Abend nur dem Albatross eine Antwort mitgeben können, in der es heißt, daß der große Zauberer auf dem Weg ist, und anschließend vergessen wir die ganze Sache.« »Es wäre sehr schwierig, den Betreffenden wieder zurückzuholen«, sagte Ritzkali. Erneut dachte er an den Dekan. »Praktisch unmöglich«, fügte er unangemessen vergnügt hinzu. »Wahrscheinlich bemühen wir uns, monatelang dem armen Burschen eine Rückkehr zu ermöglichen. Ja, wir nutzen alle Mittel. Ohne Erfolg. Verdammter Mist!« »Wie ich sehe, kannst du es gar nicht abwarten, die Herausforderung anzunehmen«, sagte der Patrizier. »Nun, ich möchte dich nicht daran hindern, zur Universität zu eilen und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.« »Aber Zauberer«, mummelte Ritzkali, »ich habe das Wort so schon irgendwo gesehen.« Der Hai dachte kaum. Haie denken nie sehr viel. Ihre Überlegungen laufen praktisch auf ein Gleichheitszeichen hinaus. Sehen, gleich, fressen. Als dieser Hai durchs Wasser der Lagune glitt, empfing sein Gehirn völlig ungewohnte Signale, deren Interpretation zu einem überraschenden Ergebnis führte. Unsicherheit regte sich in ihm. Er wußte, daß es weit und breit keine größeren Haie gab. Alle Rivalen waren entweder geflohen oder dem guten Alten gleich zum Opfer gefallen. Doch jetzt spürte er, daß ich ihm etwas näherte, von hinten und noch dazu ziemlich schnell. Langsam drehte sich der Hai und sah Hunderte von Füßen mit Tausenden von Zehen, die ihn zu einem Bankett einbluten. Viele Dinge geschahen in der unsichtbaren Universität. Bedauerlicherweise gehörte auch die Lehrtätigkeit dazu. Die Fakultät hatte sich schon vor einer ganzen Weile dieser Tatsache gestellt und verschiedene Methoden entwickelt, ihr aus dem Weg zu gehen. Woran es überhaupt nichts auszusetzen gab, denn die Studenten unternahmen ähnliche Bemühungen. Das System funktionierte gut und errang bald, wie oft in solchen Fällen, den Status einer Tradition. Vorlesungen fanden ganz offensichtlich statt, denn sie standen auf den Stundenplänen. Der Umstand, daß ihre Teilnehmerzahl Null betrug, spielte keine Rolle. Gelegentlich wies jemand darauf hin, daß Vorlesungen eigentlich gar nicht stattfinden konnten, wenn ihnen niemand beiwohnte. Allerdings ließ sich diese Behauptung nicht beweisen, da niemand die entsprechenden Veranstaltungen besuchte. Der Dozent für wirres Denken, wie Fuzzi Logik, nur noch verworrener, behauptete, daß Vorlesungen im Wesentlichen stattfanden und damit schien soweit alles in Ordnung zu sein. Bei der Ausbildung an der unsichtbaren Universität verließ man sich auf ein uraltes Mittel. Man brachte viele junge Leute in der Nähe vieler Bücher unter, in der Hoffnung, daß etwas von den einen auf die anderen überging. Aus dem gleichen Grund suchen junge Leute immer wieder die Nähe von Kneipen. Jetzt war es Nachmittag. Der Professor für unbestimmte Studien hielt eine Vorlesung im Zimmer 3b. Daß er gleichzeitig vor dem Kaminfeuer im Ungemeinschaftsraum schlief, stellte nur ein unwichtiges Detail dar. Niemand, der über ein wenig diplomatisches Feingefühl verfügte, hätte dazu einen Kommentar abgegeben. Ritzkali trat dem Schlummernden ans Schienbein. Au! Tut mir leid, dich zu stören, Professor, sagte der Erzkanzler beiläufig. Bei den Göttern, ich brauche die Hilfe des Zaubererrats. Wo sind die anderen? Der Professor für unbestimmte Studien rieb sich das Bein. Der Dozent für neue Runen hält eine Vorlesung in Raum 3b, antwortete er. Alle virtuellen Vorlesungen finden im Raum 3b statt. Er fehlt auf dem Grundriss der Universität und gilt als unendlich groß. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Meine Güte, das hat wirklich weh getan. Gib den anderen Bescheid. In zehn Minuten. Bei mir. Er, sagte Ritzkali, er hielt viel von diesem Führungsstil. Ein weniger direkter Erzkanzler hätte vielleicht das Gebäude durchstreift und nach den übrigen Zauberern gesucht. Marstroms administrative Politik bestand darin, einen zu finden und ihm das Leben zur Hölle zu machen, bis alles seinen Wünschen gemäß lief. Diese Methode wird von fast allen Managern und einigen bedeutenden Göttern angewandt. Die Natur hat nichts mit so vielen Beinen ausgestattet. Manche Geschöpfe besaßen viele Beine, feuchte, krabbelnde Dinge, die unter Steinen lebten, aber keine Beine mit Füßen, sondern einfach nur Beine, die ohne großes Drum und Dran endeten. Ein intelligenteres Wesen als der Hai wäre jetzt vorsichtig geworden. Doch auch diesmal setzte sich das Gleichheitszeichen durch und leitete den Angriff ein. Das war sein erster Fehler. Was in diesem Fall bedeutete, erster Fehler gleich. Ende der Existenz Ritzkalli wartete ungeduldig, als die Zauberer nacheinander von ihren Vorlesungen in Zimmer 3b herankamen. Die meisten Zauberer brauchten lange Vorlesungen, um ihre Mahlzeiten zu verdauen. »Alle da?« fragte der Erzkanzler. »Gut, nehmt Platz und hört zu.« »Nun, Vetinari hat nicht Besuch von einem Albatross bekommen. Der Vogel flog nicht den ganzen weiten Weg vom Gegengewicht-Kontinent hierher, und er hat keine seltsame Nachricht mitgebracht, die uns zum Handeln zwingt. Könnt ihr mir folgen?« Die Zauberer wechselten stumme Blicke. »Ich glaube, die Einzelheiten sind nicht ganz klar«, sagte der Dekan. »Ich habe mich diplomatisch ausgedrückt.« »Könntest du vielleicht ein wenig, äh, indiskreter sein?« »Wir müssen einen Zauberer zum Gegengewicht-Kontinent schicken«, erklärte Ritz-Cully. »Und zwar bis heute Abend. Jemand hat einen großen Zauberer angefordert, und deshalb muss einer aufbrechen. Allerdings wird er nicht »Zauberer« geschrieben, sondern »Zaub-berer«. »Ja, Bibliothekar«, der Bibliothekar der unsichtbaren Universität hatte bisher mit dem Kopf auf dem Tisch gedöst. Jetzt setzte er sich plötzlich kerzengerade auf, schob den Stuhl zurück und wankte mit rudernden Armen hinaus. »Wahrscheinlich ist ihm gerade ein überfälliges Buch eingefallen«, sagte der Dekan. Er senkte die Stimme. »Übrigens bin ich hier der Einzige, der glaubt, dass die Mitgliedschaft eines Affen in der Fakultät dem Ruf unserer Universität schadet?« »Ja«, antwortete Ritz-Cully schlicht, »da bist du tatsächlich der Einzige. Unser Bibliothekar kann dir mit dem Bein den Arm ausreißen. Das macht ihm so leicht keiner nach. Die Leute respektieren so etwas. Erst neulich fragte das Oberhaupt der Diebesgilde, ob wir ihren Bibliothekar in einen Affen verwandeln könnten, und im Gegensatz zu euch ist er mehr als eine Stunde pro Tag wach. Nun, ich finde es peinlich. sagte der Dekan. »Außerdem ist es gar kein richtiger Orang-Utan. Ich hab's in einem Buch gelesen. Bei einem dominanten Männchen müssten die Backen rosarot sein. Hat der Bibliothekar etwa rosarote Backen? Ich glaube nicht, er...« »Sei still, Dekan«, knurrte Ritz-Cully. »Oder ich erlaube nicht, dass du zum Gegengewicht-Kontinent reist.« »Ich verstehe gar nicht, warum ein ganz vernünftiger Hinweis.« »Was?« »Man bittet uns, den großen Zauberer zu entsenden,« betonte Ritz-Cully. »Und ich habe sofort an dich gedacht, weil nur du imstande bist, auf zwei Stühlen gleichzeitig zu sitzen,« fügte er in Gedanken hinzu. »Ich soll das Achatenreich besuchen,« quiekte der Dekan. »Aber dort hassen sie Ausländer.« »Du hast sie ebenfalls. Bestimmt kommst du dort prächtig zurecht.« »Das Reich ist zehntausend Kilometer entfernt,« wandte der Dekan ein. Er versuchte es jetzt mit einer neuen Taktik. »Jeder weiß, dass man mit Magie nicht so weit reisen kann.« »Ich glaube, es ist doch möglich,« erklang eine Stimme am anderen Ende des Tisches. Die Zauberer sahen zu Ponder Stippens, dem jüngsten und auf sehr deprimierende Weise eifrigsten Fakultätsmitglied. Er hielt einen komplexen Apparat aus beweglichen Holzstäben in den Händen und blickte darüber hinweg. »Äh, es sollte eigentlich kein großes Problem sein,« fuhr er fort. »Früher wurden erhebliche Schwierigkeiten darin gesehen, aber ich bin überzeugt, dass es letztendlich nur eine Frage von Energieabsorption und Relativgeschwindigkeit ist.« Einige Sekunden lang herrschte jene verwirrte und argwöhnische Stille, die den Bemerkungen von Ponder Stippens häufig folgte. »Relativgeschwindigkeit,« wiederholte Ridgully. »Ja, Erzkanzler?« Ponder sah auf den Prototyp eines Rechenschiebers hinab und wartete. Er wusste, dass Ridgully gleich einen Kommentar abgeben würde, um zu beweisen, dass er etwas verstanden hatte. »Meine Mutter konnte schnell wie der Blitz sein, wenn...« »Ich meine die Geschwindigkeit von Dingen im Vergleich zu der Geschwindigkeit von anderen Dingen,« sagte Ponder schnell, »aber nicht schnell genug.« »Wir müssten eigentlich in der Lage sein, dieses Problem, äh, problemlos zu lösen. Mit Hex.« »Oh nein!«, ächzte der Dozent für neue Runen. »Ich bin dagegen. Wir sollten nicht mit Dingen herumspielen, die wir nicht verstehen. Wir sind Zauberer,« warf Ridgully ein. »Man erwartet von uns, dass wir uns mit Dingen befassen, die wir nicht verstehen. Wenn wir einfach nur herumsitzen, bis wir etwas verstehen, kriegen wir nie etwas zustande.« »Ich habe überhaupt nichts dagegen, einen Dämonen zu beschwören, um ihm Fragen zu stellen,« sagte der Dozent für neue Runen. »Das ist ganz normal. Aber einen Apparat zu bauen, der einem das Denken abnimmt, ist gegen die Natur. Hinzu kommt...« Seine Stimme klang jetzt nicht mehr ganz so düster. »Als du letztes Mal versucht hast, mit dem verdammten Ding ein großes Problem zu lösen, gab es einen Defekt, mit dem Ergebnis, dass es hier überall von Ameisen wimmelte.« »Das haben wir inzwischen in Ordnung gebracht,« meinte Ponder. »Wir?« »Mir ist neulich ein Witterschädel in dem Gebilde aufgefallen,« wandte Ridgully skeptisch ein. »Den mussten wir wegen der okkulten Umwandlungen hinzufügen,« entgegnete Ponder. »Aber ich habe auch Zahnräder und Federn bemerkt,« sagte der Erzkanzler. »Nun, die Ameisen sind nicht besonders gut, wenn es um Differenzialgleichungen geht, und deshalb...« »Und das seltsame, wackelige Etwas mit dem Kuckuck?« »Die Echtzeituhr,« Ponder nickte. »Wir halten Sie für absolut erforderlich, um weitere Erörterungen dieser Art erübrigen sich, weil ich gar nicht die Absicht habe, auf irgendwelche Reisen zu gehen,« ließ sich der Dekan vernehmen. »Schickt einen Studenten, wenn's unbedingt sein muss. Hier laufen genug herum.« »Dank herzlichen Pflaumenmus Portion zweite eine, bitte,« sagte der Questor. Kurze Stille folgte. »Hat das jemand verstanden?«, fragte Ridgully. »Der Questor war nicht in dem Sinne verrückt. Er hatte die stromschnellen gewöhnlichen Wahnsinns bereits vor einer ganzen Weile passiert, und ruderte nun auf einem friedlichen See jenseits davon. Seine Bemerkungen ergaben durchaus einen Sinn, allerdings nicht nach normalen menschlichen Maßstäben.« »Ich glaube, er lebt den gestrigen Tag noch einmal,« vermutete der oberste Hirte. »Rückwärts.« »Wir sollten den Questor schicken,« schlug der Dekan vor. »Ausgeschlossen. Im Achatenenreich gibt's wahrscheinlich keine getrockneten Froschpillen.« »Uck!« Der Bibliothekar kehrte krummbeinig zurück, hob etwas hoch und winkte damit. Das Objekt war rot. Besser gesagt, irgendwann mußte es einmal rot gewesen sein. Eine ähnliche Einschränkung galt auch für die Form. Gewisse Anzeichen deuteten darauf hin, daß es sich um einen spitzen Hut handelte. Aber die Spitze war eingeknickt und ein großer Teil der Krempe verbrannt. Dutzende von Pailletten hatten einst ein glitzerndes Wort geformt, doch ein großer Teil von ihnen war verkohlt. Der Rest bildete das Wort »Zaubbärär« auf angesenktem Stoff. »Ich wußte, daß ich das Wort schon einmal gesehen habe,« sagte Ritkalli, »in einem Regal der Bibliothek, nicht wahr?« »Uck!« Der Erzkanzler betrachtete den armseligen Hut. »Zaubbärär«, murmelte er. »Welche traurige und absolut hoffnungslose Person hält es für notwendig, Zaubbärär auf ihren Hut zu schreiben?« Einige Blasen stiegen an die Wasseroberfläche und ließen das Floß sanft schaukeln. Nach einer Weile folgten den Blasen einige Fetzen Haihaut. Rinswind seufzte und legte die Angelrute beiseite. Sicher dauerte es nicht lange, bis der Rest des Hais ans Ufer gezogen wurde. Der Grund dafür blieb ihm ein Rätsel. Das Fleisch von Haifischen war alles andere als lecker. Es schmeckte wie in Urin eingeweichte alte Stiefel. Er griff nach einem improvisierten Paddel und näherte sich dem Strand. Die kleine Insel war eigentlich gar nicht schlecht. Unwetter schienen einfach an ihr vorbeizuziehen. Ebenso die Schiffe. Es gab Kokosnüsse, Brotfrüchte und wilde Feigen. Selbst Rinswinds Alkoholexperimente hatten zu einem Erfolg geführt, mit dem Ergebnis, dass er anschließend zwei Tage lang nicht richtig gehen konnte. Die Lagune lieferte Garnelen, Krivetten, Austern, Krabben und Hummer. Im tieferen grünen Wasser jenseits des Riffes rangen große silberne Fische, um das Privileg, in ein Stück gebogenen Draht am Ende einer Schnur zu beißen. Nach sechs Monaten auf der Insel vermisste Rinswind nur eins. Vorher hatte er kaum einen Gedanken daran verschwendet. Doch jetzt dachte er die ganze Zeit daran. Seltsam. In Ankh-Morpork waren ihm die Dinger fast nie in den Sinn gekommen, weil sie praktisch jederzeit zur Verfügung standen. Jetzt sehnte er sich danach. Das Floß erreichte den weißen Strand genau in dem Augenblick, als ein großes Kanu das Riff passierte und die Lagune erreichte. Ritzkalli saß nun an seinem Schreibtisch, umgeben von den Schmetterlingen der Fakultät. Sie versuchten ihm Dinge zu erklären, obgleich sie wußten, daß damit erhebliche Risiken verbunden waren. Der Erzkanzler neigte dazu, ihm attraktiv erscheinende Fakten auszuwählen und die anderen zu verscheuchen. Also keine Art Käse, sagte er. Nein, Erzkanzler, erwiderte der Professor für unbestimmte Studien. Rinswind ist eine Art Zauberer. Er war's, fügte der Dozent für neue Runen hinzu. Kein Käse, wiederholte Ritzkalli. Es widerstrebte ihm, Fakten loszulassen. Nein. Meiner Ansicht nach klingt's nach einem Namen, den man mit Käse in Verbindung bringen könnte. Ich meine, ein Pfund reifen Rinswind. Das geht einem glatt über die Zunge. Rinswind ist kein Käse, verdammt und zugenäht, rief der Dekan, dessen Geduld nun zu Ende ging. Er ist auch kein Joghurt oder irgendein anderes Sauermilchderivat. Rinswind ist ein verfluchtes Ärgernis. Es gibt keine größere Schande für die Zauberei. Niemand kann inkompetenter und unfähiger sein. Glücklicherweise hat er uns schon seit Jahren nicht mehr mit seiner Präsenz belästigt. Seid der unangenehmen Sache mit dem kreativen Magus. Ach, entgegnete Ritzkalli. In seiner Stimme erklang nun schadenfrohes Interesse. Damals haben sich einige Zauberer ziemlich schlecht benommen, oder? Und ob? Der Dozent für neue Runen bedachte den Dekan mit einem finsteren Blick. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun, Runen. Zu jener Zeit war ich nicht einmal Dekan. »Mag sein, aber du gehörtest zur Fakultät. Und wenn schon, zu deiner Information. Als es hier drunter und drüber ging, habe ich meine Tante besucht. Fast die ganze Stadt flog in die Luft. Meine Tante wohnt in Quirm. Und es war auch Quirm betroffen, wenn ich mich recht entsinne. In der Nähe von Quirm, in der Nähe. Eigentlich gar nicht so nah. Ein ganzes Stück die Küste hinunter. »Ha! Nun, du scheinst ja sehr gut informiert zu sein, Runen,« bemerkte der Dekan. »Ich? Was? Ich habe damals, ähm, studiert. Wusste überhaupt nicht, was um mich herum geschah. Die halbe Universität wurde in Schutt und Asche gelegt.« Der Dekan unterbrach sich, als ihm etwas einfiel. »Davon erfuhr ich erst später, nach der Rückkehr von meiner Tante.« »Ja, aber die Tür meines Zimmers ist sehr dick. Und zufälligerweise weiß ich, daß der oberste Hirte zugegen war, denn... Und man hört kaum was wegen dieses dicken grünen Teppichs. Nickerchen, mein Fürzeit wird es, glaube ich. Seid still, ihr alle, und zwar sofort!« Ritzkalli starrte die Fakultät mit dem durchdringenden, unschuldigen Blick eines Mannes an, der das Glück hatte, völlig ohne Fantasie geboren zu sein, und der während einer sehr peinlichen Phase in der Geschichte der Universität tatsächlich mehrere hundert Kilometer von ihr entfernt gewesen war. »Na schön«, sagte er, als die Zauberer schwiegen. »Dieser Rinswind, eine Art Idiot, wie? Du gibst Auskunft, Dekan, alle anderen halten die Klappe.« Der Dekan wirkte unsicher. »Nun, äh, ich meine, es ergibt keinen Sinn, Erzkanzler. Er konnte nicht einmal richtig zaubern. Welchen Nutzen hat eine solche Person, wohin auch immer Rinswind ging?« Der Dekan senkte die Stimme. »Probleme folgten ihm dicht auf.« Ritzkalli stellte fest, daß die Zauberer etwas enger zusammenrückten. »Scheint doch ganz in Ordnung zu sein«, kommentierte er. »Das ist der beste Platz für Probleme, hinter einem. Wer möchte sie vor sich haben?« »Du verstehst nicht, Erzkanzler«, sagte der Dekan. »Die Probleme folgten Rinswind auf Hunderten von kleinen Beinen.« An Ritzkallis Lächeln änderte sich nichts, doch die Gesichtszüge darüber verhärteten sich. »Hast du die Pillen des Questors probiert, Dekan?« »Mastrom, ich versichere dir.« »Dann red keinen Unsinn.« »Na schön, Erzkanzler, aber dir ist hoffentlich klar, daß es Jahre dauern kann, Rinswind zu finden.« »Äh«, sagte Ponder. »Wenn wir seine taumische Identitätsmatrix herausfinden könnten, müsste Hex eigentlich in der Lage sein, ihn innerhalb eines Tages zu lokalisieren.« Der Dekan warf ihm einen wütenden Blick zu. »Das ist keine Magie«, entfuhr es ihm. »Das ist Technik.« Rinswind wartete durch seichte Wasser, griff nach einem scharfkantigen Stein und schlug damit eine Kokosnuss auf, die an einer schattigen Stelle auf ihn gewartet hatte. Er setzte sie an die Lippen. Eine Stimme erklang hinter ihm. Sie sagte, »Äh, hallo?« Wenn man lange genug auf den Erzkanzler einredete, konnte man ihn tatsächlich dazu bringen, gewisse Dinge zu verstehen. »Es läuft also auf Folgendes hinaus«, sagte Ritzkalli. »Der Bursche namens Rinswind ist praktisch von jeder Armee auf dieser Welt gejagt worden. Bisher hüfte er auf der Bühne des Lebens herum wie die Erbser auf einer Trommel. Er ist wahrscheinlich der einzige Zauberer, der das erharten Reich kennt, weil...« Ritzkalli sah auf seine Notizen. »Weil er mit einem seltsamen kleinen Mann befreundet war, der Gläser vor den Augen trug und ihm das komische Ding mit Beinen hinterließ, das ihr immer wieder erwähnt. Außerdem spricht er ausländisch. Ist das soweit richtig?« »Genau, Erzkanzler«, bestätigte der Dekan. »Es ist mir ein Rätsel, warum sich jemand für einen solchen Mann interessieren sollte.« Ritzkalli blickte erneut auf die Notizen. »Möchtest du zum erhartenen Reich?« »Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich habe hier etwas entdeckt«, sagte der Erzkanzler. Er lächelte fröhlich. »Gewissermaßen einen gemeinsamen Nenner. Dieser Rinswind. Er bleibt am Leben, hat Talent. Findet ihn und bringt ihn hierher, wo auch immer er steckt. Vielleicht steht dem armen Kerl etwas Schreckliches bevor.« Die Kokosnuss verharrte an Ort und Stelle. Nur Rinswinds Augen bewegten sich, späten erst zur einen Seite, dann zur anderen. Drei Gestalten traten in sein Blickfeld. Sie waren weiblich. Sie waren sogar sehr weiblich. Sie trugen nur wenig Kleidung und waren erstaunlich gut frisiert, wenn man bedenkt, daß sie gerade eine Kanureise hinter sich hatten. Mit anderen Worten, sie sahen genau so aus, wie es die Tradition von Kriegs-Amazonen verlangte. Kokosnussmilch rann durch Rinswinds Bad und tropfte zu Boden. Die Anführerin der drei Amazonen strich ihr langes blondes Haar zurück und lächelte strahlend. »Ich weiß, daß es unwahrscheinlich klingt«, sagte sie. »Aber meine Schwestern und ich repräsentieren einen bisher unentdeckten Stamm. Unsere Männer fielen einer kurzen, tödlichen und sehr selektiven Seuche zum Opfer. Jetzt suchen wir nach jemandem, der fähig ist, unseren Stamm vor dem Aussterben zu bewahren.« »Was wiegt er wohl?« Rinswind hob die Brauen. Die Amazone senkte verlegen den Blick. »Vielleicht fragst du dich, wieso wir blondes Haar und helle Haut haben, obwohl alle anderen hier dunkelhäutig sind«, sagte sie. »Vermutlich eine genetische Laune.« »Etwa 120 bis 125 Pfund, plus ein oder zwei Kilo für seine Sachen. Äh, kannst du, du weißt schon, es entdecken? Bestimmt geht alles schief, Stebbins. Ich weiß es. Es ist nur tausend Kilometer entfernt und wir wissen, wo wir sind und er befindet sich auf der richtigen Seite der Scheibenwelt. Ich habe alles von Hex berechnen lassen und deshalb muss es klappen. Ja, aber siehst du irgendwo das Ding mit den vielen Beinen?« Rinswinds Brauen zitterten und er stöhnte leise. »Nein, ich sehe es nicht. Hört jetzt endlich auf, euch die Nasen an meiner Kristallkugel platt zu drücken.« »Wenn du mit uns kommst, schenken wir dir genau die Wonnen, von denen du vielleicht geträumt hast.« »Na schön, ich zähle bis drei.« Die Kokosnuss rutschte aus zitternden Händen. Rinswind schluckte. Sehnsucht glänzte in seinen Augen. »Könnte ich sie zerstampft bekommen?« fragte er. »Jetzt!« Zuerst fühlte er den Druck. Vor Rinswind öffnete sich die Welt und verschlang ihn. Dann streckte sie sich und machte »Deuten!« Wolken rasten ohne Konturen vorbei. Als Rinswind genug Mut fand, die Augen zu öffnen, sah er weit vorn einen winzigen schwarzen Fleck. Er wurde größer. Schließlich konnte er eine Wolke aus einzelnen Objekten erkennen. Rinswind bemerkte zwei große Pfannen, einen Kerzenhalter, mehrere Ziegelsteine, einen Stuhl und eine Puddingform aus Messing, einem Schloss nachempfunden. Die Gegenstände trafen ihn nacheinander. Mit einem lustigen Bong prallte die Puddingform von Rinswinds Kopf ab und setzte den Flug in die Richtung fort, aus der er kam. Kurz darauf erschien vor ihm ein Oktakram aus Kreide. Er stürzte genau darauf hinab. Ritzkali sah nach unten. »Etwas weniger als 125 Pfund, schätze ich«, sagte er. »Wie dem auch sei. Gut gemacht, meine Herren.« Die zerzauste Vogelscheuche in der Mitte des Kreises stand auf und schlug das eine oder andere kleine Feuer in ihrer Kleidung aus. Dann sah sie sich benommen um und sagte, »He, he, he. Er könnte ein wenig verwehrt sein«, brummte der Erzkanzler. »Immerhin hat er tausend Kilometer in nur zwei Sekunden zurückgelegt. Ihr solltet ihn besser nicht erschrecken.« »Du meinst so wie bei Schlafwandlern?«, fragte der oberste Hirte. »Wie bei Schlafwandlern? Was soll das heißen?« »Wenn man einen Schlafwandler erschrickt, dann fallen ihm die Beine ab. Das hat meine Großmutter gesagt. Können wir überhaupt sicher sein, dass es Rindswind ist?«, fragte der Dekan. »Natürlich ist es Rindswind«, erwiderte der oberste Hirte. »Wir haben stundenlang nach ihm gesucht. Vielleicht haben wir ein gefährliches, okkultes Geschöpf hierher gebracht«, spekulierte der Dekan. »Ein gefährliches, okkultes Geschöpf mit so einem Hut?« »Es war ein spitzer Hut, in gewisser Weise. Zumindest schien jemand an einen Spitzenhut gedacht zu haben, als er das etwas konstruiert hatte. Es bestand aus Bambusfasern und Kokosnussblättern und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, zufällig vorbeikommenden Zaubererstatus anlocken zu können. Kleine Muscheln mit Grashalmen festgebunden bildeten vorn das Wort »Zaubbärer«. Der Träger dieses Huts starrte in die Fakultät und schien sich plötzlich an etwas zu erinnern, das ihm Zielstrebigkeit verlieh. Abrupt setzte er sich in Bewegung, verließ das Oktagramm und eilte zur Tür. Die Zauberer folgten ihm vorsichtig. »Ich bin mir nicht sicher, ob deine Großmutter recht hat. Wie oft konnte sie beobachten, dass einem erschrockenen Schlafwandler die Beine abgefallen sind? Darüber hat sie nie Auskunft gegeben. Der Questor schlafwandelt fast jede Nacht. Tatsächlich, das bringt einen in Versuchung.« Rincewind, wenn jenes Geschöpf wirklich Rincewind hieß, erreichte denn »Hier gibt's alles Platz«. Ziemlich viele Leute hielten sich dort auf. Die Luft flimmerte über den Kohlpfannen, auf denen Kastanien und Kartoffeln brieten. Überall erklangen die typischen Schreie der Altstadt von Ankh-Morpork. »Zum Beispiel.« »Au« und »Arg« und »Gib mir mein Geld zurück, du Schuft« und »Das sollen Kastanien sein. Es sind kleine Kohlebrocken, verdammt!« Die Gestalt näherte sich einem dürren Mann, der einen viel zu großen Mantel und einen Bauchladen trug, zu dessen Ausstattung ein kleiner Ölbrenner gehörte. Der hypothetische Rincewind wankte näher. »Hast du Kartoffeln?« knurrte er. »Kartoffeln? Nein, Chef, aber ich habe heiße Würstchen!« Rincewind erstarrte und brach in Tränen aus. »Heiße Würstchen?« heulte er. »Oh, heiße, heiße, heiße Würstchen! Gib mir ein heißes Würstchen!« Er nahm drei und versuchte, sie gleichzeitig zu essen. »Meine Güte!« entfuhr es Ritkali. Die Gestalt tollte erregt herum. Brotkrumen und Schweinefleischabfälle fielen ihr vom langen, zotteligen Bart. »Ich habe nie jemanden gesehen, der drei von Schnappers Würstchen gegessen hat und danach so glücklich aussieht,« meinte der oberste Hirte. »Ich habe nie jemanden gesehen, der drei von Schnappers Würstchen gegessen hat und noch auf den Beinen ist,« sagte der Dekan. »Ich habe nie jemanden gesehen, der drei von Schnappers Würstchen gegessen hat, ohne dafür zu bezahlen,« fügte der Dozent für neue Runden hinzu. Die Gestalt tanzte voller Freude über den Platz. Tränen strömten ihr über die Wangen. Sie kam an einer schmalen Gasse vorbei, was eine kleinere Gestalt zum Anlaß nahm, aus dem Schatten zu treten und ihr, nicht ohne gewisse Mühe, etwas gegen den Hinterkopf zu schlagen. Der Würstchenesser sank auf die Knie und teilte der Welt mit. »Au, nein, 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 nein!« Ein älterer Mann kam aus der Gasse und nahm dem Jungen den kleinen Knüppel aus der Hand, während das Opfer weiterhin kniete und stöhnte. »Ich glaube, du solltest dich bei dem armen Herrn entschuldigen,« sagte der ältere Mann. »Ich meine, was soll er nur denken? Ich meine, sieh ihn dir an! Er hat's dir so leicht gemacht, und was bekommt er dafür? Ich meine, was hast du dir überhaupt dabei gedacht?« »Grummel, Grummel, Herr Boggis,« erwiderte der Junge. »Wie bitte? Sprich lauter! Ein Knaller mit gestrecktem Arm. Das soll ein Knaller mit gestrecktem Arm gewesen sein. So was nennst du ein Knaller mit gestrecktem Arm? Weißt du überhaupt, was ein Knaller mit gestrecktem Arm wirklich ist? Dies hier! Entschuldige bitte, Herr, ich helfe dir kurz hoch. Dies ist ein Knaller mit gestrecktem Arm.« »Au!« rief das Opfer, und zur Überraschung aller Zuschauer fügte er hinzu. »Hahaha! Bei dir! Wenn du noch einmal zu freundlich wärst, werter Herr, es ist gleich vorbei. Hat es so ausgesehen! Au! Hahahaha! Na, habt ihr alles aufmerksam beobachtet? Kommt näher!« Sechs andere junge Leute kamen aus der Gasse und formten einen Halbkreis vor Boggis, dem unglücklichen Schüler und einem Opfer, das taumelte, sich mehrmals um die eigene Achse drehte und dabei Geräusche von sich gab, die nach »Umpf! Umpf!« klangen. Aus irgendeinem Grund schien es sich prächtig zu amüsieren. »Nun«, sagte Boggis im Tonfall eines Künstlers, der versuchte, seine beruflichen Erfahrungen einer undankbaren Nachwelt zu vermitteln, »wenn man einem Kunden Unannehmlichkeiten bereitet, dann!« »Oh, hallo, Herr Ritzkalli! Sehe dich erst jetzt!« Der Erzkanzler nickte freundlich. »Lass dich von uns nicht stören, Boggis. Du bildest junge Diebe aus, wie?« Boggis rollte mit den Augen. »Ich weiß überhaupt nicht, was man den Burschen in der Schule beibringt«, sagte er. »Immer nur lesen und schreiben. Zu meiner Zeit bekam man noch Gelegenheit, etwas Nützliches zu lernen. Na schön, du da, Wilkins, hör auf zu kichern und versuch selbst mal, wenn du gestattest, Herr.« »Au! Nein, 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 nein! Selbst meine Oma könnte das besser. Seht genau zu! Man tritt leise und geschwind an den Kunden heran, legt ihm die eine Hand auf die Schulter, um bessere Kontrolle zu haben. Ja, so ist es richtig. Und dann! Au! Na schön, weiß jemand, was er falsch gemacht hat?« Die Gestalt kroch fort, unbemerkt von Boggis, der die subtileren Aspekte von Schlägen auf den Hinterkopf an Wilkins demonstrierte. Ein Dutzend Meter entfernt stand der mutmaßliche Rinsewind auf und stolperte über die Straße. Er bewegte sich noch immer wie jemand, der hypnotisiert war. »Er weint«, stellte der Dekan fest. »Kein Wunder«, sagte der Erzkanzler, »aber warum grinst er gleichzeitig.« »Seltsamer und seltsamer«, meinte der oberste Hirte. Mit einer mittelschweren Gehirnerschütterung und vermutlich auch Gift im Magen kehrte die Gestalt zur unsichtbaren Universität zurück. Die Zauberer folgten ihr weiter. »Du meinst sicher, es wird immer seltsamer, oder? Und selbst dann ergibt's kaum einen Sinn.« Rinsewind passierte das Tor und eilte in Richtung Bibliothek. Dort wartete der Bibliothekar auf ihn. Mit einem suffisanten Lächeln, wenn ein Orang-Utan überhaupt suffisant lächeln kann, hielt er den arg mitgenommenen Hut in den Händen. »Erstaunlich«, bemerkte Ritkali. »Es stimmt tatsächlich, ein Zauberer kehrt immer zu seinem Hut zurück.« Die Gestalt griff nach dem Hut, vertrieb einige Spinnen daraus und setzte ihn auf, nachdem er das traurige Blätterding beiseite geworfen hatte. Rinsewind sah zur versammelten Fakultät und blinzelte. Zum ersten Mal schimmerte eine Art Licht hinter seinen Augen. Bisher schien er allein von Reflexen und Instinkten gesteuert worden zu sein. »Äh, was habe ich vorhin gegessen?« »Drei von Schnappers besten heißen Würstchen«, antwortete Ritkali. »Nun, wenn ich in diesem Zusammenhang von besten spreche, meine ich seine typische Ware. Du weißt schon.« »Verstehe. Und wer hat mich vorhin geschlagen?« »Azubis der Diebesgilde«, Rinswind blinzelte erneut. »Dies ist ein Kmorpork, nicht wahr?« »Ja«, dachte ich mir.« Rinswind blinzelte noch einmal, diesmal etwas langsamer. »Nun«, fügte er hinzu, als er nach vorn kippte, »ich bin zurück.« Lord Hong ließ einen Drachen fliegen, auf perfekte Art und Weise. Was auch immer Lord Hong anstellte, er machte es perfekt. Seine Aquarelle waren perfekt, ebenso seine Gedichte. Wenn er Papier knickte, war jede einzelne Falte perfekt. Er verdiente es in jeder Hinsicht, einfallsreich originell und natürlich perfekt genannt zu werden. Schon seit einer ganzen Weile strebte Lord Hong nicht mehr nach Perfektion, weil er sie längst in irgendeinem Verlies an die Wand genagelt hatte. Lord Hong war sechsundzwanzig Jahre alt, schlank und attraktiv. Er trug eine kleine Brille mit runden Gläsern. Wenn man die Leute bat, ihn zu beschreiben, bekam man Worte wie abgebrüht und aalglatt zu hören. Und auch den Satz »Er ist ein Mistkerl, den man besser nicht verärgern sollte«, das habe ich natürlich nie gesagt. Mit erbarmungslosem Fleiß, kompromissloser Konzentration aller geistigen Kräfte und sechs sorgfältig arrangierten Todesfällen war er zum Oberhaupt der einflussreichsten Familie im Erchatnenreich aufgestiegen. Was die sechs Toten betraf. Als letzter starb Lord Hongs Vater, und zwar voller Freude darüber, daß sein Sohn eine alte Familientradition fortsetzte. Die alterwürdigen Familien hielten ihre Vorfahren sehr in Ehren und fanden nichts dabei, die Anzahl der Ahnen vorzeitig zu erhöhen. Und nun kam der Schwarze Drache mit den beiden großen Augen im Sturzflug vom Himmel. Lord Hong hatte den Winkel berechnet. Perfekt! Die mit Leim und Glassplittern beschichtete Schnur schnitt durch einige andere. Die Drachen der Rivalen tanzten hilflos. Das Publikum applaudierte höflich. Die meisten Leute hielten es für klug, Lord Hong Applaus zu spenden. Er reichte die Schnur einem Diener, nickte den anderen Drachenfliegern kurz zu und schritt zu seinem Zelt. Drinnen nahm er Platz und wandte sich an den Besucher. Nun? Wir haben die Nachricht geschickt, hieß es. Niemand hat uns gesehen. Ganz im Gegenteil, erwiderte Lord Hong. Zwanzig Personen sahen euch. Wächtern fällt es sehr schwer, ungerührt gerade auszusehen und nichts zu bemerken, wenn Leute laut wie ein vorrückendes Heer umherkriechen und sich immer wieder zuflüstern, leise zu sein. Offen gesagt fehlt euch das revolutionäre Etwas. Was ist mit deiner Hand passiert? Der Albatross hat hineingebissen. Lord Hong lächelte. Er dachte daran, dass der Vogel den Besucher vielleicht mit einer Sardelle verwechselt hatte, und das aus gutem Grund. Seine Augen hatten gewisse Ähnlichkeiten mit denen eines Fisches. Ich verstehe nicht, oh Lord, sagte der Besucher, dessen Name zwei Feuerkraut lautete. Gut. Sie glauben an den großen Zauberer, und du möchtest, dass er hierher kommt? Ja, natürlich. Ich habe Mitarbeiterin. Er versuchte, die fremden Silben richtig auszusprechen. Dank Moorpork. Der sogenannte große Zauberberer existiert tatsächlich. Allerdings genießt er den zweifelhaften Ruf, inkompetent, feige und völlig ohne Rückgrat zu sein. Ihm fehlen alle Eigenschaften eines gefährlichen Gegners. Soll die Rote Armee ruhig ihren Anführer bekommen. Bestimmt. Hebt es ihre Moral. Lord Hong lächelte erneut. Das ist Politik, betonte er. Geh jetzt. Lord Hong griff nach einem Buch, als der Besucher fortgegangen war. Eigentlich war es kein richtiges Buch. Es bestand aus einzelnen mit Schnüren zusammengebundenen Blättern mit handgeschriebenem Text. Er hatte es schon oft gelesen, und es amüsierte ihn noch immer. Hauptsächlich deshalb, weil sich der Autor bei so vielen Dingen irrte. Wenn er jetzt eine Seite zu Ende gelesen hatte, riß er das Blatt aus dem Bündel und faltete es mit großer Sorgfalt zu einer Krüsantheme. Großer Zauberer, sagte er, und ob wirklich groß. Rincewind erwachte. Er spürte saubere Laken, und es ertönte kein »Durchsucht seine Taschen«, was er für einen vielversprechenden Anfang hielt. Er hielt die Augen geschlossen, für den Fall, daß jemand in der Nähe weilte und ihm das Leben schwer machen wollte, sobald er wach wurde. Die Stimmen älterer Männer erklangen. »Niemand von euch versteht, worum es geht. Er überlebt. Ihr habt von seinen vielen Abenteuern erzählt, und der interessanteste Punkt ist, daß er noch lebt.« »Was soll das heißen? Er hat Dutzende von Narben.« »Genau das meine ich, Dekan. Übrigens hat er die meisten am Rücken. Er läßt Schwierigkeiten hinter sich zurück. Irgendwo dort oben gibt es jemandem, der ihm ein wohlwollendes Lächeln schenkt.« Rincewind zuckte innerlich zusammen. Er hatte immer geahnt, daß es irgendwo dort oben jemanden gab, der etwas mit ihm anstellte. Ein wohlwollendes Lächeln war ihm in diesem Zusammenhang nie in den Sinn gekommen. »Er ist nicht einmal ein richtiger Zauberer. Die Prüfung, die er besteht, muß erst noch erfunden werden.« »Ich glaube, er ist wach«, sagte jemand. Rincewind gab nach und hob die Lieder. Mehrere runde, rosarote, bärtige Gesichter blickten auf ihn herab. »Wie fühlst du dich, alter Knabe?« fragte jemand und streckte die Hand aus. »Ich heiße Rich Cully und bin der Erzkanzler. Wie geht's dir?« »Es geht alles schief«, erwiderte Rincewind. »Wie meinst du das, Junge?« »Ich weiß es. Alles geht schief. Es war zu schön, um auf Dauer so zu bleiben. Bestimmt passiert bald etwas Grässliches.« »Na bitte«, brummte der Dekan. »Hunderte von kleinen Beinen, ich hab's ja gesagt, und du wolltest nicht auf mich hören.« Rincewind setzte sich auf. »Fangt bloß nicht an, nett zu mir zu sein. Bietet mir keine Weintrauben an. Nie will mich jemand für etwas Nettes.« Verwirrte Erinnerungen an die jüngste Vergangenheit zogen durchs Zentrum seines Selbst. Und er brachte flüchtiges Bedauern mit dem Umstand in Verbindung, dass die Sehnsucht nach Kartoffeln für die junge Dame nicht annähernd so bedeutsam gewesen war wie für ihn. Jetzt wurde ihm klar. Wer sich so kleidete, vergeudete kaum Gedanken an irgendwelche im Boden wachsende Gemüsesorten. Er seufzte. »Na schön. Was geschieht jetzt?« »Wie fühlst du dich?« Rincewind schüttelte den Kopf. »Es hat keinen Zweck. Ich verabscheue es, wenn die Leute nett zu mir sind. Es bedeutet, dass ich mit Entsetzlichem rechnen muss. Wie wär's, wenn du ein wenig schreist?« Ritzkalli hatte genug. »Raus aus dem Bett, du Faulpelz! Wenn du mir nicht sofort folgst, wirst du es bitter bereuen.« »Ah, das ist schon besser«, sagte Rincewind verdrießlich. »Jetzt weiß ich, dass ich daheim bin. Eine so freundliche Atmosphäre herrscht nur zu Hause.« Er schwang die Beine über den Rand des Bettes und stand vorsichtig auf. Ritzkalli verharrte auf halbem Weg zur Tür und sah die anderen Zauberer an. »Runen!« »Ja, Erzkanzler«, entgegnete der Dozent für neue Runen unschuldig. »Was versteckst du da hinter dem Rücken?« »Ich verstehe nicht, Erzkanzler.« »Sieht nach einem Werkzeug aus«, meinte Ritzkalli. »Ach, das hier«, staunte der Dozent für neue Runen und gab vor, den vier Kilo schweren Hammer erst jetzt zu bemerken. »Na, so was! Das ist ein Hammer, nicht wahr? Potsplitz! Ein Hammer! Äh, ich nehme an, ich habe ihn irgendwo aufgelesen, um, äh, Ordnung zu schaffen. Außerdem ist es meiner Aufmerksamkeit nicht entgangen, dass der Dekan versucht, eine Streitaxt zu verbergen«, sagte Ritzkalli. »Dicht hinter dem obersten Hirten machte etwas. Boing!« »Und das klang nach einer Säge«, fuhr Ritzkalli fort. »Gibt es hier jemanden, der nicht mit irgendwelchen Werkzeugen bewaffnet ist? Na schön, würdet ihr mir bitte erklären, was der Unsinn soll?« »Ah, du weißt nicht, wie's gewesen ist«, der Dekan mied den Blick des Erzkanzlers. »Dauernd mussten wir das Schlimmste befürchten. Immer wieder hörten wir das Trippeln der vielen Füße und«, Ritzkalli schenkte ihm keine Beachtung, er legte Rinswind den Arm um die knochigen Schultern und führte ihn zum großen Saal. »Nun, Rinswind«, sagte er, »es heißt, du bist nicht besonders gut in Magie?« »Stimmt. Du hast nie eine Prüfung bestanden oder so?« »Nein, nie.« »Und doch nennen dich alle Rinswind den Zauberer«, Rinswind sah zu Boden. »Nun, ich habe hier als stellvertretender Bibliothekar gearbeitet.« »Als Gehilfe eines Affen«, warf der Dekan ein, erledigte praktisch alles, was so an Arbeit anfiel. »Habt ihr nicht gehört? Gehilfe eines Affen? Klingt doch nicht schlecht, oder?« »Aber du hast nie das Recht erworben, dich Zauberer nennen zu dürfen«, fragte Ritzkalli. »Hä? Nicht in dem Sinne.« »Ich verstehe. Das ist ein Problem. Ich habe einen Hut, auf dem Zauberer steht«, sagte Rinswind hoffnungsvoll. »Ich fürchte, das ist keine große Hilfe.« »Hm. Die Sache bringt uns in eine unangenehme Situation. Mal sehen, wie lange kannst du den Atem anhalten?« »Keine Ahnung, zwei Minuten oder so. Ist das wichtig?« »Diese Fähigkeit gewinnt eine gewisse Bedeutung, wenn man mit den Füßen nach oben an einen Pfeiler der Messingbrücke gebunden wird und zwei Fluten überstehen muss, um anschließend enthauptet zu werden. Das ist die gesetzlich vorgeschriebene Strafe, wenn man sich als Zauberer ausgibt, ohne tatsächlich einer zu sein.« »Ich habe in den Büchern nachgesehen. Niemand bedauert es mehr als ich, glaub mir. Aber so verlangen es die Überlieferungen.« »Oh nein!« »Tut mir leid. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen hart durchgreifen, um zu vermeiden, dass es hier von falschen Zauberern wimmelt.« »Wirklich schade. Ich kann nichts machen. Mir sind die Hände gebunden und so. In den Vorschriften heißt es, man kann nur dann ein Zauberer sein, wenn man das Studium an der Universität mit einer bestandenen Abschlussprüfung hinter sich gebracht oder einen wichtigen Dienst für die Magie geleistet hat. Und ich fürchte bei dir.« »Könntest du mich nicht zur Insel zurückschicken? Dort gefiel es mir. Alles war so herrlich langweilig.« Ridcully schüttelte traurig den Kopf. »Nein, ausgeschlossen. Das Delikt ist über zu viele Jahre hinweg verübt worden. Und da du weder eine Abschlussprüfung bestanden...« Ridcully hob die Stimme ein wenig. »Noch einen wichtigen Dienst für die Magie geleistet hast, bleibt mir keine andere Wahl, als die Brüller zu beauftragen, Stricke zu holen.« Die Pförtner der unsichtbaren Universität. Sie sind berüchtigt wegen ihrer lauten Stimmen, dicken Schädel und begriffsstutzigen Sturheit, selbst den vernünftigsten Erklärungen gegenüber. Hinzu kommt ihre feste Überzeugung, dass ohne sie in der Universität das Chaos ausbreche. »Ich glaube, ich habe einige Male die Welt gerettet,« sagte Rincewind. »Bringt uns das weiter?« »Hät dich jemand von der Universität dabei beobachtet?« »Nein, ich glaube nicht.« Ridcully schüttelte einmal mehr den Kopf. »Ich fürchte, dann zählt's nicht. Es ist schade, denn wenn du einen wichtigen Dienst für die Magie geleistet hättest, würde ich dir den Hut gern lassen und natürlich auch etwas, auf dem du ihn tragen kannst.« Rincewind wirkte sehr bestürzt. Ridcully seufzte und beschloss noch einen dritten Versuch zu unternehmen. »Nun, da du keine Abschlussprüfung abgelegt oder einen wichtigen Dienst für die Magie geleistet hast, muss ich leider.« »Äh, und wenn ich einen wichtigen Dienst für die Magie leiste?«, fragte Rincewind. Seine Miene verriet, dass er Licht am Ende des Tunnels sah und wusste, dass es vom heranrasenden Zug stammte. »Ach, hm, das ist eine interessante Idee,« sagte Ridcully. »Welchen Dienst hätte ich zu leisten?« »Oh, normalerweise müßtest du zu einer weiten Reise aufbrechen, um einen mythischen Gegenstand zu suchen. Denkbar wäre auch die Antwort auf eine sehr alte und bedeutungsvolle Frage zu finden.« »Lieber Himmel, was ist das für ein Ding mit den vielen Beinen?« Rincewind drehte sich nicht einmal um. Der Gesichtsausdruck des Erzkanzlers erschien ihm viel zu vertraut. »Ah,« sagte er nur, »ich kenne es.« Magie ist nicht wie Mathematik. Sie folgt eher dem gesunden Menschenverstand als der Logik, so wie die Scheibenwelt. Man kann sie auch nicht mit dem Kochen vergleichen. Ein Kuchen ist ein Kuchen. Man mische die richtigen Zutaten und wähle die richtige Temperatur, und man erhält einen Kuchen. Ein Auflauf benötigt keine Mondstrahlen, und Soufflés mußten noch nie von einer Jungfrau zubereitet werden. Einige von besonderer Neugier heimgesuchte Leute haben sich gefragt, ob Regeln der Magie existieren. Es gibt mehr als 500 bekannte Zauberformeln, um die Liebe einer anderen Person zu erringen. Wenn sie wirken sollen, muß man zum Beispiel genau um Mitternacht bestimmte Dinge mit Farnkrautsamen anstellen. Oder man tut andere und weitaus unangenehmere Dinge mit Rhinozeroshörnern, wobei der exakte Zeitpunkt nicht vorgeschrieben ist. Allerdings sollte man nicht sofort nach dem Essen aktiv werden. Die an einer akuten Form besonderer Neugier leidenden Personen glaubten, durch eine genaue Analyse aller Zauberformeln ließ es sich ein mächtiger gemeinsamer Nenner feststellen. Eine Art Metaformel oder kleine Gleichung, mit der sich das angestrebte Ziel wesentlich einfacher erreichen ließ, zur großen Erleichterung aller Nashörner. Um solche Fragen zu beantworten, war Hex gebaut worden. Obgleich das Wort »gebaut« Unbehagen in Ponderstibbens weckte. Sicher, er und einige andere Studenten hatten das Ding zusammengesetzt. Aber manchmal gewann er den Eindruck, daß sich neue Komponenten von ganz allein hinzufügten. Zum Beispiel war es sicher, daß niemand den Mondphasengenerator entwickelt hatte, was ihn jedoch nicht daran hinderte, präsent zu sein, und zwar als integraler Bestandteil der ganzen Apparate. Doch die Unechtzeituhr hatten sie konstruiert, obgleich niemand von ihnen genau wußte, wie sie funktionierte. Ponderark wöhnte, daß sie die Auswirkungen einer speziellen Art formender Kausalität erlebten. Derartige Phänomene gehörten an Orten wie der unsichtbaren Universität zu den normalen Risiken. Und wenn Stibbens mit seinen Vermutungen recht hatte, dann bauten sie nichts, sondern gaben nur einer bereits existierenden Idee, Substanz, einem Schatten, der darauf wartete, massiv zu werden und in die Realität zu wechseln. Er hatte der Fakultät ausführlich erklärt, daß Hex nicht dachte. Es lag auf der Hand, daß der Apparat nicht denken konnte. Immerhin bestand er zu einem kleinen Teil aus Aufziehmechanismen und zu einem großen aus einer Ameisenfarm. Die Schnittstelle hielt Ponder für ein Meisterwerk. Dort fuhren die Ameisen in einem kleinen Paternoster nach oben und nach unten, wodurch ein sehr wichtiges Zahnrad angetrieben wurde. Bedeutendster Elaborationsfaktor waren die kontrollierten Wanderungen der Ameisen durch ein Labyrinth aus gläsernen Röhren. Doch viele andere Dinge hatten sich einfach angesammelt, so wie das Aquarium und einige Glockenspiele, die jetzt unverzichtbar zu sein schienen. Eine Maus hatte ein Nest mitten in der Apparatur gebaut, und inzwischen versuchten sie nicht mehr, es zu entfernen, da es für das richtige Funktionieren von Hex mittlerweile erforderlich war. In dem Apparat gab es nichts, was denken konnte, von Wagenvorstellungen über Zucker und Käse einmal abgesehen. Und doch! Mitten in der Nacht, wenn Hex hart arbeitete und es in den Röhren von fleißigen Ameisen raschelte, wenn irgendwelche Dinge aus irgendeinem unerfindlichen Grund Klonk machten, wenn das Aquarium mit Hilfe umgebauter Bootskräne herabgelassen worden war, damit es für den Operator während der langen Stunden etwas Interessantes zu beobachten gab. Bei solchen Gelegenheiten konnte man darüber spekulieren, was es mit Gehirnen und Gedanken auf sich hatte, und sich fragen, ob das Gehirn vielleicht eine kompliziertere Version von Hex darstellte. Gegen vier Uhr nachts, wenn gewisse Zahnräder plötzlich anhielten, um sich dann in eine andere Richtung zu drehen, wenn die Maus leise zu quieken begann, dann erwogen Skeptiker die Möglichkeit, dass das Gehirn eine weniger komplizierte Version von Hex war und gewisse Apparate mehr sein konnten als nur die Summe ihrer Teile. Anders ausgedrückt, Ponder machte sich Sorgen. Er nahm an der Tastatur Platz. Sie war fast ebenso groß wie der Rest von Hex und bot auch vielen Hebeln und Armaturen Platz. Die Tasten ließen kleine Holztafeln mit Löchern in Schlitze fallen, was die Ameisen zwang, andere Wege einzuschlagen. Ponder brauchte eine Weile, um das Problem zu formulieren. Schließlich stützte er sich mit einem Fuß an der Maschine ab und zog den Eingabehebel. Die Ameisen liefen durch neue Glasröhren. Zahnräder setzten sich in Bewegung. Ein kleiner Mechanismus drehte sich. Das Ding sah aus wie ein Gerät zur Messung der Windgeschwindigkeit, und Ponder hätte schwören können, dass es am vergangenen Tag noch nicht Teil von Hex gewesen war. Nach einigen Minuten fiel ein Würfel mit okkulten Symbolen in den Ausgabetrichter. »Danke«, sagte Ponder und kam sich deswegen ziemlich dumm vor. Irgendetwas an dem Ding wies auf Anspannung hin, auf das stumme Bestreben, ein fernes, unverständliches Ziel zu erreichen. Als Zauberer kannte Ponder dieses Phänomen nur von Eicheln. Eine winzige, lautlose Stimme verkündete, »Ja, ich bin ein kleines, grünes und schlichtes Objekt, aber ich träume von Wäldern.« Neulich hatte Adrian Rübensaat die Frage, »Warum?« eingegeben, um zu sehen, was dann passierte. Einige der anderen Studenten rechneten damit, dass Hex an diesem Problem verzweifelte und überschnappte. Ponder vermutete, dass der Apparat mit »Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen« antwortete, was leider sehr häufig geschah. Stattdessen entfalteten die Ameisen ungewöhnliche Aktivität und produzierten die Mitteilung »Deshalb«. Die Zuschauer duckten sich hinter einem umgekippten Tisch, als Rübensaat eine zweite Frage eintippte. »Warum alles?« Nach einer Weile traf die Antwort ein. »Alles deshalb«. »Fragezeichen, Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Ewiger Domänfehler. Plus, 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 Systemreset. Plus, 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 plus. Niemand kannte Systemreset. Niemand wußte, warum er Nachrichten schickte. Wie dem auch sei, es wurden keine komischen Fragen mehr gestellt. Das Risiko, Antworten zu bekommen, war zu groß. Kurze Zeit später erschien etwas, das aussah wie ein defekter Regenschirm mit Heringen dran. Das Ding installierte sich hinter einem anderen Ding, das wie ein Wasserball wirkte und alle vierzehn Minuten prapp machte. Nun, magische Bücher entwickelten eine gewisse Persönlichkeit wegen der Macht, die sich auf all ihren Seiten sammelte. Deshalb war es sehr unklug, die Bibliothek ohne einen Knüppel zu betreten. Und jetzt hatte Ponder dabei geholfen, eine Maschine für die Untersuchung der Magie zu bauen. Zauberer wußten schon seit einer ganzen Weile, daß der Vorgang des Beobachtens das beobachtete Objekt veränderte. Manchmal vergaßen sie allerdings, daß auch der Beobachter beeinflusst wurde. Ponder ahnte, daß Hex sich selbst erweiterte. Und er hatte gerade Danke gesagt, zu einem Etwas, das von einem Glasbehälter mit Schluckauf hergestellt worden zu sein schien. Er sah auf die Zauberformel, das Ergebnis langer Berechnungen, notierte sie und eilte hinaus. Im leeren Zimmer klickte Hex munter vor sich hin. Das Prapp-Ding, machte Prapp. Und die Unechtzeituhr klickte seitwärts. Im Ausgabebereich rasselte es. Keine Ursache. Plus, plus. Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Plus, plus. Kein Käse mehr, Fehler. System Reset. Fünf Minuten später. Faszinierend, sagte Ritkalli. Intelligentes Birnbaumholz, wie? Er ging in die Hocke, um unter das Ding zu sehen. Truhe wich zurück. Sie waren entsetzend, grauen, Furcht und Panik gewöhnt. Nur selten stieß sie auf Interesse. Der Erzkanzler erhob sich und klopfte Staub von seinem Mantel. »Ah«, sagte er, als ich eine kleine Gestalt näherte. »Da kommt der Gärtner mit der Trittleiter. Der Dekan hängt im Kronleuchtermodo.« »Mir gefällt's hier oben, ehrlich«, erklang eine Stimme von der Decke. »Wenn jemand so nett wäre, mir den Tee zu reichen.« »Und es überrascht mich, dass der oberste Hirte in die Anrichte passt«, sagte Ritkalli. »Wirklich erstaunlich, wie klein sich ein Mensch zusammenfalten kann.« »Ich wollte nur das Besteck inspizieren«, ertönte es aus den Tiefen einer Schublade. Truhe hob ihren Deckel. Mehrere Zauberer sprangen zurück. Ritkalli bemerkte einige Haifischzähne im Holz. »Tötet Haie, wie?« fragte er. »Oh ja«, bestätigte Rindswind. »Manchmal zerrt sie die Bieste an Land und springt auf ihnen herum.« Der Erzkanzler brummte beeindruckt. Intelligentes Birnbaumholz war sehr selten zwischen den Spitzhornbergen und dem Rundenmeer. Vermutlich existierte kein einziger lebender Baum mehr. Einige wenige Zauberer hatten das Glück, einen Zauberstab aus solchem Holz geerbt zu haben. Zu Ritkallis Stärken zählte emotionale Sparsamkeit. Er war beeindruckt und auch fasziniert gewesen. Er war sogar ein wenig erschrocken gewesen, als das Ding plötzlich zwischen den Zauberern erschienen war und den Dekan zu seinem Kunststück mit der vertikalen Beschleunigung veranlasst hatte. Doch er fürchtete sich nicht, weil es ihm schlicht und einfach an Vorstellungskraft mangelte. »Meine Güte«, sagte ein Zauberer. Der Erzkanzler sah auf. »Ja, Questor. Mir fiel gerade das Buch ein, das mir der Dekan geliehen hat, Marstrum. Es berichtet von Affen.« »Ach, es ist außerordentlich interessant«, fuhr der Questor fort. Er hatte gerade den mittleren Teil seines mentalen Zykluses erreicht und befand sich daher auf der richtigen Welt, auch wenn ihn knapp zehn Kilometer geistige Baumwolle von ihr trennten. »Der Dekan hat recht. Ich meine, ein erwachsener männlicher Orang-Utan bekommt nur dann rosa-rote Backen, wenn er zum dominanten Männchen wird. Allerdings sind nicht Backen gemeint, sondern Wangen, glaube ich.« »Und das ist interessant.« »Nun ja, weil der Bibliothekar keine rosa-roten Wangen hat, obgleich er zweifellos die Bibliothek dominiert.« »Ah, ja«, ließ sich der oberste Hirte vernehmen. »Aber er weiß, dass er ein Zauberer ist, und er dominiert keineswegs die ganze Universität.« Die Fakultätsmitglieder dachten darüber nach. Schließlich reifte eine Erkenntnis in ihnen heran, die sie veranlasste, sich dem Erzkanzler zuzuwenden. »Was starrt ihr meine Wangen so an?«, entfuhr es Ritkalli. »Ich dominiere niemanden.« »Ich wollte nur, wenn ihr nicht sofort still seid, bringt ihr euch in große Schwierigkeiten.« »Du solltest das Buch lesen«, sagte der Questor. Er lebte noch immer glücklich im Tal der getrockneten Frösche. »Es ist erstaunlich, was man alles lernen kann. Zum Beispiel, wie man anderen Leuten den Hintern zeigt?«, fragte der Dekan von oben. »Nein«, sagte der oberste Hirte. »Das tun Paviane.« »Bitte um Verzeihung«, warf der Professor für unbestimmte Studien ein. »Ich glaube, du meinst Gibbons.« »Nein, Gibbons Heulen. Wenn man Hintern sehen will, braucht man Paviane.« »Mir hat der Bibliothekar nie seinen Allerwertesten gezeigt«, sagte der Erzkanzler. »Kein Wunder«, antwortete eine Stimme aus dem Kronleuchter. »Immerhin bist du das dominante Männchen. Komm sofort darunter, Dekan.« »Ich hänge hier fest, Marstrom. Eine Kerze macht mir Probleme.« »Ha!« Rinswin schüttelte den Kopf und ging fort. Zweifellos waren einige Dinge anders geworden, seit er sich das letzte Mal an diesem Ort aufgehalten hatte, wann auch immer. Er war nie so dumm gewesen, sich ein aufregendes Leben zu wünschen. Sein Streben galt vor allem der Langeweile. Allerdings bestand das Problem mit der Langeweile darin, daß sie in seinem Fall nie von langer Dauer war. Wenn er glaubte, sie endlich gefunden zu haben, wurde er in etwas verwickelt, was andere Leute, gedankenlose Leute, die nicht wußten, wovon sie sprachen, als Abenteuer bezeichneten. Dann zwangen ihn die Umstände, fremde Länder zu besuchen und exotische oder gar pittoreske Leute kennenzulernen. Für gewöhnlich dauerten derartige Begegnungen nie sehr lange, weil er ständig vor irgendetwas weglief. Er hatte die Schöpfung des Universums gesehen, wenn auch nicht von einem besonders guten Platz aus. Er war auch in der Hölle gewesen. Man hatte ihn gefangen genommen, eingekerkert und befreit, auf daß er sich schließlich irgendwo verirrte und in irgendwelche Schlangen- oder Skorpionkruben geriet. Manchmal war all dies sogar am gleichen Tag geschehen. Abenteuer. Die Leute redeten davon, als wäre es etwas Erstrebenswertes. Doch in Wirklichkeit war es ein Synonym für schlechtes Essen, wenig Schlaf und sonderbare Personen, die ständig versuchten, einem spitze Dinge in den Leib zu stecken. Rinswind glaubte, die Wurzel des Problems inzwischen zu kennen, litt an präventivem Karma. Wenn etwas auch nur den Anschein erweckte, daß in naher Zukunft angenehme Ereignisse warteten, so durfte er ziemlich sicher sein, daß jetzt sofort Unangenehmes geschah. Und das Unangenehme setzte sich fort, weshalb er die schönen Dinge, die bald beginnen sollten, nie erlebte. Es war so, als litte er schon vor der Mahlzeit an Verdauungsstörungen. Irgendwo auf der Welt saß vermutlich jemand am anderen Ende der Wippe, eine Art Spiegelbild-Rinswind, dessen Leben aus lauter wundervollen Dingen bestand. Er hoffte ihm irgendwann einmal zu begegnen, vorzugsweise mit einer Waffe in der Hand. Jetzt wollten die Leute ihn zum Gegengewicht-Kontinent schicken. Er hatte gehört, dort sei das Leben stinklangweilig. Für Rinswind klang das ausgesprochen verlockend. Die Insel hatte ihm sehr gefallen, ebenso die Kokosnuss-Überraschungen. Wenn er eine Kokosnuss aufschlug, fand er darin Kokosnussmilch. Solche Überraschungen mochte er sehr. Er öffnete eine ganz bestimmte Tür. Das Zimmer dahinter war einmal sein Zimmer gewesen. Es bot einen traurigen Anblick. Rinswind sah einen großen, arg mitgenommenen Kleiderschrank. Weitere Einrichtungsgegenstände enthielt der Raum nicht. Es sei denn, man erweiterte den Begriff auf einen Korbstuhl ohne Sitzfläche, mit nur drei Beinen und einer Matratze, die so voller Leben steckte, daß sie über den Boden kroch und gelegentlich irgendwo anstieß. Hier und dort lagen Dinge von der Straße herum. Alte Kisten, das eine oder andere Brett, Säcke. Rinswind spürte einen Kloß im Hals. Die Zauberer hatten seine Unterkunft unverändert gelassen. Er öffnete den Kleiderschrank, kramte in der von Motten bevölkerten Dunkelheit und berührte ein Ohr, das an einem Zwerg befestigt war. »Au!« »Was hast du in meinem Kleiderschrank zu suchen?« fragte Rinswind. »Ein Kleiderschrank? Äh, äh, ist dies nicht das magische Königreich fabelhaft?« erwiderte der Zwerg und versuchte, unschuldig zu wirken. »Nein, und die Schuhe, die du da in der Hand hältst, haben nichts mit den goldenen Juwelen der Elfenkönigin zu tun,« betonte Rinswind und nahm sie dem Zwerg ab. »Und dies ist kein Unsichtbarkeitsstab, und das sind nicht Bruno Promignases wundervolle Socken, und dies ist mein Stiefel.« »Au!« »Und jetzt raus mit dir!« Der Zwerg rannte zur Tür und blieb dort gerade lange genug stehen, um zu rufen. »Ich habe einen Mitgliedsausweis der Diebesgilde, und du solltest keine Zwerge schlagen. Das ist Speziesismus!« »Gut«, sagte Rinswind und griff nach einigen Kleidungsstücken. Er fand einen Mantel und streifte ihn über. Hier und dort hatten Motten ihre Kunst in der Herstellung von Spitze bewiesen, und die roten Stellen waren fast alle zu orangefarbenen oder gar braunen Tönen verblasst. Trotzdem erfüllte es Rinswind mit Erleichterung, wieder einen richtigen Zauberermantel zu tragen. Mit bloßen Knien ist man kaum ein imposanter Beschwörer von Magie. Hinter ihm stoppten leise Schritte. Rinswind drehte sich um. Elf! Gehorsam öffnete Truhe den Deckel. Rein theoretisch hätte sie voller Hai sein müssen. Stattdessen enthielt sie Kokosnüsse. Rinswind nahm sie heraus und legte die übrige Kleidung hinein. »Schließen!« Der Deckel klappte zu. »Geh jetzt runter in die Küche und besorg mir Kartoffeln!« Truhe drehte sich auf vielen Beinen und lief los. Rinswind folgte ihr in den Flur und ging zum Arbeitszimmer des Erzkanzlers. Immer noch hörte er die Stimmen streitender Zauberer. Während seiner Zeit an der unsichtbaren Universität hatte Rinswind immer wieder Gelegenheit gehabt, den Erzkanzler in seinem Arbeitszimmer zu besuchen. In den meisten Fällen brachte der dortige Aufenthalt die Notwendigkeit mit, sich unangenehme Fragen beantworten zu müssen, zum Beispiel »Wie kann jemand in einfaches Feueranzünden eine Sechs bekommen?« Er erinnerte sich daran, daß er viel Zeit damit verbracht hatte, ins Leere zu starren, während man ihm Strafpredigten hielt. Auch hier gab es Veränderungen. Vergeblich hielt Rinswind nach Destillierkolben, gläsernen Krügen und den anderen traditionellen Requisiten von Zauberern Ausschau. In der Mitte von Ritkallis Zimmer stand ein Billardtisch, auf dem hohe Dokumentenstapel jeden Quadratzentimeter Platz beanspruchten. Der amtierende Erzkanzler vertrat folgende Ansicht. Wenn die Leute Zeit genug hatten, etwas niederzuschreiben, so konnte es nicht wichtig sein. Die ausgestopften Köpfe einiger überraschter Tiere starrten von den Wänden herab. Am Geweih eines Herrschers hingen zweihalb aufgelöste Stiefel. Ritkalli hatte sie in seiner Jugend als Student der unsichtbaren Universität und Mitglied der Ruderkruppe Braun gewonnen. Wenn nicht gerade extreme Flut herrscht, kommt man im Ank nur schwer voran. Deshalb trugen die Ruderkruppen der Universität ihre Wettkämpfe aus, indem sie auf dem Fluß liefen. Solange niemand zu lange an einer Stelle stehen blieb, konnte dabei nicht schiefgehen. Man mußte nur damit rechnen, daß sich früher oder später die Sohlen von den Stiefeln lösten. In einer Ecke des Raums bemerkte Rinswind ein großes Modell der Scheibenwelt, getragen von vier Holzelefanten. Er kannte es gut. Alle Studenten waren damit vertraut. Der Gegengewichtkontinent war ein Fleck, ein Fleck in der Form eines nicht sonderbar einladenden Kommas. Seefahrer hatten davon berichtet. An einer Stelle ging die Landmasse in mehrere große Inseln über, die sich um die Scheibe erstreckten, bis hin zur besonders mysteriösen Insel Bangbanduk und einem ganz und gar mythischen Kontinent, der bisher nur auf Karten existierte und den Namen XXXX trug. Nur wenige Seefahrer wagten sich in die Nähe des Gegengewichtkontinents. Das achartene Reich nahm ein geringes Ausmaß an Schmuggel hin. Offenbar gab es in Ankh-Morpork einige Dinge von Interesse. Offiziell war nichts bekannt. Manchmal kehrte ein Schiff mit Seide und Edelholz oder mit staunenden Flüchtlingen, was heutzutage immer häufiger geschah, zurück. Gelegentlich fand man den Kapitän an den Mast genagelt, mit dem Kopf nach unten. Es geschah auch, daß Schiffe für immer fortblieben. Rincewind war praktisch überall gewesen, doch der Gegengewichtkontinent war auch für ihn unbekanntes Land. Eine Art Terra Incognita. Er hatte nicht die geringste Ahnung, warum man dort einen Zauberer brauchte. Rincewind seufzte. Er wußte, was jetzt am klügsten gewesen wäre. Er hätte gar nicht abwarten sollen, bis Truhe aus der Küche zurückkehrte. Entsetzte Schreie und das laute Scheppern einer großen Messingpfanne erklangen von dort. Sicherer Hinweis darauf, daß die Suche nach Kartoffeln energisch fortgesetzt wurde. Er hätte sich einfach ein paar Sachen greifen und so schnell wie möglich von diesem Ort verschwinden sollen. Er. Ah, Rincewind, sagte der Erzkanzler. Für einen so kräftig gebauten Mann ging er verblüffend leise. Du möchtest aufbrechen, wie ich sehe? Ja, bestätigte Rincewind. Du hast völlig recht. Ich kann es gar nicht abwarten, die Universität zu verlassen. Die Rote Armee tagte in geheimer Sitzung. Zu Beginn sangen die versammelten revolutionäre Lieder, und da Ungehorsam der Obrigkeit gegenüber dem erhartenen Wesen widersprach, hatten diese Titel wie »Ständiger Fortschritt und eingeschränkter Widerstand, wobei die guten Manieren bewahrt bleiben.« Schließlich wurde es Zeit für Neuigkeiten. »Der große Zauberer kommt. Wir haben die Nachricht geschickt und uns dabei erheblichen Gefahren ausgesetzt.« »Woher wissen wir, wann er eintrifft?« »Wenn er tatsächlich der große Zauberer ist, hören wir sicher von ihm, und dann brechen wir ganz sanft die Macht der Unterdrückung,« ertönte es. »Zwei Feuerkraut sah zum Rest des Kaders.« »Genau,« bestätigte er. »Und nun, Genossen, wir müssen im Zentrum der Verdorbenheit zuschlagen. Lasst uns den Winterpalast stürmen.« Der Kader schwieg. Nach einigen Sekunden sagte jemand, »Entschuldige bitte zwei Feuerkraut. Es ist Juni. Dann stürmen wir eben den Sommerpalast.« Eine ähnliche Versammlung, wenn auch ohne Gesang und mit wesentlich älteren Teilnehmern, fand in der unsichtbaren Universität statt. Ein Angehöriger des Universitätsrats weigerte sich strikt, den Kronleuchter zu verlassen, worüber sich vor allem der Bibliothekar ärgerte. Normalerweise erhob eher Anspruch auf diesen Platz. »Na schön,« sagte Ponderstippens. »Wenn ihr meinen Berechnungen nicht vertraut, welche Alternativen gibt es?« »Ein Boot,« schlug der Professor für unbestimmte Studien vor. »Boote sinken,« gab Rinswind zu bedenken. »Du würdest das Ziel in Nullkomma nichts erreichen,« sagte der oberste Hirte. »Immerhin sind wir Zauberer. Wir könnten dir genau den richtigen Wind mitgeben.« »Ah, du meinst sicher den Dekan,« kommentierte Ritzkali jovial. »Das habe ich gehört,« erklang es von oben. »Über Land,« ließ sich der Dozent für neue Runen vernehmen. »Durch die Mitte? Dort gibt's praktisch nur Eis.« »Nein,« Rinswind schüttelte den Kopf. »Aber auf Eis kann man nicht sinken.« »Nein, erst kippt man, und dann sinkt man ins Eis, und dann fallen einem die Eisbrocken auf den Kopf, und Killerwale, und große Seehunde mit vollchen Fähnen.« »Das ragt aus der Wand, ich weiß es genau,« erklärte der Questor fröhlich. »Was denn?« fragte der Dozent für neue Runen. »Ein Haken, um dran ein Bild aufzuhängen.« Einige Sekunden lang herrschte verlegene Schweigen. »Meine Güte, ist es schon so spät,« der Erzkanzler holte seine Uhr hervor. »Tatsächlich, das Fläschchen steckt in deiner linken Tasche, alte Knabe. Nimm drei Tabletten.« »Das Problem lässt sich nur mit Magie lösen,« beharrte Ponderstippens. »Es hat funktioniert, als wir ihn hergebracht haben, oder?« »Oh ja,« sagte Rinswind, »schickt mich zehntausend Kilometer weit mit brennender Hose, ohne dass ich weiß, wo ich lande. Tolle Idee.« »Gut.« Ritzkali war gegen Sarkasmus immun. »Der Gegengewicht-Kontinent ist ziemlich groß. Wir können ihn nicht einmal mit Stippens genauen Berechnungen verfehlen.« »Und wenn ich mitten in einem Berg erscheine,« fragte Rinswind, »dann werde ich sofort zerquetscht?« »Ausgeschlossen,« widersprach Stebbens. Der Seitenhieb auf seine Rechenkünste hatte ihm nicht gefallen. »In dem Fall findet ein Austausch statt. Das betreffende Felsgestein wird hierher versetzt.« »Ich stecke also in einem Berg fest, in einem Loch, das genau meine Größe hat,« sagte Rinswind. »Nicht schlecht. Ich wollte schon immer ein Fossil werden.« »Sei unbesorgt,« brummte Ritzkali. »Es ist alles nur eine Frage von Dingsbums. Du weißt schon. Ich meine die Sache mit den drei rechten Winkeln, die ein Dreieck bilden und so. Sprichst du vielleicht von Geometrie?«, fragte Rinswind und spähte in Richtung Tür. »Von solchen Sachen ja. Außerdem hast du deine erstaunliche Truhe dabei. Nun, es wird praktisch ein Urlaub für dich. Bestimmt ist alles ganz einfach. Ich nehme an, im Erchatnenreich möchte man, äh, dich nur etwas fragen. Und wie ich hörte, sprichst du ausländisch.« Das stimmte. Rinswind konnte in neunzehn Sprachen um Gnade bitten. Reines Schrein beherrschte er in vierzig weiteren Sprachen. »In dieser Hinsicht ergeben sich also keine Probleme. Wahrscheinlich dauert die ganze Sache nur ein oder zwei Stunden. Warum mummelst du dauernd?« »Weiß ich selbst nicht.« »Und alle werden dir sehr dankbar sein, wenn du zurückkehrst.« Rinswind musterte die Ratsmitglieder der Reihe nach. In einem Fall mußte er dabei zum Kronleuchter sehen. »Das ist sehr wichtig. Unerfahrene Reisende halten die Bedeutung von »Arg«, vielleicht für universell, aber die Übersetzung ins Betropische lautet »Höchst vergnüglich.« »Im Wie Wunderland kann es? Ich würde gern deinen Fuß essen. Deine Frau ist ein großes Nilpferd und »Hallo, denkt der Herr purpurne Katze« bedeuten. Ein Stamm steht in dem Ruf besonders grausam zu sein, nur weil seine Gefangenen immer wieder rufen »Schnell noch mehr siedendes Öl!« »Wie kehre ich zurück?« »Auf dem gleichen Weg wie vorhin. Wir finden dich und leiten den magischen Transfer ein. Mit chirurgischer Präzision!« Rinswind stöhnte. Er wußte, was »chirurgische Präzision« in Ankh-Morpork bedeutete. Und zwar »Bis auf ein oder zwei Zoll genau«, begleitet von vielen Schreien, und anschließend gießen sie einem heißen Tee über die Stellen, wo vorher die Beine waren. Aber wenn man mal von der Tatsache absah, dass bestimmt etwas schief ging, dann schien alles narrensicher zu sein. Der Haken bei der Sache war nur, Zauberer konnten sehr einfallsreiche Narren sein. »Und dann bekomme ich meinen alten Job zurück?« »Ja.« »Und ich darf mich ganz offiziell Zauberer nennen?« »Ja, es kommt uns nicht einmal auf die richtige Schreibweise des Wortes an.« »Und für den Rest meines Lebens muss ich nie wieder irgendwelche Reisen machen?« »Wenn du möchtest, verbieten wir dir ausdrücklich das Universitätsgelände zu verlassen.« »Bekomme ich auch einen neuen Hut?« »Wie bitte?« »Einen neuen Hut. Dieser hier ist schon ziemlich abgenutzt.« »Was hältst du von zwei neuen Hüten?« »Mit Pailletten?« »Natürlich, und Dingern, die wie kleine Kronleuchter aus Glas aussehen. An der Krempe. So viele, wie du willst. Und wir schreiben Zauberberer mit drei B.« Rinswind seufzte. »Na schön. Ich bin bereit.« Bondas Genie geriet in Bedrängnis, wenn er anderen Leuten das eine oder andere erklären mußte. Das war auch jetzt der Fall, als die Zauberer zusammenkamen, um sich wirklich ernsthaft mit Magie zu befassen. »Ja, aber weißt du, Erzkanzler, er wird zur gegenüberliegenden Seite der Scheibenwelt geschickt.« Ritkali seufzte. »Sie dreht sich, nicht wahr? Wir alle bewegen uns in die gleiche Richtung. Ist doch ganz klar. Wenn sich die Leute auf dem Gegengewicht-Kontinent in der anderen Richtung bewegen, würde das bedeuten, dass wir mit ihnen zusammenstoßen, und zwar einmal im Jahr. Ich meine zweimal.« »Ja, ja, die Drehbewegung ist genau wie bei uns, aber die Richtung unterscheidet sich, nicht meine.« In seiner Verzweiflung griff Ponder zum Mittel der Logik. »Man muß dabei die Vektoren berücksichtigen und, ähm, sich fragen, in welche Richtung würden wir uns bewegen, wenn die Scheibenwelt plötzlich nicht mehr da wäre.« Die Zauberer starrten ihn groß an. »Nach unten«, sagte Ritkali. »Nein, nein, Erzkanzler«, widersprach Ponder. »Wir würden uns nicht nach unten bewegen, weil es nichts gäbe, das uns nach unten zieht. Wir...« »Man braucht nichts, das einen nach unten zieht. Man fällt nach unten, wenn einen nichts mehr oben hält.« »Wir würden den Weg in der gleichen Richtung fortsetzen wie vorher,« rief Ponder. »Genau, immer im Kreis herum«, pflichtete ihm Ritkali bei. Er rieb sich die Hände. »Du mußt den Bezug zur Wirklichkeit wahren, wenn du ein richtiger Zauberer sein willst, Junge. Wie kommen wir voran, Runen?« »Ich glaube, allmählich zeigt sich etwas.« Der Dozent für neue Runen blickte in die Kristallkugel. »Es gibt ziemlich starke Interferenzen.« Die Zauberer traten näher. Weiße Punkte tanzten in der Kugel umher. In dem Durcheinander zeichneten sich hier und dort war geschämen ab. Einige von ihnen schienen Menschen zu sein. »Sehr friedlicher Ort, das erratene Reich«, sagt Ritkali. »Sehr ruhig und kultiviert. Soweit ich weiß, legt man dort großen Wert auf Höflichkeit.« »Ja«, bestätigte der Dozent für neue Runen. »Ich habe gehört, dass man dort den Leuten, die nicht friedlich und ruhig sind, wichtige Körperteile abhackt. Angeblich hat das Reich eine tyrannische und repressive Regierung.« Ponder Stibbens runzelte die Stirn. »Was für eine Art von Regierung ist das?« »Eine Tautologie«, erwiderte der Dekan von oben. »Welche Körperteile sind gemeint?«, fragte Rincewind. Niemand achtete auf ihn. »Im Reich soll es viel Gold geben«, sagte der Dekan. »Liegt dort geradezu auf der Straße, heißt es. Rincewind könnte einen Sack voll mitbringen.« »Ich bringe lieber mich zurück, mit allem drum und dran«, entgegnete Rincewind und dachte. »Aber macht euch nur nicht die Mühe, mir zuzuhören. Ich bin ja nur derjenige, der es direkt mit der ganzen Sache zu tun bekommt.« »Kannst du nicht dafür sorgen, dass wir ein klareres Bild empfangen?«, fragte Ritkali. »Tut mir leid, Erzkanzler. Was die Körperteile betrifft, sind sie klein oder groß?«, erkundigte sich Rincewind ungehört. »Du brauchst nur ein offenes Areal mit etwas zu finden, das die richtige Größe und das richtige Gewicht hat. Es ist sehr schwer.« »Bezieht sich Körperteile vielleicht auf Arme und Beine?« »Im Achatenenreich soll es sehr langweilig sein. Der schlimmste Fluch dort lautet, mögest du in interessanten Zeiten leben?« »Ja, ich sehe etwas. Es bleibt verschwommen. Scheint eine Art Schubkarre oder so zu sein, nicht besonders groß.« »Oder vielleicht auf Zehen und Ohren?« »Also gut, lasst uns beginnen«, entschied Ritkali. »Äh«, sagte Ponder. »Ich glaube, er sollte schwerer sein als das Ding, das wir hierher versetzen. Dann trifft er dort nicht mit zu hoher Geschwindigkeit ein. Ich glaube...« »Ja, ja, herzlichen Dank, Stippens. Sei jetzt ein braver Junge, tritt in den Kreis und zeig uns, dass du mit dem Zauberstab umzugehen, verstehst.« »Fingernägel? Are?« Rincewind zupfte an Ponder Stippens Mantel. Der junge Mann schien ihm etwas vernünftiger als die anderen. »Äh, was erwartet mich?« fragte er. »Ein magischer Sprung über zehntausend Kilometer hinweg,« antwortete Stippens. »Das hoffe ich jedenfalls.« Er überlegte, welchen Rat er dem armen Kerl mit auf den Weg geben sollte. »Ich habe mir mit Hex große Mühe gegeben. Und wer nimmt die Sache in die Hand? Einige Zauberer, deren Vorstellung von Experimenten darin besteht, etwas zu werfen und dann zu überlegen, wo es landen wird. Wir möchten dich mit etwas austauschen, das zehntausend Kilometer entfernt ist und sich in einer ganz anderen Richtung bewegt, auch wenn der Erzkanzler das nicht glauben will. Dabei kommt es auf Präzision an. Es hat keinen Zweck, einen traditionellen Reisezauber anzuwenden. Das Ding würde sich auf halbem Weg auflösen. Ebenso wie du. Ich bin ziemlich sicher, dass wir dich in ein, höchstens zwei Stücken zu Gegengewicht-Kontinent bringen können. Aber wir haben keine Möglichkeit, das Gewicht des Austauschobjekts herauszufinden. Wenn es ebenso schwer ist wie du, sollte eigentlich alles klappen. Dann müsstest du bei deiner Ankunft nur ein wenig auf der Stelle laufen. Aber wenn das Objekt viel schwerer ist als du, dann fürchte ich, dass du am Ziel jene Reisegeschwindigkeit hast, wie man sie von Schlafwandlern kennt, die in Klippendörfern wohnen und dort gerade ihren letzten Ausflug machen. »Äh«, sagte Stibbens laut, »fürchte dich, fürchte dich sehr!« »Oh«, erwiderte Rincewind, »kein Problem, damit kenne ich mich aus.« »Wir versuchen, dich zur Mitte des Kontinents zu bringen«, erklärte Ponder. »Wir glauben, dass dort Hung Hung liegt. Die Hauptstadt?« »Ja, äh«, Ponder fühlte sich schuldig. »Was auch immer passiert. Ich bin sicher, dass du lebend am Ziel eintriffst. Davon wäre ich keineswegs überzeugt gewesen, wenn ich alles dem Erzkanzler und den anderen überlassen hätte. Außerdem glaube ich, dass du den richtigen Kontinent erreichst.« »Oh, gut.« »Komm jetzt, Stibbens«, drängte Rich Kalli, »fordere uns endlich auf, mit der Sache zu beginnen.« »Äh, ja, in Ordnung. Na schön. Nun, verehrter Rincewind, wenn du bitte in die Mitte des Oktagramms treten würdest.« »Danke. Ähm, meine Herren, beim Teleport über große Entfernungen gibt es ein Problem, das von Heisenbergs Unschärfenrelation beschrieben wird.« »Nach dem Zauberer Sankrit Heisenberg benannt, nicht nach dem berühmteren Heisenberg, der etwas erfand, das vielleicht das beste Bier auf der Scheibenwelt ist.« »Das teleportierte Objekt«, der Begriff stammt übrigens von »Tele«, »ich sehe« und »Porte« zu »gehen«, was so viel bedeutet wie »ich sehe, dass es weg ist«. Äh, das teleportierte Objekt wird auf ein taumisches Partikel reduziert, wobei die Größe keine Rolle spielt. Deshalb kommt es letztendlich zu einer fatalen Dichotomie. Das Objekt weiß entweder, was es ist, oder es weiß, wo es sich befindet. Beides zugleich kann es jedoch nicht wissen. Äh, dieser Umstand führt zu starken Spannungen im morphischen Feld, das sich schließlich auflöst, wodurch sich das Objekt in ein Etwas mit Zufallsstruktur verwandelt und über elf Dimensionen geschmiert wird. Aber das wisst ihr sicher alles.« Lautes Schnarchen wies darauf hin, daß der Professor für unbestimmte Studien eine Vorlesung in Raum 3b hielt. Rinswind lächelte. Besser gesagt, er hatte den Mund geöffnet und zeigte die Zähne. »Äh, Entschuldigung«, sagte er, »ich erinnere mich nicht daran, daß jemand von elf Dimensionen gesprochen hat, über die man geschm... Das betreffende Objekt oder Subjekt merkt natürlich nichts davon,« fügte Ponder hinzu. »Oh, soweit wir wissen.« »Was? Obgleich es theoretisch möglich ist, daß die Psyche präsent bleibt?« »Äh, um die explosive Entkörperlichung zu überleben?« »Wie bitte?« »Nun, uns ist klar, daß der entsprechende Zauber als Dreh- bzw. Hebelpunkt verwendet wird, mit dem Zweck, nicht ein Objekt zu bewegen, sondern die Position von zwei Objekten mit vergleichbarer Masse auszutauschen.« »Ich, äh, möchte heute Abend Folgendes beweisen. Wenn man dem Objekt«, »damit bin ich gemeint«, fragte Rinswind zaghaft, »das richtige Drehmoment sowie maximale Geschwindigkeit verleiht, und zwar gleich zu Anfang, so ist praktisch gewährleistet, dass es nicht auseinanderbricht und über Distanzen von bis zu zehntausend Kilometern stabil bleibt.« »Bis zu?« »Plus minus zehn Prozent.« »Plus minus?« »Wenn ihr jetzt... Entschuldige bitte, Dekan, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du damit aufhören könntest, Wachs auf den Boden tropfen zu lassen. Nun, wenn ihr jetzt die mit Kreide markierte Position einnehmen würdet...« Rinswind blickte sehnsüchtig zur Tür. Für den erfahrenen Feigling war sie überhaupt nicht weit entfernt. Bestimmt gelänge es ihm, innerhalb weniger Sekunden diesen Raum zu verlassen. Und dann konnten ihn die Zauberer aufhalten? Nein, sie waren nur imstande, seinen Hut zu nehmen und ihn daran zu hindern, jemals zur Universität zurückzukehren. Und wenn die Suche nach ihm zu viel Mühe machte, dann gaben sie bestimmt die Absicht auf, ihn an einen Pfeiler der Messingbrücke zu fesseln. Genau darin bestand das Problem. Er brauchte nicht zu befürchten, auf sehr unangenehme Weise sterben zu müssen, aber er war dann auch kein Zauberer mehr. Und als er nun beobachtete, wie die Zauberer Aufstellung bezogen und die Knäufe am Ende ihrer Stäbe festschraubten, die Vorstellung, kein Zauberer mehr zu sein, kam dem Tode sehr nah. Magie entfaltete sich. Rinswind, der Schuhmacher, Rinswind, der Bettler, Rinswind, der Dieb. Abgesehen von Rinswind, die Leiche, erforderte alles eine Ausbildung oder Fähigkeiten, die ihm fehlten. Mit anderen Dingen kannte er sich einfach nicht aus. Allein die Zauberei bot ihm Zuflucht. Eigentlich war er auch kein besonders guter Zauberer, aber eins war gewiß. Niemand würde ihn für einen guten Zauberer halten. Rinswind hatte immer geglaubt, dass er als Zauberer das gleiche Existenzrecht hatte wie die Null in der Mathematik. Sie war keine richtige Zahl, aber ohne sie standen viel größere Zahlen ziemlich dumm da. Solche Gedanken spendeten ihm Trost, wenn er nachts um drei aufwachte, über sein Leben nachdachte und feststellte, dass es nicht mehr Gewicht besaß als eine kleine Wolke warmer Wasserstoff. Er hatte tatsächlich einige Male die Welt gerettet, aber es war eher zufällig und unbewusst geschehen. Dafür bekam man sicher keine magischen Punkte. Es zählte vermutlich nur, wenn man laut sagte, »Herr Jemini, es wird höchste Zeit, die Welt zu retten!« Rinswind hingegen verbannte solche Gelegenheiten mit Worten wie »Oh, Mist, diesmal muss ich wirklich dran glauben!« Die Magie entfaltete sich weiter. Vielleicht verhedderte sie sich irgendwo. »Na los, Jungs«, brummte Ritkalli, »strengt euch mehr an!« »Bist du sicher, dass es ein kleines Objekt ist?« fragte der Dekan. Schweißperlte auf seiner Stirn. »Sieht wie eine Schubkarre aus«, ächzte der Dozent für neue Runen. Der Knauf am Ende von Ritkallis Zauberstab begann zu Qualm. »Seht euch nur mal meine Magie an«, entfuhr es ihm. »Wie lange dauert's noch, Stebbins?« »Äh, man darf Größe natürlich nicht mit Masse verwechseln.« Und dann wurde der Zauber plötzlich wirksam. Es war ähnlich wie bei einer klemmenden Tür. Es kann erhebliche Mühe kosten, sie zu öffnen, und es ist ganz einfach, dann der Länge nach ins Zimmer zu fallen. Später behaufte Ponder, daß seine Beobachtungen auf optischen Täuschungen basierten. Unter gewöhnlichen Umständen passierte es sicher nicht, daß jemand auf eine Länge von fast vier Metern gedehnt wurde, um dann so jäh wieder auf normale Maße zu schrumpfen, daß ihm die Stiefel ans Kinn knallten. Ein kurzer Schrei ertönte. Es klang wie »Oh, Mist!« Dann herrschte gnädige Stille. Als Renswind auf dem Gegengewicht-Kontinent erschien, war seine erste Wahrnehmung ein Gefühl der Kälte. Kurz darauf bemerkte er auch andere Dinge, und zwar in der Reihenfolge seiner Bewegungsrichtung. Einen überraschten Mann mit einem Schwert, einen weiteren Mann mit einem Schwert, einen dritten Mann, der sein Schwert fallen gelassen hatte und wegzulaufend versuchte, zwei Männer, die weniger aufmerksam waren, und ihn nicht einmal sahen. Einen kleinen Baum, etwa fünfzig Meter niedriges Gebüsch, eine Schneewehe, eine größere Schneewehe, einige Felsen, eine letzte Schneewehe. Ritkali sah Ponderstippens an. »Nun, er ist weg«, sagte er, »aber sollten wir nicht etwas für ihn zurückbekommen?« »Ich bin mir nicht sicher, ob der Austausch sofort erfolgt. Du meinst, es dauert eine Weile, durch die okkulten Dimensionen zu rasen?« »Etwas in der Art. Nach den von Elks durchgeführten Berechnungen müssten wir vielleicht...« »Mit einem Plopp erschien etwas im Oktagramm, genau dort, wo eben noch Rinsewind gestanden hatte. Das Ding rollte einige Zentimeter weit. Der Gegenstand hatte vier Räder, wie man sie über einem Karren erwartete, aber sie waren nicht fachmännisch gearbeitet. Es waren schlicht und einfach vier Scheiben für jene seltenen Gelegenheiten, bei denen das Objekt bewegt werden mußte. Über den Rädern wurde es interessanter. Dort gab es einen großen, runden Zylinder, wie ein umgekipptes Fass. Jemand hatte sich große Mühe gegeben und dem Gebilde mit viel Messing das Aussehen eines großen, dicken Hundes mit geöffnetem Maul verliehen. Ein weiteres, eher unwichtig erscheinendes Merkmal war eine Schnur, die zischte und rauschte, weil sie brannte. Das Ding stellte nichts Gefährliches an. Es hockte einfach nur da, während die zischende Schnur allmählich kürzer wurde. Die Zauberer traten näher. »Sieht ziemlich schwer aus«, meinte der Dozent für neue Runen. »Die Statue eines Hundes mit großem Maul«, sagte der Professor für unbestimmte Studien. »Ich finde sie langweilig.« »Sieht wie ein Schoßhündchen aus«, brummte Ridcully. »Hat sicher viel Arbeit gekostet«, stellte der Dekan fest. »Warum sollte jemandem daran gelegen sein, es anzuzünden?« Ridcully sah in die Öffnung des Zylinders. »Da liegt eine große Kugel drin.« »Seine Stimme heilte jetzt ein wenig.« »Man reiche mir einen Stab oder so. Vielleicht kann ich das Ding herausholen.« Ponda betrachtete immer noch die zischende Schnur. »Äh«, sagte er. »Ich, äh, glaube, wir sollten alle ein wenig zurückweichen, Erzkanzler. Ja, wir sollten einen gewissen Abstand zu dem Objekt wahren. Äh.« »Ach, tatsächlich«, erwiderte Ridcully. »Ha, so viel zur Forschung. Du spielst mit Zahnrädern und Ameisen herum, aber wenn es wirklich darum geht, die Funktionsweise von Dingen herauszufinden.« »Wenn man sich die Hände schmutzig machen muss«, warf der Dozent für neue Runen hilfreich ein. »Ja, wenn du dir die Hände schmutzig machen musst, dann kriegst du plötzlich Hemmungen.« »Darum geht es nicht, Erzkanzler«, sagte Ponda. »Ich fürchte, das Gebilde könnte gefährlich sein.« »Ich glaube, ich habe die Kugel jetzt gelockert.« Ridcully arbeitete in den dunklen Tiefen des Zylinders. »Wenn ihr den Hund jetzt ein bisschen kippt«, Ponda trat einige weitere Schritte zurück. »Ich denke nicht, dass«, begann er. »Du denkst nicht, wie? Nennst dich Zauberer und denkst nicht? Mist, jetzt klemmt der Stab. Das kommt davon, dass ich dir zuhöre, obwohl ich mich konzentrieren sollte, Stibbons.« Hinter Ponda polterte es. Der Bibliothekar, ausgestattet mit dem animalischen Instinkt für Gefahren und dem menschlichen für Probleme, duckte sich hinter einem umgedrehten Tisch. Er hatte sich einen Kessel auf den Kopf gesetzt. Der Henkel unter seinem Kinn sah aus wie der Riemen eines Helms. »Erzkanzler, ich denke wirklich.« »Ah, jetzt denkst du, hm? Hat dir jemand gesagt, dass deine Aufgabe im Denken besteht? Au, jetzt hat das Ding meine Finger erwischt. Das hab ich dir zu verdanken.« Ponda nahm seinen ganzen Mut zusammen. »Ich glaube, es könnte eine Art Feuerwerksmaschine sein, Erzkanzler.« Die Zauberer blickten auf die zischende Schnur. »Meinst du, bunte Lichter, Sterne und so weiter?« fragte Ritkali. »Ja.« »Diese Maschine kann sicher ein sehr eindrucksvolles Feuerwerk erzeugen. Offenbar gibt's im Erhatnen Reich Leute, die es gern krachen lassen.« Ritkali sprach im Tonfall eines Mannes, dem es gerade dämmert, dass er sich sehr dumm angestellt hat. »Soll ich dafür sorgen, dass die Schnur nicht weiter brennt, Erzkanzler?« fragte Ponda. »Ja, mein Lieber, warum nicht? Sehr intelligent, der Bursche.« Ponda trat vor und trennte das brennende Stück vom Rest der Schnur. »Hoffentlich haben wir jetzt nichts ruiniert,« sagte er. Rincewind öffnete die Augen. Er lag nicht auf einem kühlen Laken. Weiße Kühle umgab ihn, aber es fehlte ihr an der typischen Beschaffenheit eines Lakens. Es fühlte sich eher an wie Schnee, der eine Furche aufwies. Eine lange Furche. Mal sehen. Rincewind erinnerte sich an ein sonderbares Empfinden, das auf Geschwindigkeit hindeutete. Er entsann sich auch, daß ein kleines, aber sehr schweres Objekt an ihm vorbeigesaust und in die Richtung gerast war, aus der er gekommen war. Und dann war er hier erschienen, hatte sich so schnell bewegt, daß die Füße eine Furche hinterlassen hatten. »Ja, eine Furche«, dachte Rincewind mit jener Art von Verwirrung, wie man sie nach einem Sprung über zehntausend Kilometer erwarten kann. Eine Furche neben der stöhnende Leute lagen. Sie wirkten wie Leute, die bald damit aufhören würden, zu stöhnen und ziellos herumzukriechen, um dann nach ihren Schwertern zu greifen und sich damit um Körperteile zu kümmern. Rincewind stand auf und Rincewind schwankte. Er wollte weglaufen. Aber wohin? Um ihn herum erstreckte sich eine weiße Wüste mit einem Rand aus Bergen. Die Soldaten schienen sich schnell zu erholen. Rincewind seufzte. Vor einigen Stunden hatte er an einem warmen Strand gesessen und von jungen Frauen Besuch bekommen, die ihm Kartoffeln angeboten hatten. Darüber herrschte noch immer ein wenig Verwirrung. Jetzt befand er sich auf einer kalten, windigen Ebene in der Gesellschaft einiger großer Männer, die ihm Gewalt schenken wollten. Er stellte fest, daß die Sohlen seiner Stiefel dampften. Und dann rief jemand, »Hey, bist du nicht, bist du nicht, wie lautet noch der Name? Rincewind?« Rincewind drehte sich um. Er sah einen ziemlich alten Mann. Trotz der eisigen Böen trug er nur einen ledernen Ländenschwurz und einen so langen, schmuddeligen Bart, daß er den Ländenschwurz eigentlich gar nicht brauchte, zumindest nicht aus Gründen des Anstands. Seine Beine waren blau vor Kälte, und der Wind hatte seine Nase rot werden lassen, wodurch er recht patriotisch anmutete, wenn man aus dem richtigen Land kam. Ein Auge hatte er hinter einer schwarzen Klappe verborgen, und ein weiteres, noch auffälligeres Merkmal waren seine Zähne. Sie glitzerten. »Steh da nicht so rum und klotz wie ein großer Klotzer! Nimm mir diese blöden Dinger ab!« Er trug schwere Schellen an Händen und Füßen. Eine Kette führte zu einer Gruppe ähnlich ausgestatteter Männer, die sich aneinander kauerten und Rincewind voller Entsetzen beobachteten. »Sie halten dich für einen Dämon«, kicherte der Alte. »Aber ich erkenne einen Zauberer auf den ersten Blick. Der Mistkerl da drüben hat die Schlüssel. Gib ihm einen ordentlichen Tritt!« Rincewind näherte sich einem liegenden Wächter und zerrte an seinem Gürtel. »Gut«, sagte der Alte. »Hier damit, und dann aus dem Weg mit dir.« »Warum?« »Weil du es sicher vermeiden möchtest, dich mit Blut zu bekleckern.« »Aber du hast gar keine Waffe und bist ganz allein, und die Soldaten haben Schwerter, und es sind fünf.« »Ich weiß«, erwiderte der Alte und wickelte sich die Kette um die Faust. »Es ist unfair, aber ich kann nicht den ganzen Tag warten.« Er lächelte. Es funkelte und schimmerte. Jeder Zahn im Mund des alten Mannes war ein Diamant, und Rincewind kannte nur einen, der genug Mumm hatte, sich ein Gebiss aus Trollzähnen zuzulegen. »Du bist hier? Kohen der Papa? Psst! Inkognito! Und jetzt zur Seite mit dir!« Die Zähne blitzten erneut. Diesmal galt ihr Glanz den inzwischen vertikalen Wächtern. »Kommt schon, Jungs! Ihr seid fünf, und ich bin ein hilfloser Kreis. Grummel, Grummel, oh, mein Bein, etc.« Eins mußte man den Wächtern lassen. Sie zögerten. Ihre Minen verrieten, daß sie es keineswegs für verwerflich hielten, wenn fünf große, schwer bewaffnete Männer einen hilflosen Kreis angriffen. Es erschien ihnen allerdings seltsam, daß der hilflose Kreis die ganze Zeit über grinste. »Kommt endlich!« sagte Kohen. Die Männer schoben sich langsam näher. Jeder von ihnen wartete darauf, daß die anderen den entscheidenden Vorstoß machten. Kohen trat einige Schritte vor und winkte müde ab. »Oh, nein!« sagte er. »Wenn man euch so sieht, man könnte in Tränen ausbrechen, wirklich. So greift man doch niemanden an. Einfach nur herumschlurfen wie... wie einige Herumschlurfer. Wenn man jemanden angreift, sollte man immer daran denken, wie wichtig das Überraschungsmoment ist.« Zehn Sekunden später wandte sich Kohen an Rinsewind. »Alles in Ordnung, Herr Zauberer. Du kannst jetzt die Augen öffnen.« Ein Soldat hing mit dem Kopf nach unten im nächsten Baum. Von einem anderen ragten beide Füße aus einer Schneewehe. Zwei weitere lagen bei den Felsen, und der fünfte befand sich an verschiedenen Stellen. Kohen rieb sich nachdenklich das Handgelenk. »Der Letzte hätte mich fast erwischt«, sagte er. »Vielleicht werde ich langsam alt.« »Warum bist du...« Rinsewind zögerte. Ein zweites Paket Neugier überholte das erste. »Wie alt bist du eigentlich?« »Ist dies noch immer das Jahrhundert des Flughunds?« »Ja?« »Oh, nun, ich schätze, ich bin so um die neunzig. Ja, ich könnte neunzig sein. Vielleicht auch fünfundneunzig.« Er zog die Schellenschlüssel aus dem Schnee und wankte zu der Gruppe von Männern, die jetzt noch entsetzter wirkten als vorher. Kohen befreite den ersten Gefangenen und reichte dem völlig verdutzten Burschen das Schlüsselbund. »Verschwindet von hier, ihr alle«, sagte er, nicht unfreundlich. »Und lasst euch nicht nochmals schnappen.« Er schlenderte zu Rinsewind zurück. »Was bringt dich in diese Gegend?« »Nun«, »interessant«, erwiderte Kohen, »kann ich den ganzen Tag schwatzen. Habe noch viele Dinge zu erledigen. Kommst du mit, oder was?« »Was?« »Wie du meinst?« Kohen schlang sich die Kette als improvisierten Gürtel um die Hüften und schob zwei Schwerter dahinter. »Übrigens, was hast du mit dem bellenden Hund angestellt?« »Mit welchem Hund?« »Nun, wahrscheinlich spielt's keine Rolle.« »Hast dich folgte Rinsewind, der davoneilenden Gestalt.« Er fühlte sich neben Kohen nicht in dem Sinne sicher. Niemand war sicher, wenn Kohen der Barbar in der Nähe war. Bezüglich des normalen Alterungsprozesses schien bei ihm irgendetwas schiefgegangen zu sein. Kohen war immer ein barbarischer Held gewesen, weil er nichts anderes gelernt hatte. Und mit zunehmendem Alter wurde er härter wie Eichenholz. Aber Rinsewind kannte ihn. Kohen bot etwas Vertrautes an einem völlig fremden Ort. »Tja, in den Spitzhornbergen gab's keine Zukunft mehr«, sagte Kohen, als sie durch den Schnee stapften. »Überall Zäune und Bauernhöfe, Zäune und Bauernhöfe. Wenn man heutzutage einen Drachen erschlägt, beschweren sich die Leute. Weißt du, was passiert ist? Weißt du's?« »Nein, was ist passiert?« »Leute kamen zu mir und meinten, »Trolle nehmen Anstoß an meinen Zähnen. Was soll man davon halten?« »Nun, deine Zähne sind...« »Ich habe ihnen geantwortet, dass sich bei mir noch nie jemand darüber beklagt hat.« »Weil du nie jemandem die Chance dazu gegeben hast.« »Und wenn man in den Spitzhornbergen einen Troll sieht, der mit einer Halskette aus menschlichen Schädeln durch die Gegend läuft, muss man dem Kerl einen guten Tag wünschen, wegen der Liga, gegen die Diffamierung von Silizium leben. Meine Güte! Solcher Unsinn begleitet einen dort auf Schritt und Tritt. Deshalb habe ich beschlossen, mein Glück auf der anderen Seite der Eiskappe zu suchen. Eine Reise durch die Mitte ist doch ziemlich gefährlich, oder?« »Früher schon«, entgegnete Kohen und fügte seinen Worten ein bedeutungsvolles Grinsen hinzu. »Bist du dort unterwegs gewesen bist, nicht wahr?« »Stimmt, genau. Hast du noch die Kiste mit den Beinen?« »Wie man's nimmt. Manchmal weilt sie in meiner Nähe, manchmal nicht. Sie ist sehr anhänglich.« Kohen lachte leise. »Eines Tages öffne ich ihren Deckel, verlass dich drauf. Ah, Pferde!« Es waren fünf. Deprimiert standen sie in einer kleinen Senke. Rinswind sah zu den ehemaligen Gefangenen zurück, die offenbar nicht recht wußten, was sie mit ihrer unverhofften Freiheit anfangen sollten. »Wir nehmen doch nicht alle fünf Pferde, oder?« fragte er. »Doch, wir brauchen sie.« »Aber eins für mich, eins für dich? Wofür sind die anderen?« »Frühstück, Mittagessen und Abendbrot?« »Es ist ein wenig unfair, oder? Die Leute scheinen etwas durcheinander zu sein.« Kohen lachte das verächtliche Lachen eines Mannes, der nie wirklich gefangen gewesen ist, nicht einmal in Fesseln. »Ich habe Ihnen die Ketten abgenommen,« sagte er. »Sie sind jetzt zum ersten Mal frei, und das ist eine Art Schock für Sie. Vermutlich warten Sie darauf, dass Ihnen jemand sagt, was Sie tun sollen.« »Ich könnte Sie auffordern, einfach zu verhungern.« »Na schön. Hey, ihr da, laßt das rumgelatscht und kommt her. Ruckzuck, hopp, hopp!« Die Männer eilten zu Kohen und bezogen erwartungsvoll hinter seinem Pferd Aufstellung. »Ich bedauere nicht, dass ich hierher gekommen bin,« fuhr Kohen fort und trieb sein Pferd zum Trab an. Die verlegenen Befreiten folgten im Dauerlauf. »Dies ist das Land der Gelegenheiten. Weißt du was? Schwerter sind hier verboten. Nur Soldaten, Adlige und Angehörige der kaiserlichen Garde dürfen welche tragen. Ich wollte es erst gar nicht glauben, aber bei den Göttern, es ist wahr. Schwerter sind verboten. Nur Gesetzlose haben welche. Und das!« Kohen bedachte die Landschaft mit einem weiteren strahlenden Lächeln. »Passt mir gut.« »Aber du hast Ketten getragen,« wandte Rinswind ein. »Gut, dass du das sagst,« erwiderte Kohen. »Ja, ich hole die anderen Jungs und versuche dann, den Verantwortlichen dafür zu finden, um ihm mitzuteilen, dass ich nichts von solchen Scherzen halte.« Sein Tonfall wies darauf hin, dass der Betreffende mit ziemlicher Sicherheit »Wie vergnüglich deine Frau ist ein großes Nilpferd« antworten würde. »Die anderen Jungs?« »Das individuelle Barbarentum hat keine Zukunft,« erklärte Kohen. »Ich habe mir. Nun, du wirst es selbst sehen.« Rinswind drehte sich um, sah zu den Männern, die ihnen folgten, blickte über den Schnee und dann wieder zu Kohen. »Äh, weißt du, wo Hung Hung ist?« »Ja, du meinst die Bossstadt. Wir sind unterwegs zu ihr. In gewisser Weise wird derzeit belagert.« »Belagert? Meinst du, viele Soldaten außerhalb der Stadt und drinnen Bewohner, die sich von Ratten ernähren müssen und so?« »Ja, aber dies ist der Gegengewicht-Kontinent und deshalb ist es eine höfliche Belagerung. Nun, ich nenne es jedenfalls eine Belagerung. Der alte Kaiser stirbt und deshalb warten die mächtigen Familien darauf, den Nachfolger zu bestimmen. So läuft das hier. Fünf ganz hohe Tiere belauern sich gegenseitig und niemand von ihnen will den ersten Zug machen. Man muss seitwärts denken, wenn man in diesem Land etwas verstehen will.« »Kohen?« »Ja, Junge, was ist hier eigentlich los?« Lord Hung beobachtete die Tee-Zeremonie. Sie nahm drei Stunden in Anspruch, aber bei einer guten Tasse Tee durfte man eben nichts überstürzen. Außerdem spielte er Schach, und zwar gegen sich selbst. Nur so fand er einen ebenbürtigen Gegner. Derzeit herrschte ein Patt, da beide Seiten ihr Spiel auf eine natürlich brillante Verteidigungsstrategie aufgebaut hatten. Manchmal wünschte sich Lord Hung einen Rivalen, der es mit seiner Klugheit aufnehmen konnte, anders ausgedrückt. Da Lord Hung tatsächlich sehr intelligent war, wünschte er sich einen Rivalen, der es fast mit seiner Klugheit aufnehmen konnte, eine Art strategisches Genie, dem dann und wann ein fataler Fehler unterlief. Die meisten Leute langweilten ihn mit ihrer Dummheit. Kaum jemand plante mehr als ein Dutzend Züge im Voraus. Heimtückischer Mord war gewissermaßen Speise und Trank am Hof von Hung Hung. Es war ein Spiel, an dem praktisch alle teilnahmen, und wie beim Schach kam es auf die richtigen Züge an. Wer den Kaiser ermordete, mußte sich schlechte Manieren vorwerfen lassen. Besser und viel geschickter war es, ihn in eine Position zu bringen, in der man ihn kontrollieren konnte. Doch Züge auf diesem Niveau brachten erhebliche Gefahren mit sich. Die Kriegsherren mochten untereinander noch so zerstritten sein. Sie schlossen sich sofort zusammen, wenn sie befürchteten, daß jemand zu weit aufstieg. Und Lord Hung war weit aufgestiegen, indem er alle anderen Folgen des Glauben ließ. Sie selbst waren die eigentlichen Kandidaten für den Thron des Kaisers, aber Lord Hung war eine bessere Alternative als alle sonst. Sie glaubten, er hätte es auf die kaiserliche Perle abgesehen. Das Wissen darum amüsierte Lord Hung. Er sah vom Schachbrett auf und begegnete den Blick der jungen Frau am Teetisch. Sie errötete und drehte den Kopf weg. Die Tür öffnete sich. Einer von Hungs Männern kroch auf Knien herein. »Ja?« fragte der Lord. »Eh, o Lord!« Lord Hung seufzte. »So begannen die Leute nie, wenn sie gute Neuigkeiten brachten. Was ist geschehen?« »Der sogenannte große Zauberer ist eingetroffen, o Lord! In den Bergen, auf einem Winddrachen, so heißt es jedenfalls,« fügte der Kurier hastig hinzu, als ihm einfiel, wie wenig der Lord von Aberglauben hielt. »Gut. Aber? Ich nehme an, es gibt ein Aber, oder?« »Ein bellender Hund ist verloren gegangen, von der neuen Sorte, die auf deinen Befehl hin getestet werden sollte. Wir wissen nicht genau, wie. Ich meine, wir glauben, daß Hauptmann drei hohe Bäume in einen Hinterhalt gerät. Die Informationen sind nicht ganz klar. Angeblich hat der große Zauberer den Hund mit Magie verschwinden lassen.« »Der Kurier duckte sich noch tiefer.« Lord Hung seufzte erneut. »Magie. Sie war im Kaiserreich in Ungnade gefallen und wurde nur noch für ganz alltägliche Dinge verwendet. Sie galt als unkultiviert.« »Magie legte Macht in die Hände von Leuten, die nicht einmal ein anständiges Gedicht schreiben konnten, um ihr Leben zu retten.« Hong glaubte mehr an den Zufall als an Magie. »Das ist sehr ärgerlich«, sagte er, stand auf und nahm vorsichtig ein Schwert aus dem Gestell. »Es war lang, krumm und vom besten Schwertmacher im ganzen Kaiserreich geschmiedet, von Lord Hong.« »Angeblich dauerte es zwanzig Jahre, um die Kunst zu erlernen, deshalb hatte er sich ein wenig angestrengt. Nach drei Wochen beherrschte er alle Feinheiten. Die Leute konzentrierten sich nicht richtig. Das war ihr Problem.« Der Kurier versuchte vergeblich, den Kopf einzuziehen. »Ist der zuständige Offizier hingerichtet worden?« fragte Lord Hong. »Der Kurier hätte sich am liebsten in Luft aufgelöst. Er begriff, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als die Wahrheit zu sagen.« »Ja«, piepste er. Lord Hong schlug zu. Etwas raschelte wie fallendes Seide, und es folgte ein dumpfes Pochen, als fiel eine Kokosnuss auf den Boden. Der Kurier öffnete die Augen. Er konzentrierte sich auf seine Halsregion und wagte nicht, sich zu rühren, aus Furcht davor, plötzlich ein ganzes Stück kürzer zu werden. Man erzählte schreckliche Geschichten von Lord Hongs Schwertern. »Steh endlich auf«, sagte Hong. Er wischte das Schwert ab und schob es ins Gestell zurück. Dann beugte er sich vor und holte ein schwarzes Fläschchen unter dem Umhang des Teemädchens hervor. Der Lord zog den Korken ab. Es zischte, als einige Tropfen den Boden berührten. »Wie einfallslos«, kommentierte er. »Warum sie es nur immer wieder auf diese Weise versuchen«, er sah auf. »Wahrscheinlich haben Lord Tang oder Lord Maxveni die bellenden Hunde gestohlen, um mich zu ärgern. Ist der Zauberer entkommen?« »So scheint es, oh Lord!« »Gut.« »Sorg dafür, daß ihm fast ein Unheil geschieht, und schick mir ein neues Teemädchen.« »Eins mit Kopf.« Über Cohen ließ sich Folgendes sagen. Wenn es für ihn keinen Grund gab, jemanden zu töten, weil er wertvolle Gegenstände bei sich hatte oder im Weg stand, dann bot er gute Gesellschaft. Rinswind war ihm schon mehrmals begegnet, meistens auf der Flucht. Cohen hielt sich nicht mit überflüssigen Fragen auf. Für ihn erschienen die Leute und verschwanden wieder. Selbst wenn er jemandem begegnete, den er seit fünf Jahren nicht gesehen hatte, sagte er nur, »Oh, du bist's!« Nie fügte er ein, »Wie geht's?« hinzu. Man lebte und stand aufrecht. Alles andere war unwichtig. Hinter den Bergen stieg die Temperatur rasch an. Zu Rinswinds großer Erleichterung brauchten sie eins der zusätzlichen Pferde nicht zu verzehren, weil ein leopardenartiges Tier von einem Ast sprang und Cohen zu zerfleischen versuchte. An den Geschmack mußte man sich erst gewöhnen. Rinswind wußte, wie Pferdefleisch schmeckte. Im Lauf der Jahre hatte er immer wieder Dinge verspeist, die es nicht geschafft hatten, von seiner Gabel zu krabbeln. Doch auf etwas zu kauen, das man Mieze nennen konnte. »Wie gelang es den Soldaten, dich gefangen zu nehmen?« fragte er, als sie wieder ritten. »Ich war beschäftigt.« »Gohen, der Baba? Zu beschäftigt, um zu kämpfen?« Ich wollte die junge Dame nicht beunruhigen, brachte es einfach nicht fertig, begab mich zum nächsten Ort, um Neuigkeiten zu erfahren. Eins führte zum anderen, und plötzlich wimmelte es überall von Soldaten. Man hätte meinen können, auf einem Markt für billige Rüstungen zu sein. Und mit auf den Rücken gefesselten Händen kann ich nicht besonders gut kämpfen. Der Anführer war ein wirklich gemeiner Bursche. Sein Gesicht werde ich so schnell nicht vergessen. Die Burschen trieben sechs von uns zusammen, und wir mußten den bellenden Hund bis hierher schieben. Dann band uns jemand an den Baum, zündete die Schnur an, und alle sprangen hinter die große Schneewehe. Sie haben sicher nicht damit gerechnet, dass du kamst und das Ding einfach verschwinden ließest.« »Ich hab's nicht verschwinden lassen, zumindest nicht in dem Sinn«, Cohen beugte sich zu Rinswind vor. »Ich glaube, ich weiß, was es gewesen ist«, sagte er, lehnte sich wieder zurück und wirkte recht zufrieden. »Was denn?« »Ich schätze, es war eine Art Feuerwerksmaschine. Mit Feuerwerk kennen sich die Leute hier gut aus.« »Meinst du, das blaue Zündpapier, das man ansteckt und sich in die Nase schiebt?« »Kinder!« »Nur sehr dumme Zauberer mit großen Stirnhöhlenproblemen tun so etwas. Vernünftige Leute begeben sich zu einem abgesperrten Bereich und beobachten von dort jemanden, der mindestens zwei Dutzend Meter entfernt ist, dicke Schutzkleidung trägt und mithilfe eines sehr langen Stocks etwas anzündet, das »Fsst« macht. Und dann rufen sie »Hurra!« »Man benutzt sie, um böse Geister zu vertreiben, und davon gibt's jede Menge, wegen der vielen Gemetzel.« »Gemetzel?« »Rinswind hatte das Erhardner Reich immer für einen friedlichen Ort gehalten. Die Leute waren zivilisiert. Sie erfanden Dinge.« »Er selbst hatte dabei geholfen, Ankh-Morpork mit einigen Errungenschaften der erhartenen Kultur vertraut zu machen, unschuldige Dinge wie von Dämonen angetriebene Uhren, Kästen, mit denen sich Bilder anfertigen ließen, und zusätzliche Augen aus Glas, die man vor den eigenen trug, um besser sehen zu können, auch wenn man dadurch ziemlich komisch aussah. Bisher hatte alles darauf hingedeutet, daß es im erhartenen Reich langweilig zuging.« »Oh ja, Gemetzel!« bestätigte Cohen. »Nehmen wir mal an, die Bevölkerung hat keine Lust mehr, Steuern zu zahlen. Man wählt eine Stadt aus, deren Bewohner Schwierigkeiten machen, bringt sie alle um, zündet die Häuser an, reißt die Mauern nieder und pflügt anschließend die Asche in den Boden. Auf diese Weise wird man die Probleme los. Alle anderen Städte sind plötzlich ganz brav, und die Staatsgassen füllen sich mit hastig bezahlten Steuern, was die Regierung freut. Sollte es später noch einmal Schwierigkeiten geben, fragt man, erinnert ihr euch an Nang-Nang? Oder wie auch immer die Stadt hieß. Dann antworten die Leute, »Wo ist Nang-Nang?« und man erwidert, »Genau das meine ich.« »Meine Güte, wenn man so etwas bei uns zu Hause versuchen würde!« »Das Erhartenreich hat eine lange, lange Geschichte. Hier glauben die Leute, dass alles so sein muss, wie es ist. Sie tun, was man ihnen sagt. Man behandelt sie wie Sklaven.« Quent verzog das Gesicht. »Nun, ich habe nichts gegen Sklaven an sich, hatte gelegentlich selbst welche, bin auch mal Sklave gewesen.« »Eber was erwartet man dort, wo es Sklaven gibt?« Rinswind dachte darüber nach. »Peitschen?« fragte er schließlich. »Ja, hast es sofort kapiert. Peitschen. Sklaven und Peitschen, das hat eine gewisse Ehrlichkeit. Nun, hier gibt es keine Peitschen, hier benutzt man etwas Schlimmeres.« »Was denn?« fragte Rinswind, der vertraute Panik in sich wachsen spürte. »Du findest es noch früh genug heraus.« Rinswind blickte zu den ehemaligen Gefangenen, die ihnen gefolgt waren und sie voller Ehrfurcht beobachteten. Er hatte ihnen etwas von dem Leopardenfleisch gegeben und erinnerte sich genau an ihre Reaktion. Zuerst starrten sie so darauf hinab, als wäre es Gift. Dann aßen sie es wie in Nahrung. »Sie folgen uns noch immer,« sagte er. »Tja, du hast ihnen Fleisch gegeben.« Kohen lachte leise und drehte sich eine Verdauungszigarette. »Daran sind sie nicht gewöhnt. Du hättest ihnen die Schnurrhaare und Krallen überlassen sollen. Damit stellen sie die tollsten kulinarischen Sachen an. Weißt du, welches Gericht unten an der Küste sehr beliebt ist?« »Nein.« »Schweineohrensuppe. Was liest du daraus?« Rinswind zuckte mit den Achseln. »Dass die Leute sehr einfallsreich sind.« »Jemand hat sich das Schwein unter den Nagel gerissen.« Kohen drehte sich im Sattel. Die Ex-Gefangenen wichen unwillkürlich zurück. »Hey, ich hab's euch doch gesagt. Ihr seid frei. Verstanden?« Ein besonders tapferer Mann antwortete. »Ja, Herr.« »Ich bin nicht dein Herr. Ihr seid frei. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Mit einer Ausnahme. Wenn ihr mir weiterhin folgt, bringe ich euch um. Und jetzt fort mit euch.« »Wohin her?« »Irgendwohin. Weg von hier.« Die Männer wechselten einen besorgten Blick, drehten sich dann um und liefen über den Pfad. »Wahrscheinlich kehren sie geradewegs zu ihrem Heimatdorf zurück.« Kohen rollte mit den Augen. »Wie ich schon sagte, schlimmer als Peitschen.« Er winkte mit einer dürren Hand, als sie weiter ritten. »Ein seltsames, blutiges Land. Wusstest du, dass das ganze Reich von einer Mauer umgeben ist?« »Um barbarische Angreifer fernzuhalten?« »Oh ja, eignet sich hervorragend zur Verteidigung,« kommentierte Kohen voller Sarkasmus. »Zum Beispiel.« »Oh, so ein Mist, da ist eine sechs Meter hohe Mauer. Wir sollten besser tausend Kilometer durch die Steppe zurückreiten, anstatt uns dort drüben im Wald Holz zu besorgen und Leitern zu bauen. Nein, nein, die Mauer sorgt dafür, dass die Leute im Reich bleiben. Und Vorschriften. Für alles gibt's welche. Ohne einen fetzen Papier können die Bürger des erratenen Reichs nicht mal den Abort aufsuchen.« »Nun, um ganz ehrlich zu sein.« »Ich meine nicht solches Papier, sondern einen Erlaubnisschein. Ohne einen solchen Zettel darf man nicht mal sein Dorf verlassen. Man braucht einen, wenn man heiraten will. Man... Ah, das sind wir.« »Ja«, sagte Rincewind. Kohen bedachte ihn mit einem durchdringenden Blick. »Woher weißt du das?« Rincewind versuchte konzentriert zu denken. Ein langer Tag lag hinter ihm. Durch das taumische Äquivalent des Jetlag war dieser Tag um einige Stunden länger gewesen als alle anderen, die er bisher erlebt hatte, was unter anderem zu zwei Mittagsmahlzeiten geführt hatte, beide ohne großen Reiz für Rincewind. »Eh, ich habe deine Bemerkung als allgemeinen philosophischen Hinweis aufgefasst, sowie machen wir das Beste draus.« »Ich meinte, dass wir jetzt mein Versteck erreicht haben«, erklärte Kohen. Rincewind drehte den Kopf, und sein Blick fiel auf Gebüsch, Steine und eine steile Felswand. »Ich sehe überhaupt nichts«, sagte er. »Eben, daran kannst du erkennen, dass es mein Versteck ist.« Im Erhatnenreich bildete die Kunst des Krieges das Fundament für die Diplomatie. Der Krieg war ganz offensichtlich notwendig, war gewissermaßen der Eckstein für das Regieren. Er lieferte dem Reich seine Oberhäupter. Auswahlprüfungen sorgten für Nachschub an Bürokraten und Beamten. Die Kriegskunst blieb den Mächtigen vorbehalten. Vielleicht war Krieg auch nur eine andere Art von Auswahlprüfung. Wenn man verlor, bekam man kaum Gelegenheit, es im nächsten Jahr noch einmal zu versuchen. Natürlich mußte es auch für den Krieg Vorschriften geben. Andernfalls wäre alles nur eine barbarische Rauferei gewesen. Deshalb war vor Jahrhunderten die Kunst des Krieges geschrieben worden, ein Regelwerk. Einige Regeln bezogen sich auf Einzelheiten. Innerhalb der verbotenen Stadt durfte nicht gekämpft werden, und die Person des Kaisers blieb in jedem Fall sakrosankt. Andere waren allgemeine Richtlinien für gute zivilisierte Kriegsführung. Sie betrafen Position, Taktik, die Durchsetzung von Disziplin, die richtige Organisation von Nachschublinien und so weiter. Das Buch der Kriegskunst beschrieb optimale Verhaltensweisen für alle Eventualitäten. Seine Existenz hatte dafür gesorgt, daß der Krieg im Reich wesentlich vernünftiger geworden war. Für gewöhnlich bestand er aus kurzen Phasen der Aktivität, denen lange Pausen folgten, in denen Offiziere und Soldaten im Stichwort Verzeichnis suchten. Niemand erinnerte sich an den Autor. Einige glaubten, das Buch sei von 1 zu Sung geschrieben worden, andere hielten 3 zu Sung für den Verfasser. Das erste Prinzip hatte vermutlich ein unbesungenes Genie geschrieben, beziehungsweise gemalt. Wer den Feind kennt, der kennt sich selbst. Lord Hong glaubte, sich selbst recht gut zu kennen, und es fiel ihm nie schwer, seine Feinde zu identifizieren. Außerdem achtete er darauf, daß seine Feinde am Leben und gesund blieben. Zum Beispiel die Lords Sung, Fang, Tang und Maxveni. Hong schätzte sie sehr, vor allem wegen ihrer Adäquatheit. Sie verfügten über adäquate militärische Fähigkeiten. Was bedeutete? Sie waren mit den fünf Regeln und neuen Prinzipien der Kriegskunst vertraut. Sie schrieben adäquate Gedichte und verstanden es, mit den Intrigen in ihren eigenen Reihen fertig zu werden. Gelegentlich schickten sie Mörder und Attentäter, die sich als geschickt genug erwiesen, Lord Hongs Interesse zu stimulieren und ihn zu unterhalten. Er bewunderte auch ihren adäquaten Verrat. Eigentlich war völlig klar, daß Lord Hong der nächste Kaiser sein würde. Trotzdem ließen die anderen Lords nicht davon ab, um den Thron zu ringen. Zumindest offiziell. Insgeheim hatte jeder Kriegsherr, Lord Hong, Treue geschworen, aufgrund adäquater Intelligenz. Sie alle wußten, was geschehen würde, wenn sie ihm ihre Loyalität vorenthielten. Natürlich mußte es Kämpfe geben um der Tradition willen. Aber in Lord Hongs Herzen gab es einen Platz für Heerführer, die bereit waren, ihre eigenen Leute zu verraten. Den Feind kennen. Lord Hong hatte beschlossen, sich einen sehr würdigen Feind zuzulegen. Er ließ Bücher aus Ankh-Morpork kommen und sich über das Geschehen in der Stadt informieren. Es gab Möglichkeiten. Spione brachten Nachrichten und Neuigkeiten. Derzeit wußte die Stadt noch nicht, daß sie Lord Hongs Feind war, und solche Feinde hielt er für besonders wünschenswert. Während er sich eingehender mit Ankh-Morpork befasste, staunte er zuerst und empfand dann eine Mischung aus Faszination und Bewunderung. »Dort hätte ich geboren sein sollen«, dachte Hong, während er die anderen Mitglieder des ruhigen Rats musterte. »Mit jemandem wie Lord Vetinari Schach zu spielen.« Zweifellos blickte er vor dem ersten Zug, drei Stunden lang aufs Schachbrett. Er wandte sich an den Protokoll-Eunuchen des Rats. »Können wir jetzt weitermachen?« fragte er. »Der Mann belegte seinen Pinsel.« »Ich bin festwertig, oh Lord«, Lord Hong seufzte. »Verdammte Kalligrafie!« Sie mußte verändert werden. Wenn die Schriftsprache aus siebentausend Zeichen bestand, dauerte es einen ganzen Tag, ein aus dreizehn Silben bestehendes Gedicht über ein weißes Pony zu schreiben, das durch wilde Hyazinthen trabte. Daran gab es prinzipiell nichts auszusetzen, und entsprechende Gedichte konnte niemand besser schreiben, malen, als Lord Hong. Aber in Ankh-Morpork gab es ein Alphabet aus sechsundzwanzig einfachen, häßlichen Buchstaben, geeignet nur für Bauern und Handwerker. Trotzdem existierte dort eine Poesie, die heiße Spuren in der Seele hinterließ. Und die Buchstaben eigneten sich gut dafür, eine fünf Minuten lange Versammlung in weniger als einem Tag zu protokollieren. »Wie weit bist du?« fragte Lord Hong. Der Eunuch hüstelte höflich. »Wie weich die Blüten der Aprikot?« begann er. »Ja, ja, ja«, sagte Lord Hong, »wenn wir diesmal auf das poetische drumherum verzichten könnten.« »Äh, das Protokoll der letzten Sitzung wurde ordnungsgemäß unterschrieben.« »Das ist alles.« »Äh, ich muß noch die Blütenblätter malen.« »Ich möchte diese Versammlung bis heute Abend beenden. Geh jetzt.« Der Eunuch blickte sich furchtsam am Tisch um und griff nach Schriftrollen und Pinsel, bevor er hinaus eilte. »Gut«, sagte Lord Hong. Er nickte den anderen Kriegsherren zu, und ein besonders freundliches Lächeln schenkte er Lord Tang. Lord Hong hatte sich nicht ohne Faszination mit dem Gedanken befasst, daß Tang ein ehrenvoller Mann war. Seine Ehre mochte schüchterner, verdrießlicher Natur sein, aber sie existierte und mußte berücksichtigt werden. »Es dürfte ohnehin besser sein, wenn wir ganz offen miteinander reden«, sagte er, »und zwar über die Rebellen. Mich haben beunruhigende Nachrichten über ihre Aktivitäten erreicht.« Lord McSweeney nickte. »Ich habe in Sumdim dreißig Rebellen hinrichten lassen, als abschreckendes Beispiel.« »Und als ein Beispiel für deine Dummheit«, dachte Lord Hong. Er war immer bestens informiert und wußte daher, daß es in Sumdim nie einen Kader der Roten Armee gegeben hatte. Nun, bestimmt gab es jetzt einen. Es ist ja so einfach.« Auch die übrigen Kriegsherren berichteten von ihren Bemühungen, die darauf hinausliefen, kaum nennenswerte Unruhen in eine blutige Revolution zu verwandeln, obwohl sie es natürlich anders sahen. Doch hinter den Masken aus Tapferkeit und Determination verbarg sich Nervosität. Sie verhielten sich wie Schäferhunde, die kurz in einer Welt gesehen hatten, in der die Schafe nicht mehr fortliefen. Lord Hong fand großen Gefallen an dieser Nervosität. Er wollte sie nutzen. Irgendwann. Er lächelte und lächelte. Schließlich sagte er, »Lords, trotz eurer lobenswerten Bemühungen bleibt die Situation ernst. Ich habe erfahren, daß ein mächtiger Zauberer aus Ankh-Morpork eingetroffen ist, um den Rebellen hier in Hung-Hung zu helfen. Es existiert ein Plan, der vorsieht, die gute Organisation der himmlischen Welt zu zerschlagen und den Kaiser umzubringen, möge er zehntausend Jahre alt werden. Ich nehme natürlich an, daß ausländische Teufel dahinter stecken.« »Ich weiß nichts davon,« sagte Lord Tang scharf. »Das wollte ich auch keineswegs andeuten, mein lieber Lord Tang,« erwiderte Lord Hong. »Ich meine,« begann Lord Tang, »deine Treue zum Kaiser ist über jeden Zweifel erhaben,« fuhr Lord Hong fort. Seine Stimme war wie ein Messer, das durch warme Butter schnitt. »Ich habe Grund zu der Annahme, daß eine sehr hochrangige Person den Anführern hilft, aber nichts deutet auf dich hin.« »Das will ich auch hoffen.« Die Lords Fang und Maxveni rückten ein wenig von Lord Tang fort. »Wie konnte es nur dazu kommen?« fragte Lord Fang. »Es stimmt natürlich, daß Leute, die an geistiger Verwirrung leiden, das Reich verlassen, um sich jenseits der Mauer umzusehen, doch daß jemand zurückkehrt.« »Ich fürchte, der damalige Großvisier war ein recht wankelmütiger Mann. Er hielt es für interessant zu erfahren, welche Neuigkeiten den Heimkehrer begleiteten.« »Interessant,« platzte es aus Lord Fang heraus. »Diese Stadt namens Ankh-Moor-Pork ist eine Abscheulichkeit, reine Anarchie. Offenbar gibt es dort überhaupt keinen Adel und die Gesellschaft gleich der eines Termitenhaufens. Es wäre besser, eine solche Stadt vom Angesicht der Welt zu entfernen.« »Ich nehme deine scharfsinnigen Bemerkungen hiermit zur Kenntnis,« »Lord Fang«, sagte Lord Hong, während ein Teil von ihm vor Lachen auf dem Boden rollte. »Nun, ich schicke zusätzliche Wächter in die Gemächer des Kaisers, wie auch immer diese Sache begann. Wir müssen dafür sorgen, daß sie hier endet.« Er beobachtete, wie ihn die anderen Lords beobachteten. »Sie glauben, daß ich übers Reich herrschen möchte,« dachte Hong, »und sie alle suchen nach Möglichkeiten, ihren Vorteil daraus zu ziehen, abgesehen von Lord Tang, der sich vermutlich als Sympathisant der Rebellen erweisen wird.« Er schickte sie fort und zog sich in seine Unterkunft zurück. Es war eine Tatsache, daß jenseits der Mauer nur Geister und Teufel existierten, die nichts von Kultur wußten und keine Ahnung von Büchern hatten. Der Besitz solcher unmöglichen Objekte wurde schließlich mit dem Tod bestraft und mit Beschlagnahmung. Lord Hong hatte eine große Bibliothek, die nicht nur aus Büchern bestand. Er besaß auch Karten und außerdem eine Kiste, eingeschlossen im Zimmer mit dem großen Spiegel. Nicht jetzt. Später. Ankh-Morpork. Schon der Name klang wundervoll. Er brauchte nur ein Jahr. Die schreckliche Geisel der Rebellion würde ihm erlauben, eine Macht anzusammeln, von der nicht einmal der verrückteste Kaiser geträumt hatte. Und dann war es praktisch undenkbar, keine Flotte zu bauen, die aufbrach, um den ausländischen Teufeln das Entsetzen zu bringen. »Ja, herzlichen Dank, Lord Fang. Deine scharfsinnigen Bemerkungen sind tatsächlich zur Kenntnis genommen worden.« Als ob es eine Rolle spielte, wer Kaiser war. Das Reich war gewissermaßen ein Bonus, den Hong später im Vorübergehen einstreichen konnte. Zunächst genügte ihm Ankh-Morpork, die Stadt mit den fleißigen Zwergen und ihrer Technik. Zum Beispiel die bellenden Hunde. Meistens explodierten sie. Sie waren unzuverlässig. Das Funktionsprinzip war soweit in Ordnung, aber seine Umsetzung in die Praxis ließ sehr zu wünschen übrig. Zu einer wichtigen Erkenntnis kam Lord Hong, als er sich die Perspektive von Ankh-Morpork zu eigen machte und begriff. Mit dem Job des vielversprechenden Hundemachers sollte man besser jemanden betrauen, der etwas von Metall und explosiven Dingen verstand, keinen Bürokraten, der bei einer Auswahlprüfung das beste Gedicht über Eisen geschrieben hatte. In Ankh-Morpork wurden wirkliche Dinge geleistet. Hong stellte sich vor, den breiten Weg als Eigentümer zu beschreiten und die Würstchen des berühmten Herrn Schnapper zu probieren. Er stellte sich vor, gegen Lord Vetinari Schach zu spielen. Dazu mußte er dem Mann natürlich einen Arm lassen. Er zitterte vor Aufregung. Nicht später. Jetzt. Er tastete nach dem geheimen Schlüssel an seiner Halskette. Es gab keinen richtigen Weg. Kaninchen wären einfach daran vorbeigehoppelt. Man hätte schwören können, daß hier nur eine steile Felswand stand, bis man die Lücke entdeckte. Und selbst wenn man sie gefunden hatte, schienen sie nicht besonders interessant zu sein. Der schmale Zugang führte zu einer langen Schlucht mit einigen natürlichen Höhlen, etwas Gras und einer Quelle. Und natürlich mit Kohens Gruppe. Er nannte sie Horde. Die Leute saßen in der Sonne und beklagten sich darüber, daß es nicht mehr so warm war wie früher. »Ich bin zurück, Jungs«, sagte Kohen. »Was ist weg, wie? Was ist denn? Was hat er gesagt?« »Er hat gesagt, daß er zurück ist.« »Ein Stück wovon?« Kohen sah Rins Wind an und strahlte. »Ich habe sie mitgebracht.« »Wie ich schon sagte, das individuelle Barbarentum hat keine Zukunft.« Rins Wind ließ den Blick über die Horde schweifen. »Äh, ist jemand von Ihnen unter 80 Jahre alt?« »Steh auf, junger Willi«, sagte Kohen. Ein vertrocknet wirkender Mann stand auf. Er sah nur etwas weniger zerknittert aus als all die anderen und trug Stiefel mit sehr dicken Sohlen. »Wie mit meine Füße den Boden berühren«, erklärte er. »In gewöhnlichen Stiefel sind Sie dazu nicht imstande?« »Nein, es ist eine Art orthopädisches Problem. Du kennst doch sicher die Leute, die ein kürzeres Bein haben.« »Tja, bei mir.« »Sag's mir nicht«, brachte Rins Wind hastig heraus. »Manchmal habe ich erstaunliche Geistesblitze. Bei dir sind beide Beine kürzer, nicht wahr?« »Bemerkenswert«, kommentierte der junge Willi. »Es wird sofort klar, dass du Zauberer bist. Du kennst dich mit solchen Dingen aus.« Rins Wind bedachte das nächste Mitglied der Horde mit einem strahlenden Lächeln. Mit ziemlicher Sicherheit war es ein menschliches Wesen, denn normalerweise benutzten verhutzelte kleine Affen keine Rollstühle oder trugen Helme mit Hörnern. Das Geschöpf erwiderte Rins Winds Blick und schnitt eine Krimasse. »Das ist...« »Was ist denn?« »Ihrer Polterer«, sagte Cohen. »Was ist denn? Was ist denn los?« »Der Rollstuhl verbreitet sicher Angst und Schrecken«, sagte Rins Wind, »besonders mit den Klingen.« »Es war verdammt schwierig, das Ding über die Felswand zu schaffen«, räumte Cohen ein. »Aber er kann damit verblüffend schnell sein.« »Was ist denn?« »Und das ist Griecher der Unhöfliche.« »Verzieh dich, Zauberer«, Rins Wind bewunderte Ausstellung Stück B. »Die G-Stücke sind wirklich beeindruckend, vor allem, weil Liebe und Hass draufsteht«, Cohen lächelte stolz. »Griecher galt als einer der wildesten Burschen auf der Welt«, sagte er. »Ach, meinst du wirklich ihn? Aber mit Kräuterzähpfchen lassen sich die interessantesten Dinge anstellen«, fügte Cohen stolz hinzu. »Kannst mich mal«, brummte Griecher. Rins Wind blinzelte. »Äh, auf ein Wort, Cohen«, er nahm den Barbaren beiseite. »Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, ein Nördler zu sein«, begann er. »Aber findest du nicht, dass das Verfallsdatum dieser Leute schon seit einer ganzen Weile abgelaufen ist? Um es anders auszudrücken, hältst du sie nicht für ein wenig, äh, zu alt?« »Was ist'n? Was sagt er da?« »Ihr meint, es sei kalt. Was ist'n?« »Diese Leute repräsentieren fast 500 Jahre konzentrierte Barbaren-Erfahrung«, verteidigte Cohen seine Horde. »500 Jahre Erfahrung im Kampf, das ist gut«, erwiderte Rins Wind. »Ja, wirklich gut. Aber es wäre besser, wenn sie sich auf mehr Personen verteilen würden. Was erwartest du denn von ihnen? Sollen sie ihre Gegner besiegen, indem sie Mitleid in ihnen erwecken?« »Es ist alles in Ordnung mit ihnen«, Cohen deutete auf jemanden, der wie hypnotisiert auf einen Block aus Tickholz starrte. »Sieh dir nur, Kaleb, den Brecher da drüben an. Hat mehr als 400 Männer mit seinen bloßen Händen umgebracht. Jetzt ist der 85 und hat noch immer ne Menge auf dem Kasten.« »Was macht er da?« »Oh, nun, im Erhakenen Reich kämpft man oft nur mit den Händen, weil die meisten Leuten Waffen verboten sind. Deshalb rechnet sich Kaleb gute Chancen aus. Siehst du den Holzblock? Tolle Sache. Er gibt nur einen margerschütterten Schrei von sich und dann...« »Cohen, dies sind sehr alte Männer.« »Sie sind die Crème«, Rinswind seufzte. »Sie sind der Käse, Kohen. Warum hast du sie mitgebracht?« »Sie sollen mir dabei helfen, etwas zu stehlen«, antwortete Kohen. »Was denn? Ein Schatz oder so?« »Oder so«, entgegnete Kohen eingeschnappt. »Befindet sich in Hung Hung?« »Ach, na sowas. Und bestimmt hat Hung Hung viele Einwohner, nicht wahr?« »Etwa eine halbe Millionen«, sagte Kohen. »Und auch viele Wächter«, erkundigte sich Rinswind. »Um die Vierzigtausende, habe ich gehört. Die Bevölkerung beläuft sich auf eine Dreiviertelmillion, wenn man die Streitkräfte mitzählt.« »Verstehe«, sagte Rinswind. »Und du willst mit sechs Begleitern?« »Der Grauen Horte«, verkündete Kohen stolz. »Was? Wie bitte?« »So heißt sie. Im Hordengeschäft braucht man einen Namen. Wir sind die Graue Horde.« Rinswind drehte sich um. Mehrere Hordenmitglieder waren eingeschlafen. »Die Graue Horde«, wiederholte er. »Gut, passt zur Haarfarbe, zumindest bei denen, die noch Haare auf dem Kopf haben. Nun, mit der Grauen Horde willst du also Hung Hung stürmen, alle Wächter töten und den Schatz stehlen?« Kohen nickte. »Ja, so in der Art. Natürlich beabsichtigen wir nicht, alle Wächter umzubringen.« »Ach, nein? Das würde zu lange dauern.« »Ja, und natürlich möchtest du auch am nächsten Tag noch etwas zu tun haben.« »Ich meine, die meisten Wächter sind bestimmt mit der Revolution beschäftigt.« »Eine Revolution steht bevor? Na sowas.« »Es heißt, dies sei eine Zeit voller Zeichen und Omen«, sagte Kohen. »Es heißt.« »Ich bin überrascht, dass deinen Gefährten überhaupt noch Zeit bleibt, sich um ihre Campingausrüstung zu kümmern.« »Du solltest bei uns bleiben«, riet Chinggis Kohen, den vermeintlichen Zauberer. »In unserer Gesellschaft bist du sicherer.« »Davon bin ich nicht überzeugt«, erwiderte Rindswind und lächelte humorlos. »Nein, davon bin ich keineswegs überzeugt.« »Wenn ich allein bin«, dachte er, »stoßen mir nur gewöhnliche schreckliche Dinge zu.« Kohen zuckte mit den Achseln und blickte sich um, bis er eine hakere Gestalt entdeckte, die abseits der anderen saß und in einem Buch las. »Sieh ihn dir an«, sagte er so gutmütig wie jemand, dessen Hund gerade ein schwieriges Kunststück vollbracht hat. »Er steckt seine Nase dauernd in ein Buch.« Er hob die Stimme. »Lehrer, komm her und zeig dem Zauberer den Weg nach Hung Hung.« Kohen wandte sich wieder an Rindswind. »Lehrer kann dir alles sagen, was du wissen willst, weil er alles weiß. Ich überlasse ihn dir, muss mit dem alten Vincent reden«, er winkte ab. »Im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung mit ihm, nur mit seinem Gedächtnis, Harpatz, wodurch es gelegentlich Probleme gibt. Ich habe ihm immer wieder gesagt, es geht darum, die Frauen zu vergewaltigen und die Häuser anzuzünden.« »Vergewaltigen?«, wiederholte Rindswind. »Das ist nicht sehr...« »Er ist 87«, sagte Kohen. »Lass ihm seine Träume.« »Lehrer erwies sich als großer, dürrer Mann, dessen Gesichtsausdruck so etwas wie freundliche Geistesabwesenheit zeigte. Er trug einen weißen Haarkranz. Von oben gesehen hatte er vermutlich Ähnlichkeit mit einem Gänseblümchen und wirkte nicht gerade wie ein blutrünstiger Barbar. Obgleich er ein zu großes Kettenhemd und auf dem Rücken eine breite Scheide trug, die jedoch kein Schwert enthielt, sondern mehrere Perkamentrollen und Pinsel. Außerdem hatte das Kettenhemd eine Brusttasche, in der ein ledernes Etui mit drei Buntstiften steckte. »Ronalde willatwurst«, sagte er und schüttelte Rindswind die Hand. »Diese Herren glauben, dass ich ziemlich viel weiß. Nun, mal sehen. Du möchtest nach Hong-Hong, stimmt's?« Rindswind hatte gründlich darüber nachgedacht. »Ich möchte nur den Weg dorthin in Erfahrung bringen«, sagte er vorsichtig. »Ja, nun, um diese Zeit des Jahres solltest du in Richtung der untergehenden Sonne wandern, bis du die Berge verlässt und das Schwemmland erreichst, wo du Moränhügel und einige ausgezeichnete Beispiele von sehr erratischen Felsblöcken sehen wirst. Die Entfernung beträgt gut 15 Kilometer.« Rindswind starrte ihn groß an. Die Wegbeschreibungen von Barbaren lauteten sonst eher »Geh direkt an der brennenden Stadt vorbei und wende dich dort nach rechts, wo die Bürger an ihren Ohren aufgehängt sind.« »Das mit den Moränen klingt gefährlich«, sagte er. »Es sind du apostglaziale Hügel«, erklärte Herr Zervelatwurst. »Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen, die Landschaft ist nicht feindselig.« Das bezweifelte Rindswind. Er hatte mehrmals erlebt, dass ihm der Boden ins Gesicht gesprungen war. »Allerdings ist es in Hong-Hong derzeit ein wenig gefährlich«, fuhr Herr Zervelatwurst fort. »Ach, tatsächlich«, fragte Rindswind. »Die Stadt wird nicht direkt belagert. Alle warten darauf, dass der Kaiser stirbt. Man spricht von »interessanten«.« Ein Lächeln begleiteten die letzten Worte. »Ich hasse interessante Zeiten.« Die anderen Hordenmitglieder waren gegangen, eingeschlafen oder klagten über ihre Füße. Irgendwo in der ferne Klangchor in Stimme. »Hier, dies ist ein Streichholz und dies.« »Für einen Barbaren scheinst du sehr gebildet zu sein«, meinte Rindswind. »Oh, ich bin nicht immer Barbar gewesen. Früher habe ich an einer Schule unterrichtet, deshalb nennt man mich Lehrer.« »Was hast du gelehrt?« »Geografie. Und ich habe mich auch mit orientalen Studien befasst.« »Diese Bezeichnung gebraucht man an Gmorpork für den Gegengewichtkontinent und die Inseln in seiner Nähe. Der Ausdruck bedeutet jener Ort, woher das Gold kommt.« »Doch dann beschloss ich, alles aufzugeben und ein Leben mit dem Schwert zu führen.« »Nachdem du viele Jahre lang Lehrer gewesen bist.« »Nun, der Wechsel hat gewisse perspektivische Veränderungen mit sich gebracht.« »Aber ich meine, die vielen Entbehrungen und schrecklichen Gefahren jeden Tag dem Tod begegnen zu können.« »Herr Sevelatwurst strahlte.« »Hey, du bist ebenfalls Lehrer gewesen, nicht wahr?« Rindswind sah sich um, als jemand laut rief. »Zwei Hordenmitglieder stritten sich Nase an Nase.« »Herr Sevelatwurst seufzte.« »Ich versuche ihnen Schachpei zu bringen,« sagte er. »Das Spiel hilft, die orientale Denkweise zu verstehen. Doch sie können sich einfach nicht daran gewöhnen, Abwechsel zu ziehen. Außerdem besteht ihre Vorstellung von einer guten Eröffnung darin, den König mit allen Bauern vorstürmen zu lassen und die gegnerischen Türme in Brand zu setzen.« Rindswind beugte sich etwas näher. »Hör mal, ich meine, Genghis Cohen hat er den Verstand verloren. Ich meine, einige alterschwache Priester ins Jenseits zu schicken und ein paar wertvolle Edelsteine zu stehlen, okay, aber ganz allein vierzigtausend Wächter anzugreifen, das ist praktisch Selbstmord.« »Oh, er ist nicht ganz allein,« erwiderte Herr Sevelatwurst. Rindswind blinzelte. »Eins mußte man Cohen lassen.« »Er steckte andere Leute so mühelos mit seinem Optimismus an wie mit einer Erkältung.« »Oh ja, natürlich. Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Sieben gegen vierzigtausend, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Nun, ich sollte jetzt besser gehen, und zwar ziemlich schnell.« »Wir haben einen Plan. Es ist eine Art«, Herr Sevelatwurst zögert und blickte ins Leere. »Eine Art Ding. Du weißt schon, Bienen tun so etwas, manchmal auch Wespen und manche Quallen. Eben lag mir das Wort auf der Zunge. Es wird bestimmt das größte Ding aller Zeiten.« Rindswind blieb skeptisch. »Ich glaube, ich habe irgendwo einen Ersatzpferd gesehen.« »Ich möchte dir das hier geben,« sagte Herr Sevelatwurst. »Vielleicht verstehst du dann. Darum geht's eigentlich?« Er holte ein kleines Bündel Papier hervor. In einer Ecke wurden die Blätter von einer Schnur zusammengehalten. Rindswind schob sie in die Tasche und nahm nur den Titel auf der ersten Seite wahr. Er lautete, »Wie ich meine Ferien verbrachte.« Für Rindswind schien die Sache ziemlich klar. Es gab eine Stadt namens Hung Hung, in der sich eine Revolution anbahnte, was zweifellos viele Gefahren mit sich brachte, und es gab alle anderen Orte. Deshalb war es wichtig zu wissen, wo sich Hung Hung befand, um die Stadt nicht rein zufällig zu erreichen. Rindswind hörte den Wegbeschreibungen von Herrn Sevelatwurst sehr aufmerksam zu und ritt dann in die andere Richtung. Vielleicht fand er irgendwo ein Schiff. Die Zauberer reagierten bestimmt befremdet auf seine Rückkehr, aber er konnte einfach behaupten, es sei niemand zu Hause gewesen. Die Berge und Hügel blieben allmählich hinter Rindswind zurück und wichen einer Landschaft, die hauptsächlich aus Gestrüpp bestand. Weiter vorn, in Dunst gehüllt, erstreckte sich eine feuchte Ebene, durch die sich ein Fluß so sehr hin und her wand, dass er zumindest teilweise rückwärts zu fließen schien. Das Land bildete ein schachbrettartiges Muster. Rindswind hatte nichts gegen das Land an sich, vorausgesetzt, es sprang ihm nicht ins Gesicht und lag auf der anderen Seite einer Stadtmauer. Aber in diesem besonderen Fall konnte man kaum von Land sprechen. Es sah eher nach einem gewaltigen Bauernhof ohne Zäune aus. Hier und dort ragten große Felsblöcke auf, die gefährlich erratisch anmuteten. Manchmal bemerkte Rindswind Leute in der Ferne. Ihre Hauptbeschäftigung bestand offenbar darin, Schlamm zu bewegen. Hier und dort sah er jemanden auf einem überfluteten Feld stehen und die Leinen eines Wasserbüffels halten. Der betreffende Büffel fraß Gras und entleerte gelegentlich seinen Darm. Der jeweilige Mann begnügte sich damit, die Leinen zu halten. Darin schien sein ganzer Lebenszweck zu bestehen. Auf der Straße waren nur wenige andere Leute unterwegs. Für gewöhnlich schoben sie Karren, beladen mit Wasserbüffeldung, vielleicht auch mit Schlamm. Sie schenkten Rindswind nicht die geringste Beachtung. Besser gesagt, sie gaben sich große Mühe, ihm keine Beachtung zu schenken. Sie eilten vorbei, ihre ganze Aufmerksamkeit, der Schlammdynamik und Wasserbüffel, Darmaktivität zugewandt. Rindswind hätte als erster zugegeben, daß er ziemlich langsam dachte. Genauer gesagt, er hätte es als 73. zugegeben. Aber seine Erfahrungen genügten, um die Zeichen zu deuten. Die Leute schenkten ihm keine Beachtung, weil sie sich weigerten, Personen auf Pferden zu sehen. Vermutlich hatten ihre Ahnen gelernt. Wenn man es wagte, einen Reiter anzustarren, spürte man häufig ein plötzliches Brennen am Ohr, hervorgerufen von einem Knüppel. Es wurde schließlich zu einer vererbten Eigenschaft, nicht zu Personen auf Pferden emporzusehen. Wer zu solchen Leuten empor schielte, noch dazu auf komische Weise, was nicht mit Humor verwechselt werden darf, überlebte nicht lange genug, um Nachkommen zu zeugen. Rindswind entschloss sich zu einem Experiment. Der nächste vorbeihumpelnde Karren beförderte keinen Schlamm, sondern ein halbes Dutzend Menschen. Jeweils drei saßen zu beiden Seiten des großen zentralen Rats. Der sekundäre Antrieb bestand aus einem kleinen Segel, das die Kraft des Windes nutzen sollte. Das primäre Triebwerk, typisch für eine bäuerliche Gesellschaft, hatte die Form eines Urgroßvaters, beziehungsweise eines Mannes, der wie ein Urgroßvater aussah. »Hier gibt es Leute, die nur mit einem Napfhirs und etwa Schleim im Magen einen Karren fünfzig Kilometer weit schieben,« hatte Cohen gesagt. »Was schließt du daraus? Ich schließe daraus, dass leckeres Fleisch auf anderen Tellern landet.« Rindswind entschied sich, die soziale Dynamik zu erforschen und gleichzeitig seine Sprachkenntnisse auf die Probe zu stellen. Es war Jahre her, seit er zum letzten Mal ausländisch gesprochen hatte, aber zumindest in einem Punkt mußte er Ritzkalli recht geben. Was Sprachen anging, verfügte er über ein gewisses Talent. Achatisch bestand aus einigen wenigen Basissilben, verschiedene Bedeutungen ergaben sich aus Aussprach, Betonung und Kontext. Das Wort für »militärischer Anführer« gebrauchte man für »langschwänziges Murmeltier«, »männliches Geschlechtsorgan« und »alter Hühnerstall«. »Nee, ihr da«, rief Rindswind. »Äh, Bambus zu knicken, ein Ausdruck für Missbilligung, äh, ich meine, anhalten.« Der Karren hielt an, doch niemand sah auf. Die Leute blickten an Rindswind vorbei, um ihn herum, oder auf seine Füße. »Neuer hochwürden befehlen«, fragte der Karrenschieber schließlich. Sein Tonfall deutete darauf hin, daß er in jedem Fall mit dem Schlimmsten rechnete. Die nächsten Worte bedauerte Rindswind später sehr. Er sagte, »Gebt mir all eure Nahrungsmittel und widerwillige Hunde, klar?« Die Leute warteten. »Mist, ich meine geordnete Käfer, verschiedene Wasserfälle. Ach, ich meine Geld.« Die Passagiere suchten in ihren Taschen. Der Karrenschieber näherte sich Rindswind mit gesenktem Haub und hob den Hut. Er enthielt Reis, etwas getrockneten Fisch und ein sehr gefährlich wirkendes Ei. Außerdem etwa ein Pfund Gold in großen, runden Münzen. Rindswind starrte auf das gelbe Metall hinab. Auf dem Gegengewicht-Kontinent war Gold ebenso gewöhnlich wie Kupfer. So viel wußte man über diese Region. Es hatte einfach keinen Sinn, wenn Kohen versuchte, hier einen Schatz zu stehlen. Immerhin konnte er nur eine bestimmte Menge tragen. Er brauchte nur ein Bauerndorf zu überfallen, um für den Rest seiner Tage wie ein König zu leben. Er brauchte ohnehin nicht viel, wenn man sich's recht überlegte. Da später erreichte Rindswind plötzlich, und er schämte sich sehr. Diese Leute besaßen nur wenig, abgesehen von jeder Menge Gold. »Äh, danke, vielen Dank, ja. Wollte nur was überprüfen. Ja, ihr könnt den ganzen Kram jetzt zurückhaben. Ich, äh, behalte nur die ältere Großmutter. Seitwärts gehen. Oh, Mist, den Fisch!« Wenn die Gesellschaft einen Haufen bildete, mußte man ganz unten nach Rindswind suchen. Es spielte keine Rolle, wie groß der Haufen war. Sein Gipfel mochte höher oder tiefer sein. Unten blieb, unten. Mit dem gesellschaftlichen Haufen in Ankh-Morpork kannte Rindswind sich aus. In Ankh-Morpork verneigte sich niemand vor niemandem. Würde dort jemand ein derartiges Experiment versuchen, fände sich im Rindstein wieder, auf der Suche nach seinen Zähnen und mit heftigen Schmerzen im Unterleib, und sein Pferd wäre bereits zweimal neu gestrichen und Eigentum eines Mannes, der schwor, es schon seit Jahren zu besitzen. Dieser Umstand erfüllte Rindswind mit seltsamem Stolz. Etwas sonderbares Wuchs aus den morastigen Tiefen seiner Seele. Erstaunt identifizierte er das Empfinden als einen Anflug von Großzügigkeit. Er rutschte von seinem Ross herunter und hob die Zügel. Zweifellos waren Pferde sehr nützliche Tiere, aber Rindswind war daran gewöhnt, allein zurechtzukommen. Außerdem konnte ein Mensch über kurze Distanzen schneller laufen als sein Pferd. Diesen Punkt vergaß Rindswind nie. »Hier«, sagte er, »nehmt das Pferd für den Fisch.« Der Karrenschieber schrie, steckte die Hände nach den Griffen des Karrens aus und raste davon. Mehrere der Personen verloren den Halt und fielen von der Ladefläche, warfen Rindswind fast einen Blick zu, schrien ebenfalls und flohen. »Schlimmer als Peitschen«, so lauteten Kohens Worte. Hier gab es Schlimmeres als Peitschen. Hier brauchte man gar keine Peitschen mehr. Rindswind schauderte und hoffte, daß er nie herausfand, wer was mit diesen Menschen angestellt hatte. Er ritt durch ein endloses Panorama aus Feldern. Nirgends wuchsen Büsche neben der Straße, und es gab auch keine Tavernen. Schemen zwischen den Feldern deuteten auf kleine Städte oder Dörfer hin, aber es führten keine erkennbaren Wege zu ihnen. Wahrscheinlich hätten Wege zu viel wertvolle Anbaufläche beansprucht. Schließlich nahm Rindswind auf einem Felsen Platz, der groß und schwer genug war, den kollektiven Kräften der Bauern zu widerstehen. Er griff in die Tasche, um den armseligen Brocken getrockneten Fisch hervorzuholen. Seine Finger ertasteten das Bündel von Herrn Cervelatwurst und zogen es hervor. Darum ging es angeblich. Doch der barbarische Lehrer hatte es versäumt, die Bedeutung von »Es« zu erklären. »Wie ich meine Ferien verbrachte«, lautete der Titel. Die Handschrift bzw. die Zeichnungen wirkten nicht besonders elegant. Die Bürger des erhartenen Reichs schrieben nicht in dem Sinne. Sie malten mit Pinseln und setzten kleine Wortbilder aus verschiedenen Komponenten zusammen. Wenn dort jemand sagte, daß ein Bild tausend Worten gleich kam, meinte er es ernst. Mit der Schriftsprache des erhartenen Reichs war Rindswind nicht besonders gut vertraut. Die Bibliothek der unsichtbaren Universität enthielt nur wenige erhartene Bücher. Ein weiteres Problem war, daß dieser Text offenbar Dinge betraf, die den Verfasser verwirrt und verblüfft hatten. Rindswind überflog einige Seiten. Die Geschichte erzählte von einer großen Stadt, in der es wundervolle Dinge gab, zum Beispiel Behe so stark wie ein Ochse und Pasteten aus vielen Schweineteilen. Alle Bewohner der Stadt schienen klug, freundlich oder stark zu sein, manchmal auch alles gleichzeitig. Das galt insbesondere für den sogenannten »großen Zauberer«, der immer wieder erwähnt wurde. Einige Beschreibungen waren sehr rätselhaft. So hieß es an einer Ich sah, wie jemand einem Stadtwächter auf den Fuß trat, der daraufhin sagte, »Deine Frau ist ein großes Nilpferd«, worauf der erste Mann antwortete, »Steck es dir an die Stelle, wohin die Sonne kein Tageslicht bringt. Gewaltige Person!« Und der Wächter »Die nächsten Wortbilder waren zittrig, als sei der Autor sehr aufgeregt gewesen.« »Schlug dem Mann nicht den Kopf ab, wie es die alte Tradition verlangt.« »Fünf Piktogramme daneben stellten einen wasserlassenden Hund dar, das erhartene Äquivalent eines Ausrufezeichens, aus welchen Gründen auch immer.« Rindswind blätterte. Immer wieder stieß er auf den gleichen langweiligen Kram. Die Sätze verkündeten banale Wahrheiten, endeten jedoch mit mehreren Hunden, die Schwierigkeiten mit der Blase hatten. Zum Beispiel, »Der Wirt meinte, daß die Stadt Steuern von ihm verlangt, die er jedoch nicht bezahlen wollte. Als ich ihn fragte, ob er sich denn gar nicht fürchtete, geruhte er zu Antworten, »Kompliziertes Piktogramm. Sich selbst, urinierender Hund, urinierender Hund?« Er fuhr fort. »Der Piktogramm für den obersten Herrscher ist ein«, »ein Piktogramm, das Rindswind nach sorgfältiger Betrachtung von mehreren Seiten für das Symbol eines Pferdehinterns zielt, und du kannst ihm gern ausrichten, daß diese Worte von mir stammen, woraufhin ein in der Taverne anwesender Wächter ihm nicht den Bauch aufschlitzte, urinierender Hund, urinierender Hund, sondern sagte, das kannst du ihm auch von mir ausrichten, urinierender Hund, urinierender Hund, urinierender Hund, urinierender Hund, urinierender Hund.« Was war daran so seltsam? Die Leute in Ankh-Morpork redeten die ganze Zeit über so, allerdings verzichteten sie dabei auf die urinierenden Hunde. Nun, ein Reich, das eine ganze Stadt vernichtete, nur um den anderen Städten eine Lektion zu erteilen, an einem solchen Ort konnte es gewiß nicht mit rechten Dingen zugehen. Vielleicht war, wie ich meine Ferien verbrachte, eine Sammlung von Witzen, die Rindswind erst noch verstehen mußte. Vielleicht erzielten die hiesigen Komiker enorme Erfolge mit Bemerkungen wie »Na sowas, na sowas, na sowas, na sowas. Auf dem Weg zum Theater bin ich einem Mann begegnet, und er hat mir nicht die Beine abgehackt, urinierender Hund, urinierender Hund.« Rindswind hörte das Rasseln von Geschirr und Zaumzeug, achtete jedoch nicht darauf. Er hob nicht einmal den Kopf, als sich jemand näherte. Erst als er schließlich aufsah, war es zu spät. Ein Stiefel an seinem Hals machte das ganz deutlich. »Oh, urinierender Hund!« sagte er, bevor ihn Bewusstlosigkeit empfing. Etwas machte »Ploff«, und Truhe erschien. Mit einem dumpfen Pochen fiel sie in die Schneewehe unter ihr. Ein Hackbeil steckte in ihrem Deckel. Eine Zeitlang verharrte sie reglos. Dann begannen ihre Beine mit einem komplizierten Tanz, wodurch sie sich um 360 Grad drehte. Truhe dachte nicht. Sie hatte nichts, mit dem sie denken konnte. Ihre mentalen Vorgänge waren von der Art, in der Bäume auf Sonne, Regen und plötzliche Stürme reagierten. Allerdings waren diese Reaktionen bei Truhe enorm beschleunigt. Nach einer Weile hatte sie sich orientiert und trippelte über schmelzenden Schnee. Sie fühlte auch nichts, weil ihr entsprechende Sinnesorgane fehlten. Doch auch in dieser Hinsicht reagierte sie wie ein Baum auf den Wechsel der Jahreszeiten. Truhe lief schneller. Sie fühlte sich der Heimat nah. Rinswind mußte eingestehen, daß der schreiende Mann recht hatte. Nicht damit, daß sein Vater die kranke Leber eines Bergpanders war und seine Mutter ein Eimer voller Schildkrötenschleim. Rinswind erinnerte sich nicht an direkte Kontakte zu seinen Eltern, aber er war ziemlich sicher, daß sie zumindest einigermaßen humanoid gewesen waren. Nein, recht hatte der Fremde vielmehr in der Richtung, daß er ein gestohlenes Pferd als Transportmittel benutzte. Hinzu kam der Fuß in Rinswinds Nacken, der mindestens 90 Prozent des Gesetzes ausmachte. Hände durchsuchten die Taschen des Gefangenen. Eine andere Person, Rinswind sah nur einige wenige Quadratzentimeter Schwemmboden, aber Tonfall und Klang der Stimme ließen auf eine recht unsympathische Person schließen, nahm an dem allgemeinen Geschrei teil. Schließlich wurde Rinswind hochgezerrt. In welchem Land man sich auch immer aufhielt, Wächter waren Wächter. Sie verfügten gerade über die notwendige Menge an Intellekt, um Leute zu schlagen und sie zur nächsten Skorpiongrube zu zerren. Außerdem verstanden sie es hervorragend, nur wenige Zentimeter vor einem Gesicht entfernt zu brüllen. Die Situation gewann etwas Surreales, weil die Wächter selbst ohne richtige, beziehungsweise eigene Gesichter blieben. Ihre verzierten, mit schwarzem Emalielack überzogenen Helme hatten lange maskierte Visiere, die nur den Mund unbedeckt ließen. Was diesem Wächter die Möglichkeit gab, Rinswinds Großvater als eine Schachtel mit stinkendem Goldfischkot zu bezeichnen, eine Hand wedelte mit, wie ich meine Ferien verbrachte. »Haufen verfaulter Fisch!« »Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat«, sagte Rinswind. »Jemand hat es mir gegeben und...« »Füße aus extrem verdorbener Milch!« »Wenn du so freundlich sein würdest, nicht mehr ganz so laut zu schreien. Ich glaube, mir ist gerade das Trommelfell gerissen.« Der Wächter legte eine Pause ein, wenn auch nur deswegen, weil er außer Atem geraten war. Dadurch bekam Rinswind Gelegenheit, sich umzusehen. Zwei Karren standen auf der Straße, und einer von ihnen schien ein Käfig mit Rädern zu sein. Darin sah er einige unbedeckte Gesichter, in denen sich Entsetzen abzeichnete. Der andere Karren war ein luxuriöser Palankien, der von acht Dienern getragen wurde. Zu beiden Seiten reichten bestrickte Vorhänge herab. An einer Stelle waren sie auseinandergezogen. Jemand beobachtete das Geschehen. Die Wächter wußten davon und fühlten sich deshalb unbehaglich. »Wenn ich erklären dürfte, warum...« »Schweig! Mund aus!« Der Soldat zögerte. »Du hast bereits Schildkröten, Goldfische und etwas anderes erwähnt, womit du vermutlich Käse meintest,« sagte Rinswind. »Mund aus Hühnermagen!« Eine lange, dünne Hand erschien zwischen den Vorhängen und winkte. »Nur einmal!« Rinswind wurde nach vorn gestoßen und sah Fingernägel, wie er sie in dieser Länge bisher nur an schnurrenden Geschöpfen gesehen hatte. »Ko-Tou!« »Wie bitte?« fragte er. »Ko-Tou!« Die Wächter zogen ihre Schwerter. »Ich verstehe nicht,« jammerte Rinswind. »Ko-Tou! Bitte!« flüsterte es an seinem Ohr. Die Stimme war nicht besonders freundlich, aber im Vergleich zu den anderen klang sie geradezu liebevoll. Sie schien von einem recht jungen Mann zu stammen, der sehr gutes Morporkianisch sprach. »Wie?« »Das weißt du nicht! Knie nieder und drück die Stirn auf den Boden, falls du auch in Zukunft in der Lage sein möchtest, einen Hut zu tragen!« Rinswind zögerte. Er war ein freigeborener Morporkianer, und auf der Liste der Dinge, die für ihn nicht in Frage kamen, standen Verbeugungen, noch dazu vor Ausländern, ganz oben. Doch auf der Liste jener Dinge, die es unbedingt zu vermeiden galt, standen Enthauptungen an erster Stelle. »So ist es besser. Gut. Woher wusstest du, dass man dabei zittern muss?« »Oh, darauf bin ich von ganz allein gekommen!« Die Hand winkte mit einem Finger. Ein Wächter schlug Rinswind mit einer schlammverkrusteten Ausgabe von »Wie ich meine Ferien verbrachte« ins Gesicht. Er drückte das Bündel schuldbewusst an sich, als der Soldat zum Zeigefinger seines Herren eilte. »Stimme?« fragte Rinswind. »Ja.« »Was passiert, wenn ich mich auf meinen Status als Besucher aus dem Ausland berufe und diplomatische Immunität in Anspruch nehme?« »Man stellt hier besondere Dinge mit einer Weste aus Trat und einer Käsereibe an.« »Oh.« »Und in Hung Hung gibt es Folterer, die einen jahrelang am Leben erhalten können.« »Vermutlich nicht durch einen gesunden Dauerlauf am Morgen, sowie eine an Fasern reiche Ernährung, oder?« »Nein, du solltest also besser still sein. Wenn du Glück hast, schickt man dich als Sklave in den Palast.« »Das Glück begleitet mich auf Schritt und Tritt«, erwiderte Rinswind leise, um mich dann im entscheidenden Augenblick fallen zu lassen. »Denk daran, zu kriechen und vor Angst zu wimmern. Ich werde mir Mühe geben.« Die weiße Hand kam wieder zum Vorschein. Diesmal hielt sie einen Zettel. Der Wächter nahm ihn entgegen, sah zu Rinswind und räusperte sich. »Höre die Weisheit und Gerechtigkeit von Distriktkommissar K. Kugel aus Sumpfausdünstungen. Damit meine ich nicht ihn, sondern dich.« Er räusperte sich erneut, beugte den Kopf etwas tiefer und starrte so auf den Zettel, als hätte er lesen gelernt, indem er den Namen jedes Buchstabens nannte. »Das weiße Pony läuft durch die... die...« Der Wächter drehte sich um, flüsterte mit den Vorhängen des Palankins und konzentrierte sich dann wieder auf den Zettel. »Grüß an Themen! Themen blüten! Der kalte Wind bewegt die Aprikosenbäume, schickt ihn zum Palast, auf das er Sklavendienste leiste, bis ihm alle Gliedmaßen abfallen!« Einige Wächter applaudierten. »Aufstehen und klatschen!« sagte die Stimme. »Vielleicht fallen mir dann die Gliedmaßen ab.« »Es ist eine große Käsereibe!« »Zugabe, Donnerwetter, wundervoll, das mit den Krüßern Themen, Themen, unerhört künstlerisch.« »Gut, hör zu! Du kommst aus Bess-Pelagic. Aus irgendeinem mir rätselhaften Grund hast du den richtigen Akzent. Bess-Pelagic ist ein Hafen und gilt daher als ein sonderbarer Ort. Deshalb hast du auch keine Papiere und so. Hier braucht man für alles Papiere, auch für die eigene Identität. Und du musst den Eindruck erwecken, mich überhaupt nicht zu kennen.« »Ich kenne dich auch gar nicht.« »Gut, ein langes Leben den verändernden Dingen, die mehr Ferne schaffen, wobei die ehrenwürdige Tradition unserer Vorfahren gewahrt bleiben und der erhabenen Person des Kaisers kein Schaden zugefügt wird.« »Gut.« »Ja. Wie bitte?« Ein Wächter trat Renswind in die Nierengegend, was in der weitverbreiteten Sprache der Stiefel bedeutete »He, steh auf!« Er stemmte sich hoch und sah Truhe. Besser gesagt, er sah gleich drei von ihnen und keine gehörte ihm. Truhe erreichte die Kuppe eines niedrigen Hügels und blieb so plötzlich stehen, daß sie kleine Furchen im Boden hinterließ. Sie hatte nichts, mit dem sie denken oder fühlen konnte, außerdem fehlten ihr Augen. Es blieb ihr Geheimnis, auf welche Weise sie Dinge wahrnahm. Jetzt betraf ihre Wahrnehmung andere Truhen. Drei von ihnen standen geduldig hinter dem Palankin. Sie waren groß. Sie waren schwarz. Truhe zog die Beine ein. Nach einer Weile öffnete sie vorsichtig den Deckel. Nur einen Spalt breit. Fast alle Menschen wissen zumindest drei Dinge über Pferde. Und der dritte Punkt ist die Erkenntnis, über kurze Entfernungen kann ein Pferd nicht so schnell laufen wie ein Mensch. Es muß mehr Beine sortieren, ein Umstand, den Rinswind oft ausgenutzt hatte. Weitere Vorteile sind, wenn a. die Reiter nicht damit rechnen, daß jemand fortläuft, und b. man sich in einer guten Startposition befindet. Rinswind stieg auf wie etwas Scharfes in einem empfindlichen Magen. Gleichzeitig wurde er abrupt nach vorne beschleunigt. Es ertönte ziemlich viel Geschrei. Doch der wichtige, beruhigende Aspekt dieser akustischen Kulisse bestand darin, daß sie sich hinter ihm erhob. Bald würden sie versuchen, zu ihm aufzuschließen. Doch dieses Problem gehörte noch zur Zukunft. Rinswind verlor keine Zeit damit, sich zu fragen, in welche Richtung er fliehen sollte. Ein erfahrener Feigling kümmerte sich nicht um das Wohin. Er fand das Weg von weitaus faszinierender. Ein weniger geübter Sprinter hätte vielleicht riskiert, den Kopf zu drehen und zurückzuschauen. Doch Rinswind wußte gut über den Luftwiderstand Bescheid und kannte die Tendenz von Steinen, plötzlich unter den Füßen des Unachtsamen zu erscheinen. Was hatte es überhaupt für einen Sinn, einen kurzen Blick nach hinten zu werfen? Er lief bereit, so schnell er konnte. Was auch immer ihn verfolgte, es war nicht imstande, ihn noch schneller werden zu lassen. Weiter vorn lag ein großes, mehr oder weniger gestaltloses Dorf, das zum größten Teil aus Schlamm und Dung zu bestehen schien. In den Feldern davor sahen Bauern von ihrer mühseligen Arbeit auf und starrten den rennenden Zauberer an. Als Rinswind an ihnen vorbeikam, glaubte er folgenden Ruf zu hören. »Unbedingt notwendige Existenzverlängerung für die Rote Armee! Bedauerliches Ende ohne großes Leid den Mächten der Unterdrückung!« Rinswind raste durch die Hütten, als die Bauern von den Soldaten angegriffen wurden. Cohen hatte recht. Es schien tatsächlich eine Art Revolution stattzufinden, aber das Reich existierte in seiner derzeitigen Form schon seit Jahrtausenden. Höflichkeit und Respekt dem Protokoll gegenüber waren gewissermaßen Teil seiner Struktur. Offenbar mußten die Revolutionäre erst noch lernen, unhöfliche Slogans zu skandieren. Rinswind lief lieber weiter, anstatt sich irgendwo zu verstecken. Prinzipiell gab es nichts daran auszusetzen, sich zu verbergen, aber wenn man entdeckt wurde, kam es zu erheblichen Problemen. Andererseits erstreckte sich jenseits der Dorfgrenze flaches, feuchtes Land, soweit der Blick reichte. Über kurze Entfernungen konnte ein Mensch tatsächlich schneller sein als ein Pferd, doch in einer weiten Ebene sah die Sache ganz anders aus. Diese Überlegungen veranlassten Rinswind, ins nächste Gebäude zu stürmen und dort die erste Tür zu öffnen. Auf der Tür stand Prüfung, Ruhe. Vier erwartungsvolle und ein wenig besorgte Gesichter wandten sich dem Neuankömmling zu. Hier saßen keine Kinder, sondern Erwachsene. Am anderen Ende des Raums stand ein Pult. Darauf lag ein Stapel Papier, der mit Schnüren und Wachs versiegelt war. Rinswind kannte diese besondere Atmosphäre. Er hatte sie schon einmal gespürt, wenn auch eine ganze Welt entfernt. Hier roch es nach jener Art von kaltem Schweiß, der einem bei ganz speziellen Gelegenheiten ausbrach, meistens begleitet von der Erkenntnis, daß es jetzt zu spät war für die immer wieder aufgeschobene Wiederholung des Stoffes. Rinswind hatte viele verschiedene Versionen des Schreckens kennengelernt. Doch im Lexikon des Entsetzens blieb ein zentraler Platz für jene schlimmen Sekunden reserviert, die der Aufforderung »Ihr könnt die Blätter jetzt umdrehen« folgten. Die Prüflinge beobachteten ihn. Draußen ertönten schreiende Stimmen. Rinswind eilte zum Pult, riß die Schnüre auf und verteilte die Blätter so schnell wie möglich. Dann hastete er zur Sicherheit des Pults zurück, nahm den Hut ab und senkte den Kopf, als jemand behutsam die Tür öffnete. »Nicht stören«, rief er, »hier findet eine Prüfung statt.« Die Prüflinge beobachteten ihn noch immer. »Ah, na schön, ihr könnt die Blätter jetzt umdrehen.« Es raschelte, dann folgten die bereits erwähnten entsetzlichen Sekunden. Schließlich kam es zu hektischen Pinselaktivität. »Auswahlprüfungen.« »Oh ja, auch dies wußte man über das Erhartenreich. Solche Prüfungen waren die einzige Möglichkeit, einen sicherheitverheißenden Posten im öffentlichen Dienst zu bekommen. Es hieß, ein solches System sei deshalb begrüßenswert, weil es Leistungen und Verdienst belohne.« Rinswind griff nach einem Blatt. Die Überschrift lautete »Prüfung für die Stelle des stellvertretenden Nachtbodenarbeiters im Distrikt Wung«, er las die erste Frage. Sie forderte dem Prüfling auf, ein sechzehn Zeilen langes Gedicht über Abendnebel und Schilf zu schreiben. Die zweite Frage betraf die Bedeutung der Metaphern in einem Buch, von dem Rinswind noch nie etwas gehört hatte. In der dritten Frage ging es um Musik. Rinswind drehte das Blatt mehrmals hin und her, hielt jedoch vergeblich nach Wörtern wie »Kompost«, »Eimer« oder »Schubkarre« Ausschau. Vermutlich bekam man mit diesem System bessere Leute als mit der Ankh-Morpork-Methode, in der die Frage genügte, »Du hast doch eine eigene Schaufel, oder?« Das Geschrei ließ allmählich nach. Rinswind riskierte einen Blick durch die Tür. Draußen ging es ziemlich lebhaft zu, aber es schien keinen direkten Zusammenhang mit Rinswind zu geben. Er lief los. Die Prüflinge setzten die Prüfung fort. »Ein besonders einfallsreicher Kandidat für den Posten des Nachtbodenarbeiters«, rollte das Hosenbein hoch und schrieb ein Gedicht über Nebel ab, das er vor einiger Zeit unter erheblichen Mühen verfasst hatte. Nach einer Weile wußte man, welche Fragen bei derartigen Prüfungen zu erwarten waren. Rinswind setzte seinen Weg fort, darauf bedachtet durch Gräben zu laufen, wenn der Schlamm darin ihm nicht gerade bis zu den Knien reichte. In einer derartigen Landschaft konnte er sich kaum verstecken. Das erhartene Getreide wuchs überall dort, wo Samenkörner nicht fortrollen konnten. Abgesehen von einigen Felsen gab es praktisch nichts, das Sichtschutz gewährte. Niemand schenkte Rinswind mehr als nur beiläufige Aufmerksamkeit, als er das Dorf verlassen hatte. Gelegentlich drehte ein Wasserbüffel Leinenhalter den Kopf und sah ihm eine Zeit lang nach. Immerhin war er ein geringfügig interessanterer Anblick, als ein Wasserbüffel, der seinen Darm entleerte. Rinswind achtete darauf, daß er sich nicht zu weit von der Straße entfernte. Am Abend erreichte er eine Kreuzung. Dort gab es eine Taverne. Seit dem Leoparden hatte er nichts mehr gegessen. Die Taverne bedeutete eine Mahlzeit. Doch eine Mahlzeit bedeutete auch Geld. An Appetit mangelte es ihm nicht, wohl aber an Münzen. Er tadelte sich wegen dieses negativen Denkens. Man mußte anders an die Sache herangehen. Wenn er das Gasthaus betrat und sich dort ein leckeres Essen bestellte, war er danach nicht hungrig und mittellos, sondern satt und mittellos, zweifellos eine Verbesserung seiner gegenwärtigen Situation. Natürlich mußte er damit rechnen, daß die Welt den ein oder anderen Einspruch erhob, aber nach Rinswinds Erfahrungen gab es nur wenige Probleme, die sich nicht mit einem Schrei und einem guten Sprint lösen ließen. Außerdem hätte er dann ja gerade eine stärkende Mahlzeit eingenommen. Rinswind mochte die Küche des Erhartenen Reiches. Einige Flüchtlinge hatten in Ankh-Morpork Restaurants eröffnet und erhielt sie für eine Art Experten, was Erharten Speisen anging. Er kannte zum Beispiel die Spezialität aus glänzendem braunem Zeug, die Spezialität aus glänzendem und knusprigem, orangefarbenem Zeug und die Spezialität aus weichen, weißen Klumpen. Dichte Rauchschwaden zogen durch den Schankraum, in dem ziemlich viele Gäste saßen, soweit sich das in dem Qualm feststellen ließ. Zwei Alte hockten vor einem komplizierten Berg aus elfenbeinfarbenen Plättchen und spielten Shibo, Yangkong, San. Was auch immer sie rauchten, ihre Mienen verrieten, daß sie großen Gefallen daran fanden. Rinswind näherte sich dem Kamin, wo ein dürrer Mann in einem großen Kochtopf rührte. Er bedachte ihn mit einem fröhlichen Lächeln. Guten Morgen. Ich hätte gern eine Portion der berühmten Köstlichkeit, Mahlzeit A für zwei Personen mit zusätzlichem Garnelenkeks. Nie davon gehört. Äh, könnte ich vielleicht ein schmerzendes Ohr bekommen, das Quaken eines Frosches, die Speisekarte? Was meinst du mit Speisekarte, Freund? Rinswind nickte. Er wußte, was ich anbahnte, wenn man von einem fremden Freund genannt wurde. Mit Freundlichkeit und Freundschaft hatte das in den meisten Fällen nichts zu tun. Was gibt es hier zu essen? Nudeln, gekochten Kohl und Schweineborsten. Das ist alles? Schweineborsten wachsen nicht auf Bäumen. Ich habe den ganzen Tag über Wasserbüffel gesehen, sagte Rinswind. Kommt bei euch denn nie Fleisch auf den Teller? Die Schöpfkelle platschte in den Topf. Irgendwo hinter Rinswind fiel ein Schibo-Plättchen zu Boden. Dutzende von Blicken erzeugten ein unangenehmes Prickeln in seinem Nacken. Hier werden keine Rebellen bedient, sagte der Wirt laut. Vielleicht können sie gar nicht bedient werden, weil sie Fleisch möchten, dachte Rinswind. Die Worte schienen nicht unbedingt ihm zu gelten, sondern vor allem dem Rest der Welt. Freut mich, sagte er. Ich bin nämlich kein... Das ist mein Ernst, verkündete der Wirt noch etwas lauter. Bei uns sind Rebellen nicht willkommen. Dagegen habe ich auch kaum etwas einzuwenden, weil... Wenn mir Rebellen bekannt wären, würde ich nicht zögern, Anzeige zu erstatten, donnerte der Wirt. Ich bin kein Rebell, nur hungrig, sagte Rinswind. Ich möchte etwas von der Suppe. Der Wirt füllte einen Napf. Einige Fettaugen schwammen an der Oberfläche, des flüssigen Etwas. Das macht einen halben Rhinu. Soll ich etwa bezahlen, bevor ich davon probiert habe? fragte Rinswind. Später bist du vielleicht nicht mehr dazu bereit, Freund. Ein Rhinu war mehr Gold, als Rinswind jemals besessen hatte. Er klopfte demonstrativ auf seine Taschen. Nun, es scheint, begann er. Ein dumpfes Pochen unterbrach ihn. Wie ich meine Ferien verbrachte, war zu Boden gefallen. Ja, danke, das genügt völlig, rief der Wirt in den Schankraum. Er drückte Rinswind den Napf in die Hand, hob das Papierbündel auf und schob es in die Tasche des Zauberers zurück. Setz dich dort drüben in die Ecke, zischte er. Man wird dir mitteilen, was du zu tun hast. Das weiß ich bereits. Löffel in die Suppe tauchen, Löffel zu den Lippen heben. Setz dich! Rinswind zog sich in die dunkelste Ecke des Raumes zurück. Die Leute beobachteten ihn immer noch. Um den Blicken auszuweichen, holte er, wie ich meine Ferien verbrachte, hervor und öffnete das Bündel an einer beliebigen Stelle, um herauszufinden, warum es eine fast magische Wirkung auf den Wirt ausgeübt hatte. Und verkaufte mir ein Brötchen, das ein ganz aus Schweinefleisch, urinierender Hund, bestehendes, kompliziertes Piktogramm, enthielt, las Rinswind. Es genügte eine kleine Münze, um solcher Art zu erwerben, und die Leute waren so gesättigt, dass sie nur selten kompliziertes Piktogramm, vom Stand des kompliziertes Piktogramm unter anderem mit einer Rasierklinge, kauften Würstchen mit Schweineteilen, dachte Rinswind. Nun, vielleicht mußte man so etwas Erstaunliches finden, wenn sich die Vorstellung von einer herzhaften Mahlzeit auf einen Napf mit öligem Spülwasser beschränkt. Ha, Herr, wie ich meine Ferien verbrachte, sollte die nächsten Ferien in Nankmorpork verbringen, um Schnapperswürstchen zu probieren, die angeblich ganz aus Schweinefleisch bestehen. Die Schöpfkelle klatschte erneut in den großen Teller. Rinswind blätterte hastig. Rinswind wanderte ich durch friedliche Straßen, in denen es weder Räuber noch andere Schurken gab. »Du vieläugiger Narr«, entfuhr es Rinswind. »Für dich blieb es nur deshalb friedlich, weil alles Gefährliche meine Gesellschaft bevorzugt. Eine Stadt, in der alle Menschen frei sind. »Frei? Frei? Oh ja, frei zu verhungern, frei von der Diebesgilde ausgeraubt zu werden«, verspottete Rinswind den Ferienbericht. »Eine neue Seite. Mein Begleiter war der große Zauberer. Kompliziertes Piktogramm«. Rinswind stellte erschrocken fest, dass in dem Bild einige Striche an das achatische Äquivalent für »Wind« erinnerten. »Der berühmteste und mächtigste Zauberer im ganzen Land.« »Das habe ich nie behauptet«, Rinswind schnappte nach Luft und überlegte. In seinem Gedächtnis regten sich einige verräterische Sätze wie »Oh, Erzkanzler hört auf alles, was ich ihm sage« und »Ohne mich ginge es hier drunter und drüber.« »Solche Dinge« sagte man eben nach dem einen oder anderen Bier. Niemand konnte so leichtgläubig sein, es für die Wahrheit zu halten und niederzuschreiben. Vor Rinswinds innerem Auge entstand ein Bild. Es zeigte einen glücklichen, lächelnden kleinen Mann, der eine große Brille trug und dem Leben mit so unschuldiger, vertrauensvoller Naivität begegnete, daß ihn Entsetzen und Zerstörung auf Schritt und Tritt begleiteten, ohne ihn jemals zu berühren. Zweiblum hatte die Welt einfach nicht für einen schrecklichen Ort halten können, einfach deshalb, weil sie für ihn nicht schrecklich war. Sie reservierte ihr ganzes schreckliches Potenzial für Rinswind. Vor der Begegnung mit Zweiblumen war Rinswinds Leben praktisch ereignislos gewesen. Dann gab es Ereignisse in ziemlich großen Portionen. Und der kleine Mann war nach Hause zurückgekehrt, oder? Nach Bespelagik, dem einzigen Seehafen des erhartenen Reichs. Nein, niemand konnte leichtgläubig genug sein, so etwas für die Wahrheit zu halten und niederzuschreiben. Nur eine einzige Person auf der ganzen Scheibenwelt war dazu fähig. Mit Politik wußte Rinswind kaum etwas anzufangen, was ihn jedoch nicht hinderte, gewisse Dinge zu verstehen, weil sie mehr mit der menschlichen Natur als mit Politik zu tun hatten. Eine Mauer umgab das erhartenen Reich. Wenn man im Reich lebte, so lernte man, Suppe aus Schweinegrunzen zu kochen und Speichel zu schlucken, so wollte es die Tradition. Außerdem wurde man die ganze Zeit über von Soldaten schikaniert. Das zielt man für unabwendbare Schicksal. Aber wenn jemand einen fröhlichen Bericht über seine Ferien schrieb, die er an einem völlig anderen Ort verbracht hatte, dann gab es selbst in der starrsten, versteinertsten Gesellschaft immer einige Leute, die gefährliche Fragen stellten, zum Beispiel, »Wo bleibt das ganze Schweinefleisch?« Rinswind starrte an die Wand. »Bauern des Reiches, wehrt euch! Ihr habt nichts zu verlieren als eure Köpfe, Hände und Füße, und man kann interessante Dinge mit Drahtweste und Käsereibe anstellen.« Er drehte die Blätter. Der Name des Autors war nicht vermerkt. Es gab nur den Hinweis, »Mehr Glück, fertigt Abschriften an, möge die Mühe mit Existenzverlängerung und Zufriedenheit belohnt werden.« Im Laufe der Jahre war es auch in Ankh-Morpork zu der einen oder anderen Rebellion gekommen. Doch bei solchen Gelegenheiten kam niemand auf die Idee, etwas zu organisieren. Die Leute besorgten sich eine Waffe und gingen auf die Straße. Niemand schlägte einen offiziellen Kampfschrei fest. Man blieb lieber bei bekannten Ausrufen wie »Da ist er! Schnappt ihn! Habt ihr ihn! Dann gebt ihm einen ordentlichen Tritt dahin, wo's richtig weh tut!« Es lief auf Folgendes hinaus. Man durfte die Ursache solcher Unruhen nicht mit dem Grund verwechseln. Als der verrückte Lord schnappüber an seinem Wabel aufgehängt wurde, geschah das nicht etwa, weil er den armen alten Löffler Bockis gezwungen hatte, seine eigene Nase zu verspeisen. So hieß es in den Geschichtsbüchern. Rincewind hatte, wie alle anderen jungen Studenten im Lexikon unter »Wabel« nachgesehen und diesen Eintrag gefunden. Ein kleines Rosinenbrötchen. Daraus mußte er schließen, dass sich entweder die Sprache im Laufe der Jahre verändert hatte oder es aus irgendeinem Grund schrecklich war, jemanden neben Teegebäck aufzuhängen. Der Grund waren vielmehr jahrelange einfallsreiche Gemeinheiten, die sich angehäuft hatten, bis... Ein schriller Schrei ertönte auf der anderen Seite des Raums. Rincewind war bereits halb auf den Beinen, als er eine kleine Bühne und Schauspieler darauf bemerkte. Drei Musikanten nahmen mit überkreuzten Beinen Platz. Die Gäste der Taverne wandten sich ihnen zu. Das Stück war recht unterhaltsam. Die Einzelheiten der Handlung verstand Rincewind nicht ganz, aber im Großen und Ganzen ging es um Folgendes. Man bekommt Frau, man verliert Frau an anderen Mann. Man zerhackt Pärchen, man fällt ins eigene Schwert. Alle treten vor und verneigen sich. Ein Tusch, beziehungsweise die hiesige Version davon, erklingt. Es war schwierig, dramaturgische Details zu erkennen, weil die Schauspieler immer wieder »Hurah« riefen. Außerdem sahen ihre Masken nahezu gleich aus. Währenddessen wallten die Musiker in einer ganz anderen Welt. Besser gesagt, in drei anderen. »Glücksplätzchen!« »Was?« Rincewind kehrte aus dem Dickicht des dramatischen Dschungels zurück und bemerkte den Wirt. Er hielt ihm einen Teller mit zwei schaligen Keksen unter die Nase. »Glücksplätzchen!« Rincewind streckte die Hand aus. Als seine Finger fast einen Keks berührten, riß der Wirt den Teller zur Seite und darunter kam ein zweiter zum Vorschein. Darauf lag ein Plätzchen. Der Zauberer nahm es. Während auf der Bühne die Schauspieler schrien, dachte Rincewind wieder an Ankh-Morpork. Dort konnte man sich wenigstens richtige Waffen besorgen. Hier im Achatnenreich dagegen! Arme Teufel! Man brauchte mehr als nur einige freundliche Slogans und ehrlichen Enthusiasmus, um eine Revolution in Schwung zu bringen. Man benötigte erfahrene Kämpfer und vor allem einen guten Anführer. Hoffentlich finden die Aufständischen ein, wenn ich weit entfernt bin. Das Plätzchen enthielt den üblichen Zettel. Rincewind entrollte ihn und las seine Botschaft, achtete nicht auf den Wirt, der stumm hinter ihn trat. Er rechnete mit einem »Du hast gerade eine nicht besonders gute Mahlzeit zu dir genommen« oder etwas Ähnlichem. Stattdessen fiel sein Blick auf ein kompliziertes Piktogramm. Rincewinds Zeigefinger folgten dem Pinselstrichen. »Viele, viele Entschuldigungen. Was soll das denn bedeu?« Einer der Musiker hämmerte die Becken gegeneinander. Ein Totschläger aus Holz knallte an Rincewinds Kopf. Die mit Shibo beschäftigten Alten nickten glücklich und setzten ihr Spiel fort. Es war ein herrlicher Morgen. Im Versteck regten sich die Geräusche der wachenden, grauen Horde. Hier und dort stöhnte jemand. Improvisierte Prothesen und Stützapparate wurden in die richtige Position gebracht. Jemand beschwerte sich, weil er seine Brille nicht fand. Ein anderer suchte vergeblich nach seinem Gebiß. Kohen saß mit den Füßen im warmen Wasser und genoß den Sonnenschein. »Lehrer?« Der frühere Geografielehrer war damit beschäftigt, eine Karte zu zeichnen. »Ja, Genghis. Was grummelt der Irre-Polter-Radar? Er meint, das Brot sei hart und trocken. Außerdem kann er sein Gebiss nicht finden. Richte ihm aus, dass er sein Brot von zehn jungen Frauen vorkauen lassen kann, wenn alles nach Plan läuft,« sagte Kohen. »Das ist nicht sehr hygienisch, Genghis,« gab Herr Zervelatwurst zu bedenken, ohne von der Karte aufzusehen. »Ich habe dir das mit der Hygiene erklärt. Erinnerst du dich?« Kohen verzichtete auf eine Antwort. Er dachte, »Sechs alte Männer, und Lehrer kann man eigentlich gar nicht mitzählen, weil er ein Denker ist, kein Kämpfer.« Zweifel fand nur selten Platz hinter Kohenstern. Wenn man eine zappelnde Tempeljungfrau sowie einen Sack mit erbeuteten Schätzen in der einen Hand hält und mit der anderen ein halbes Dutzend Christa abwehrt, hat man kaum Zeit zum Nachdenken. Wenn sich professionelle Helden in kritischen Situationen nach dem Sinn ihres Lebens fragten, so sorgte die natürliche Auslese dafür, daß sie ziemlich schnell beides verloren. Aber sechs alte Männer und die Streitkräfte des achartenen Reiches bestanden aus fast einer Million Soldaten. Wenn man die Lage im kalten Licht des Morgens beurteilte, oder auch in diesem recht angenehmen, warmen Sonnenschein, kann man nicht umhin, sich mit der Arithmetik des Todes zu befassen, falls der Plan schief ging. Kohen biß sich nachdenklich auf die Lippe. Wenn der Plan schief ging, dauerte es Wochen, alle Gegner umzubringen. Vielleicht hätte er doch Tog den Schlechter mitnehmen sollen, obgleich dieser den Kampf alle zehn Minuten unterbrechen mußte, um auf die Toilette zu gehen. Nun gut, jetzt gab es kein Zurück mehr. Eigentlich blieb ihm gar nichts anderes übrig, als das Beste daraus zu machen. Kohens Vater hatte ihn als Jungen zum Gipfel eines Bergs geführt, ihm das Credo des barbarischen Helden erklärt und behauptet, es gäbe keine größere Freude, als im Kampf zu sterben. Solche Prinzipien erschien Kohen von Anfang an seltsam, und die Erfahrungen seines Lebens ergaben Folgendes. Es war eine viel größere Freude, die Gegner im Kampf zu töten und anschließend auf einem mehreren Meter hohen Haufen Gold zu sitzen. Er stand auf und streckte sich im Sonnenschein. »Es ist ein herrlicher Morgen, Jungs«, sagte er, »ich fühle mich pudelwohl, ihr nicht auch?« Die Antwort war widerstrebend gemurmelte Zustimmung. »Gut«, sagte Kohen, »wie wär's mit einem kleinen Abenteuer?« Die große Mauer umgab das Erhatnerreich überall. Für gewöhnlich ist sie etwa sechs Meter hoch und an der Innenseite senkrecht. Sie verläuft an Stränden, erstreckt sich in leeren Wüsten und über steile Klippen, wo die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs von außen gegen Null tendiert. Auf Inseln wie Bangbangduk und Tingling gibt es ähnliche Mauern, die im metaphorischen Sinn alle dieselbe Mauer sind. Wer zum militärischen Nichtdenken neigt, findet so etwas seltsam und erkennt vermutlich nicht die wahre Funktion des Bauwerks. Die Mauer ist nicht nur eine Mauer, sondern auch eine Markierung. Auf der einen Seite liegt das Reich, ein Wort, das im Machatischen auch Universum bedeutet. Auf der anderen Seite ist nichts. Das Universum enthält per Definitionem alles, was existieren kann. Es mag den Anschein haben, als existierten noch andere Dinge, wie Meere, Inseln und Kontinente. Sie könnten erstaunlich echt wirken, und vielleicht ist es sogar möglich, sie zu erobern, auf ihnen umherzuwandern. Aber letztendlich sind sie nicht Teil der Realität. Im Machatnenreich verwendet man das Wort für Ausländer auch für Phantome. Und man brauchte nur einen Pinselstrich hinzuzufügen, um Opfer daraus zu machen. Die Mauer ist an der Innenseite steil, um jene langweiligen Leute zu entmutigen, die weiterhin glauben wollen, auf der anderen Seite gäbe es irgendwelche interessanten Dinge. Erstaunlicherweise kommt es auch nach Jahrtausenden immer wieder vor, daß sich Personen weigern, einsichtig und vor allem gehorsam zu sein. Im Bereich der Küsten bauen sie Flüsse und brechen zu fernen, sagenhaften Ländern auf. Weiter im Landesinneren benutzt man große Drachen, die Menschen tragen, oder Stühle, die von Feuerwerkskörpern angetrieben wurden. Viele Uneinsichtige kommen bei ihren Fluchtversuchen ums Leben. Die meisten anderen werden gefasst und bekommen Gelegenheit, in interessanten Zeiten zu leben. Doch manche schafften es bis zum großen Schmelztiegel namens Ankh-Morpork. Sie trafen ohne Geld dort ein. Die Kapitäne verlangten die Preise, die der Markt zuließ. Sie nahmen den Flüchtlingen alles ab. Aber sie hatten ein seltsames Glühen in den Augen, eröffneten Läden und Restaurants und arbeiteten 24 Stunden am Tag. Man sprach in diesem Zusammenhang von Ankh-Morpork-Traum. Der Traum, einen Haufen Geld zu verdienen, an einem Ort, wo der eigene Tod nicht zum Instrument der Politik wurde. Und davon träumten vor allem Leute, die nicht schliefen. Rinswind glaubte, daß die Augenblicke des Erwachens in seinem Leben eine besondere Rolle spielten. Sie waren nicht immer schrecklich. Manchmal genügte das Wort unangenehm, um sie zu beschreiben. In einigen, zugegebenermaßen sehr wenigen Fällen, hatte er dabei sogar den Eindruck, daß ein innig gehegter Wunsch in Erfüllung ging, zum Beispiel auf der Insel. Die Sonne ging stumpfsinnig auf und die Wellen rollten langweilig an den Strand. Konnte man sich mehr wünschen. Gelegentlich gelang es ihm sogar, ohne den sonst üblichen Schreckenschrei aufzuwachen. Im jetzigen Fall war das Erwachen ungemütlich. Er wurde hin und her gestoßen. Jemand hatte ihm die Hände gefesselt. Es war dunkel, vor allem wegen des Sachs über seinem Kopf. Rinswind rechnete kurz. »Bisher gab es nur sechzehn schlimmere Tage in meinem Leben«, dachte er. »Es war alles andere als ungewöhnlich, in einer Kneipe bewusstlos geschlagen zu werden. Wenn das in Ankh-Morpork geschah, mußte man damit rechnen, mit leeren Taschen auf dem Ankh zu erwachen. Oder im Speigatt eines Schiffes, das zu einer langen und besonders unpopulären Reise aufbrach. In diesem Fall bestand die alles andere als erfreuliche Perspektive darin, die nächsten beiden Jahre, Ozeanwellen, zu pflügen. Eine ausgesprochen unangenehme Sache, vor allem, weil die Pferde immer wieder versinkten. Wer auch immer zuschlug, normalerweise wollte er, daß sein Opfer am Leben blieb. Die Diebesgilde legte großen Wert darauf. Dort hieß es, wenn man jemanden zu fest schlägt, kann man ihn nur einmal ausrauben. Schlägt man jedoch gerade fest genug, kann man den Betreffenden jede Woche bestehlen. Wenn Rinswind auf einem Karren lag, und dafür sprachen gewisse Anhaltspunkte, dann wollte jemand, daß er am Leben blieb. Er bedauerte diesen Gedanken. Kurze Zeit später nahm ihm jemand den Sack ab. Ein schreckliches Gesicht starrte auf ihn herab. »Ich würde gerne deinen Fuß essen«, sagte Rinswind. »Sei unbesorgt, ich bin ein Freund«. Hände schoben die Maske beiseite, und darunter kam das runde, stupsnasige Gesicht einer jungen Frau zum Vorschein. Es unterschied sich von den Gesichtern aller anderen Leute, denen er bisher begegnet war, in erster Linie deshalb, weil es ihn direkt ansah. Die Kleidung hatte er zum letzten Mal auf einer Tavernenbühne gesehen. »Schrei nicht so«, sagte die Frau. »Wieso? Was hast du mit mir vor?« »Wir wollten dich auf angemessene Weise willkommen heißen, aber dafür reicht die Zeit leider nicht aus.« Sie nahm zwischen den Bündeln auf dem Karren Platz und musterte den Zauberer kritisch. »Vier große Sandalen erzählte, du seist auf einem Drachen erschienen und hättest ein ganzes Regiment Soldaten vernichtet«, sagte die Frau. »Tatsächlich.« »Und dann hast du mit deiner Magie einen ehrwürdigen alten Mann in einen großen Krieger verwandelt.« »Habe ich das?« »Und du hast ihm richtiges Fleisch gegeben, obwohl vier große Sandalen nur zu Punkkaste gehört.« »Ja.« »Und du hast den Hut.« »Ja, den habe ich. Kein Zweifel.« »Trotzdem siehst du nicht wie ein großer Zauberer aus«, meinte die junge Frau. »Äh, nun, um ganz ehrlich zu sein.« Die Dame wirkte so fragil wie eine Blume, doch jetzt zog sie ein Messer aus irgendeiner Falte ihres Kostüms. Rincewind hatte einen Instinkt für solche Situationen entwickelt. Dies war vermutlich nicht der geeignete Zeitpunkt zu leugnen, der große Zauberer zu sein. »Um ganz ehrlich zu sein«, wiederholte er. »Äh, woher soll ich wissen, ob ich dir vertrauen kann?« Die Frau musterte ihn empört. »Du verfügst doch über die wahrhaft erstaunlichen Fähigkeiten eines Zauberers, oder?« »Oh ja, natürlich. Aber sag was in der Zauberersprache.« »Äh, Sterkus, 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 Moriturus sum«, sagte Rincewind, während sein Blick am Messer festklebte. »Oh, Exkrement, ich bin dem Tod geweiht.« »Es ist ein spezielles Mantra, das dazu dient, den, äh, magischen Fluss zu beschleunigen.« »Die junge Frau schien sich mit dieser Auskunft abzufinden.« »Die ist ganz schön anstrengend, die Zauberei«, fuhr Rincewind fort. »Auf Drachen fliegen, alte Männer in Krieger verwandeln. Ich kann nur eine bestimmte Anzahl solcher Wunder vollbringen. Dann brauche ich eine Ruhepause. Derzeit bin ich ziemlich schwach, weil ich enorm viel Magie beschworen habe.« »Noch immer klommen Zweifel in den Augen der Frau.« »Alle Bauern glauben an die unmittelbar bevorstehende Ankunft des großen Zauberers«, sagte sie. »Aber um den großen Philosophen Lee Schwarzmaul zu zitieren, wenn viele einen prächtigen Hengst erwarten, finden sie nur Hufe auf einer Ameise.« Sie bedachte Rincewind mit einem berechnenden Blick. »Auf der Straße hast du vor Distriktkommissar K. gekniet«, erinnerte sie sich. »Du hättest ihn mit magischem Feuer verbrennen können.« »Es ging mir darum, den rechten Zeitpunkt abzupassen und die Situation einzuschätzen, ohne mich zu erkennen zu geben«, erwiderte Rincewind hastig. »Es hat doch keinen Sinn, sofort zu verraten, wer ich bin, oder?« »Du bist getarnt unterwegs?« »Ja. Nun, deine Tarnung ist ziemlich gut.« »Danke. Ich.« »Nur ein großer Zauberer bringt genug Mut auf für ein so jämmerliches Erscheinungsbild.« »Herzlichen Dank. Äh, woher weißt du von der Sache auf der Straße?« »Du wärst jetzt tot, wenn ich dir nicht den einen oder anderen Tipp gegeben hätte.« »Der Wächter? Du?« »Wir mußten so schnell wie möglich zu dir aufschließen. Es war reines Glück, dass vier große Sandalen dich gesehen hat.« »Wir?« Die junge Frau schenkte dieser Frage keine Beachtung. »Es sind nur Provinzsoldaten. Bei denen in Hung Hung wäre ich damit nicht durchgekommen. Nun, ich kann viele Rollen spielen.« Sie ließ das Messer verschwinden, doch Rincewind ahnte, dass er sie nicht überzeugt hatte. Die Klinge war nach wie vor eine Gefahr. Er griff nach einem Strohhalm. »Ich habe eine magische Truhe auf Beinen,« sagte er, nicht ohne Stolz. »Sie folgt mir ständig. Derzeit scheint sie die Orientierung verloren zu haben, aber vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie hier erscheint.« Die Frau bedachte ihn mit einem durchdringenden Blick, beugte sich vor und hob Rincewinds Kopf hoch. »Meinst du, so eine wie diese?« Mit der freien Hand zog sie den Vorhang am Heck des Karrens beiseite. Zwei Kisten marschierten durch den Staub. Sie wirkten schlichter und abgenutzter als Truhe, aber ganz offensichtlich gehörten sie zur gleichen Spezies, wenn diese Bezeichnung auf Gepäckstücke zutraf. »Äh, ja.« Die Frau ließ los und Rincewinds Kopf knallte auf den Karrenboden. »Hör gut zu,« sagte sie. »Viele schlimme Dinge passieren. Ich glaube nicht an große Zauberer, im Gegensatz zu anderen Leuten. Und manchmal brauchen die Leute etwas, an das sie glauben können. Wenn sie sterben, weil wir einen Zauberer haben, der nicht sehr groß ist, wirst du das sehr bedauern. Vielleicht bist du der große Zauberer. Wenn nicht, dann solltest du alles versuchen, um zu einem großen Zauberer zu werden. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?« »Äh, ja.« Rincewind war bei vielen Gelegenheiten mit dem Tod konfrontiert worden. Oft waren dabei Rüstungen und Schwerter und dergleichen involviert. Diesmal sah er sich einer hübschen jungen Frau mit einem Messer gegenüber. Trotzdem fühlte er sich sehr bedroht. »Wir sind ein Reisetheater,« fügte die Dame hinzu. »Das ist sehr praktisch. No-Schauspieler dürfen viel unterwegs sein.« »Tatsächlich nicht,« erwiderte Rincewind. »Das hast du falsch verstanden. Wir sind No-Schauspieler.« »So schlecht seid ihr eigentlich gar nicht.« »Großer Zauberer. No ist eine nicht realistische, symbolische Form des Theaters, bei der archaische Sprachen, stilisierte Gesten sowie Flirten und Trommeln als musikalische Begleitungen eingesetzt werden. Du verstehst es wirklich gut, dich dummzustellen. Man könnte fast meinen, dass du kein Schauspieler bist.« »Entschuldige bitte,« sagte Rincewind. »Wie heißt du?« »Hübscher Schmetterling.« »Äh, ja?« Sie bedachte ihn mit einem finsteren Blick und kroch in den vorderen Teil des Karrens. Das Rumpeln und Schaukeln setzte sich fort. Rincewind lag mit dem Kopf in einem Sack, der nach Zwiebeln roch, und fluchte hingebungsvoll. Er verfluchte Frauen mit Messern, die Geschichte im Allgemeinen, die ganze Fakultät der unsichtbaren Universität, seine durch Abwesenheit glänzende Truhe, sowie die Bevölkerung des achartenen Reichs. Er verfluchte auch und vor allem den Konstrukteur des Karrens. Wer auch immer geglaubt hatte, raues, splittriges Holz sei das ideale Material für den Karrenboden. Die gleiche Person schien auch der Ansicht zu sein, dass man Räder am besten mit dem Wort »dreieckig« beschrieb. Truhe hockte in einem Graben und wurde ohne großes Interesse von einem Mann beobachtet, der die Leine eines Wasserbüffels hielt. Sie fühlte sich beschämt, verwirrt und verloren. Verloren deshalb, weil um sie herum alles vertraut wirkte, das Licht, die Gerüche der Boden. Doch gleichzeitig fehlte das Empfinden von Eigentum und Besitz. Truhe bestand aus Holz, und Holz reagierte sehr sensibel auf solche Dinge. Einer der vielen Füße kratzte Striche in den Boden. Es war ein von Verlegenheit geschaffenes Zufallsmuster, mit dem jeder vertraut ist, der schon vor die ganze Klasse treten mußte, um ausgeschimpft zu werden. Schließlich rang sich Truhe zu etwas durch, das einer Entscheidung so nahe kam, wie es für Birnbaumholz möglich ist. Sie war verschenkt worden. Sie hatte viele Jahre damit verbracht, durch fremde Länder zu wandern und exotischen Geschöpfen zu begegnen, wenn auch oft nur zu dem Zweck, auf ihnen herumzuspringen. Jetzt befand sie sich wieder in dem Land, in dem sie einst ein Baum gewesen war. Deshalb genoß sie die Freiheit. Es war kein absolut logischer Gedanke, aber derartige Überlegungen sind doch eine erstaunliche Leistung, wenn man nur mit Astlöchern denken kann. Es gab etwas, das sich Truhe sehr wünschte. »Wann bist du endlich fertig, Lehrer? Entschuldige bitte, Genghis, es dauert nicht mehr lange!« Cohen seufzte. Die Hordenmitglieder hatten im Schatten Platz genommen und erzählten sich Lügen über ihre theoretischen Heldentaten. Unterdessen stand Herr Cervelatwurst auf einem Felsblock, spähte durch einen sonderbaren Apparat und kritzelte auf seine Karten. »Zettel regieren jetzt die Welt«, dachte Cohen, »zumindest diesen Teil. Und Lehrer? Nun, Lehrer regiert über Zettel.« Er mochte kein traditioneller barbarischer Held sein, obgleich er die Ansicht vertrat, daß es alle Rektoren verdienten, an die nächste Kuhstalltür genagelt zu werden. Doch mit Papier konnte er verblüffend gut umgehen. Außerdem sprach er achatisch. Er sprach es zumindest besser als Cohen, der hier und dort einen mehr oder weniger nützlichen Brocken aufgeschnappt hatte. Angeblich stammte sein Wissen aus irgendeinem alten Buch. Er betonte immer wieder, daß man in alten Büchern hochinteressante Sachen finden konnte. Cohen kletterte zu ihm hoch. »Was hast du vor, Lehrer?«, fragte er. Er Cervelatwurst blickte zur Stadt Hung Hung, die sich am dunstigen Horizont abzeichnete. »Siehst du den Berg hinter der Stadt?«, erwiderte er. »Ich meine die große, runde Anhöhe. Sieht wie das Hügelgraben meines Vaters aus,« sagte Cohen. »Nein, dafür ist er zu groß. Es muß sich um eine natürliche Formation handeln. Auf der Kuppe steht eine Pagode. Interessant. Vielleicht sehe ich sie mir später aus der Nähe an.« Cohen blickte in die entsprechende Richtung und sah einen großen, runden Hügel. Das Ding bedrohte ihn nicht, und es gab auch keine Hinweise dafür, daß sich dort irgendwelche Schätze verbargen. Damit war der Fall für ihn erledigt. Es gab dringendere Angelegenheiten. »Leute scheinen die äußere Stadt zu betreten und zu verlassen«, fuhr Herr Cervelatwurst fort. »Die Belagerung ist mehr eine Drohung, keine echte Realität. Es müßte ohne weiteres möglich sein, die Tore zu passieren. Weitaus mehr Schwierigkeiten ergeben sich vermutlich bei dem Versuch, in die verbotene Stadt zu gelangen. Wie wär's, wenn wir einfach alle umbringen?«, schlug Cohen vor. »Gute Idee«, kommentierte Lehrer. »Aber leider kaum zu verwirklichen. Wir müssten mit erheblichen Unruhen rechnen. Nein, meine derzeitige Methode basiert auf der Tatsache, daß Song Hong zwar ein ganzes Stück vom Fluss entfernt ist, aber trotzdem fast eine Million Einwohner hat.« »Basiert«, »ja«, murmelte Cohen. »Und die lokale Geografie schließt athesische Brunnen weitgehend aus?« »Ja, das dachte ich auch. Trotzdem deutet nichts auf einen Aquädukt hin.« »Kein Aquädukt«, sagte Cohen, »ist wahrscheinlich zum Rand geflogen, um dort den Sommer zu verbringen. Manche Vögel machen das jedes Jahr.« »Das mich veranlasst, an der Stichhaltigkeit der Behauptung zu zweifeln, daß nicht einmal eine Maus unbemerkt in die verbotene Stadt eindringen kann«, sagte Herr Zeffelatwurst mit einer gewissen Selbstgefälligkeit. »Ich schätze, eine Maus ist sehr wohl imstande, unbemerkt in die verbotene Stadt zu gelangen, vorausgesetzt sie kann den Atem anhalten.« »Oder auf irgendwelchen Duktvögeln reiten«, fügte Cohen hinzu. »Ja!« Der Karren hielt an. Der Sack löste sich von seinem Kopf. Rinswind rechnete damit, eine Käsereibe zu sehen. Stattdessen blickte er in zwei junge besorgte Gesichter. Eins von ihnen gehörte einer Frau, allerdings nicht hübscher Schmetterling, wie er erleichtert feststellte. Diese Dame schien noch jünger zu sein und weckte in Rinswind Gedanken an Kartoffeln. »Wenn man auf einer kleinen Insel mitten im Ozean lebt, kann man schnell an Geschmacksverehrung leiden.« »Wie es dir geht?« fragte sie in gebrochenem, aber verständlichem Morporkianisch. »Uns es tut sehr leid. Du dich jetzt besser fühlst? Wir benutzen die Sprache der himmlischen Stadt Ankh-Morpork, die Sprache der Freiheit und des Fortschritts, die Sprache von »Ein Mann, eine Stimme«. »Ja«, erwiderte Rinswind. »Vor seinem inneren Auge erschien ein Bild des Patriziers.« »Ein Mann, eine Stimme«. »Ja.« »Ich bin ihm begegnet. Er hat die Stimme. Kein Zweifel. Aber...« »Zusätzliches Glück den Bemühungen des Volkes«, sagte der Junge. »Umsichtiger Fortschritt.« »Es sah aus, als wäre er aus Ziegeln gebaut.« »Entschuldigt bitte, aber...« Rinswind zögerte kurz. »Warum habt ihr eine Papierlaterne für zeremonielle Zwecke, Baumwollballen, mich gerettet?« »Nä. Wenn ich von Rettung spreche, so meine ich, warum habt ihr mich bewusstlos geschlagen, gefesselt und dann hierher gebracht, wo auch immer hier sein mag? In der Taverne hätte mir nichts Schlimmeres zustoßen können als eine Ohrfeige für die nicht gezahlte Zeche.« »Das Schlimmste, was dir in der Taverne hätte passieren können, wäre ein mehrere Jahre dauernder qualvoller Tod gewesen«, erklang Schmetterlings Stimme. Sie trat hinter dem Karren hervor und bedachte Rinswind mit einem krämmigen Lächeln. Ihre Hände blieben im Kimono verborgen, vermutlich in der Gesellschaft von Messern. »Oh, hallo«, sagte Rinswind. »Großer Zauberer«, Schmetterling verneigte sich. »Wir kennen uns bereits. Dies sind Lotusblüte und drei Pflugochsen, weitere Mitglieder unseres Kaders. Wir mußten dich auf diese Weise hierher bringen, weil es überall Spione gibt.« »Richtzeitiges Ableben allen Feinden«, verkündete der Junge und strahlte. »Gut, ja, genau«, entgegnete Rinswind. »Allen Feinden.« »Ja, der Karren stand auf einem Hof. Der Geräuschpegel jenseits der recht hohen Mauern ließ eine ziemlich große Stadt vermuten. Unangenehme Ahnungen verdichteten sich in Rinswind zu Gewißheit.« »Wir sind hier in Hung Hung, nicht wahr?«, erkundigte er sich. »Lotusblüte«, riß die Augen auf. »Es also stimmt«, entfuhr es ihr in Rinswinds Sprache. »Du wirklich bist der große Zauberer.« »Du würdest dich wundern, wie viele Dinge ich vorhersehen kann.« »Ihr beide, bringt die Pferde in den Stall«, sagte Schmetterling, ohne den Blick von Rinswind abzuwenden. »Lotusblüte und drei Pflugochsen kamen der Aufforderung nach, blickten jedoch mehrmals zurück. Schmetterling wartete, bis sie gegangen waren, bevor sie näher trat.« »Sie glauben es. Ich persönlich habe noch immer meine Zweifel, aber Lee Schwarzmaul sagt, ein Esel kann die Arbeit eines Ochsen erledigen, wenn keine Pferde da sind. Um ganz ehrlich zu sein, von diesem Aphorismus habe ich nie viel gehalten.« »Danke. Was ist ein Kader?« »Hast du von der Roten Armee gehört?« »Nein. Das heißt, ich habe gehört, wie jemand etwas rief.« »Legenden berichten von einem Namenlosen, der nur als großer Zauberer bekannt war und die Rote Armee zu einem unmöglichen Sieg führte. Natürlich liegt das alles schon Jahrtausende zurück. Nun, die Leute glauben, dass er, dass du, zurückkehrst, um für einen neuerlichen Triumph zu sorgen. Deshalb sollte eine Rote Armee für dich bereit sein.« »Nun, in einigen Jahrtausenden rostet man natürlich etwas ein.« Schmetterlings Gesicht befand sich plötzlich dicht vor Rincewinds. »Ich persönlich glaube, dass ein Missverständnis vorliegt,« zischte sie. »Aber da du schon einmal hier bist, von jetzt an nimmst du alle Pflichten des großen Zauberers wahr, ob es dir passt oder nicht.« Die beiden jungen Leute kehrten zurück. Die knurrende Tigerin namens Schmetterling verwandelte sich übergangslos in ein sanftes Reh. »Bitte komm jetzt,« sagte sie. »Ich möchte dich der Roten Armee vorstellen.« »Besteht nach all der Zeit nicht die Gefahr, dass die Leute ein wenig riechen und«, Rincewind unterbrach sich, als er Schmetterlings Gesichtsausdruck bemerkte. »Die ursprüngliche Rote Armee war nur eine Legende,« sagte sie in schnellem, fehlerfreiem Ankh-Morporkianisch. »Aber Legenden haben durchaus ihren Sinn und Zweck. Über dies solltest du besser Bescheid wissen, großer Zauberer.« Als ein Sonnenspiegel allen Herren der Welt entgegentrat, kam ihm der große Zauberer zur Hilfe. Daraufhin erhob sich der Boden selbst und kämpfte für das neue Reich. Auch Blitze griffen ein. Die Streitmacht bestand aus Erde und Leben bekam sie von den Blitzen. Blitze können töten, aber es fehlt ihnen an Disziplin, und Erde dürfte wohl kaum gegen jemanden kämpfen können. »Die Armee aus Erde und Himmel war sicher nicht mehr und nicht weniger als ein Aufstand der Bauern. Wie dem auch sei, jetzt haben wir eine neue Streitmacht und einen inspirierenden Namen und einen großen Zauberer. Ich glaube nicht an Legenden, aber ich glaube, andere Leute glauben daran.« Lotusblüte hatte versucht, dem Monolog zu folgen, trat vor und griff nach Rincewinds Arm. »Komm und sehen, Rote Armee, jetzt!« drängte sie. »Bewegung nach vorn mit Massen!« sagte der Junge. Seine Hand schloss sich um den anderen Arm des Zauberers. »Redet er immer so?« fragte Rincewind, als man ihn in Richtung Tür zog. »Drei Pflugochsen nicht zur Schule geht«, erwiderte das Mädchen. »Mehr Erfolg unseren Anführern!« »Zwei Groschen pro Eimer«, »und ordentlich festgetreten«, sagte Rincewind versuchsweise. »Vielfaches Eigentum von Produktionsmitteln!« »Holt deine Oma gerade Seife«?« Drei Pflugochsen strahlte. Schmetterling öffnete die Tür. Rincewind blieb mit den beiden jüngeren Leuten draußen. »Sehr netzliche Sprüche«, meinte er und schob sich ein wenig zur Seite. »Kennt ihr auch den berühmten Ausspruch des großen Zauberers Rincewind?« »Nein«, antwortete Lotusblüte. »Aber ich ihn gern hören würde«, fügte sie höflich hinzu. »Er lautet«, »lebt wohl!« Seine Sandalen rutschten über das Kopfsteinpflaster, doch Rincewind hatte bereits auf eine recht hohe Geschwindigkeit beschleunigt, als er die Tür erreichte. Sie bestand aus Bambus und gab bereitwillig nach. Auf der anderen Seite lag ein Straßenmarkt. Dieses Merkmal einer Stadt behielt Rincewind für immer im Gedächtnis. Sobald irgendwo etwas Platz war, zum Beispiel durch eine Passage eines Karrens oder Maultiers, strömten sofort Menschen hinein, die aus vollem Hals schrien und über den Preis für eine Ente verhandelten, die mit dem Kopf nach unten gehalten wurde und laut schnatterte. Einer seiner Füße geriet in einen Bastkorb mit mehreren Hühnern, aber er blieb nicht stehen. Auf einem Straßenmarkt von Ankh-Morpork hätte so etwas zweifellos Kommentare nach sich gezogen, aber hier waren die Leute schon genug damit beschäftigt, sich anzuschreien. Als Rincewind mit einem gackernden Fuß an den Ständen vorbeihastete, war er nichts weiter als ein kurzes Ärgernis. Hinter ihm schlossen sich die Lücken in der Menschenmasse. Wenn Verfolger etwas riefen, verloren sich ihre Stimmen in dem allgemeinen akustischen Chaos. Rincewind hielt erst inne, als er eine von allen anderen übersehene Nische zwischen zwei Buden entdeckte. Links wurden Singvögel verkauft, rechts bot man in Schüsseln blubberndes Zeug an. Sein Fuß krähte. Er trampelte auf die Kopfsteine, bis der Käfig endgültig zerbrach. Die berauschende Luft jäher Freiheit veranlasste, den Hahn Rincewind gegen das Knie zu picken und dann fortzuflattern. Von Verfolgern war weit und breit nichts zu hören. Allerdings hätte selbst ein Bataillon Trolle mit Blechstiefeln Schwierigkeiten gehabt, sich von der Geräuschkulisse eines gewöhnlichen Straßenmarkts in Hung Hung abzuheben. Der Zauberer kam wieder zu Atem. Er war wieder auf sich allein gestellt. So viel zur Roten Armee. Er befand sich zwar in der Hauptstadt, wo er nicht sein wollte, und früher oder später standen ihm weitere unangenehme Ereignisse bevor, doch sie geschahen nicht hier. Und jetzt? Er brauchte nur Gelegenheit, sich zu orientieren. Wenn er außerdem noch fünf Minuten Vorsprung bekam, dann blieb den Verfolgern allein sein Staub, beziehungsweise sein Schlamm. Von beidem gab's hier genug. Nun, dies war also Hung Hung. Straßen in einem für Rincewind verständlichem Sinn schienen es hier nicht zu geben. Gassen führten zu weiteren Gassen, die wegen zahlreicher Verkaufsstände und Buden noch schmaler wurden, als sie es ohnehin schon waren. Tiere waren eine bedeutende Komponente der Marktpopulation, wohin Rincewind auch blickte. Immer wieder sah er Käfige mit Hühnern, Enten in Säcken und seltsame, sich hin- und herwindende Geschöpfe in Schalen. An einem Stand bemerkte er mehrere Schildkröten, die einen Stapel bildeten, neben dem Schild, jeweils nur drei Rhinu, gut fürs Ying. Das Tier ganz oben bedachte ihn mit einem Blick, der sagte, »Und du glaubst, schlimm dran zu sein?« Es ließ sich kaum feststellen, wo die Stände endeten und die Gebäude begannen. Getrocknete Sachen an einer Schnur konnten Handelswaren sein oder zum Trocknen aufgehängte Wäsche oder ein Mittagessen für die nächste Woche. Die Bewohner von Hung Hung hielten sich offenbar gern im Freien auf. Alles deutete darauf hin, daß sie den größten Teil ihres Lebens auf der Straße verbrachten, und zwar schreiend. Wer stehen blieb und »Aa, entschuldige bitte« sagte, kam nie voran. Die Menge teilte sich jedoch, als Gongs schepperten und es mehrmals knallte. Eine Gruppe in weiße Umhänge gekleideter Personen tanzte vorbei, warf Feuerwerkskörper und schlug Pfannen und andere Gegenstände aus Metall gegeneinander. Der Lärm war tatsächlich ein wenig lauter als das Treiben auf dem Markt. Rinswind hatte festgestellt, daß manche Leute ihr Geschrei lange genug unterbrachen, um ihm einen verblüfften Blick zuzuwerfen. Vielleicht wurde es Zeit für ihn, sich wie ein Einheimischer zu verhalten. Er wandte sich an die nächste Person und schrie »Ziemlich gut, nicht wahr?« Die betreffende Person, eine alte Frau mit Strohhut, musterte ihn voller Abscheu. »Dies ist Herrn Wu's Beerdigung«, erwiderte sie scharf und ging fort. Zwei Soldaten standen einige Meter entfernt. In Ankh-Morpork hätten sie eine Zigarette geraucht und sich bemüht, beunruhigende Dinge zu übersehen. Doch diese beiden Exemplare der Spezies »Polizei« wirkten sehr wachsam. Rinswind wich in eine andere Gasse zurück und dachte, wer sich hier nicht auskennt, gerät früher oder später in große Schwierigkeiten. Diese Gasse war nicht annähernd so laut wie die übrigen, und ihr Ende stellte Leere in Aussicht. Rinswind wandte sich in die entsprechende Richtung, da er davon ausging, daß Leute Schwierigkeiten bedeuteten. Ein offener, gepflasterter Platz erwartete ihn, groß genug für eine ganze Armee. Kirschbäume wuchsten am Rand, niemand hielt sich dort auf. Was geradezu verblüffend war, wenn man an all das Getränke im Rest der Stadt dachte. »Hey, du!« Niemand hielt sich hier auf, abgesehen von Soldaten. Hinter allen Kirschbäumen und Statuen traten sie hervor. Rinswind versuchte zurückzuweichen, doch das fiel ihm schwer, weil plötzlich ein Soldat hinter ihm stand. Er sah eine schreckliche Metallmaske. »Bauer, weißt du nicht, daß dies der Kaiserliche Platz ist?« »Wird in diesem Fall das Wort »Kaiserliche« mit einem großen »K« geschrieben?« entgegnete Rinswind. »Es steht dir nicht zu, irgendwelche Fragen zu stellen.« »Ich nehme an, daß bedeutet ja. Der Platz dürfte also ziemlich wichtig sein. Nun, am besten ich gehe einfach.« »Du bleibst hier!« Eines erschien Rinswind seltsam. Die Soldaten machten keine Anstalten, ihn festzuhalten, vermutlich deshalb, weil es praktisch nie erforderlich war. Sie waren daran gewöhnt, daß man alle ihre Anweisungen befolgte. Im Erhardenen Reich gab es Schlimmeres als Peitschen, so lauteten Kohens Worte. Die Situation rechtfertigte es, demütig zu knien. Rinswind ging in die Hocke und stützte sich dabei mit den Händen ab. Dann streckte er die Beine ein wenig und brachte sich in Startposition. »Ich frage mich, ob ihr den berühmten Ausspruch hören wollt.« Mit Stadttoren kannte sich Kohen aus. Er hatte viele zerschmettert, mit Sturmböcken, Belagerungsgeschützen und einmal sogar mit dem eigenen Kopf. Doch die Tore von Hung Hung wirkten stabiler und hartnäckiger als alle, die Kohen jemals gesehen hatte. Sie ließen sich nicht mit den Toren von Ankh-Morpork vergleichen, die meistens offen standen, um konsumfreudige Kunden anzulocken. Ihr einziges Zugeständnis an Verteidigung war ein Schild mit der Aufschrift. »Vielen Dank dafür, daß du unsere Stadt nicht angreifst. Bonum diem.« Dieses Tor hingegen war groß und bestand aus Metall. Dazu gehörte ein Wachhaus und eine Gruppe von Männern, die schwarze Rüstungen trugen und nicht sehr hilfsbereit anmuteten. »Lehrer? Ja, Kohen? Warum gehen wir auf diese Weise vor? Ich dachte, wir würden auf irgendwelchen Docktvögeln reiten und...« Herr Zervelatwurst hob den Zeigefinger. »Das bezieht sich auf die verbotene Stadt. Hoffentlich finden wir sie dort drin.« Erholte Tiefluft. »Nun, erinnert ihr euch an meine Hinweise? Es ist wichtig, daß ihr wisst, wie man sich in einer Stadt benimmt.« »Ich weiß genau, wie man mit Städten umgeht«, sagte Kriecher, der Unhöfliche. »Man plündert und raubt nach Herzenslust, und anschließend steckt man alles in Brand. »Hier gibt es nur etwas mehr Arbeit für uns als sonst.« »Nun, das mag in Ordnung sein, wenn ihr nur auf der Durchreise seid«, erwiderte Herr Zervelatwurst. »Aber angenommen, ihr wollt am nächsten Tag zurückkehren, dann gibt es keine Stadt mehr, nur noch Asche. Meine Herren, ich bitte euch, ihr müßt lernen, was es mit der Zivilisation auf sich hat.« Man konnte nicht einfach durch das Tor gehen. Eine Warteschlange hatte sich davor gebildet, und die Wächter wurden nicht müde, jeden einzelnen Besucher auf recht arrogante Weise zu kontrollieren. Schließlich kam Cohen an die Reihe. »Papiere, Alter!« Cohen nickte fröhlich und reichte dem Hauptmann der Wache einen Zettel, auf dem in »Herrn Zervelatwurst« beste Handschrift geschrieben stand. »Wir sind umherziehende Irre und haben keine Papiere. Entschuldigung.« Der Wächter hob den Blick und sah in Cohens glückliches Grinsen. »Interessant«, sagte er grimmig. »Kannst du sprechen, Großvater?« Cohen grinste weiter und wandte sich Herrn Zervelatwurst zu. Diesen Teil hatten sie nicht vorher geübt. »Dummer Narr«, sagte der Soldat. Herr Zervelatwurst schnaufte empört. »Solltet ihr Verrückte nicht besonders rücksichtsvoll behandeln?«, entfuhr es ihm. »Ihr könnt nur verrückt sein, wenn ihr Papiere habt, die eure Verrücktheit bestätigen«, erwiderte der Hauptmann. »Mir reicht's jetzt«, sagte Cohen. »Ich wußte, dass es nicht klappt, wenn wir auf einen sturen Wächter stoßen. Unverschämter Bauer! Ich bin nicht so unverschämt wie meine Freunde hier«, sagte Cohen. Die Horde nickte. »Damit meint er uns, Plattfuß! Du kannst uns mal! Was is'n? Extrem dummer Soldat! Was is'n?« Die Verwirrung des Hauptmanns wuchs. Die Angewohnheit des Gehorchens war tief in der achatischen Psyche verwurzelt, aber noch tiefere Wurzeln hatten die Verehrung der Vorfahren und Respekt gegenüber den Älteren. Es erstaunte ihn sehr, daß so alte Leute immer noch aufrecht stehen konnten. Man mußte sie praktisch mit Vorfahren gleichsetzen. Zumindest der im Rollstuhl roch wie einer. »Bringt sie zum Wachhaus!«, rief er. Die Mitglieder der Grauen Horde ließen sich abführen und widerstanden der Versuchung, die Soldaten zu überwältigen. Herr Zeffelatwurst hatte das stundenlang mit ihnen geübt, denn normalerweise durfte man ihnen nicht einmal auf die Schulter klopfen, ohne seinen Arm zu riskieren. Im Wachhaus wurde es ziemlich eng. Horde, Wächter und der Rollstuhl des irren Polterers ließen kaum noch Platz. Einer der Soldaten blickte auf den Polterer hinab, der seine Decke zurechtrückte, und eine finstere Miene schnitt. »Was hast du da, Großvater?« Ein Schwert schoss hervor und stach in den Oberschenkel des Wächters. »Was ist'n? Was sagt er da?« »Er hat arg gesagt, Polterer«, erwiderte Kohen und hielt plötzlich ein Messer in der Hand. Eine halbe Sekunde später hatte er den Hauptmann im Fesselgriff, die Klinge an seiner Kehle. »Was ist'n? Er hat arg gesagt. Was ist'n? Ich bin doch gar nicht verheiratet.« Kohen drückte etwas wester zu. »Nun, Freund«, sagte er, »du kannst es leicht oder schwer haben. Die Wahl liegt bei dir. Blutsaugendes Schwein. Willst du etwa behaupten, dass ich es derzeit leicht habe? Nun, ich schwitze nicht. Mögest du in interessanten Zeiten leben. Ich sterbe lieber, als meinen Kaiser zu verraten. Wie du meinst.« Der Hauptmann brauchte nur einen Sekundenbruchteil, um zu begreifen. Kohen war ein Mann, der zu seinem Wort stand, und genau das erwartete er auch von anderen Leuten. Wäre ihm etwas mehr Zeit geblieben, hätte er vielleicht gedacht. Der Sinn der Zivilisation bestand darin, die Bedeutung von Gewalt auf die des letzten Mittels zu reduzieren. Für ein Barbaren hingegen stand Gewalt nicht nur an erster Stelle. Sie machte auch besonders viel Spaß. Doch für diese Erkenntnis war es zu spät. Tod sank der Hauptmann zu Boden. »Ich lebe immer in interessanten Zeiten«, sagte Kohen mit der Zufriedenheit eines Mannes, der dafür sorgt, daß die Zeiten interessant bleiben. Er deutete mit dem Messer auf die anderen Wächter. Der Mund des entsetzten Herrn Zephyllatwurst stand weit offen. »Eigentlich sollte ich jetzt die Klinge abwischen«, sagte er. »Aber die Mühe kann ich mir sparen, wenn sie wieder dreckig wird. Wenn's allein nach mir ginge, würde ich euch einfach umbringen. Aber Lehrer hier meint, daß sich das nicht gehört.« Einer der Wächter blickte zu seinen Gefährten und kniete dann nieder. »Was wünschst du, Herr?« fragte er. »Oh, genau das richtige Material für einen Offizier«, sagte Kohen. »Wie heißt du, Junge?« »Nein Orangenbäume, Herr«, der Barbar sah zu Herrn Zephyllatwurst. »Und jetzt?« »Nimm ihn gefangen, bitte!« »Wie stellt man das an?« »Ich schätze, du solltest die Wächter fesseln.« »Und ihnen anschließend die Kehle durchschneiden?« »Nein, nein! Wenn dir jemand auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist, darfst du ihn nicht mehr töten!« »Die graue Horte«, starrte den ehemaligen Lehrer an. »So verlangt es die Zivilisation«, fügte er hinzu. »Du hast doch gesagt, die Burschen hätten überhaupt keine Waffen«, keifte Kriecher der Unhöfliche. »Ja«, Herr Zephyllatwurst schauderte ein wenig. »Deshalb dürften Sie?« »Wir könnt ihr sie nicht umbringen.« »Seid ihr verrückt?« »Ihr habt einen Zettel, auf dem steht, dass ihr verrückt seid, nicht wahr?« Kohen kratzte sich das stoppelige Kinn. Die Soldaten beobachteten ihn mit wachsender Besorgnis. Sie waren an ungewöhnliche, grausame Strafen gewöhnt, aber nicht an vorher stattfindende Diskussionen. »Lehrer«, sagte er gedehnt, »du hast keine große militärische Erfahrung, oder?« »Abgesehen von Büchern, meinst du?« »Nein, wie dem auch sei, die Regeln der Zivilisation sind ziemlich klar. Tut mir leid, ihr habt mich gebeten, euch...« »Nun, ich stimme dafür, dass wir ihnen jetzt sofort die Kehlen durchschneiden«, sagte der junge Willi. »Es gefällt mir nicht, diese Leute gefangen zu nehmen. Ich meine, wer soll ihnen denn zu essen geben und so.« »Ich fürchte, das ist eure Pflicht.« »Unsere Pflicht? Von wegen! Ich stimme dafür, dass wir sie zwingen, ihre eigenen Augen zu essen. Wer damit einverstanden ist, hebt die Hand!« Die Horde brummte zustimmend. Zu den erhobenen Händen gehörte auch die von neun Orangenbäume. »Wofür stimmst du, Junge?« fragte Kohen. »Bitte, Herr, erlaubt ihr mir, zur Toilette zu gehen?« »Jetzt hör mir mal gut zu.« sagte Kohen laut. »Das Abschlachten und Niedermetzeln ist heute nicht mehr so wie früher, klar. Diese Ansicht ist zumindest Herzhefelatwurst, und der ist imstande, Wörter wie Marmelade zu buchstabieren, was man von euch nicht behaupten kann. Nun, wir wissen, warum wir hier sind, und wir sollten von Anfang an den richtigen Weg einschlagen.« »Wohin hast du den Wächter dort umgebracht?« sagte Kriecher, der Unhöfliche. »Ich versuche noch, mich an die neue Art zu gewöhnen,« erwiderte Kohen. »Man muss sich ganz langsam an die Zivilisation heranschleichen.« »Ich schlage vor, dass wir diesen Leuten den Kopf abhacken. So habe ich's mit den verrückten Dämonenpriestern von Iiii gemacht.« Der kniende Wächter erhob erneut die Hand. »Bitte, Herr?« »Ja. Ihr könntet uns in die Zelle dort einsperren, dann fallen wir niemandem zur Last.« »Gute Idee,« sagte Kohen. »Nicht übel, Junge. Behälzte meinen klaren Kopf, selbst in einer schwierigen Situation. Sperrt die Burschen ein.« Dreißig Sekunden später humpelte die graue Horde aus dem Wachhaus. Die Soldaten blieben in einer kleinen, stickigen Zelle zurück. Schließlich fragte einer. »Was waren das für Leute?« »Ich glaube, es könnten Vorfahren gewesen sein.« »Ich dachte immer, man muss tot sein, um ein Vorfahr zu sein.« »Der im Rollstuhl sah tot aus, bis er vier weiße Füchse mit dem Schwert gestochen hat.« »Sollen wir um Hilfe rufen?« »Man könnte uns hören.« »Ja, aber wenn wir nicht rufen, sitzen wir hier drin fest. Die Wände sind sehr dick, und die Tür lässt sich nicht so ohne weiteres aufbrechen.« »Gut.« Irgendwo in einer Gasse blieb Rinswind stehen. Er hatte nicht zurückgesehen, um festzustellen, ob man ihn verfolgte. Es stimmte tatsächlich. Hier genügte ein kurzer Sprint, um in die Freiheit zurückzukehren. Vorausgesetzt natürlich, man wußte von dieser Möglichkeit. Die Freiheit schloß natürlich auch das uralte Recht ein, langsam zu verhungern. Seit der letzten Mahlzeit war eine halbe Ewigkeit vergangen. Jemand schien seine Gedanken zu erraten und rief. »Reiskuchen! Reiskuchen! Leckerer Reiskuchen! Tee! Hundert Jahre alte Eier! Eier! Holt sie euch, solange sie alt sind! Reiskuchen! Reis! Ja, was ist denn?« Ein älterer Mann trat an den Verkäufer heran. »Schnappalasan! Das Ei, das du mir verkauft hast! Was ist damit ehrenwerter Chef? Würdest du mal daran riechen?« Der Verkäufer roch daran. »Ah, ein lieblicher Duft!« sagte er. »Lieblich!« wiederholte der Kunde. »Lieblich! Das Ei ist praktisch frisch! Mindestens hundert Jahre alt, Schogun!« erklärte der Verkäufer fröhlich. »Sieh dir die Farbe der Schale an! Richtig schön schwarz! Die Farbe lässt sich abreiben!« Rincewind hörte zu. »Vielleicht war etwas daran an der These, dass es auf der Welt eigentlich nur wenige Personen gab. Es existierten viele Menschen, aber nur einige echte Individuen. Deshalb begegnete man ihnen immer wieder. Wahrscheinlich stammten sie aus der gleichen Gussform.« »Willst du etwa behaupten, meine Waren seien frisch? Auf das ich mir selbst ehrenvoll den Bauch aufschlitze. Hör mal, ich schlage Folgendes vor.« Der Händler wirkte auf geradezu magische Weise vertraut. Jemand kam, um sich über ein frisches Ei zu beklagen, mit dem Ergebnis, dass er zwei Reiskuchen und ein von Blättern umhülltes, sonderbares Etwas kaufte. »Die Reiskuchen sahen lecker aus. Besser gesagt, sie sahen etwas schmackhafter aus als viele andere Dinge.« Rincewind näherte sich. Der Händler tanzte vergnügt von einem Bein aufs andere und pfiffleise vor sich hin. Als er Rincewind bemerkte, schenkte er ihm ein strahlendes, ehrliches Lächeln. »Wie wär's mit einem uralten Ei, Schokon?« »Der Napf in der Mitte des Bauchladens enthielt viele Goldmünzen.« Rincewind seufzte innerlich. »Mit dem Geld für ein zu frisches Ei aus Schnappalas Angebot hätte man in Ankh-Morpork eine ganze Straße kaufen können.« »Äh, bei dir kann man nicht anschreiben lassen, oder?« Der Händler warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. »Wir sollten besser davon ausgehen, dass ich diese Worte nie gehört habe, Schokon.« »Äh, du hast nicht zufällig Verwandte ihn über sie?« Diese Frage brachte Rincewind einen zweiten Blick ein, diesmal einen abschätzenden. »Wie bitte? Jenseits der Meere gibt es nur böse Geister, die es auf unser Blut abgesehen haben. Das weiß jeder, Schokon. Umso mehr überrascht es mich, dass dir diese Dinge offenbar nicht bekannt sind.« »Geister?« brachte der Zauberer heraus. »Ja«, bestätigte Schlitze mir ehrenvoll den Bauch auf. »Sie versuchen, hierher zu kommen, um uns Schaden zuzufügen. Vielleicht wollen sie sogar unsere Waren stiehlen. Man gebe ihnen eine ordentliche Dosis Feuerwerkskörper. Das ist meine Meinung. Geister können es nicht aufstehen, wenn's knallt.« Er musterte Rincewind noch etwas nachdenklicher. »Woher kommst du, Schokon?« fragte er, und in seiner Stimme schwang die gefährliche Schärfe von Argwohn. »Aus Bespelagik«, antwortete Rincewind rasch. »Das erklärt meinen seltsamen Akzent, sowie gewisse Eigenheiten, die jemand auf den Gedanken bringen könnten. Ich sei ein Ausländer oder so.« »Oh, Bespelagik«, sagte Schlitze mir ehrenvoll den Bauch auf. »Nun, kennst du vielleicht meinen alten Freund Fünfzungen? Wohnt in der Straße des Himmels.« Rincewind war auf diesen alten Trick vorbereitet. »Nein«, entgegnete er, »hab nie von ihm gehört, auch nicht von der Straße.« Schlitze mir ehrenvoll den Bauch auf, lächelte fröhlich. »Wenn ich laut genug ausländischer Teufel rufe, kommst du keine drei Schritte weit«, verkündete er im Plauderton. »Dann bringen dich die Wächter zur verbotenen Stadt, und dort stellen sie unfreundliche Dinge mit. Ich habe davon gehört«, warf Rincewind schnell ein. »Fünf Zungen bekleidet seit drei Jahren das Amt des Distriktkommissars in Bespelagik«, sagte Schlitze mir ehrenvoll den Bauch auf. »Und es gibt dort keine wichtigere Straße als die Straße des Himmels. Nun, ich wollte schon immer mal einen der bösen Geister kennenlernen, die es auf unser Blut abgesehen haben. Hier hast du einen Reiskuchen.« Rincewind sah sich misstrauisch um. Sonderbarerweise schien die aktuelle Situation nicht gefährlich zu sein. Zumindest war sie nicht auf eine direkte und vermeidliche Weise gefährlich. Wenn es hier Gefahren gab, konnte man mit ihnen feilschen. »Und wenn ich zugebe, daß ich von jenseits der großen Mauer komme?«, fragte er und senkte die Stimme zu einem Flüstern. Schnappalla nickte. Mit einer Hand griff er unter seine Kutte und zeigte kurz den oberen Teil einer Broschüre. Der Titel begang mit den für Rincewind nicht sonderlich überraschenden Worten »Wie ich meine«. »Manche Leute glauben, auf der anderen Seite der großen Mauer gibt es nur Wüsten, brennendes Wasser, böse Geister und schreckliche Ungeheuer«, sagte Schnappalla. »Aber ich denke an die guten geschäftlichen Möglichkeiten, wenn man die richtigen Kontakte hat. Verstehst du, was ich meine, Shogun? Mit den richtigen Kontakten könnte man es im Land der bösen Geister weit bringen«, Rincewind nickte. Die Diplomatie hielt ihn davon ab, auf Folgendes hinzuweisen. Wenn in Ankh-Morpork jemand mit einer Handvoll Gold erschien, dann dauerte es nicht lange, bis dreihundert andere mit einer Handvoll Stahl kamen. »So wie ich die Sache sehe, mit der Ungewissheit in Bezug auf die Rebellen und den Kaiser, äh, lang lebe seine Exzellenz, der Sohn des Himmels, äh, aufgeschlossene Händler bekämen sicher Gelegenheit zu dem einen oder anderen Schnäppchen, oder?« »Schnäppchen?« »Ja, zum Beispiel«, Schnappalla beugte sich näher. »Wir haben da etwas Besonderes. Kommt aus«, kompliziertes Piktogramm. »Raupe. Wird Seide genannt. Das Zeug?« »Oh ja«, sagte Rincewind, »wir beziehen es aus Klatsch.« »Und dann gibt es da noch einen Strauch. Man trocknet die Blätter, gießt später heißes Wasser darauf und...« »Tee, ja«, unterbrach Rincewind den Händler. »Den bekommen wir aus dem Wie-Wunder-Land.« »S-M-I-D-B-A«, Schnappalla zögerte. »Nun, wir haben einen Pulver, und wenn man das in Rohre füllt...« »Feuerwerk?« »Das kennen wir bereits.« »Wie steht's mit erlesenem Porzellan?« »Wir...« »Die Zwerge in Ankh-Morpork stellen so dünnes Porzellan her, dass man hindurchsehen und Buchstaben lesen kann, selbst sehr klein gedruckte Fußnoten.« Schnappalla runzelte die Stirn. »Klingt ganz nach sehr schlauen, bösen Geistern«, sagte er und wich ein wenig zurück. »Vielleicht stimmt es tatsächlich. Vielleicht seid ihr gefährlich.« »Wir?« Rincewind winkte ab. »Sei unbesorgt. In Ankh-Morpork bringen wir seltene Ausländer um, weil man ihnen dann nichts mehr verkaufen kann.« »Haben wir etwas, das für euch von Interesse wäre? Hier, nimm einen Reiskuchen. Mit Pagode. Oder möchtest du vielleicht einen Fleischkloß am Spieß?« Rincewind entschied sich für den Reiskuchen. Der Kloß erschien ihm zu riskant. »Ihr habt Gold«, sagte er. »Oh, Gold! Es ist zu weich, um etwas Nützliches damit anzustellen. Allerdings taugt es für Rohrleitungen und Dachabdeckungen.« »Ich schätze, in Ankh-Morpork fände man noch den einen oder anderen Verwendungszweck dafür.« Rincewinds Blick kehrte zu den Münzen im Napf zurück. Ein Land, in dem Gold so billig war wie Blei. »Was ist das?« fragte er und deutete auf einen zerknittertes Etwas, das halb unter den Münzen verborgen lag. »S-M-E-D-B-A, Schnappalla«, blickte nach unten. »Das ist eine unserer Besonderheiten. Du kennst es wahrscheinlich nicht. Wir nennen es Geld. Damit kann man...« »Ich meine den Zettel«, sagte Rincewind. »Ich auch«, erwiderte Schnappalla. »Das ist ein Zehn-Rinu-Schein.« »Und was bedeutet das?« fragte Rincewind. »Es bedeutet, der Schein ist zehnmal so viel wert wie das hier.« Der Händler nahm eine Goldmünze von der Größe eines Reiskuchens. »Warum sollte man ein Stück Papier kaufen?« erkundigte sich Rincewind verwirrt. »Man kauft es nicht«, korrigierte Schnappalla. »Man bezahlt damit.« Diese Auskunft verblüffte Rincewind. »Du gehst zu einer Marktbude«, sagte Schnappalla und schaltete in den »langsam sprechen für die dummen« Modus um. »Und dann sagst du, »Guten Morgen, Metzger. Was kosten die Hundeschnauzen?« Und er antwortet, »Drei Rino-Schogun.« »Und dann sagst du, »Ich habe nur ein Pony.« Sieh nur, auf dem Geldschein, dem Zettel, ist die Zeichnung eines Ponys. Daran kann man zehn Rino-Scheine erkennen.« »Und dann gibt dir der Metzger die Hundeschnauze und sieben Münzen Wechselgeld. Nun, wenn du einen Affen hättest, das sind fünfzig, Rino, würde der Metzger sagen, hast du es nicht kleiner. Und dann...« »Aber es ist doch nur ein Stück Papier«, protestierte Rincewind. »Für dich mag es ein Stück Papier sein. Für mich ist das Ding zehn Reiskuchen wert«, sagte Schnappalla. »Welches Zahlungsmittel benutzen böse Geister aus dem Ausland? Vielleicht große Steine mit Löchern?« Rincewind blickte auf den Geldschein hinab. Es gab Dutzende von Papierfabriken in Angmore-Pork, und einige begabte Mitglieder der Graveursgilde konnten ihren Namen samt Adresse in einen Stecknadelkopf ritzen. Er war plötzlich stolz auf seine Landsleute. Sie mochten korrupt und habgierig sein. Aber sie hatten diese Eigenschaften zur Meisterschaft entwickelt und gingen nie davon aus, dass es nichts mehr zu lernen gab. »In Angmore-Pork wirst du zweifellos viele Häuser finden, deren Dächer abgedichtet werden müssen«, sagte Rincewind. »Tatsächlich«, fragte Schnappalla. »Oh ja, überall regnet's rein. Und die Leute können bezahlen, soweit ich gehört habe.« Rincewind betrachtete erneut den Geldschein und schüttelte den Kopf. »Mehr wert als Gold.« »Die Leute in Angmore-Pork bezahlen mit Papiergeld, das mindestens so gut ist wie das hier«, erwiderte er. »Wahrscheinlich sogar noch besser. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Und nun«, fügte er rasch hinzu, »welchen Weg muss ich einschlagen, um die Stadt zu verlassen?« Schnappalla kratzte sich an der Schläfe. »Das könnte schwierig werden«, sagte er. »Überall treiben sich Soldaten herum, und mit dem Hut siehst du ein wenig ausländisch aus. Könnte schwierig werden.« In einem anderen Bereich wurde es unruhig. Beziehungsweise die allgemeine Unruhe nahm zu. Die Leute wichen zurück mit der typischen Hast von Unbewaffneten, die sich plötzlich Waffen gegenübersehen. Mehrere Soldaten eilten auf Schlitze mir ehrenvoll den Bauch auf zu. Schnappalla trat beiseite und zeigte das freundliche Lächeln eines Händlers, der Messerträgern einen besonderen Rabatt gewährt. Zwei der Wächter schleiften jemanden mit sich. Als sie näher kamen, hob die erschlaffte Gestalt zwischen den beiden Soldaten den blutigen Kopf und sagte, »Existenzverlängerung für...« Eine Faust traf den Mund des Gefangenen und brachte ihn zum Schweigen. Die Wächter marschierten weiter. Hinter ihnen schloß sich die Lücke in der Menge. »Zitze«, kommentierte Schnappalla, »allem Anschein nach. Hallo? Wo bist du?« Der Fremde trat hinter einer Ecke hervor. Schlitze mir ehrenvoll den Bauch auf, war beeindruckt. Man hörte sogar ein dumpfes Knallen, wenn Rinswind startete. »Die Soldaten haben schon wieder einen erwischt«, sagte der Händler. »Wahrscheinlich hat er Plakate geklebt.« »Schon wieder einen? Was meinst du? Die Rote Armee. Psst! Oh, auf solche Dinge achte ich kaum«, fuhr SMEDBA fort. »Es heißt, jetzt wiederholt sich eine alte Legende und so. Weiß nicht, was davon zu halten ist.« »Der Bursche vorhin sah nicht sehr legendär aus«, meinte Rinswind. »Ach, manche Leute glauben einfach alles.« »Was passiert jetzt mit ihm?« »Schwer zu sagen, solange der Kaiser im Sterben liegt. Vielleicht hakt man ihm Hände und Füße ab.« »Was? Warum?« »Weil er jung ist.« »Ein mildernder Umstand. Wäre er ein bisschen älter, würde man seinen aufgespießten Kopf am Tor zur Schau stellen.« »So bestraft man hier Leute, die Plakate an Mauern kleben?« »Als abschreckendes Beispiel«, erklärte Schnapphalla. Rinswind wich zurück. »Herzlichen Dank«, sagte er und eilte fort. »Oh, nein«, murmelte er, während er sich seinen Weg durchs Getränke bahnte, »ich möchte auf keinen Fall in etwas verwickelt werden, bei dem man riskiert, Hände, Füße und sogar den Kopf zu verlieren.« Jemand schlug ihn, auf eine höfliche Art. Er sank erst auf die Füße, dann aufs Kinn und fragte sich dabei, was aus dem guten alten »Heedu« geworden war. Die graue Horde wanderte durch die Straßen von Hung Hung. »Man kann wohl kaum behaupten, daß wir plündern durch die Stadt ziehen und alle Leute umbringen«, brummte Kricher der Unhöfliche. »Als ich mit dem fürchterlichen Ferdinand geritten bin, wären wir nie auf den Gedanken gekommen, einfach das Stadthor zu passieren wie zwei verdammte »Herr Kricher«, warf Herr Zöbelatwurst ein. »Vielleicht solltest du jetzt die Liste zurate ziehen, die ich für dich zusammengestellt habe.« »Welche verdammte Liste«, fragte Kricher und schob herausfordernd das Kinn vor. »Die mit den harmlosen, zivilisierten Wörtern«, Lehrer wandte sich an die anderen. »Erinnert euch, was ich euch über zivilisiertes Verhalten erzählt habe. Zivilisiertes Verhalten ist sehr wichtig für unsere langfristige Strategie.« »Was für eine langfristige Strategie?«, fragte Kaleb, der Brecher. »Sie zielt auf das, was wir später unternehmen«, erläuterte Cohen. »Und was unternehmen wir später?« »Wir führen den Plan durch.« »Na, das soll mich doch die Liste, Herr Kricher«, sagte Herr Zöbelatwurst. »Nur die Wörter auf der Liste. Hört mal, ich beuge mich eurer Erfahrung, wenn es darum geht, Wüsten zu durchqueren. Aber hier sind wir in der Zivilisation. Hier kommt es darauf an, die richtigen Wörter zu verwenden. Bitte?« »Du solltest auf ihn hören, Kricher«, warf Cohen ein. Der Unhöfliche brummte etwas Unverständliches, als er einen fleckigen Zettel hervorholte und ihn entfaltete. »Dong«, las er. »Was bedeutet das denn? Und was soll verflickst und zum Kuckuck heißen?« »Das sind zivilisierte Flüche«, antwortete Herr Zöbelatwurst. »Weißt du, was ich von ihnen halte? Du kannst sie nehmen und sie...« »Ah«, Herr Zöbelatwurst hob einen warnenden Zeigefinger. »Du kannst sie nehmen und...« »Ah«, du kannst sie... »Ah«, Kricher schloss die Augen und ballte die Fäuste. »Verflickst und zum Kuckuck«, rief er. »Gut«, sagte Herr Zöbelatwurst. »Das ist schon viel besser.« Er drehte sich zu Cohen um, der Krichers Ärger mit einem schadenfrohen Lächeln registrierte. »Da drüben ist ein Obststand«, sagte der frühere Lehrer. »Möchtest du einen Apfel?« »Warum nicht?«, erwiderte Cohen mit der Vorsicht eines Mannes, der einem Zauberkünstler seine Uhr reicht, obwohl dieser grinst und einen Hammer in der Hand hält. »Nun gut, liebe Key. Ich meine meine Herren. Genghis möchte einen Apfel. Da drüben ist ein Stand, an dem Obst und Nüsse verkauft werden. Was muss er tun, um den gewünschten Apfel zu bekommen?« Herr Zöbelatwurst richtete einen hoffnungsvollen Blick auf seine Schüler. »Na? Weiß jemand die Antwort? Ist doch ganz einfach. Er bringt den verdammten«, leises Rascheln deutete daraufhin, dass jemand einen Zettel entfaltete. »Burschen hinter dem Stand um und dann. Nein, Herr Kricher, sonst jemand. Was ist denn? Man lässt den Stand in Flammen aufgehen und... Nein, Herr Vincent, sonst jemand. Man vergewaltigt. Nein, Herr Brecher«, sagte Herr Zöbelatwurst. »Wir nehmen etwas ge... ge... Geld.« Die graue Horde sprach wie aus einem Mund. »Und wir? Was machen wir dann? Wir haben das doch schon hundertmal durchgekaut. Wir?« Das war der schwierige Teil. Anstrengungsfalten bildeten sich auf den Stirnen der Hordenmitglieder, als sie sich konzentrierten und ihre Gedanken zwangen, aus den tiefen Schluchten der Gewohnheit herauszuklettern. »Wir geh«, begann Cohen unsicher. Herr Zöbelatwurst schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln. »Wir geben... das... Geld.« Es widerstrebte Cohen, die letzten Worte auszusprechen. »Dem... Mann?« »Ja, gut gemacht. Im Austausch gegen den Apfel. Über höfliche Konversation und freundliches Dankeschön sagen unterhalten wir uns später, wenn ihr dazu bereit seid. Nun, Cohen, hier ist eine Münze. Geh und kauf dir einen Apfel.« Cohen spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach, bewischte sich die Stirn ab. »Könnte ich ihn nicht ein wenig mit dem Schwert bearbeiten und dann... Nein, wir sind hier in der Zivilisation!« Cohen nickte voller Unbehagen, strafte dann die Schultern und ging zu dem Stand. Der Apfelverkäufer hatte die Gruppe argwöhnisch beobachtet und empfing den Kunden mit einem knappen Nicken. Cohens Augen trübten sich, und seine Lippen formten lautlose Silben, als er den Text in Gedanken noch einmal aufsagte. »Hallo, dicker Händler, gib mir dein ganzes... einen Apfel. Ich gebe dir diese Münze.« Er drehte den Kopf. Herr Zöffelatwurst hielt den Daumen nach oben. »Du möchtest einen Apfel?« vergewisserte sich der Händler. »Ja.« Der Mann wählte einen aus. Cohen war bereit, Schwert oder Messer zu ziehen, aber der Händler gehorchte einem alten Instinkt und entschied sich für einen guten Apfel. Dann versuchte er, die Münze zu nehmen, was schwierig war, weil Cohen sie nicht loslassen wollte. »Kam schon, gib sie mir, honoriger Alter«, sagte er. Sieben ereignisreiche Sekunden verstrichen. Als sie die Sicherheit der nächsten Ecke erreicht hatten, fragte er Zöffelatwurst. »Nun, was hat Genghis falsch gemacht?« Er hat nicht »Bitte« gesagt. »Was ist'n?« »Nein.« Er hat nicht »Danke« gesagt. »Was ist'n?« »Nein.« Er hat dem Mann eine Melone auf den Kopf geschmettert, ihn in die Erdbeeren gestoßen und getreten, dann den Stand angezündet und das ganze Geld gestohlen. »Was ist'n?« »Genau«, Herr Zöffelatwurst seufzte. »Bis dahin war alles so gut gelaufen, Cohen.« »Er hätte mich nicht beschimpfen sollen.« »Hornorisch bedeutet so viel wie ehrenvoll und weise, Genghis.« »Oh, tatsächlich.« »Ja.« »Nun, ich habe ihm das Geld für den Apfel gelassen.« »Ja, aber das übrige Geld hast du ihm gestohlen.« »Für den Apfel habe ich bezahlt«, beharrte Cohen stur. Herr Zöffelatwurst seufzte. »Genghis, ich gewinne immer stärker den Eindruck, dass einige tausend Jahre monetärer Entwicklung wirkungslos an dir vorübergegangen sind.« »Wie bitte?« »Es ist durchaus möglich, dass Geld anderen Leuten gehört«, sagte Herr Zöffelatwurst geduldig. Die Hordenmitglieder dachten darüber nach. »Natürlich wußten sie, dass dies rein theoretisch der Fall sein konnte. Händler hatten immer Geld. Doch es gehörte ihnen nicht in dem Sinne. Es gehörte den Leuten, die es ihnen abnahmen. Händler durften ihr Geld nicht als Eigentum bezeichnen. Sie verwahrten es nur, bis es woanders gebraucht wurde.« »Nun, da drüben seht ihr eine ältere Dame, die Enten verkauft«, sagte Herr Zöffelatwurst. »Bei der nächsten Lektion? Junger Willi, ich bin hier, nicht dort drüben. Zweifellos beobachtest du interessante Dinge. Aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir deine Aufmerksamkeit schenken würdest. Geht es um soziale Kontakte?« »Ha, ha, ha«, ließ sich Kaleb, der Brecher, vernehmen. »Ich schlage vor, Herr Brecher geht jetzt zu der Dame hinüber und erkundigt sich nach dem Preis für eine Ente«, sagte Herr Zöffelatwurst. »Ha, ha, ha, was? Und verzichte bitte darauf, ihr die Kleidung vom Leib zu reißen. Das ist nicht zivilisiert.« Kaleb kratzte sich am Kopf. Etwas davon bröckelte ab. »Was soll ich denn machen? Verwickele sie in ein Gespräch. Worüber redet man denn mit Frauen?« Zöffelatwurst zögerte. In gewisser Weise war das auch für ihn unbekanntes Terrain. Seine Erfahrungen mit Frauen beschränkten sich auf ein gelegentliches Plaudern mit der Haushälterin. Einmal hatte sie ihm erlaubt, ihr die Hand aufs Knie zu legen. Erst mit Mitte 40 fand er heraus, dass Orala 6 nicht bedeutete, darüber zu sprechen. Für ihn waren Frauen immer seltsame, weit entfernte und wundervolle Geschöpfe gewesen, während die Hordenmitglieder in ihnen vor allem Dinge zum Herumspielen sahen. Er suchte nach den richtigen Worten. »Übers Wetter?« erwiderte er schließlich und erinnerte sich vage an die Unterhaltungen mit der älteren, unverheirateten Tante, bei der er aufgewachsen war. »Über die Gesundheit, über die Schwierigkeiten mit der Jugend von heute? Und dann reiße ich ihr die Kleider vom Leib?« »Vielleicht. Zum Schluss, wenn sie es möchte. In diesem Zusammenhang möchte ich euch an die Diskussion erinnern, die wir neulich hatten. Sie betraf regelmäßiges Baden. Oder wenigstens ein Bad«, fügte Herr Zöffelatwurst den Gedanken hinzu. »Die Pflege von Fingernägeln und Haaren sowie häufigeres Wechseln der Kleidung. Dies ist Leder«, sagte Kaleb. »Man braucht's nicht zu wechseln, weil es jahrelang hält.« Einmal mehr sah sich Herr Zöffelatwurst zu einem Perspektivenwechsel gezwungen. Er hatte geglaubt, man könnte der Horde die Zivilisation ebenso leicht bringen wie Tüncher auf eine Mauer auftragen. Doch jetzt mußte er seinen Irrtum eingestehen. Während er beobachtete, wie Kaleb mühevoll versuchte, mit einer Repräsentantin der anderen Hälfte der Menschheit zu reden, gingen ihm sonderbare Gedanken durch den Kopf. Diese Leute unterschieden sich sehr von den Personen, mit denen er in Lehrerzimmern verkehrt hatte. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, mochte er sie. Jeder von ihnen sah in Büchern nützliches Papier, das man auf dem Abort oder als Feueranzünder verwenden konnte. Hygiene hielten sie für eine besondere Großform. Aber sie waren ehrlich, auf ihre eigene Art und Weise, und anständig, auf ihre eigene Art und Weise. Die Welt blieb für sie herrlich unkompliziert. Sie bestahlen reiche Händler, Könige und Tempelpriester. Den Armen nahmen sie nichts weg, wenn auch nur deshalb, weil man ihnen nichts wegnehmen konnte. Zwar unternahmen sie ihre Raubzüge nicht mit der Absicht, das gestohlene Geld den Armen zu geben, doch lief es letztendlich darauf hinaus, wenn man Wirte, Damen käuflicher Zuneigung, Taschendiebe, Spieler und Schnorrer zu den Armen zählte. Sie gaben sich große Mühe, wenn es darum ging, Reichtümer zu erbeuten, aber wenn sie anschließend versuchten, das Geld unter Kontrolle zu halten, stießen sie auf ähnlich große Probleme wie jemand, der versuchte, eine Herde Katzen zu hüten. Wie dem auch sei, das Geld existierte, um ausgegeben und verloren zu werden. Die Horde sorgte dafür, daß es in Umlauf blieb, was in jeder Gesellschaft lobenswert ist. Kaleb und die anderen scherten sich nicht darum, was andere Leute dachten. Herr Zeffelatwurst fand diesen Aspekt sehr reizvoll, vielleicht deshalb, weil er sein ganzes Leben lang überlegt hatte, was andere Leute wohl von ihm dachten. Mit dem Ergebnis, daß er bei Beförderungen übergangen und immer behandelt worden war, als gehörte er zum Inventar. Sie quälten sich wegen nichts. Nie fragten sie sich, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hatten. Und sie nutzten jede Gelegenheit, sich prächtig zu amüsieren. Herr Zeffelatwurst mochte die Horde, weil sie ganz anders war als die Leute seines Schlages. Kaleb kehrte zurück und wirkte ungewöhnlich nachdenklich. »Herzlichen Glückwunsch, Herr Brecher«, sagte Herr Zeffelatwurst, der großen Wert darauf legte, seine Schüler zu ermutigen. »Offenbar trägt die Dame noch alle ihre Kleidungsstücke.« »Was hat sie gesagt?«, fragte der junge Willi. »Sie hat gelächelt«, erwiderte Kaleb. Verwirrt kratzte er seinen verkrusteten Bart. »Zumindest ein wenig«, schränkte er ein. »Gut«, kommentierte Herr Zeffelatwurst. »Sie, äh, meinte, dass sie, äh, nichts dagegen hätte, mich später zu treffen.« »Gut gemacht.« »Äh, Lehrer, was hat es mit dem Rasieren auf sich?« Herr Zeffelatwurst erklärte es. Kaleb hörte aufmerksam zu und schnitt gelegentlich eine Grimasse. Manchmal drehte er sich um und sah zu der Entenverkäuferin, die freundlich winkte. »Botz Blitz«, sagte er. »Äh, ich weiß nicht«, erneut drehte er den Kopf. »Hab nie zuvor eine Frau gesehen, die nicht weglief.« »Oh, Frauen sind wie Rehe«, sagte Kohen weise. »Man stürzt sich nicht einfach auf sie, sondern muss sich vorsichtig heranschleichen.« »Ha, ha, ha, Entschuldigung«, sagte Kaleb, als er Herrn Zeffelatwurst strengen Blick bemerkte. »Ich glaube, wir sollten die Lektion hiermit beenden«, meinte der frühere Lehrer. »Schließlich wollen wir nicht zu zivilisiert werden, oder? Ich schlage vor, wir kümmern uns jetzt um die verbotene Stadt. »Einverstanden?« Sie ließ sich kaum übersehen. Sie dominierte das Zentrum von Hung Hung. Ihre Mauern ragten zwölf Meter hoch empor. »Vor den Toren patrouillieren viele Soldaten«, stellte Kohen fest. »Kein Wunder, immerhin befindet sich ein großer Schatz dahinter«, erwiderte Herr Zeffelatwurst. Er starrte zu Boden, als hätte er etwas verloren. »Warum stürmen wir nicht einfach los und töten die Wächter?«, fragte Kaleb. In seinem Gesicht zeigte sich ein Rest von Verwirrung. »Was ist'n?« »Sei nicht dumm«, brummte Kohen. »Es würde den ganzen Tag dauern. Außerdem«, seltsamer Stolz regte sich in ihm. »Lehrer lässt uns auf irgendwelchen Duktvögeln reiten, nicht wahr?« Herr Zeffelatwurst blieb stehen. »Heureka«, sagte er. »Das ist ephibianisch«, teilte Kohen der Horde mit. »Es bedeutet, gebt mir ein Handtuch.« »Ach, tatsächlich«, entgegnete Kaleb, der versuchte, einen Knoten in seinem Bad zu lösen. »Wann bist du jemals in Efebe gewesen?« »Hab dort mal als Kopfgeldjäger gearbeitet.« »Und wen hast du gejagt?« »Dich, glaube ich.« »Ha, und? Hast du mich erwischt?« »Keine Ahnung. Nick mal und lass sehen, ob dein Kopf abfällt.« »Meine Herren, seht euch das an!« Herr Zeffelatwursts orthopädische Sandalen stießen gegen eine dekorative Metallplatte im Boden. »Was sollen wir uns ansehen?« fragte Kriecher der Unhöfliche. »Was ist'n?« »Lasst uns nach weiteren solcher Platten suchen«, sagte Herr Zeffelatwurst. »Wir sind soweit. Jetzt brauchen wir nur noch bis zum Einbruch der Dunkelheit zu warten.« Ein Streitgespräch. Rincewind hörte nur die Stimmen. Er trug wieder einen Zack über dem Kopf. Außerdem war er jetzt an einer Säule gefesselt. »Er sieht nicht mal wie ein großer Zauberer aus.« »Es steht auf seinem Hut, in der Geistersprache.« »Das behauptest du.« »Was ist mit dem Bericht von vier großen Sandalen?« »Er war ganz durcheinander. Vielleicht hat er sich alles nur eingebildet.« »Nein, der große Zauberer kam aus dem Nichts und flog wie ein Drache. Er setzte fünf Soldaten außer Gefecht. Drei größtes Glück hat es ebenfalls gesehen. Und die anderen auch. Und dann befreite er einen alten Mann und verwandelte ihn in einen großen Krieger.« »Und er spricht unsere Sprache, so wie es in dem Buch geschrieben steht.« »Na schön. Angenommen, er ist der große Zauberer. Dann sollten wir ihn auf der Stelle töten.« »In der Dunkelheit des Sacks schüttelte Rincewind energisch den Kopf.« »Warum?« »Weil er sich bestimmt auf die Seite des Kaisers schlägt.« »Aber die Legende sagt, dass der große Zauberer die Rote Armee führt.« »Ja, für Kaiser ein Sonnenspiegel. Und die Armee hat das Volk unterdrückt.« »Nein, sie hat den Schurken und Banditen das Handwerk gelegt und das Reich geschaffen.« »Ach, und ist das Reich vielleicht so toll? Vorzeitiges Ende für die Mächte der Unterdrückung.« »Aber jetzt ist die Rote Armee auf der Seite des Volkes. Maximaler Fortschritt mit dem großen Zauberer.« »Der große Zauberer ist ein Feind des Volkes.« »Ich habe ihn gesehen. Sein Flugwind hat eine ganze Legion Soldaten zu Boden geschickt.« »Eine andere Art von Wind weckte Besorgnis in Rincewind.« Er regte sich in seinem Darm, was häufig geschah, wenn er sich fürchtete. »Wenn er große magische Macht hat, wieso ist er dann noch immer gefesselt? Warum haben sich die Strecke nicht längst in grünen Qualmen verwandelt?« »Vielleicht spart er seine Magie für wichtigere Dinge auf. Er lässt sich nicht dazu herab, niederes Gewürmen mit Feuerwerkstricks zu beeindrucken.« »Ha!« »Und er hat das Buch. Er hat nach uns gesucht. Sein Schicksal ist es, die Rote Armee zu führen.« »Kopfschütteln, Kopfschütteln, Kopfschütteln.« »Wir können uns selbst führen.« »Nicken, nicken, nicken.« »Wir brauchen keine zweifelhaften großen Zauberer von illusionären Orten.« »Nicken, nicken, nicken.« »Wir sollten ihn jetzt sofort umbringen.« »Nicken, nick.« »Kopfschütteln, schütteln, schütteln.« »Ha! Er lacht verächtlich über dich. Wahrscheinlich wartet er nur darauf, deinen Schädel explodieren zu lassen, ihn in Schlangen aus grünem Feuer zu verwandeln.« »Kopfschütteln, Kopfschütteln, Kopfschütteln.« »Ist dir eigentlich klar, dass drei Pflugochsen gefoltert wird, während wir hier streiten?« »Die Volksarmee bedeutet mehr als einzelne Personen, Lotusblüte.« Im stinkenden Sack verzog Rincewind das Gesicht. Der erste Sprecher wurde ihm immer unsympathischer, unter anderem deshalb, weil er seinen unverzüglichen Tod verlangte. Und wenn solche Leute von Dingen sprachen, die wichtiger waren als einzelne Personen, dann kündigten sich Probleme an. »Der große Zauberer könnte drei Pflugochsen bestimmt retten,« ertönte eine Stimme in der Nähe von Rincewinds Ohr. »Sie gehörte, hübscher Schmetterling.« »Ja, er könnte drei Pflugochsen ganz einfach retten,« bestätigte Lotusblüte. »Ha, glaubst du, kann er etwa in die verbotene Stadt gelangen? Nein, es wäre sein sicherer Tod.« »Nicken, nicken, nicken.« »Nicht für den großen Zauberer,« sagte Schmetterling. »Sei still,« zischte Rincewind. »Möchtest du wissen, wie groß das Hackbeil ist, das zwei Feuerkraut in der Hand hält?«, flüsterte Schmetterling. »Nein, es ist sehr groß.« »Er hat eben gesagt, die verbotene Stadt sei mein sicherer Tod.« »Nein, sie bedeutet nur den wahrscheinlichen Tod für dich. Wenn du noch mal wegzulaufen versuchst, das wäre dein sicherer Tod.« Der Sack wurde weggezogen. Rincewind sah das Gesicht von Lotusblüte. Es gab weitaus schlimmere Dinge, die ein Mann sehen konnte, wenn man ihm einen Sack vom Kopf zog. Er assoziierte den Anblick mit Sahne, viel Butter und einer Prise Salz. Später mußte Rincewind deshalb eine Therapie beginnen. Sie drehte sich um eine hübsche Frau, einen großen Teller mit Kartoffeln und einem Knüppel mit Nägeln. »Schlimmere Dinge. Zum Beispiel hätte er sofort in das Gesicht von zwei Feuerkraut sehen können. Es verdiente sicher nicht die Bezeichnung. Hübsch. Es war rund und pummelig. Die Pupillen in den Augen waren zu klein. Außerdem lieferte es den lebenden Beweis für folgende These. Es war durchaus möglich, daß ein Volk von Königen, Kaisern und Mandarinen unterdrückt wurde, aber den gleichen Job konnte auch der Bursche von nebenan erledigen. »Großer Zauberer«, schnaufte zwei Feuerkraut. »Ha!« »Er ist dazu fähig«, beharrte Lotusblüte. »Und Frischkäse«, dachte Rincewind, »und vielleicht ein wenig Krautsalat.« »Er ist der zurückgekehrte große Zauberer. Hat er den Meister nicht durchs Land der geister- und blutsaugenden Vampire geleitet?« »Oh, ich weiß nicht«, begann Rincewind. »Ein so großer Zauberer gestattet es,« »euch ihn in einem Sack hierher zu bringen«, höhnte zwei Feuerkraut. »Er soll uns doch mal zeigen, was er auf dem Kasten hat.« »Ein wahrer großer Zauberer läßt sich nicht zu irgendwelchen Partytricks herab«, erwiderte Lotusblüte, empört. »Stimmt«, pflichtete Rincewind ihr bei. »Er läßt sich nicht herab.« »Ich finde es beschämend, daß zwei Feuerkraut so etwas überhaupt vorschlägt.« »Beschämend, jawohl«, bestätigte Rincewind. »Außerdem braucht er seine ganze magische Kraft, um in die verbotene Stadt zu gelangen«, meinte Schmetterling. Rincewind verabscheute ihre Stimme immer mehr. »Die verbotene Stadt«, murmelte er. »Es ist allgemein bekannt, daß es dort schreckliche Fallen aller Art und viele, viele Soldaten gibt.« »Fallen? Soldaten?« »Wenn seine Magie versagt, weil zwei Feuerkraut ein paar magische Kunststücke von ihm verlangt, »dann findet er sich im tiefsten Verlies wieder, um dort Zentimeter für Zentimeter zu sterben.« »Zentimeter für, äh, welche Zentimeter zuerst?« »Du solltest dich wirklich schämen, zwei Feuerkraut«, Rincewind lächelte schief. »Eigentlich bin ich gar nicht so groß.« »Oh, ich bin schon groß«, fügte er rasch hinzu, als Schmetterling die Stirn runzelte. »Aber nicht sehr.« »In seinen Schriften erzählt uns der Meister, daß du mächtige Zauberer besiegt und einige sehr gefährliche Situationen überlebt hast.« Rincewind nickte betrübt. »Das stimmte, mehr oder weniger. Doch in den meisten Fällen steckte keine Absicht dahinter.« Und die verbotene Stadt. Nun, sie machte einen verbotenen Eindruck. Einladend wirkte sie gewiß nicht. Nein, dort wurden vermutlich keine Postkarten verkauft. Das einzige Souvenir, das man von einem solchen Ort mit nach Hause nehmen konnte, waren die eigenen Zähne. In einer Tüte. »Äh, ich nehme an, der Ochsenbursche befindet sich in irgendeinem tiefen Verlies, oder?« »Im tiefsten«, sagte zwei Feuerkraut. »Und ihr seht die Leute nie wieder, die verhaftet werden, meine ich. Manchmal sehen wir Teile von ihnen wieder«, sagte Lotusblüte. »Für gewöhnlich nur die Köpfe«, fügte zwei Feuerkraut hinzu. »An den Toren aufgespießt.« »Aber mit drei Pflugochsen passiert so etwas nicht«, proklamierte Lotusblüte. »Der große Zauberer hat gesprochen.« »Nun, äh, eigentlich habe ich kaum etwas gesagt.« »Du hast gesprochen«, sagte Schmetterling fest. Rincewinds Augen gewöhnten sich allmählich ans Halbdunkel. Offenbar war er in einem Lagerraum. Die Geräusche der Stadt drangen gedämpft durchs Gitter in der Decke. Die Kammer enthielt Fässer und große Bündel, die als Sitze dienten. Eine Art Versammlung schien hier stattzufinden. Die Anwesenden beobachteten den Zauberer mit hingerissener Faszination. Sie hatten auch noch etwas anderes gemeinsam. Rincewinds Blick glitt durch den Raum. »Wer sind all diese »Kinder?«, fragte er. »Dies ist der Hung-Hung-Kader der Roten Armee«, verkündete Lotusblüte stolz. Zwei Feuerkraut schnaubte. »Warum hast du ihm das verraten?«, fragte er. »Jetzt bleibt uns gar nichts anderes übrig, als ihn zu töten.« »Aber sie sind alles so jung.« »Was ihre Lebensjahre angeht, mögen sie unterprivilegiert sein«, gestand Zwei Feuerkraut. »Aber in Hinsicht auf Mut und Ehre sind sie uralt.« »Auch in Bezug auf Kampferfahrung«, erkundigte sich Rincewind. »Die Soldaten, die ich bisher gesehen habe, schienen nicht besonders nett zu sein. Ich meine, habt ihr überhaupt Waffen?« »Wenn wir Waffen benötigen, so entreißen wir sie dem Feind«, erwiderte Zwei Feuerkraut. Jubel belohnte seine Worte. »Ach, und wie wollt ihr den Feind dazu bringen, dass er seine Waffen losläßt?«, Rincewind deutete auf ein recht kleines Mädchen, das sich zurückbeugte, als Befürchte es einen Schuss. Er schien höchstens sieben Jahre alt zu sein und hielt ein Plüschtier, ein Kaninchen, in den Armen. »Wie heißt du?« »Eine Lieblingsperle, großer Zauberer.« »Und was machst du in der Roten Armee?« »Ich habe eine Medaille bekommen, großer Zauberer, für das Ankleben von Plakaten.« »Mit Texten wie, unseren Gegnern sollen bitte ein paar böse Dinge zustoßen? Etwas in der Art?« »Äh«, sagte das Mädchen und richtete einen flehenden Blick auf Schmetterling. »Die Rebellion fällt uns nicht leicht«, sagte die junge Frau. »Uns fehlt Erfahrung.« »Nun, ich bin hier, um euch zu sagen, dass man mit Revolution nicht sehr weit kommt, wenn man Lieder singt, Plakate an Mauern klebt und mit bloßen Händen kämpft.« Entfuhr es Rincewind. »So was hat keinen Sinn, wenn eure Gegner Soldaten mit richtigen Schwertern und dergleichen sind. Ihr...« Er unterbrach sich, als er die Blicke von hunderten Augenpaaren spürte und ihm bewusst wurde, dass zweihundert Ohren aufmerksam lauschten. In der Echokammer seines Bewusstseins hörte er die eigenen Worte. »Ich bin hier, um euch zu sagen.« Er breitete die Arme aus und winkte verzweifelt. »Dass es mir gar nicht zusteht, euch irgendetwas zu sagen«, beendete er den Satz. »Du hast völlig recht«, meinte zwei Feuerkraut. »Wir erringen den Sieg, weil wir die Geschichte auf unserer Seite haben.« »Wir erringen den Sieg, weil uns der große Zauberer hilft«, sagte Schmetterling fest. »Ich teile euch dies mit«, rief Rincewind. »Ich vertraue lieber mir als der Geschichte.« »Oh, Mist, habe ich das wirklich gesagt?« »Du bist also bereit, drei Pflugochsen zu retten?«, fragte Schmetterling. »Bitte«, piepste Lotusblüte. Tränen schimmerten in ihren Augen. Rincewind sah von ihr zu den Kindern und Jugendlichen, die glaubten, mit revolutionären Liedern kampferprobte Soldaten besiegen zu können. Eigentlich stand ihm nur eine Möglichkeit offen, wenn er genau darüber nachdachte. Er mußte den Anschein erwecken, dass er sich fügte, um dann bei der ersten Gelegenheit zu verschwinden. Schmetterlings Zorn mochte schlimm sein, aber noch schlimmer war ein aufgespießter Kopf. Natürlich würde er sich eine Zeit lang ziemlich mies fühlen, aber das war immer noch besser als gar nichts mehr zu empfinden. Es gab bereits genug Helden auf der Welt. Sie brauchte keine weiteren. Andererseits hatte sie nur einen einzigen Rincewind, und er mußte dafür sorgen, dass sie ihn auch behielt. Vor dem Gasthaus erstreckte sich ein Hof. Und neben dem Hof war ein Korall gebaut. Für Truhen. Sie gehörten nicht alle zur gleichen Spezies. Einige Truhen waren groß genug, ausreichend Dinge aufzunehmen, die eine ganze Familie vierzehn Tage lang versorgen konnte. Außerdem gab es Musterkoffer von Händlern, einfache, für den Transport schlichter Dinge bestimmte Kisten und schlanke Reisetaschen. Ziellos trippelten sie im Korall umher. Gelegentlich rasselte ein Griff und knarrte ein Scharnier. Dumpfes Pochen deutete auf einen sich abrupt schließenden Deckel hin. Es machte Bonk, 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 wenn die Truhen miteinander kollidierten und versuchten, sich aus dem Weg zu gehen. Drei von ihnen waren besonders groß und mit Leder geschmückt. Sie sahen aus wie jene Art von Reisegepäck, das sich vor billigen Hotels herumtreibt und Handtaschen mit anzüglichen Bemerkungen belästigt. Der Zeit galt ihr Interesse einer recht kleinen Truhe mit eingelassenem Deckel und zierlichen Füßen. Sie war bereits so weit wie möglich in eine Ecke zurückgewichen. Die größte der großen Truhen schob sich noch etwas näher und klapperte dabei einige Male mit ihrem Deckel, der mehrere stählerne Dorne hatte. Die kleinere Truhe konnte nicht noch weiter zurückweichen, ohne mit den hinteren Füßen den Zaun des Koralls empor zu klettern. Auf der anderen Seite des Hofs erklang das Geräusch hastiger Schritte. Sie kamen näher. Dann herrschte abrupt Stille. »Ein leises Beun«, ertönte, vielleicht hervorgerufen von einem Objekt, das von der Dachbespannung eines Wagens abgeprallt war. Vor dem Hintergrund des aufgehenden Mondes zeichnete sich kurz ein Schemen ab, der mit einem langgestreckten Salto durch die Nachtluft flog. Das Ding landete vor den drei großen Truhen, richtete sich auf und griff an. Nach einer Weile traten mehrere Reisende in die Nacht und fanden überall verstreute Kleidungsstücke. Auf dem Dach des Wirtshauses entdeckten sie drei schwarze, zerkratzte Truhen. Dutzende von Füßen rutschten über die Schindeln, als jede der Truhen versuchte, den höchsten Punkt des Daches zu erreichen. Andere hatten den Zaun des Koralls durchstoßen und die Flucht ergriffen. Man fand sie schließlich alle wieder. Bis auf eine. Die Horde war recht zufrieden mit sich, als sie zum Essen Platz nahm. Herr Zewelatwurst fand, daß sich seine Begleiter wie Jungen verhielten, die zum ersten Mal lange Hosen trugen. Das war tatsächlich der Fall. Jedermann trug eine weite Hose sowie einen langen grauen Umhang. »Wir haben eingekauft«, sagte Kaleb stolz, »und für Dinge bezahlt. Jetzt sind wir gekleidet wie zivilisierte Leute.« »In der Tat«, sagte Herr Zewelatwurst nachsichtig. Er hoffte, daß sie alles hinter sich gebracht hatten, wenn die Horde herausfand, welche zivilisierten Leute solche Kleidung trugen. Die Bärte waren ein Problem. Wer sich in der verbotenen Stadt auf diese Weise kleidete, trug normalerweise keinen Bart. Schon die Bezeichnung für diese Leute deutete darauf hin, daß ihnen Bärte fehlten. Ihnen fehlte natürlich noch etwas anderes, aber als Resultat davon hatten sie keine Bärte. Cohen wandte sich hin und her. »Das Zeug kratzt«, sagte er. »Das sind also Hosen. Hab nie zuvor welche getragen. Das gilt auch für die Hemden. Welchen Sinn haben sie, wenn sie aus Stoff bestehen und nicht aus Kettenpanzer?« »Aber wir haben uns richtig verhalten«, meinte Kaleb. Er hatte sich rasieren lassen. Der betreffende Friseur war zum ersten Mal in seiner beruflichen Laufbahn gezwungen gewesen, einen Meißel zu verwenden. Immer wieder rieb sich der Brecher die rosarote Haut am Kinn. »Ja, wir sind jetzt richtig zivilisiert«, sagte Vincent. »Abgesehen davon, daß ihr den Ladeninhaber angezündet habt«, wandte der junge Willi ein. »Ich habe ihn nur ein bisschen angezündet.« »Was ist'n?« »Lehrer?« »Ja, Cohen?« »Warum hast du dem Verkäufer von Feuerwerkskörpern gesagt, alle deine Verwandten und Bekannte seien plötzlich gestorben?« Herr Zewelatwursts Fuß klopfte sanft an das große Paket unter dem Tisch. Es lag direkt neben einem nagelneuen Kessel. »Damit er keinen Verdacht schöpft«, antwortete er. »Wegen der 5000 Knaller?« »Was ist'n?« »Nun«, sagte Herr Zewelatwurst, »ihr wißt ja, daß ich erst in der Assassinen-Gilde und später bei den Klempnern Geografie unterrichtet habe, aber ich bin auch bei den Alchemisten tätig gewesen.« »Alchemisten«, brummte Kriecher der Unhöfliche, »sind alle übergeschnappt.« »Aber sie interessieren sich für Geografie«, meinte Herr Zewelatwurst, »vermutlich deshalb, weil sie wissen möchten, wo sie gelandet sind. Esst jetzt. Wir haben noch eine lange Nacht vor uns.« »Was ist das?«, fragte Kriecher und spießte etwas mit einem Stäbchen auf. »Äh, tschau, tschau«, erwiderte Herr Zewelatwurst. »Ja, aber was ist das? Eine Art Hund?« Die Horde starrte den früheren Lehrer an. »Daran gibt es überhaupt nichts auszusetzen«, sagte Herr Zewelatwurst, der für sich Bambustriebe und Bohnenquark bestellt hatte. »Ich habe schon alles gegessen«, stellte Kriecher fest. »Aber Hund kommt nicht in Frage. Ich hatte einmal einen. Hieß Wuffi. Sein Halsband war mit hübschen Stahldornen geschmückst, nicht wahr?«, fragte Cohen. »Und er fraß Leute, stimmt's? Du kannst sagen, was du willst. Er war ein guter Freund«, Kriecher schob den Teller mit dem Fleisch beiseite. »Ich esse alles, was nicht mehr beißen kann. Her damit. Bestell ihm Huhn, Lehrer.« »Hab mal jemanden verspeist«, murmelte der irre Polterer, »bei einer Belagerung. Du hast einen Menschen gegessen?«, fragte Herr Zewelatwurst und winkte einem Kellner. »Nur ein Bein. Das ist ja schrecklich. Nicht unbedingt, man braucht nur genug Senf. Und ich habe schon geglaubt, diese Leute zu kennen«, dachte Herr Zewelatwurst. Er griff nach seinem Weinglas. Die Horde folgte seinem Beispiel und beobachtete ihn aufmerksam. »Ich möchte einen Toast ausbringen, meine Herren, und denkt daran, was ich übers Schlürfen gesagt habe. So etwas gehört sich nicht. Außerdem kriegt man davon nasse Ohren. »Auf die Zivilisation«, die Horde formulierte ihre eigenen Trinksprüche. »Prankow«, wörtlich übersetzt, »man wird dir die Füße abhacken und sie einige Meter von deiner Leiche entfernt vergraben, damit dein Geist nicht gehen kann.« »Auf den Boden legen und daß sich niemand rührt. Mögest du in interessanten Hosen leben. Wie heißt das magische Wort? Her damit. Tod den meisten Tyrannen. Was ist denn?« »Die Mauern der verbotenen Stadt sind zwölf Meter hoch«, sagte Schmetterling. »Und die Tore bestehen aus Messing. Hunderte von Soldaten patrouillieren dort. Aber wir haben ja den großen Zauberer.« »Wen meinst du? Dich? Oh, hatte ich vergessen.« »Ja.« Schmetterling bedachte Rincewind mit einem abschätzenden Blick, der ihm vertraut erschien. So hatten ihn die Professoren an der unsichtbaren Universität angesehen, wenn er bei einer Prüfung überraschenderweise ein gutes Ergebnis erzielt hatte, weil er die richtige Antwort erraten hatte. Er senkte den Kopf und starrte auf die von Lotusblüte stammenden Holzkohlekritzeleien. Für Cohen wäre alles ganz einfach gewesen. Er hätte sich einen Weg in die verbotene Stadt gekämpft. Dem kam es überhaupt nicht in den Sinn zu zweifeln oder gar Furcht zu empfinden. Mit anderen Worten, ein solcher Mann wurde gebraucht. »Zweifellos kennst du Zauberformeln, mit denen man Mauern zum Einstürzen bringen kann«, sagte Lotusblüte. Rincewind fragte sich, was die Rote Armee mit ihm anstellen würde, wenn sich herausstellte, dass er überhaupt keine Magie bespüren konnte. »Nicht viel, wenn ich rechtzeitig losrenne.« Natürlich würden Schmetterling und die anderen ihn verfluchen, aber daran war er gewöhnt. »Stock und Stein brechen das Bein«, dachte er. Ein Teil von ihm ahnte, dass dieses Sprichwort noch einen zweiten Teil hatte, was für ihn jedoch kaum eine Rolle spielte, da die erste Hälfte seine ganze Aufmerksamkeit beanspruchte. Selbst Truhe hatte ihn verlassen. Das war ein durchaus positiver Aspekt der Situation, aber er vermisste auch das vertraute, trippelnde Geräusch ihrer vielen Füße. »Bevor wir anfangen, solltet ihr ein revolutionäres Lied singen«, sagte Rincewind. Die Idee gefiel dem Kader. Während er sang, schob sich Rincewind näher an Schmetterling heran, die ihn mit einem wissenden Lächeln begrüßte. »Du weißt, dass ich die Hoffnung dieser jungen Leute nicht erfüllen kann.« »Der Meister lobte mehrmals deinen Einfallsreichtum.« »Ich kann nicht einfach ein Loch in eine Mauer zaubern.« »Dir fällt bestimmt etwas ein.« »Äh, großer Zauberer.« »Ja.« »Eine Lieblingsperle.« »Das Mädchen mit den Plüschkaninchen.« »Ja.« »Es hat nur den Kader.« »Und das gilt auch für die anderen.« »Wenn die Kriegsherren gegeneinander kämpfen, müssen viele Leute sterben.« »Verstehst du?« »Ich gehörte zu den Ersten, die, wie ich meine Ferien verbrachte, lasen, großer Zauberer.« »Und ich habe in den Schilderungen einen törichten Mann gesehen, der aus irgendeinem Grund immer Glück hatte.« »Großer Zauberer.« »Ich hoffe für uns alle, und besonders für dich, daß du auch diesmal viel Glück hast.« Springbrunnen plätscherten auf den Höfen des Sonnenkaisers. Pfau riefen und gaben dabei Geräusche von sich, die eigentlich nichts von so hübschen Geschöpfen stammen konnten. Zierbäume spendeten auf dekorative Weise Schatten. Der Park lag im Zentrum der Stadt. Zwar konnte man hier den Pulsschlag von Hung Hung hören, aber nur gedämpft, weil jeden Tag frisches Stroh auf den nächstliegenden Straßen ausgestreut wurde und weil jeder Lärmerzeuger im Kerker endete. Die schönste Gartenanlage ging auf den ersten Kaiser zurück. Ein Sonnenspiegel. Sie bestand ausschließlich aus Kies und Stein, sorgfältig gehakt und so angeordnet, als wären die Formationen von einem Gebirgsbach mit Kunstsinn geschaffen worden. Hierher begab sich ein Sonnenspiegel, unter dessen Herrschaft das Reich geeint und die große Mauer errichtet worden war, um seine Seele zu erfrischen und über die essentielle Einheit aller Dinge nachzudenken, wobei er Wein trank, aus dem Schädel eines Feindes oder vielleicht eines Gärtners, der sich ungeschickt mit der Hake angestellt hatte. In der Zeit hielt sich der Protokollmeister zweiter Kleiner Wang im Steingarten auf. Er kam hierher, weil es seine Nerven beruhigte. Vielleicht lag es an der Nummer zwei, dachte er manchmal. Eine solche Geburtszahl konnte kein Glück bringen. Der Name Kleiner Wang war nur eine Taktlosigkeit, ein Klecksmöwenkot nach dem großen Haufen Büffel-Exkrement, den der Himmel in sein Otoskop geklatscht hatte. Es wurde auch nicht besser, als er den Posten des Protokollmeisters bekam. Zuerst ließ sich alles ganz vielversprechend an. In seiner beruflichen Laufbahn im Staatsdienst des erhartenen Reichs erzielte zweiter Kleiner Wang gute Fortschritte, weil er alle für eine gute Regierung und Verwaltung notwendigen Fähigkeiten beherrschte. Kalligrafie, die Kunst des Papierfaltens, das Binden von Blumen sowie die fünf wundervollen Formen der Poesie. Gewissenhaft erledigte er alle Aufgaben und bemerkte im Laufe der Zeit, daß die Anzahl seiner Vorgesetzten immer mehr zu schrumpfen schien. Eines Tages kamen mehrere hochgestellte Mandarine zu ihm. Die meisten von ihnen bekleideten einen wesentlich höheren Rang als er, während er nach einem Reim auf Orangenblüte suchte. Sie gratulierten ihm und verkündeten, er sei der neue Protokollmeister. Dieses erstaunliche Ereignis lag jetzt drei Monate zurück. In den vergangenen zwölf Wochen hatte er viele neue Erkenntnisse gewonnen, und die schrecklichste von ihnen war, der Sonnenkaiser war weder der Herr des Himmels noch die Säule des Firmaments oder der große Strom des Segens, sondern ein grausamer Irrer, der längst ins Grab gehörte. Ein entsetzlicher Gedanke. Genauso gut konnte man Mutterschaft und rohen Fisch verabscheuen oder Einwände gegen Sonnenschein erheben. Die meisten Menschen entwickeln ihr soziales Gewissen in jungen Jahren, während der kurzen Phase zwischen dem Schulabschluss und der Einsicht, daß Ungerechtigkeit nicht immer schlecht ist. Sein soziales Gewissen erst mit sechzig zu finden, war ein ziemlicher Schock, was keineswegs bedeuten sollte, daß er den goldenen Regeln kritisch gegenüberstand. Seiner Ansicht nach machte es durchaus Sinn, einem Dieb die Hände abzuhacken. Es hinderte ihn daran, erneut zu stehlen und dadurch seine Seele zu beflecken. Ein Bauer, der seine Steuer nicht bezahlen konnte, mußte hingerichtet werden, um ihn vor der Versuchung von Faulheit und Protest zu bewahren. Und da das Reich vom Himmel als einzige wahre Welt für die Menschen geschaffen worden war, umgeben von einer Ödnis, in der nur Geister hausten, konnte es kaum falsch sein, alle Leute mit dem Tod zu bestrafen, die diese göttliche Ordnung infrage stellten. Aber zweiter kleiner Wang fand es nicht richtig, dabei zu lachen. Solche Dinge waren nicht angenehm, nur notwendig. Irgendwo in der Ferne ertönte ein Schrei. Der Kaiser spielte wieder Schach mit lebenden Figuren. Das Wissen ruhte wie eine schwere Last auf dem Protokollmeister. Es hatte bessere Zeiten gegeben, das wußte er jetzt. Die Dinge waren nicht immer so gewesen wie im Moment. Kaiser mußten nicht unbedingt brutale Narren sein, in deren Nähe man ebenso sicher war wie auf der Sandbank eines Flusses während der Krokodilsaison. Es mußte nicht jedes Mal ein Bürgerkrieg ausbrechen, wenn ein Kaiser starb. Es gab keine Gesetze, die von den Kriegsherren verlangten, das Land zu regieren. Und die Bürger? Sie hatten nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte. Eines Tages war es zu Auseinandersetzungen über die Thronfolge gekommen, was zu einem Krieg geführt hatte, und anschließend war alles durcheinander geraten. Mit etwas Glück dauerte es nicht mehr lange, bis der Kaiser starb. Vermutlich wurde bereits seine spezielle Hölle für ihn vorbereitet. Auf seinen Tod würde ein Kampf folgen, der über den neuen Kaiser entschied. Und wenn zweiter kleiner Wang Glück hatte, verlor er im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf. Das geschah oft mit Leuten, die unter einem früheren Kaiser hohe Ämter bekleidet hatten. Solche Maßnahmen waren alles andere als ungewöhnlich. Manchmal genügte es, den Kaiser beim Nachdenken zu stören oder an der falschen Stelle zu stehen, um enttaubtet zu werden. Plötzlich hörte zweiter kleiner Wang Geister. Sie schienen sich direkt unter seinen Füßen zu befinden und unterhielten sich in einer sonderbaren Sprache, die für den Protokollmeister nur aus unverständlichen Lauten bestand. Sie klangen so. »Meine Güte, was sind wir hier?« »Irgendwo unter dem Palast, glaube ich. Haltet nach einer weiteren Öffnung in der Decke Ausschau.« »Was ist denn? Ich hab's satt, den verdammten Rollstuhl zu schieben.« »Eins sag ich euch. Nach dieser Sache steht für mich ein heißes Fußbad auf dem Programm.« »Seit wann nimmt man eine Stadt ein, in dem man durch hüfthohes Wasser stapft? Wir haben eine verflickste Stadt ganz anders eingenommen, als ich mit dem fürchterlichen Ferdinand tritt. Mit tausend Kriegern haben wir sie überrannt, jawohl.« »Ja, aber hier ist nicht genug Platz für tausend Krieger.« Die Stimmen klangen hohl und erzeugten dumpfe Echos. Mit einer Mischung aus Faszination und Verwirrung folgte ihnen zweiter kleiner Wang. Gedankenlos wanderte er über den manikürten Kies, was der Schöpfer des Steingartens vermutlich zum Anlass genommen hätte, ihm die Zunge abschneiden zu lassen. »Können wir uns bitte beeilen? Ich möchte aus der Kanalisation heraus sein, wenn der Kessel explodiert, und ich hatte nicht genug Zeit, mit der Zündschnur zu experimentieren.« »Das mit dem Kessel verstehe ich noch immer nicht, Lehrer. Ich hoffe, dass viele Knaller ein Loch in die Mauer reißen.« »Ach, und warum sind wir nicht dort? Warum stapfen wir durch dieses Rohr?« »Weil alle Wächter zum Ort der Explosion laufen werden, um festzustellen, was da los ist.« »Ja, deshalb sollten wir dort sein.« »Nein, wir sollten hier sein, Cohen. Das ist ein sogenanntes Ablenkungsmanöver. So ist es zivilisierter.« Zweiter kleiner Wang presste das Ohr auf den Boden. »Wie wird unbefugtes Betreten der verbotenen Stadt bestraft, Lehrer?« »Ich schätze mit Erhängen, Abhacken, Schneiden und Vierteilen. Deshalb wäre es eine gute Idee, wenn wir...« Es platschte. »Was passiert beim Schneiden?« »Ich glaube, dabei werden die Eingeweide herausgeholt und einem anschließend gezeigt.« »Zu welchem Zweck?« »Keine Ahnung. Um festzustellen, ob man sie erkennt, nehme ich an.« »In der Art von...« »Ja, genau, das sind meine Nieren und...« »Hey, das ist mein Frühstück.« »Und das Vierteilen. Bekommt man vier Teile von etwas.« »Ich fürchte, dabei geht es um etwas anderes.« Eine Zeit lang hörte zweiter kleiner Wang nur ein Platschen, hervorgerufen von sechs Beinpaaren, und ein beharrliches Quietschen, das von einem Rad zu stammen schien. »Und woran wird man erhängt?« »Wie bitte?« »Ha, ha, ha. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung.« »Zweiter kleiner Wang stolperte über einen zweihundert Jahre alten Bonsai und prallte mit dem Kopf gegen einen Stein, den man für die fundamentale Gelassenheit des kleinen Baums ausgewählt hatte.« »Als er einige Sekunden später wieder zu sich kam, hörte er keine Stimmen mehr. Vielleicht hatten sie nie existiert.« »Geister.« »In letzter Zeit trieben sich viele Geister herum.« »Zweiter kleiner Wang wünschte sich einige Feuerwerkskörper, um sie zu vertreiben.« »Protokollmeister zu sein, das war noch schlimmer als die Suche nach einem Reim auf Orangenblüte.« Fackelschein glühte in den Gassen von Hung Hung. Während die Rote Armee hinter ihm plauderte, näherte sich Rinswind der Mauer der verbotenen Stadt. Niemand wußte besser als er selbst, daß er überhaupt keine richtige Magie beschwören konnte. Sicher, es war ihm einige Male gelungen, sogar auf recht spektakuläre Weise, aber seine taumaturgischen Erfolge verdankte er allein dem Zufall. Wenn er die Hand bewegte und einige magische Worte sprach, konnte er ziemlich sicher sein, daß die Mauer der verbotenen Stadt anschließend einige Löcher weniger hatte als jetzt. Er bedauerte es sehr, Lotusblüte enttäuschen zu müssen. Ihr herrlicher Körper erinnerte ihn an wellige Kartoffelkroketten. Von Hung Hung schwappte in schlammigen Wellen dagegen. Überall standen Marktbuden und Verkaufsständel. Rinswind hatte bisher geglaubt, die Bürger von Ankh-Morpork liebten das Leben auf der Straße, aber im Vergleich mit den Bewohnern von Hung Hung litten sie an Agoraphobie. Bestattungen mit Feuerwerkskörpern, Hochzeiten und religiöse Prozessionen, alles vermischte sich mit den üblichen Marktaktivitäten, dem ungezwungenen Schlachten von Vieh und dem permanenten Geschrei. Zwei Feuerkraut deutete auf eine bestimmte Stelle der Mauer. Feuerholz war dort gestapelt. Da drüben, großer Zauberer, sagte er höhnisch. Streng dich nicht übermäßig an, ein kleines Loch genügt völlig. Aber es sind hunderte von Leuten in der Nähe. Ergeben sich deswegen etwa Probleme für einen großen Zauberer? Kannst du nicht zaubern, wenn jemand zusieht? »Ich bin sicher, dass uns der große Zauberer beeindrucken wird«, sagte Schmetterling. »Wenn die Leute die Macht des großen Zauberers sehen, werden sie bis in alle Ewigkeit davon erzählen«, verkündete Lotusblüte. »Ja, mag sein«, mummelte Rinswind. Der Kader schwieg, was sich nur feststellen ließ, weil keiner mehr die Lippen bewegte. Ein Loch des Schweigens entstand, das sich sofort mit dem Geschnatter des Markts füllte. Rinswind rollte die Ärmel hoch. Er kannte nicht einmal eine Zauberformel, die dazu diente, irgendetwas explodieren zu lassen. Er winkte unsicher mit der Hand. »Ich glaube, wir sollten besser zurückweichen«, meinte zwei Feuerkraut spöttisch. »Quanti canicula illa in fenestre«, sagte Rinswind. »Äh«, verzweifelt starrte er zur Mauer, und seine von Entsetzen sensibilisierte Wahrnehmung bemerkte einen halb im Holz verborgenen, Kessel. Eine kleine brennende Schnur ragte daraus hervor. »Äh«, wiederholte er. »Ich glaube, da drüben.« »Hast du Probleme?«, fragte zwei Feuerkraut voller Schadenfreude. Rinswind straffte die Schultern. »Hm«, sagte er. Ein sonderbares Geräusch erklang. Es hörte sich an wie ein weicher Pfannkuchen, der auf einen Teller fiel. Gleichzeitig wurde vor Rinswinds Augen alles weiß. Das Weiß verwandelte sich in ein von schwarzen Streifen durchzogenes Rot. Das Geräusch streckte seine Hände aus und schmetterte sie gegen Rinswinds Ohren. Ein sichelförmiges, glühendes Teilschnitt die Spitze vom Hut des Zauberers traf einen Sekundenbruchteil später das nächste Haus und setzte es in Brand. Es roch nach angesenkten Augenbrauen. Als alle Trümmerstücke zu Boden gefallen waren, sah Rinswind ein ziemlich großes Loch in der Mauer. Die Ziegelsteine an dessen Rand, jetzt eine rotglühende Keramikmasse, kühlten langsam ab und flüsterten »Klinka, klinker«. Rinswind starrte auf seine rußgeschwärzten Hände. »Donnerwetter«, sagte er. Und dann fügte er hinzu »Na schön«. Er drehte den Kopf um ein zufriedenes »Na, wie hat euch das gefallen«, an den Rest der Welt zu richten. Doch er blieb stumm, als er sah, daß alle auf dem Boden lagen. Eine Ente beobachtete ihn argwöhnisch aus ihrem Käfig. Die Gitterstäbe boten ihr teilweise Schutz, weshalb ihr Äußeres abwechselnd gefiedert und knusprig war. Rinswind hatte sich immer gewünscht, zu derartiger Magie fähig zu sein. Es war ihm nie schwergefallen, sich alles genau auszumalen. Doch die Kluft zwischen Vorstellung und Realität blieb unüberbrückbar. Bis jetzt? Einige Soldaten erschienen in dem Loch. Einer von ihnen, der besonders krimmig wirkende Helm verriet, daß es sich um einen Offizier handelte, betrachtete erst die demolierte Mauer und starrte dann Rinswind an. »Bist du dafür verantwortlich?«, fragte er. »Komm nicht näher«, rief Rinswind und genoß das Gefühl der Macht. »Ich bin der große Zauberer, jawohl. Siehst du diesen Finger? Zwing mich nicht, ihn zu gebrauchen.« Der Offizier nickte zwei Wächtern zu. »Schnappt ihn euch!« Rinswind wich einen Schritt zurück. »Ich warne euch! Wer mich anrührt, muß damit rechnen, für den Rest seines Lebens Fliegen zu fressen und umherzuhüpfen.« Die Wächter näherten sich mit der Entschlossenheit von Männern, die das Unwägbare der Magie, der Gewissheit von schrecklicher Strafe für Befehlsverweigerung, gegenüberstellten. »Zurück mit euch! Der Finger könnte jeden Augenblick losgehen! Na schön, ihr wollt es nicht anders?« Rinswind winkte mit der Hand. Er schnippte einige Male mit den Fingern. »Äh!« Die Wächter stellten erleichtert fest, daß sie noch immer die gleiche Gestalt besaßen wie vorher. Jeder von ihnen griff nach einem Arm des Zauberers. »Möglicherweise dauert es diesmal etwas länger, bis sich die Wirkung entfaltet«, hoffte Rinswind, als die Soldaten fester zugriffen. »Möchtet ihr vielleicht einen berühmten Ausspruch hören?«, fragte er. Die Wächter hoben ihn hoch, wodurch seine Füße den Bodenkontakt verloren. »Nein, wahrscheinlich nicht«, Rinswind lief in leerer Luft, als er zum Offizier getragen wurde. »Auf die Knie, Rebell«, fauchte der Mann mit dem schrecklichen Helm. »Das würde ich ja gern, aber...« »Ich habe gesehen, was ihr mit vier weiße Füchse angestellt habt.« »Wie bitte? Wen meinst du?« »Bringt ihn zum Kaiser!« Als man ihn fortbrachte, sah Rinswind aus den Augenwinkeln, wie die Soldaten mit gezückten Schwertern gegen die Rote Armee vorrückten. Eine Metallplatte erzitterte kurz und fiel dann zu Boden. »Pass auf! Ich bin nicht daran gewöhnt, aufzupassen, als ich mit dem fürchterlichen Ferdinand tritt. Hör endlich auf, immer wieder vom fürchterlichen Ferdinand zu erzählen. »Dier auch ein Dung, verflixt und zum Kuckuck! Was ist denn? Ist da jemand?« Cohen schob den Kopf durch die Einstiegsöffnung. Er sah einen dunklen, feuchten Raum mit vielen Rohren und Rinn, Wasser floss in alle Richtungen und speiste Springbrunnen und Zisternen. »Nein!«, stellte er enttäuscht fest. »Na schön, alle nach oben!« Dumpfe Flüche erklangen, untermalt von metallenem Kratzen, als sie den Rollstuhl des irren Polterers in den Keller buxierten. Herr Zervelatwurst riß ein Streichholz an, als die Horde ausschwärmte und ihre neue Umgebung erforschte. »Herzlichen Glückwunsch, meine Herren!«, sagte er. »Ich glaube, wir sind im Palast.« »Ja!«, erwiderte Kriecher der Unhöfliche. »Wir haben einen sch... einen verflixten Abwasserkanal erobert. Was nützt uns das?« »Wir könnten ihn vergewaltigen,« sagte Kaleb hoffnungsvoll. »Hey, dieses Rad lässt sich drehen. Warum ist der Abwasserkanal verflixt? Wozu dient dieser Hebel? Was is'n? Wie wär's, wenn wir die nächste Tür öffnen, losstürmen und alle umbringen?« Herr Zervelatwurst schloss die Augen. Er begriff plötzlich, warum ihm die Situation so vertraut erschien. Einmal hatte er eine Schulklasse auf einem Ausflug zum städtischen Arsenal begleitet. An feuchten Tagen schmerzte sein rechtes Bein noch immer. »Nein, nein, nein!«, sagte er. »Welchen Sinn hätte das? Bitte lass den Hebel in Ruhe, junger Willi!« »Nun, ich werde mich dann viel besser fühlen,« ließ sich Cohen vernehmen. »Hab den ganzen Tag noch niemanden umgebracht, abgesehen von einem Wächter und die zählen kaum. Denkt daran, warum wir hier sind,« wandte sich Herr Zervelatwurst an die graue Horde. »Wir wollen nicht töten, sondern etwas stehlen. Legt jetzt das nasse Leder ab und zieht die neuen hübschen Sachen an. Dieser Teil des Plans gefällt mir nicht,« brummte Cohen und streifte das Hemd über. »Mir ist es lieber, wenn die Leute wissen, wer ich bin.« »Ja,« pflichtete ihm der junge Willi bei. »Ohne das Leder und die Kettenhemden hält man uns nur für alte Männer.« »Genau,« bestätigte Herr Zervelatwurst. »Das gehört zu unserer List.« »So wie Taktik.« »Ja.« »Na schön, aber mir gefällt's trotzdem nicht,« sagte der alte Vincent. »Angenommen, wir ringen den Sieg. »Welche Lieder sollen die Benkelsänger über Leute singen, die durch einen Abwasserkanal angriffen?« »Bestimmt klingen die Lieder ziemlich hohl,« meinte der junge Willi. »Hohle Lieder kommen nicht in Frage,« sagte Cohen fest. »Wenn man einen Benkelsänger bezahlt, dann singt er, was man will.« Schmierige Treppenstufen führten zu einer Tür. Herr Zervelatwurst stand davor und lauschte. »Stimmt,« knurrte Kaleb. »Wer dem Flötenspieler das Geld gibt, bestimmt die Melodie.« »Meine Herren!« Ein seltsamer Glanz zeigte sich in Herrn Zervelatwursts Augen. »Wer dem Flötenspieler das Messer an die Kehle setzt, bestimmt die ganze Symphonie.« Der Assassine schlich langsam durch Lord Hongs Gemächer. Er gehörte zu den Besten in der kleinen, exklusiven Assassinen-Gilde von Hung Hung, und er war gewiß kein Rebell. Er verabscheute die Rebellen, auch und vor allem deshalb, weil sie arm und deshalb keine Kunden waren. Er war besonders vorsichtig und vermied es, den Boden zu berühren. Lord Hongs Dielen gaben verschiedene Töne von sich, die eine Melodie ergaben. Um sich fortzubewegen, nutzte der Assassine Möbelstücke, dekorative Raumteile und gelegentlich auch die Decke. Er erwies sich dabei als sehr geschickt. Als sein Kurier durch eine ferne Tür trat, verharrte er kurz und näherte sich dem Opfer dann in perfekt synchronisiertem Rhythmus. Die plumpen Schritte des Neuankömmlings tarnten seine eigenen. Lord Hong stellte ein neues Schwert her. Aus Erfahrung wußte er, das Bearbeiten von Metall, das Erhitzen und Hämmern, förderte klares Denken. Zu viele abstrakte Reflektionen schadeten dem Gehirn. Manchmal fand Lord Hong auch Gefallen daran, seine Hände zu benutzen. Er schob das Schwert in den Schmelzofen zurück und trat mehrmals den Blasebalg. »Ja«, fragte er. Der Kurier lag auf dem Boden und sah auf. »Gute Neuigkeiten, oher. Wir haben die Rote Armee gefangen genommen.« »Nun, das sind wirklich gute Neuigkeiten«, sagte Lord Hong. Er beobachtete die Klinge und wartete darauf, dass sich ihre Farbe veränderte. »Habt ihr auch jenen Mann gefasst, den man »großer Zauberer« nennt?« »Ja«, bestätigte der Kurier. »Aber so groß ist er gar nicht, oher.« Seine Fröhlichkeit verflüchtigte sich schlagartig, als Lord Hong eine Braue wölbte. »Glaubst du, ich bin ziemlich sicher, dass er über eine gefährliche magische Macht gebietet.« »Ja, oher, ich wollte auf keinen Fall«, »sorg dafür, dass alle eingesperrt werden, und benachrichtige Hauptmann Fünf Hongmann. Er soll die Anweisungen ausführen, die ich ihm heute gegeben habe.« »Ja, o Lord«, »und jetzt steh auf«. Der Kurier erhob sich zitternd. Lord Hong streifte einen dicken Handschuh über und griff nach dem Schwertheft. Hitze strahlte aus dem Schmelzofen. »Das Kinn hoch«, »Lord«, und öffne die Augen, ganz weit. Dieser Befehl war gar nicht nötig. Lord Hong blickte in die Maske des Schreckens, sah eine Bewegung und nickte. Mit fast ballettartiger Eleganz zog er die zischende Klinge aus dem Ofen, drehte sich um und stieß zu. Ein kurzer Schrei ertönte, und es zischte etwas lauter. Lord Hong ließ den Assassinen zu Boden sinken, zog das Schwert aus der Leiche und betrachtete die dampfende Klinge. »Hm«, murmelte er, »interessant.« Sein Blick kehrte zum Kurier zurück. »Du bist noch hier?« »Nein, oher!« »Lass deine Worte Wirklichkeit werden.« Lord Hong drehte das Schwert ins Licht und betrachtete die Schneide. »Und, äh, soll ich jemanden schicken, der die, äh, Leiche fortschafft?« »Was?«, fragte Lord Hong, gedankenverloren. »Die Leiche, Lord Hong.« »Welche Leiche?« »Oh, ja, ja, kümmere dich darum.« Die Wände waren prächtig geschmückt. Das erkannte Rentswind, obwohl man ihn ziemlich schnell an ihnen vorbeitrug. Kunstvolle Bilder zeigten wunderschöne Vögel, Bergszenen oder Ansammlungen von Laub. Einige wenige Pinselstriche genügten, um selbst komplexe Details darzustellen. Keramiklöwen saßen auf marmonen Sockeln. Fast zwei Meter große Vasen säumten die Flure. Lackierte Türen öffneten sich vor den Wächtern. Rentswind bemerkte große, prunkvolle und leere Zimmer zu beiden Seiten. Schließlich passierten sie eine letzte Tür, hinter der er auf einen hölzernen Boden geworfen wurde. In solchen Fällen hielt er es für besser, nicht aufzustehen. Eine dienstbeflissene Stimme sagte, »Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, elender Laus? Nun, ich, Ruhe!« Oh, so ein Verhör stand ihm also bevor. Eine andere Stimme, rau, atemlos und alt, fragte, »Wo ist der Großvisier?« »Er hat sich in seine Unterkunft zurückgezogen, Erhabener. Er hat über Kopfschmerzen geklagt.« »Wohl insofort hierher!« »Gewiß, Erhabener!« Rentswind presste die Nase weiter auf den Boden und zog erste Schlüsse. Großvisiere waren immer ein schlechtes Zeichen. Sie würden in den meisten Fällen wilde Pferde und rotglühende Ketten vorschlagen. Und wenn Titel wie »Erhabener« gebraucht wurden, dann gab es mit ziemlicher Sicherheit keine Berufungsinstanzen. »Dies ist ein Rebell, nicht wahr?« Die Worte wurden eher geschnauft als gesprochen. »Ja, Erhabener. Ich glaube, ich möchte ihn mir aus der Nähe ansehen.« Leises Murmeln verriet die Überraschung der Anwesenden. Anschließend schien ein Möbelstück bewegt zu werden. Rentswind glaubte, am Rand seines Blickfelds so etwas wie eine Decke zu sehen. Jemand rollte ein Bett heran. »Er soll aufstehen!« Das Gluckern in der Stimme klang wie abfließendes Badewasser. Dazu kam ein Schlürfen wie von einer über den Strand rollenden Welle. Ein Stiefel traf Rentswind in der Nierengegend. Im Esperanto der Brutalität eine klare Aufforderung. Er stemmte sich hoch. Das Ding war tatsächlich ein Bett, und zwar ein sehr großes. Ein alter Mann lag darin, in Brokat gehüllt und von vielen weichen Kissen umgeben. Nie zuvor hatte Rentswind jemanden gesehen, der so krank wirkte. Das Gesicht zeigte eine grünliche Blässe. Auf den Händen zeichneten sich Adern unter der Haut ab wie Würmer in einem Glas. Der Kaiser hatte alle Eigenschaften einer Leiche, abgesehen von der, tot zu sein. »Dies ist also der große Zauberer, von dem wir so viel gelesen haben?«, fragte er. Wenn er sprach, erwartete man das letzte Röcheln mitten im Satz. »Nun, ich«, begann Rentswind. »Ruhe!«, rief der Kämmerer. Rentswind zuckte mit den Achseln. Kaiser waren für ihn immer recht exotische Geschöpfe gewesen. Er hatte an dicke Männer gedacht, die viele Ringe an ihren wurstigen Fingern trugen. Mit diesem Kaiser zu reden, grenzte an Nekromantie. »Kannst du uns noch etwas mehr Magie zeigen, großer Zauberer?«, Rentswind sah zum Kämmerer. »Hm, Ruhe!«, der Kaiser winkte und gurgelte dabei vor Anstrengung. Dann richtete er einen fragenden Blick auf Rentswind, der beschloss, etwas zu riskieren. »Ich kenne einen guten Trick«, sagte er. »Es ist ein Zauber des Verschwindens. Kannst du ihn jetzt vorführen?«, »Nur, wenn jemand die Tür öffnet und sich alle Anwesenden die Augen zuhalten.« Der Gesichtsausdruck des Kaisers veränderte sich nicht. Es war still in der großen Kammer. Dann erklang ein Geräusch wie von mehreren Kaninchen, die langsam erdrosselt werden. Der Kaiser lachte. Als das klar war, lachten auch alle anderen. Wer die Macht hat, mit einem Wort zu töten, kann sicher sein, nie allein lachen zu müssen. »Was sollen wir mit dir machen?«, fragte er. »Wo ist der Großvisier?«, die Menge teilte sich. Rentswind wagte einen raschen Blick zur Seite. Sich in der Gewalt eines Großvisiers zu befinden, kam einem Todesurteil gleich. Großvisiere waren praktisch immer intrigierende Größenwahnsinnige. Vermutlich stand da schon in der Stellenausschreibung. Bist du ein durchtriebener, hinterhältiger und vollkommen unzuverlässiger Irrer, dann kannst du bei mir zu einem Minister werden, dem ich besonders viel Vertrauen schenke.« »Ja, Lord Hong«, sagte der Kaiser. »Gnade«, schlug Rentswind vor. »Ruhe«, keifte der Kämmerer. »Sag mir, Lord Hong«, schnaufelte der uralte Kaiser. »Wie bestrafen wir einen Fremden für unbefugtes Eindringen in die verbotene Stadt?« »Wir entfernen alles seine Gliedmaßen, sowie seine Augen und Ohren«, antwortete Lord Hong. »Anschließend darf der Übeltäter gehen.« Rentswind hob die Hand. »Und wenn es das erste Mal ist?«, fragte er. »Ruhe!« »Für gewöhnlich gibt es keine Rückfälle«, erklärte Lord Hong. »Wer ist diese Person?« »Er gefällt mir«, sagte der Kaiser. »Ich glaube, ich behalte ihn. Er bringt mich zum Lachen.« Rentswind öffnete den Mund. »Ruhe«, heulte der Kämmerer, was angesichts der neuesten Entwicklungen nicht sehr klug war. »Nein, kannst du vielleicht dafür sorgen, dass er nicht immer Ruhe schreit, wenn ich etwas sagen möchte?«, fragte er. »Natürlich, großer Zauberer«, entgegnete der Kaiser und nickte einigen Wächtern zu. »Bringt den Kämmerer weg und schneidet ihm die Lippen ab. Er haben er ich und auch die Ohren.« Der arme Kerl wurde fortgezerrt. Zwei lackierte Türflügel klappten zu. Die Höflinge spendeten höflichen Applaus. »Möchtest du sehen, wie er seine Lippen und Ohren ist?« Der Kaiser grinste glücklich. »Es macht ungeheuer. Viel Spaß.« »Aha, ha, ha, ha«, sagte Rentswind. »Eine gute Entscheidung, Herr«, lobte Lord Hong. Er drehte den Kopf und sah Rentswind an. Verblüfft und auch ein wenig entsetzt stellte der Zauberer fest, daß der Großvisier zwinkerte. »Oh, Erhabener«, ein dicklicher Höfling sank auf die Knie, wackelte ein wenig und rutschte nervös näher. »Ich frage mich, ob es klug ist, einem fremden Teufel gegenüber so gnädig zu sein.« Der Kaiser blickte nach unten. Rentswind hätte schwören können, da Staub von ihm abfiel. Unter den Zuschauern wurde es leise unruhig. Zwar wagte es niemand, sich zu rühren, und alle Füße blieben an Ort und Stelle. Trotzdem vergrößerte sich der freie Bereich um den Knienden. Der Kaiser lächelte. »Deine Bedenken werden hiermit zur Kenntnis genommen«, keuschte er. Das erleichterte Lächeln des Höflings verblasste abrupt, als der Kaiser hinzufügte. »Doch deine Anmaßung toleriere ich nicht. Tötet ihn langsam im Verlauf von mehreren Tagen.« »Ja, meinetwegen, mit besonders viel siedendem Öl.« »Eine hervorragende Idee, o Herr«, kommentierte Lord Hong. Der Kaiser wandte sich wieder an Rentswind. »Ich bin sicher, der große Zauberer ist mein Freund«, gurgelte er. »Aha, sagte Rentswind.« In solch einer Lage befand er sich zum ersten Mal. Aber sein Gegenüber war stets jemand wie, nun, wie Lord Hong gewesen. Kein Scheintoter, der sein Verstand so weit verlegte, dass man ihn nicht einmal mit einer langen Stange wiederfinden konnte. »Bestimmt haben wir viel Spaß«, schnaufte der Kaiser. »Ich habe alles über dich gelesen.« »Aha, aha«, erwiderte Rentswind. Der Kaiser winkte seinem Hofstaat zu. »Ich ziehe mich jetzt zurück«, verkündete er. Die Leute bewegten sich und einige gähnten demonstrativ. Offenbar blieb niemand länger als der Erhabene. »Wie sollen wir mit einem großen Zauberer verfahren, Herr«, fragte Lord Hong. »Bringt ihn, bringt ihn im speziellen Verlies unter«, antwortete der Kaiser. »Fürs Erste.« »Ja, Herr«, Lord Hong nickte zwei Soldaten zu. Rentswind riskierte einen schnellen Blick über die Schulter, als man ihn fortbrachte. Der Kaiser lag in einem mobilen Bett und schenkte ihm überhaupt keine Beachtung mehr. »Ist er verrückt oder so?«, fragte er. »Ruhe!« Rentswind sah zu dem Wächter auf, von dem dieses Wort stammte. »Ein solches Mundwerk kann hier erhebliche Probleme bekommen«, sagte er. Lord Hong fühlte sich oft vom Zustand der Menschheit enttäuscht. Das Wesen des Menschen erschien ihm fehlerhaft. Es mangelte ihm vor allem an Konzentration, zum Beispiel die Rote Armee. Mit ihm als Rebellen hätte der Kaiser schon vor Monaten das Zeitliche gesegnet und das ganze Land wäre in Flammen aufgegangen, abgesehen von den Stellen, die zu feucht waren. Doch diese Aufständischen, trotz all seiner Bemühungen, beschränkten sich ihre revolutionären Aktivitäten darauf, heimlich Plakate an Mauern zu kleben, auf denen stand, »möge den Unterdrückern bei passender Gelegenheit unangenehmes widerfahren.« Sie hatten versucht, die Wachhäuser anzuzünden. Ein lobenswertes Unterfangen. So benahmen sich richtige Revolutionäre. Allerdings hatten sie sich zuerst bemüht, dafür einen Termin zu vereinbaren. Es hatte Lord Hong erhebliche Anstrengungen gekostet, der Roten Armee zu einigen vermeintlichen Siegen zu verhelfen. Sie hatte von ihm auch den großen Zauberer bekommen, an den sie so sehr glaubte. Jetzt gab es keine Entschuldigungen mehr. Alles deutete darauf hin, daß der Bursche so feig und unfähig war, wie es Lord Hong erwartete. Eine von ihm angeführte Streitmacht würde entweder fliehen oder eine vernichtende Niederlage erleiden, was den Weg für die Konterrevolutionäre öffnete. Und die Konterrevolutionäre würden alles andere als ineffizient sein. Dafür wollte Lord Hong sorgen. Doch eins nach dem anderen. Überall gab es Gegner. Misstrauische Gegner. Der Pfad des Ehrgeizigen führte über einen Boden aus Nachtigallen. Ein falscher Schritt und eine verräterische Melodie erklang. Bedauerlicherweise würde sich bald herausstellen, daß der große Zauberer es gut verstand, Schlösser zu knacken. In der kommenden Nacht bewachten Lord Tangs Männer den Kerker. Nun, wenn die Rote Armee entkam, konnte man gewiß nicht Lord Tang die Schuld geben. Lord Hong erlaubte sich ein leises, zufriedenes Lachen, als er zu seinen Gemächern zurückkehrte. Auf Beweise kam es an. Es durfte nie Beweise geben. Aber diese Dinge spielten bald keine Rolle mehr. Nichts einte ein Volk schneller und besser als ein ordentlicher Krieg. Außerdem war der große Zauberer, Anführer der schrecklichen Rebellenarmee, ein unheilvoller Unruhestifter aus dem Ausland. Damit war er gewissermaßen der Funke, der die Zündschnur des Knallers in Brand setzte. Und dann Ankh-Morpork, urinierender Hund. Hung Hung war alt. Die Kultur basierte auf traditionellen Bräuchen, dem Verdauungstrakt des Wasserbüffels und Verrat. Lord Hong befürwortete alle drei Aspekte, aber sie ermöglichten keine Weltherrschaft. Und Lord Hong war sehr für die Weltherrschaft. So lange der Herrscher über die Welt, Lord Hong, hieß. Er setzte sich an den Teetisch und dachte, wäre ich der typische Großvisier, würde ich jetzt meckernd lachen. Stattdessen schmutzelte er nur. Wurde es wieder Zeit für die Kiste? Nein, manchmal war die Vorfreude besonders schön. Beim Anblick des Rollstuhls des irren Polterers drehten sich einige Köpfe, aber niemand gab einen Kommentar ab oder stellte Fragen. Übermäßige Neugier gehörte nicht zu den notwendigen Eigenschaften zum Überleben in Hung Hung. Alle setzten einfach ihre Arbeit fort, die darin zu bestehen schien, Papier durch die Flure zu tragen. Kohen blickte auf das hinab, was seine Hände hielten. Im Lauf der Jahrzehnte hatte er mit vielen Waffen gekämpft, mit Schwertern, auch mit Bögen, Speeren und Keulen. Es gab praktisch keine Waffe, die auf dieser Liste fehlte. Doch das hier. »Mir gefällt's noch immer nicht«, sagte Kriecher der Unhöfliche. »Warum tragen wir Papier?« »Weil man an einem solchen Ort überhaupt nicht auffällt, wenn man mit irgendwelchen Papieren durch die Gegend läuft«, sagte Herr Zervelatwurst. »Wieso? Was ist denn?« »Es ist eine Art Magie.« »Ich würde mich besser fühlen, wenn's eine Art Waffe wäre. Papier kann die mächtigste aller Waffen sein.« »Ich weiß«, sagte der junge Willi. »Hab mich gerade geschnitten«, er legte sich Blut vom Finger. »Was ist denn?« »Nun, meine Herren«, sagte Herr Zervelatwurst stolz. »Wir sind nun in der verbotenen Stadt, und niemand ist tot.« »Ja«, bestätigte Kriecher. »Genau darüber beklagen wir uns ja zum Dung.« Herr Zervelatwurst seufzte. Kriecher der Unhöfliche ging auf besondere Weise mit der Sprache um. Es spielte keine Rolle, welche Worte er benutzte. Man hörte immer das, was er wirklich meinte. Er konnte die Luft blau färben, indem er einfach »Socken« sagte. Hinter Rinswin schloß sich die Tür, und die Wächter schoben einen Riegel vor. Die Kerker des Erhartenen Reichs unterschieden sich kaum von denen daheim. Wollte man so erfinderische Geschöpfe wie durchschnittliche menschliche Wesen einsperren, verließ man sich auf altmodische Gitterstäbe aus Eisen und jede Menge Steine. Diese häufig benutzte Methode schien auch hier angewandt zu werden, und zwar schon seit geraumer Zeit. Offenbar hatte Rinswin den Kaiser beeindruckt, doch aus irgendeinem Grund vermittelte ihm dieser Erfolg kein Gefühl der Sicherheit. Der Mann schien für seine Freunde mindestens ebenso gefährlich zu sein wie für seine Feinde. Er erinnerte sich an Norbert Nudel, einen früheren Kommilitonen. Alle wollten seine Freundschaft, doch wenn man zu seiner Bande gehörte, stellte man schnell fest, man wurde von der Stadtwache verfolgt oder in Kämpfen verletzt, die man gar nicht begonnen hatte. Während Nudel am Rand des Geschehens wallte und lachte. Der Kaiser stand nicht nur vor der Tür des Todes, sondern bereits im Flur, bewunderte den Teppich und kommentierte den Hutständer. Man brauchte kein politisches Genie zu sein, um zu begreifen, wenn jemand wie der Kaiser starb, so wurde abgerechnet noch bevor der Leichnam kalt war. Wer von ihm in aller Öffentlichkeit als Freund bezeichnet worden war, hatte dann etwa die gleiche Lebenserwartung wie kleine Wesen, die bei Sonnenuntergang über einem Forellenbach schwebten. Renswind schob einen Totenschädel beiseite und setzte sich. Konnte er auf Rettung hoffen. Der Roten Armee würde es selbst schwerfallen, eine Gummiente vor dem Ertrinken zu bewahren. Außerdem geriet er dann wieder in die Gewalt von Schmetterling, die ihn fast ebenso entsetzte wie der Kaiser. Er mußte einfach glauben, daß die Götter nach all den Abenteuern nicht planten, Renswind in einem Verlies verfaulen zu lassen. »Nein«, dachte er bitter, »wahrscheinlich lassen Sie sich noch etwas Unangenehmeres für mich einfallen.« Das wenige Licht, das den Kerker erreichte, fiel durch ein sehr kleines Gitter in der Decke und schien schon aus zweiter Hand zu stammen. Die Einrichtung bestand aus einem Haufen, der einst Stroh gewesen sein mochte. Renswind hörte ein leises Pochen an der Wand. Einmal, zweimal, dreimal. Renswind griff nach dem Totenschädel und erwiderte das Signal. Die Antwort war ein Klopfen. Er wiederholte es. »Es klopfte zweimal.« Renswind ließ den Schädel zweimal an die Wand klacken. Auch das war ihm vertraut. »Kommunikation ohne Sinn.« Er fühlte sich fast wie in der unsichtbaren Universität zurückversetzt. »Gut«, sagte er, und seine Stimme halte in der Zelle wieder. »Ausgezeichnet. Wirklich toll. Und was bedeutet das Klopfen?« Es knirschte leise, als ein Steinblock in der Wand nach vorn rutschte und auf Renswinds Fuß fiel. »Auch!« »Was für ein großes Nilpferd?«, fragte eine dumpfe Stimme. »Wie bitte?« »Entschuldigung?« »Was? Du wolltest über die Bedeutung des Klopfens informiert werden, nicht wahr? Auf diese Weise kommunizieren wir hier zwischen den Zellen. Wenn man einmal klopft, so!« »Kommunizieren wir jetzt nicht miteinander.« »Doch schon, aber nicht offiziell. Häftlinge dürfen nicht miteinander sprechen.« »Die Stimme sprach immer langsamer, als erinnerte sich ihr Eigentümer an etwas Wichtiges.« »Ah, ja«, sagte Renswind. »Das habe ich ganz vergessen. Wir sind hier in Hung Hung. Alle gehorchen den Regeln.« Auch Renswinds Stimme verklang. Jenseits der Mauer herrschte lange, nachdenkliche Stille. »Renswind? Zwei Blumen? Was machst du denn hier?«, fragte Renswind. »Ich verfaul in einem Verlies.« »Ich auch. Meine Güte!«, entfuhr es zwei Blumen dumpf. »Wie lange ist das her? Wie lange ist was her? Aber du, warum bist du... Du hast das verdammte Buch geschrieben. Weil ich dachte, dass sich die Leute dafür interessieren. Dass sie sich dafür interessieren? Interessieren? Ich dachte, die Leute fänden es interessant, mehr über eine fremde Kultur zu erfahren. Ich wollte keine Probleme verursachen.« Renswind lehnte sich an die Mauer. »Nein, natürlich nicht. Zwei Blumen hatte nie Probleme verursachen wollen. Manche Leute versuchten immer, Schwierigkeiten zu vermeiden. Der letzte Gedanke, bevor sich das Universum wie ein Papierhut zusammenfaltet, wird vermutlich lauten. Was wohl passiert, wenn ich das hier berühre?« »Sicher hat dich das Schicksal hierher gebracht,« spekulierte Zwei Blumen. »Ja, so etwas gefällt ihm,« entgegnete Renswind. »Erinnerst du dich noch an die guten Zeiten, die wir gemeinsam verbracht haben?« »Hatten wir gute Zeiten zusammen. Dabei müssen meine Augen geschlossen gewesen sein.« »Die vielen Abenteuer!« »Ach, das meinst du, von hohen Orten herunterhängen und so?« »Renswind?« »Ja.« »Dass du auch hier bist. Dadurch fühle ich mich viel besser.« »Erstaunlich!« Renswind genoß die Stabilität der Wand. Sie bestand aus Stein, und auf Stein konnte man sich verlassen. »Alle scheinen eine Ausgabe deines Buches zu besitzen,« sagte er. »Es ist ein revolutionäres Dokument. Man stellt Abschriften davon her und verteilt sie.« »Ja, man nennt so etwas das Gleiche nochmal.« »Was bedeutet es?« »Es bedeutet, dass die Abschrift genauso beschaffen sein muss wie das Original. Lieber Himmel, ich hab's für ein Spiel gehalten. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass jemand so etwas ernst nimmt. Hoffentlich erzeugt das nicht zu viel Unruhe.« »Deine Revolutionäre sind noch immer im Slogan- und Plakatestadium, was ihnen jedoch kaum nützt, wenn sie verhaftet werden.« »Meine Güte!« »Wieso bist du noch am Leben?« »Keine Ahnung. Vielleicht hat man mich vergessen. Das kommt vor. Hat mit dem Papierkram zu tun. Ein vergessener Pinselstrich hier, eine vergessene Zeile dort. Es geschieht vermutlich sehr oft.« »Soll das heißen, dass man bei manchen Gefangenen in diesem Kerker überhaupt nicht mehr weiß, warum sie gefangen gehalten werden?« »Ja.« »Warum lässt man sie da nicht frei?« »Wahrscheinlich geht man davon aus, dass sie irgendetwas angestellt haben. Ich fürchte, unsere Regierung lässt das eine oder andere zu wünschen übrig. Zum Beispiel eine neue Regierung.« »Psst! Für solche Bemerkungen kann man hier verhaftet werden.« Sechs wohltätige Winde hielt seinen Plan für tadellos. Die schrecklichen Alten kannten sich in der verbotenen Stadt nicht aus. Zwar wirkten sie zäh und ausdauernd, wie Bonsaibäume, die auf windumholten Klippen wuchsen, aber sie waren alt und gar nicht schwer bewaffnet. Er führte sie zur Sporthalle. Und dort rief er aus vollem Hals um Hilfe. Zu seiner großen Überraschung machten die Fremden gar keine Anstalten zu fliehen. »Können wir ihn jetzt töten?« fragte Kriecher, der Unhöfliche. Zwei Dutzend sehr muskulöse Männer hörten damit auf, Holz- und Backsteinstapel mit Fäusten oder Handkanten zu bearbeiten. Argwöhnisch sahen sie zu den Neuankömmlingen herüber. »Hast du irgendeine Idee?« wandte sich Cohen an Herrn Zewelat-Wurst. »Meine Güte, die Burschen sehen gefährlich aus, nicht wahr?« »Fällt dir nichts Zivilisierteres ein?« »Nein, ich fürchte, jetzt sind wir auf eure Methoden angewiesen.« »Ah, darauf warte ich schon lange«, knurrte Kaleb, der Brecher, und schob sich vor. »Habe jeden Tag geübt mit dem Teakholzblock.« »Das sind Ninjas«, sagte sechs wohltätige Winde stolz, als zwei Männer zur Tür gingen und sie schlossen. »Die besten Kämpfer auf der ganzen Welt. Gebt auf!« »Interessant«, meinte Cohen. »Hey, ihr da in den schwarzen Schlafanzügen, seid gerade aus dem Bett gekrochen, was? Wer ist der Beste von euch?« Einer der Männer stachte Cohen an und schlug eine Beule in die Wand. Dann nickte er dem Steuereintreiber zu. »Welchen Narren hast du uns gebracht?« »Ich glaube, es sind barbarische Eroberer«, erwiderte sechs wohltätige Winde. »Woher? Woher weiß er das?«, fragte der junge Willi. »Wir tragen doch kratzende Hosen und essen mit Gabeln und so.« Das Oberhaupt der Nenja schnaubte verächtlich. »Heroische Einnuchen. Greise. Wen nennst du Einnuchen?«, fragte Cohen. »Kann ich ihm zeigen, was ich mit dem Tickholzbrocken geübt habe?«, fragte Kaleb und hüpfte arthritisch von einem Bein aus anderer. Der Nenja sah zu dem dicken Stück Holz. »Da kannst du bestimmt keine Delle reinschlagen, Alter.« »Wass auf!«, Kaleb hielt das Tickholz mit gestrecktem Arm. Dann hob er die andere Hand und stöhnte ein wenig, als sie die Höhe seiner Schulter erreichte. »Siehst du, diese Hand?«, fragte er. »Beobachte sie genau.« »Ja, ich beobachte sie.«, bestätigte der Nenja und versuchte nicht zu lachen. »Gut«, sagte Kaleb. Er trat dem Mann zwischen die Beine und rammte ihm das Stück Holz auf den Kopf, als er sich zusammenkrümmte. »Du hättest besser auf den Fuß achten sollen.« Und damit wäre der Fall erledigt gewesen, hätte sich nur ein Nenja in der Sporthalle aufgehalten. Doch jetzt wurden sternförmige Waffen und Krummschwerter gezogen. Die Hordenmitglieder rückten enger zusammen. Der irre Polterer zog die Decke beiseite und enthüllte das Arsenal von Kohens Truppe. Im Vergleich mit den glänzenden Waffen der Ninjas wirkten die schadigen Klingen der Barbaren geradezu absurd. »Lehrer«, sagte Kohen, »ich schlage vor, du ziehst dich mit dem Herrn Steuereintreiber in eine Ecke zurück. Wir möchten doch vermeiden, dass ihm etwas zustößt, oder?« »Das ist Wahnsinn«, heulte sechs wohltätige Winde. »Dies sind die besten Kämpfer auf der ganzen Welt, und ihr seid ein Haufen Alte. Wenn ihr jetzt aufgibt, bin ich vielleicht bereit, euch einen Nachlass zu gewähren.« »Immer mit der Ruhe«, sagte Herr Zövelatwurst, »niemand hat etwas zu befürchten. Niemand von uns.« Genghis Kohen holte mehrmals mit seinem Schwert aus. »Na, schön, Jungs«, brummte er, »hier mit den besten Ninjas.« Sechs wohltätige Winde schnappte entsetzt nach Luft, als die Horde Aufstellung bezog. »Ein schreckliches Gemetzel steht bevor«, krächtste er. »Ja, ich schätze, das lässt sich jetzt nicht mehr vermeiden.« Herr Zövelatwurst holte eine Tüte mit Pfefferminz aus seiner Tasche. »Was sind diese alten Männer? Was machen sie?« »Sie sind in der Branche des barbarischen Heldentums tätig«, erwiderte Herr Zövelatwurst. »Sie retten Prinzessinnen, rauben Tempel aus, kämpfen gegen Ungeheuer, erforschen ebenso uralte wie unheilvolle Ruinen und so weiter.« »Aber sie sehen alt genug aus, um tot zu sein. Warum befassen sie sich mit solchen Dingen?« Der frühere Lehrer zuckte mit den Schultern. »Weil sie nie etwas anderes gelernt haben.« Ein Ninja sprang mit mehreren Saltos heran, hielt dabei ein Säbel in jeder Hand und schrie. Kohen wartete in der Haltung eines Baseballschlagmanns. »Hast du jemals dem Begriff Evolution gehört?«, fragte Herr Zövelatwurst. Der Ninja und Kohen trafen aufeinander. Ihre Konturen verschwammen. »Oder sagt dir der Ausdruck, das Überleben der Stärkeren etwas?«, fügte Herr Zövelatwurst hinzu. Der Schrei war noch immer zu hören, klang jetzt aber überrascht. »Ich habe nicht einmal gesehen, daß sich sein Schwert bewegt hat,« hauchte sechs wohltätige Winde. »Ja«, entgegnete Herr Zövelatwurst. »Nur wenige Leute, die es sehen, haben Gelegenheit, später davon zu berichten. »Aber die Männer sind so alt.« »Da hast du völlig recht.« Herr Zövelatwurst hob die Stimme, damit ihn der Steuereintreiber trotz des Geschreis verstand. »Es sind sehr alte barbarische Helden.« Sechs wohltätige Winde erstarrte. »Möchtest du ein Pfefferminz?«, fragte Herr Zövelatwurst, als der Rollstuhl des irren Polterers vorbeidonnerte, und einem Ninja folgte, der einen zerbrochenen Säbel in der Hand hielt und den brennenden Wunsch verspürte, am Leben zu bleiben. »Das hilft, wenn man für längere Zeit die Gesellschaft der Orde genießt.« Das Aroma der Tüte wirkte auf sechs wohltätige Winde fast wie ein Flammenwerfer. »Wie kannst du noch etwas riechen, nachdem du davon gegessen hast?«, fragte er. »Ich kann es nicht!«, verwiderte Herr Zövelatwurst zufrieden. Der Steuereintreiber starrte weiter auf den Kampf. Der verlief recht schnell und hektisch, allerdings nur auf einer Seite. Die Hordenmitglieder kämpften, wie man es von alten Männern erwartete, langsam und vorsichtig. Die hauptsächliche Aktivität fand bei den Ninjas statt. Aber ganz gleich, wie gut sie mit den Wurfsternen zielten und wie rasch sie zutraten, das Ziel wich stets ohne ersichtliche Mühe rechtzeitig beiseite. »Da wir schon Gelegenheit haben, ein wenig zu plaudern,« sagte Herr Zövelatwurst, als ein Etwas mit vielen Klingen dicht über dem Kopf des Steuereintreibers in die Wand fuhr. »Vielleicht könntest du mir etwas über den großen Hügel außerhalb der Stadt erzählen. Ich finde ihn erstaunlich.« »Was?«, fragte sechs wohltätige Winde geistesabwesend. »Der große Hügel.« »Davon soll ich dir erzählen. Jetzt?« »Die Geografie ist ein Hobby von mir.« Ein Ohr traf sechs wohltätige Winde am Ohr. »Äh, was? Wir nennen ihn den großen Hügel. Hey, was macht er damit?« »Ist bemerkenswert, regelmäßig geformt. Ist es eine natürliche Formation?« »Was? Oh, ich weiß es nicht. Angeblich erschien er vor tausenden von Jahren, während eines schlimmen Unwetters, als der erste Kaiser starb. Er...« »Jetzt muß er dran glauben! Jetzt erwischt es ihn! Er ist schon so gut wie tot, er!« »Wie hat er das angestellt?« Sechs wohltätige Winde erinnerte sich plötzlich daran, daß er als Kind mit seinem Großvater Shibo Yang Kong San gespielt hatte. Der Alte gewann immer. Ganz gleich, wie sorgfältig er die Strategie plante. Sein Großvater setzte wie beiläufig einen Stein an genau die richtige Stelle, bevor er selbst zum entscheidenden Zug kam. Der Vorfahrer hatte sein ganzes Leben damit verbracht, Shibo zu spielen. Mit diesem Kampf verhielt es sich ähnlich. »Meine Güte!« sagte er. »Ja!« erwiderte Herr Zervelatwurst. »Diese Leute haben jahrzehntelange Erfahrung, darin nicht zu sterben. Darin sind sie wirklich perfekt geworden.« »Aber warum hier? Warum seid ihr hier?« »Wir beabsichtigen, etwas zu stehlen,« antwortete Herr Zervelatwurst. Sechs wohltätige Winde nickte langsam. Die Schätze in der verbotenen Stadt genossen einen legendären Ruf. Vermutlich hatten auch blutsaugende Geister davon gehört. »Die sprechende Vase des Kaisers P'Ki so?« spekulierte er. »Nein!« »Den Jadekopf von Sung Tzuit Li?« »Nein! Du bist auf der völlig falschen Fährte!« »Ihr habt es doch nicht etwa auf das Geheimnis der Herstellung von Seide abgesehen, oder?« »Meine Güte! Der Hintern von Seitenraupen! Das weiß doch jeder! Nein! Unser Interesse gilt etwas weitaus kostbarerem!« Sechs wohltätige Winde war gegen seinen Willen beeindruckt. Nur noch sieben Ninjas waren auf den Beinen, und Kohen kämpfte gegen einen von ihnen. Mit der einen Hand schwang er das Schwert, mit der anderen drehte er sich eine Zigarette. Herr Zervelatwurst beobachtete, wie das Licht der Erkenntnis in den Augen des Steuereintreibers zu glühen begann. So war es ihm auch ergangen. Kohen platzte in das friedliche Leben anderer Leute, wie ein neuer Planet in ein wohlgeordnetes Sonnensystem. Man fühlte sich von ihm mitgerissen, weil man sofort wußte, daß so etwas nie wieder passieren würde. Was sein eigenes Erlebnis betraf. Während der Schulferien hatte er in aller Ruhe nach Fossilien gesucht, als er durch Zufall ins Lager dieser lebenden Fossilien, die sich Graue Horde nannte, geraten war. Sie waren recht freundlich zu ihm gewesen, weil er weder Waffen noch Geld mit sich führte, und sie fanden ihn interessant, weil er sich mit Dingen auskannte, von denen sie nichts wußten. Tja, auf diese Weise bekam die Horde ein neues Mitglied. Es fiel ihm gar nicht schwer, sich zu entscheiden. Vielleicht lag es an der besonderen Atmosphäre. Innerhalb weniger Sekunden sah er auf sein ganzes vergangenes Leben zurück und fand darin nicht einen einzigen Tag, an dem er wirklich Spaß gehabt hatte. Er begriff. Entweder schloß er sich Kohen und seinen Gefährten an, oder er kehrte zur Schule zurück, um in einigen Jahren einen schlaffen Händedruck, etwas Applaus und dann eine armselige Pension zu bekommen. Kohen strahlte etwas aus. Vielleicht konnte man es Kachesma nennen. Auf jeden Fall war es noch stärker und eindrucksvoller als sein typischer Geruch. Er erinnerte an eine Ziege, die jede Menge Spargel gefressen hatte. Er verstehe es gegen alle Regeln. Er verfluchte Leute und pflegte Fremden gegenüber einer Auszugsweise, die Herr Zeffelatwurst für unverschämt und sogar beleidigend hielt. Er rief Worte, für die man anderen die Kehle durchgeschnitten hätte. Aber er kam damit durch, und zwar aus zwei Gründen. Erstens steckte bei ihm keine echte Boshaftigkeit dahinter. Zweitens war er Kohen, eine Art Naturkraft auf Beinen. Es funktionierte immer. Wenn er nicht gerade gegen Trolle kämpfte, kam er besser mit ihnen klar als Leute, nach deren Ansicht Trolle die gleichen Rechte hatten wie alle anderen Personen. Selbst die Horde konnte sich der Wirkung seiner besonderen Ausstrahlung nicht entziehen, obgleich sie aus den Individuellsten aller Individualisten bestand. Doch Herr Zeffelatwurst hatte auch Ziellosigkeit im Leben der barbarischen Helden gespürt, weshalb er eines Abends auf die besonderen Möglichkeiten im Orient hingewiesen hatte. Hoffnung erstrahlte in der Mine von sechs wohltätige Winde. »Braucht ihr einen Steuerberater?«, fragte er. »Eigentlich nicht. Wird die Beute als Einkommen oder als Kapital verbucht?« »Darüber habe ich mir bisher noch nie Gedanken gemacht. Die Horde bezahlt keine Steuern.« »Was? Sie bezahlt keine Steuern? An niemanden?« »Nein. Es ist seltsam, aber aus irgendeinem Grund sind Cohen und die anderen nicht fähig, Geld über längere Zeit zu behalten. Es geht immer schnell für Getränke, Frauen und ein ausschweifendes Leben drauf. Aus einer barbarischen Perspektive sind das vielleicht die Steuern.« Ein leises Plopp erklang, als sechs wohltätige Winde ein kleines Tintenfass öffnete und die Spitze seines Pinsels beleckte. »Nun, ich schätze, bei einem barbarischen Helden sind das abzugsfähige Spesen und Werbungskosten,« sagte er. »Sie sind schlicht und einfach Teil des Berufs. Hinzu kommen die Abnutzung von Waffen, Schutzkleidung, mindestens ein Ländenschutz pro Jahr.« »Ich schätze, einer in hundert Jahren reicht.« »Und dann natürlich Rücklagen für die Rente.« »Oh, das Wort solltest du besser nicht in den Mund nehmen.« »Cohen und die anderen halten es für einen Fluch. In gewisser Weise sind sie deswegen hier. Dies ist ihr letztes Abenteuer.« »Sie wollen nur noch die eine Kostbarkeit stehlen, die du bisher nicht genannt hast?« »Ja, wir begrüßen dich gerne als neues Mitglied der Horde. Du könntest zu einem barbarischen Bohnenschreiber, ein Stück verknotete Schnur, ah, Steuerberater werden. Hast du jemals jemanden getötet?« »Nicht direkt, aber ich war immer der Ansicht, dass man mit einer gut formulierten letzten Forderung erheblichen Schaden anrichten kann.« Herr Zervelatwurst strahlte. »Oh, ja«, sagte er, »die Zivilisation.« Der letzte Ninja stand noch, war kaum aus eigener Kraft. Der irre Polterer hatte seinen Rollstuhl über die Füße des Unglücklichen gelenkt. Herr Zervelatwurst klopfte dem Steuerberater auf den Arm. »Entschuldige bitte, ich habe festgestellt, dass ich an dieser Stelle eingreifen muss.« Er schritt zu dem letzten Ninja, der sich verzweifelt umsah. Sechs Schwerter trafen sich an seinem Hals, wodurch er aussah, als hätte er an einem ziemlich lebhaften Volkstanz teilgenommen. »Guten Morgen«, sagte Herr Zervelatwurst. »Ich möchte darauf hinweisen, dass in diesem Fall, wie so oft, der Schein trügt. »Gengis ist ein ehrlicher Mann, ohne Sinn für sinnloses Heldentum. Daher rate ich dir dringend von Bemerkungen wie, ich sterbe lieber als den Kaiser zu verraten, oder stell ruhig das Schlimmste mit mir an, ab. Es sei denn, du meinst sie wirklich ernst. Wenn du um Gnade bittest, genügt ein kurzes Handzeichen. Du solltest besser nicht nicken.« Der junge Mann blickte zu Kohen, der ihm ein aufmunterndes Lächeln schenkte. Er winkte kurz mit der Hand. Die Schwerter wichen von seinem Hals. Kriecher, der Unhöfliche, schmetterte dem Ninja seine Keule auf den Kopf. »Schon gut, schon gut. Du brauchst gar nicht erst anzufangen«, brummte er mürrisch. »Er lebt noch.« »Au!« Der junge Willi hatte eine der sternförmigen Waffen ausprobiert und sein eigenes Ohr getroffen. »Wie bringen es die Burschen nur fertig, mit solchen Dingern zu kämpfen?« »Was ist denn?« »Diese kleinen Schmuckstücke sehen sehr interessant aus«, sagte Vincent und griff nach einem Wurfstern. »Aaah!« Er saugte an seinen Fingern. »Nutzloser ausländischer Kremskrams! Als der Bengel mit Rückwärts-Saltos durch den Raum sprang und dabei eine Axt in jeder Hand hielt, das sah nicht schlecht aus.« »Ja.« »Du hättest das Schwert anders halten sollen.« »Warum denn?« »Es hat ihm eine wichtige Lektion erteilt.« »Wag sein. Aber jetzt nutzt sie ihm nichts mehr.« »Was ist denn?« Sechs wohltheitige Winde schien nicht recht zu wissen, ob er lachen oder weinen sollte. »Aber, aber, ich habe diese Kämpfer schon einmal beim Kampf beobachtet«, brachte er hervor. »Sie sind unbesiegbar.« »Darauf hat uns niemand hingewiesen.« »Ich habe sie alle überwältigt.« »Ja.« »Obwohl ihr eunuchend seid«, Stahl klirrte und kratzte. Sechs wohltheitige Winde schloß die Augen. Er spürte Metall am Hals an mindestens fünf verschiedenen Stellen.« »Dieses Wort gefällt mir nicht«, sagte Kohen, der Baba. »Aber ihr seid wie eunuchend gekleidet«, erwiderte sechs wohltheitige Winde und versuchte, nicht zu schlucken.« Der Zervalatwurst wich zurück und lachte nervös. »Wisst ihr«, er sprach jetzt wesentlich schneller als sonst. »Ihr seid zu alt, Verwächter, und man kann euch gewiss nicht mit Beamten verwechseln. Deshalb hielt ich diese Art der Tarnung für angebracht.« »Genuchen«, donnerte Kriecher, »soll das etwa heißen, dass uns die Leute angesehen haben und dabei Helluho-Saltat dachten?« Den Hordenmitgliedern ging es wie vielen Leuten, denen das Testosteron aus den Ohren quillt. Für die komplexeren Bereiche der Sexualität fehlte ihnen das nötige Feingefühl. Herr Zervalatwurst war durch und durch Lehrer, weshalb er es für erforderlich hielt, die Vorstellungen seiner Begleiter zu korrigieren, auch wenn ihn ihre Schwerter bedrohten. »Das bedeutet übersetzt, der Vielfraß tanzt und nicht etwa »Hallo, Seemann«, wie ihr zu glauben scheint, und was »Seus Nauta« hieße,« dozierte er. »Und Oinuchten sagen so etwas nicht, jedenfalls nicht unter einigermaßen normalen Umständen. Hier ist es eine Ehre, Oinuch in der verbotenen Stadt zu sein. Viele von ihnen bekleiden hohe Ämter. »Dann bereite dich auf eine rasche Karriere vor, Lehrer«, rief Kriecher. Cohen schlug ihm das Schwert aus der Hand. »Schluss damit«, brummte er. »Mir gefällt die Sache auch nicht. Aber es ist ja nur eine Tarnung und dürfte kaum Bedeutung haben für jemanden, der einem Bären den Kopf abgebissen hat, oder?« »Da hast du recht. Aber als wir an den jungen Frauen vorbeikamen, haben sie gekichert.« »Wielleicht kannst du später zu ihnen zurückkehren und sie zum Lachen bringen«, sagte Cohen. »Du hättest uns das sagen müssen, Lehrer.« »Entschuldigung.« »Was ist'n? Was sagt er da?« »Er hat gesagt, du bist ein Oinuch«, rief der junge Willi dem irren Polterer ins Ohr. »Ja, genau«, erwiderte Polterer fröhlich. »Wie bitte? Das bin ich! Einzigartig und unnachahmlich! Nein, er meinte! Was ist'n?« »Ach, schon gut, für dich macht's ohnehin keinen Unterschied, Polterer.« Herr Zöffelatwurst saß sich in der ruinierten Sporthalle um. »Wie spät es wohl ist?« »Ah«, gluckste sechs wohltätige Winde und freute sich über die Gelegenheit, einen harmlosen Beitrag zur Konversation leisten zu können. »Wir haben hier neuartige, dämonenbetriebene Apparate, die selbst dann Auskunft über die Zeit geben, wenn die Sonne nicht...« »Ohren«, unterbrach Herr Zöffelatwurst den Steuereintreiber. »Die gibt es auch in Ankh-Morpork. Allerdings verdampfen die Dämonen schließlich, deshalb funktionieren sie mit...« »Erzögerte.« »Interessant. In eurer Sprache gibt es kein Wort dafür. Äh, speziell geformte Metallteile, die sich bewegen. Räder mit Zähnen.« Furcht schimmerte in den Augen von sechs wohltätige Winde. »Räder mit Zähnen? Wie nennt ihr die Dinger, die Korn malen?« »Bauern.« »Ja, aber womit malen sie das Korn?« »Keine Ahnung. Warum sollte ich das wissen? Nur Bauern müssen sich damit auskennen.« »Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt«, erwiderte Herr Zöffelatwurst traurig. »Bis zum Morgen dauert es noch eine Weile«, sagte Kriecher. »Warum ziehen wir nicht los und töten alle Leute in ihren Betten?« »Nein, nein, nein«, widersprach Herr Zöffelatwurst. »Ich habe euch immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass wir es richtig anstellen.« »Ich könnte euch die Schatzkammer zeigen«, schlug sechs wohltätige Winde vor. »Es ist nie eine gute Idee, einem Affen den Schlüssel für die Bananenplantage zu geben«, entgegnete Herr Zöffelatwurst. »Kennst du noch eine andere Möglichkeit, die Horde eine Stunde lang zu unterhalten?« Unten im Keller sprach jemand über die Regierung, und zwar ziemlich laut. »Es hat keinen Sinn, für eine Sache zu kämpfen«, schrie Rincewind aus vollem Hals. »Es ist nur ein Ding.« »Dann kämpfen wir eben für die Bauern«, sagte Schmetterling. »Sie wich ein wenig zurück.« Rincewinds Zorn stieg wie Dampf von ihm auf. »Ach, und bist du ihnen jemals begegnet?« »Ich habe sie gesehen.« »Oh, gut, und was willst du erreichen?« »Ein besseres Leben für das Volk«, erwiderte Schmetterling kühl. »Glaubst du etwa ein bisschen Aufstand und die Hinrichtungen einiger Leute genügen dafür? Ich komme aus Ankh-Morpork. Dort gab es mehr Aufstände und Bürgerkriege, als ihr hier lauwarme Entenfüße habt. Und wisst ihr was, die Herrscher sind immer noch an der Macht. Sie waren es die ganze Zeit über.« Schmetterling lächelte mit höflicher und nervöser Verständnislosigkeit. Rincewind rieb sich die Stirn. »Die Menschen dort draußen auf den Feldern, die Bauern mit den Wasserbüffeln, durch eine Revolution soll für sie alles besser werden?« »Natürlich«, bestätigte Schmetterling. »Dann sind Sie nicht länger den grausamen Launen der verbotenen Stadt ausgeliefert.« »Oh, gut, und anschließend regieren Sie sich selbst?« »Ja«, sagte Lotusblüte. »Und zwar mit Hilfe des Volkskomitees«, erklärte Schmetterling. Rincewind presste sich beide Hände an den Kopf. »Na, so was«, mummelte er. »Komisch, ich hatte gerade eine Vision.« Die Zuhörer wirkten beeindruckt. »Ja, ich konnte einen kurzen Blick in die Zukunft werfen«, fuhr Rincewind fort, »und dort sah ich Volkskomitees, denen kaum Wasserbüffel-Leihenhalter angehörten. Seltsam. Ich hörte eine Stimme, die mir zuflüsterte, daß die meisten Mitglieder der zukünftigen Volkskomitees direkt vor mir stehen.« »Das ist natürlich nur zu Anfang so«, sagte Schmetterling. »Immerhin können die Bauern nicht lesen und schreiben.« »Wahrscheinlich wissen Sie nicht einmal, worauf es bei richtigem Ackerbau ankommt«, vermutete Rincewind. »Schließlich hatten Sie nur drei oder viertausend Jahre Zeit, es zu lernen.« »Wir sind davon überzeugt, daß viele Verbesserungen möglich sind«, erwiderte Schmetterling, »wenn wir gemeinsam handeln.« »Die Bauern freuen sich bestimmt, wenn ihr ihnen zeigt, wie man die Leinen der Wasserbüffel richtig in der Hand hält«, sagte Rincewind. Er starrte bedrückt zu Boden. Der Job des Wasserbüffel-Leihenhalters übte einen gewissen Reiz auf ihn aus. Er schien fast so perfekt zu sein wie der des Schiffbrüchigen. Er sehnte sich nach einem Leben, in dem man sich auf die Matschigkeit des Schlamms konzentrieren und Bilder in den Wolkenmustern suchen konnte. Nach einem Leben, das es einem ermöglichte, in aller Ruhe nachzudenken und stundenlang darüber zu spekulieren, wann der Wasserbüffel das nächste Mal den Boden dünkte. Ein solches Leben war auch schon schwer genug, selbst ohne Leute, die versuchten, es zu verbessern. Er wollte sagen, »Wie könnt ihr so nett und gleichzeitig so dumm sein? Wenn ihr den Bauern helfen wollt, dann laßt sie in Ruhe, gebt ihnen die Möglichkeit, so zu leben, wie sie es gewohnt sind. Wenn Leute, die schreiben und lesen können, für andere kämpfen, denen diese Kenntnisse fehlen, ist das Ergebnis nur eine neue Art von Dummheit. Wenn ihr etwas für sie tun wollt, baut irgendwo eine Bibliothek und laßt die Tür offen.« »Aber so kann man in Hung Hung nicht denken. Hier haben die Leute gelernt, einfach zu gehorchen. Die Horde weiß das. Im Erhartenen Reich gibt es Schlimmeres als Peitschen. Hier gibt es Blindengehorsam. Peitschen in der Seele. Wer auch immer hier Anweisungen erteilt, man befolgt sie. Freiheit bedeutet, von jemandem Befehle entgegenzunehmen. »Ihr werdet alle sterben. Ich bin ein Feigling, und selbst ich weiß mehr über Kämpfer als ihr. Von den wirklich Gefährlichen bin ich weggelaufen.« »Ach, laßt uns von hier verschwinden!« sagte er laut. Vorsichtig nahm er einem der toten Wächter das Schwert ab, und beim zweiten Versuch gelang es ihm, die Waffe richtig zu halten. Einige Sekunden lang wog er sie nachdenklich in der Hand, schüttelte dann den Kopf und warf sie fort. Der Kader seufzte erleichtert. »Aber ich führe euch nicht an!« betonte Rincewind. »Ich zeige euch nur den Weg, und damit meine ich den Weg hinaus. Verstanden?« Die jungen Soldaten der Roten Armee wirkten so verlegen wie Kinder, die einige Minuten lang mit allem Nachdruck ausgeschimpft worden waren. Niemand gab einen Ton von sich, bis zwei Blumen flüsterte. »Solche Vorträge hält er oft, und anschließend tut er etwas Tapferes.« Rincewind schnaubte. Am oberen Ende der Treppe lag die Leiche eines weiteren Wächters. Der plötzliche Tod schien ansteckend gewesen zu sein. Ein Bündel Schwerter lehnte an der Wand. Eine Schriftrolle hing daran. »Der große Zauberer zeigt uns den Weg erst seit zwei Minuten, und schon haben wir zusätzliches Glück!« kommentierte Lotusblüte. »Rührt die Schwerter nicht an!« sagte Rincewind. »Und wenn wir Soldaten begegnen?« fragte Schmetterling. »Sollten wir ihnen dann nicht bis zum letzten Blutstropfen Widerstand leisten?« »Nein!« erwiderte Rincewind sofort. »In einem solchen Fall solltet ihr möglichst schnell weglaufen!« »Ah, ja!« ließ sich zwei Blumen vernehmen. »Man laufe weg, um auch noch am nächsten Tag kämpfen zu können.« »So lautet ein altes Sprichwort in Ankh-Morpork.« Rincewind hatte immer angenommen, daß man weglief, um auch noch am nächsten Tag weglaufen zu können. »Es geschieht nur selten, daß Gefangene auf geheimnisvolle Weise freigelassen werden, alle Wächter tot vorfinden und bereitgelegte Waffen entdecken. Meint ihr nicht auch?« »Du hast die Karte vergessen«, sagte Schmetterling. Sie hob die Schriftrolle, und ihre Augen glänzten. »Zeigt sie uns den Weg aus der verbotenen Stadt?« fragte Rincewind. »Nein, sie zeigt uns den Weg zum Schlafgemach des Kaisers. Alles ist markiert. Bestimmt ist er im Palast. Wir sollten den Kaiser töten.« »Noch mehr Glück«, entfuhr es zwei Blumen. »Aber müssen wir den Kaiser unbedingt töten? Vielleicht genügt es, mit ihm zu reden, und...« »Habt ihr nicht gehört,« zischte Rincewind, »wir gehen nicht zum Kaiser. Habt ihr schon mal daran gedacht, daß sich Wächter nicht selbst erstechen, daß sich Zellentüren nicht von allein öffnen? Man findet keine zufällig herumliegenden Schwerter, und erst recht keine Karte mit dem Hinweis hier entlang. Abgesehen davon kann man nicht mit jemandem reden, der einen Teller mit Garnelenkeksen ohne Mahlzeit A für zwei Personen isst. »Nein«, sagte Schmetterling, »wir müssen diese gute Gelegenheit nutzen.« »Bestimmt gibt es noch andere Wächter, und zwar lebende.« »Dann kannst du uns noch einmal die Kraft deiner Wünsche vorführen.« »Glaubst du vielleicht, ich muß einfach nur mit den Fingern schnippen, um alle Wächter tot umfallen zu lassen?« »Bei diesen beiden hier hat es geklappt,« sagte Lotusblüte am Eingang des Verlieses. Sie war Rincewind mit Ehrfurcht begegnet. Jetzt wirkte sie geradezu entsetzt. »Reiner Zufall!« »Im Ernst«, meinte Schmetterling, »wir haben einen Freund im Palast. Vielleicht ist es jemand, der für uns sein Leben aufs Spiel setzt. Nun, wir wissen, daß einige Eunuchen auf unserer Seite sind.« »Vermutlich deshalb, weil sie nichts mehr zu verlieren haben.« »Hast du eine bessere Idee, großer Zauberer?« »Ja, zurück in die Zellen.« »Wie bitte?« »Es geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Und überhaupt, willst du wirklich den Kaiser umbringen? Ich meine, wirklich?« Schmetterling zögerte. »Wir haben oft darüber gesprochen. Zwei Feuerkraut hat immer wieder darauf hingewiesen. Wenn wir den Kaiser töten, entzünden wir damit die Fackel der Freiheit.« »Ja, du selbst würdest brennen.« »Wir fährt in die Zellen zurück. Dort ist es am sichersten. Was mich betrifft, ich, äh, sondiere die Lage.« »Das ist ein sehr tapferer Vorschlag,« sagte zwei Blumen. »Und typisch für ihn,« fügte er stolz hinzu. Schmetterling bedachte Rincewind mit jener Art von Blick, die er fürchtete. »Es ist tatsächlich eine gute Idee,« pflichtete sie ihrem Vater bei. »Und ich begleite dich.« »Oh, aber bestimmt wird es sehr gefährlich,« wandte Rincewind hasstig ein. »Was kann mir schon passieren, wenn ich mit dem großen Zauberer zusammengehe?«, erwiderte Schmetterling. »Stimmt, stimmt,« sagte zwei Blumen. »Mir ist nie etwas zugestoßen.« »Außerdem habe ich die Karte,« fuhr Schmetterling fort. »Es wäre doch sehr unangenehm, wenn du dich verirrst und rein zufällig die verbotene Stadt verläßt, oder?« Rincewind gab nach. »Zwei Blumens frühere Ehepartnerin mußte eine bemerkenswert intelligente Frau gewesen sein.« »Na schön, aber komm mir nicht in die Quere und befolge alle meine Anweisungen, klar?« Schmetterling verbeugte sich. »Zu Befehl, o großer Zauberer,« sagte sie. »Ich wußte es!«, heulte Kriecher der Unhöfliche. »Gift! Nein, nein!«, widersprach Herr Zervelatwurst. »Man isst es nicht, sondern reibt den Körper damit ein. Schau her, dann wird man das, was man in der Zivilisation sauber nennt.« Die meisten Hordenmitglieder standen bis zur Hüfte im warmen Wasser, und jeder versuchte, möglichst viele Teile seines eigenen Körpers mit den Händen zu bedecken. Der irre Polterer hatte sich geweigert, seinen Rollstuhl zu verlassen, weshalb nur sein Kopf aus dem Wasser ragte. »Es sticht,« klagte Kohen, »und meine Haut blättert ab.« »Das ist keine Haut,« sagte Herr Zervelatwurst, »habt ihr denn noch nie ein Bart gesehen?« »Oh, doch, ich habe schon mal eins gesehen,« erwiderte der junge Willi. »Als ich gegen den wahnsinnigen Bischof von Pseudopolis kämpfte. Er starb in einem. Ein Bart besteht aus Blasen und Schaum und so, und man bekommt fünfzehn nackte junge Frauen.« »Was ist denn?« »Ja, fünfzehn. Ich erinnere mich genau daran. Kein Zweifel.« »Klingt nicht schlecht,« meinte Kaleb, der Brecher. »Hier gibt es nur dieses Seifenzeug.« »Der Kaiser wird von zweihundertzwanzig Badefrauen gewaschen,« teilte sechs wohltätige Winde der Horde mit. »Ich könnte sie wecken lassen. Es lässt sich wahrscheinlich unter Lustbarkeiten verbuchen.« Der Umstand, dass sie bei keiner Behörde registriert waren, abgesehen von der die Plakate mit der Aufschrift »Gesucht« vorzugsweise Tod herausgab, spielte nur eine untergeordnete Rolle. Es kam in erster Linie aufs Prinzip an und natürlich auf die Verzinsung. »Nein, keine jungen Frauen. Darauf muß ich leider bestehen,« sagte Herr Zewelatwurst. »Ihr nehmt ein Bad, damit ihr sauber werdet. Für junge Frauen gibt es später noch Zeit genug.« »Ich habe eine Verabredung, wenn dies alles vorbei ist,« verkündete Kaleb ein wenig schüchtern und dachte voller Sehnsucht an eine jener wenigen Frauen, mit denen er sich jemals unterhalten hatte. »Sie hat einen eigenen Bauernhof. Könnte ihr dort unter die Arme greifen?« »Ich wette, du greifst dir nicht nur unter die Arme,« sagte der junge Willi. »Hahaha, was ist denn?« Sechs wohltätige Winde schob sich an den Lehrer heran, als die Horde erste Experimente mit dem Badeöl durchführte. »Sie trank davon.« »Ich weiß jetzt, was ihr stehlen wollt,« sagte er. »Tatsächlich,« erwiderte Herr Zewelatwurst höflich. Er beobachtete Kaleb, für den das Wort »Reinlichkeit« zum ersten Mal Bedeutung bekam. Er versuchte, sich mit dem Schwert die Fingernägel zu schneiden. »Ihr habt es auf den legendären Diamantensarg von Sziju abgesehen,« brachte sechs wohltätige Winde in triumphierendem Tonfall hervor. »Nein, wieder falsch getippt.« »Raus aus dem Wasser, meine Herren«, meinte sich Herr Zewelatwurst an die Horde. »Ich glaube, ja, ihr kennt euch jetzt nicht nur mit dem Geschäftsleben aus, sondern auch mit sozialen Kontakten.« »Hahaha, Entschuldigung.« »Und den Prinzipien der Besteuerung«, fuhr der frühere Lehrer fort. »Gehen wir uns tatsächlich damit aus?«, fragte Kohen. »Worum geht es dabei?« »Man nimmt den Händlern fast das ganze Geld weg«, erwiderte sechs wohltätige Winde und reichte ihm ein Handtuch. »Mehr steckt nicht dahinter. Das machen wir seit Jahren.« »Nein, ihr habt ihnen immer alles Geld wegnommen«, sagte Herr Zewelatwurst. »Und das ist falsch. Ihr tötet zu viele Händler, und die Überlebenden sind zu arm. Klingt völlig richtig für mich.« Kriecher der Unhöfliche bohrte sich den Zeigefinger ins Ohr und erforschte das krustige Etwas darin. »Händler arm, wir reich.« »Nein, nein, nein.« »Nein, nein, nein.« »Genau, so etwas ist nicht zivilisiert.« »Es ist wie mit den Schafen«, warf sechs wohltätige Winde ein. »Man zieht ihnen nicht einfach die Haut ab, sondern schert sie jedes Jahr.« Die Horde musterte ihn verwirrt. »Jäger und Sammler«, murmelte Herr Zewelatwurst, und ein Hauch Hoffnungslosigkeit lag in seiner Stimme. »Falsche Metapher.« »Ihr wollt das wundervolle singende Schwert von Wong stehlen, stimmt's?« flüsterte sechs wohltätige Winde. »Deshalb seid ihr hier.« »Habe ich recht?« »Nein, außerdem ist Stehlen eigentlich das falsche Wort.« »Nun, meine Herren, ihr seid zwar noch nicht richtig zivilisiert, aber ihr habt euch jetzt gewaschen, und viele Leute sehen da keinen Unterschied.« »Ich glaube, es wird Zeit, aktiv zu werden.« Die Horde strahlte. Sie glaubte sich wieder auf vertrautem Terrain. »Zum Thronsaal«, sagte Genghis Cohen. Sechs wohltätige Winde war zwar nicht besonders leicht von Begriff, aber schließlich zählte auch er zwei und zwei zusammen. »Der Kaiser«, stieß er hervor. In einer Mischung aus reinem Entsetzen und grimmigem Entzücken hob er die Hand zum Mund. »Ihr wollt ihn entführen!« Diamanten glänzten, als Cohen lächelte. Zwei tote Wächter lagen im Flur, der zu den kaiserlichen Gemächern führte. »Wie kommt es eigentlich, daß man euch alle lebend gefangen hat?« flüsterte Rincewind. »Die Soldaten, die ich gesehen habe, hatten große Schwerter. Wieso seid ihr nicht tot?« »Vermutlich sollten wir gefoltert werden«, erwiderte Schmetterling. »Es gelang uns, zehn Wächter zu verletzen.« »Ach, indem ihr sie mit Plakaten beklebt oder revolutionäre Lieder gesungen habt? Meine Güte, jemand wollte euch lebend!« Der Boden sang im Dunkeln. Jeder Schritt bewirkte unterschiedliches Quietschen und Knarren, wie auf den Dielen der unsichtbaren Universität. Doch derartiges erwartete man nicht an einem so erhabenen Ort wie dem Palast. »Man nennt es Nachtigallenboden«, sagte Schmetterling. »Alle Nägel sind mit kleinen Ringen und Manschetten versehen. So kann sich niemand unbemerkt näher.« Rincewind blickte auf die beiden Toten hinab. Keiner von ihnen hatte sein Schwert gezogen. Er verlagerte sein Gewicht auf das linke Bein, und es quietschte. Als er sich nach rechts beugte, knachte es. »Hier stimmt was nicht«, raunte er. »Auf einem solchen Boden kann man sich an niemanden heranschleichen. Die beiden Wächter wurden von jemandem umgebracht, den sie kannten. Verschwinden wir von hier.« »Wir gehen weiter«, sagte Schmetterling fest. »Es ist eine Falle. Jemand will euch benutzen, um seine schmutzige Arbeit zu erledigen.« Die junge Frau zog damit den Achseln. »An der großen Jadestatue nach links.« Vier Uhr morgens. Eine Stunde vor Sonnenaufgang. In den Prunksälen hielten sich Wächter auf, aber nicht viele. Immerhin lag dieser Bereich tief im Inneren der verbotenen Stadt mit ihren hohen Mauern und schmalen Toren. Hier rechnete man nicht mit Zwischenfällen. Man brauchte einen ganz besonderen Verstand, um die ganze Nacht leere Zimmer zu bewachen. Ein großer Fluß hatte einen solchen Verstand, der sanft durch einen ansonsten völlig hohlen Schädel trifftete. Er wurde ein großer Fluß genannt, weil er ebenso groß und schnell war wie der Hung. Zunächst hatte er Zimoringer werden wollen, war aber beim Intelligenztest durchgefallen, weil er den Tisch nicht gegessen hatte. Er konnte sich nicht langweilen, weil es ihm an der dafür notwendigen Fantasie fehlte, aber er hatte schließlich die schwierige Kunst erlernt, im Stehen zu schlafen. Derzeit düßte er zufrieden vor sich hin und hörte nur ein gelegentliches Quietschen, wie von einer sehr vorsichtigen Maus. Das Visier seines Helms schwang nach oben und jemand fragte, »Möchtest du lieber sterben, als deinen Kaiser zu verraten?« Eine zweite Stimme fügte hinzu, »Das ist keine Fangfrage.« Ein großer Fluß blinzelte. Dann glitt sein Blick nach unten. Eine Erscheinung in einem Rollstuhl mit quietschenden Rädern hielt ein ziemlich großes Schwert so, »Dass die Spitze genau an die Stelle zeigte, wo der obere Teil der Rüstung nicht ganz bis an den unteren heranreichte.« »Mindestens neunundzwanzig Personen gaben die falsche Antwort und sind nun getrockneter, zerriebener Fisch, äh, tot.« Eine vierte Stimme verkündete, »Und wir sind keine Einuchen.« Ein großer Fluß stöhnte leise vor Anstrengung, als er nachdachte. »Ich glaube, ich lieber leben möchte,« sagte er schließlich. Jemand klopfte ihm auf die Schulter. Ein Mann, der statt Zähn Diamanten im Mund hatte. »Ausgezeichnet. Willkommen in der Horde. Wir könnten jemanden wie dich gebrauchen, zum Beispiel als Belagerungswaffe.« »Wer ihr seid?« fragte ein großer Fluß. »Das ist Genghis Cohen,« stellte Herr Zervelatwurst vor. »Vollbringer großer Taten, Drachentöter, Städteplünderer. Einmal kaufte er einen Apfel.« Niemand lachte. Er Zervelatwurst wußte längst, daß die Horde nicht die geringste Idee von Sarkasmus hatte. Cohen und die anderen waren diesem Phänomen nie begegnet. Ein großer Fluß entstammte der Tradition des Gehorsams. Sein ganzes Leben lang hatte er Anweisungen befolgt. Er schloß sich dem Mann mit Diamantenzähnen an, weil man diesem Mann folgte, wenn er »Folge mir« sagte. »Aber bestimmt gibt es hier tausende von Soldaten, die tatsächlich lieber sterben, als ihren Kaiser zu verraten,« flüsterte sechs wohltätige Winde, als sie durch den Flur schritten. »Oh, gut«, erwiderte Cohen. »Nein, das ist schlecht«, sagte Herr Zervelatwurst. »Bei den Ninja wart ihr nur ein wenig ausgelassen.« »Ausgelassen?« mummelte sechs wohltätige Winde. »Aber einen wilden Kampf im Freien solltet ihr besser vermeiden. Das Durcheinander wäre zu groß.« Cohen trat zur nächsten Wand, die mit einem prächtigen Pfauenmuster geschmückt war. Er holte sein Messer hervor. »Papier«, sagte er. »Verdammtes Papier! Winde aus Papier!« Er schob seinen Kopf hindurch. Ein Schrei erklang auf der anderen Seite. »Oh, Verzeihung, gnädigste, offizielle Wandkontrolle!« Er zog den Kopf zurück und lächelte. »Man kann nicht einfach durch Wände gehen«, brachte sechs wohltätige Winde hervor. »Warum denn nicht?« »Weil, weil es Wände sind. Was würde passieren, wenn alle Leute durch Wände gingen? Wozu sind Türen da?« »Ich glaube, Türen sind für andere Leute bestimmt«, sagte Cohen. »In welcher Richtung befindet sich der Thronsaal?« »Was ist denn?« »Das ist spielerisches Denken«, erklärte Herr Zöffelartwurst, als sie Cohen folgten. »Genghis hat echt was auf dem Kasten, wenn's um spielerisches Denken geht.« »Was ist'n? Spiele mit einem Kasten?« »Nein, wohl eher mit den Muskeln.« »Spielerisches Denken mit den Muskeln?« murmelte sechs wohltätige Winde. »Oh, ich verstehe.« Rinspin schob sich in die Lücke zwischen der Wand und dem Bildnis eines fröhlichen Hundes mit heraushängender Zunge. »Und nun?« fragte Schmetterling. »Wie groß ist die Rote Armee?« »Tausende von entschlossenen Kämpfern gehören ihr an«, sagte die junge Frau trotzig. »In Hong-Hong?« »Nein, es gibt einen Kader in jeder Stadt.« »Weißt du das genau? Bist du ihnen begegnet?« »Das wäre zu gefährlich. Nur zwei Feuerkraut weiß, wie man Kontakt mit den anderen Gruppen aufnimmt.« »Komisch. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, jemand möchte eine Revolution. Und es fällt ihm sehr schwer, eine zu organisieren, weil ihr alle so verdammt respektvoll und höflich seid. Aber wenn man erst einmal Rebellen hat, kann man viel erreichen.« »Das ist doch absurd.« »Die Aufständischen in den anderen Städten. Bestimmt vollbringen sie lauter revolutionäre Heldentaten, nicht wahr?« »Wir hören immer wieder Berichte darüber.« »Von deinem Freund zwei Feuerkraut.« Schmetterling runzelte die Stirn. »Ja?« »Jetzt fängst du an, nachzudenken, nicht wahr?« fragte Rincewind. »Die Gehirnzellen beginnen endlich mit der Arbeit. Gut. Habe ich dich überzeugt?« »Ich weiß nicht.« »Lass uns zurückkehren.« »Nein, ich möchte herausfinden, ob du recht hast.« »Du stirbst vor Neugier, wie?« »Meine Güte, man könnte den Verstand verlieren. Pass mal auf.« Rincewind schritt zum Ende des Flurs, zu zwei breiten Türflügeln, die von Jade-Drachen flankiert waren. Er zog sie auf. Dahinter erstreckte sich ein großer, niedriger Raum. In seiner Mitte stand ein Himmelbett. Es ließ sich kaum feststellen, wer dort lag, aber seine völlige Reglosigkeit deutete auf jene Art von Schlaf hin, aus der man nie mehr erwacht. »Siehst du, er ist bereits tot.« Zwölf Soldaten richteten verblüffte Blicke auf Rincewind. Hinter ihm knachte der Boden und etwas raschelte. Dann folgte das Geräusch von nassem Leder, das an einen Stein geschlagen wurde. Rincewind sah zum nächsten Soldaten. Der Mann hielt ein Schwert in der Hand. Ein Blutstropfen ran über die Klinge und verharrte an ihrer Spitze, um den dramatischen Effekt zu erhöhen, bevor er zu Boden fiel. Rincewind hob den Blick und nahm kurz den Hut ab. »Ich bitte um Verzeihung«, sagte er. »Ist dies nicht Zimmer 3b?« Der Boden kreischte unter ihm und weiter hinten rief jemand seinen Spitznamen. »Lasst ihn nicht entkommen!« »Doch, laßt ihn entkommen«, biedete Rincewind. »Ja, bitte, laßt mich entkommen.« Er schlitterte um die nächste Ecke, durch die es eine Papierwand und landete in einem dekorativen Fischteich. Aber der fliehende Rincewind verfügte über katzenartige, sogar messianische Fähigkeiten. Es entstanden kaum Wellen auf der Wasseroberfläche, als er abprallte und weiter raste. Eine zweite Wand gab nach, und dahinter erstreckte sich ein anderer oder vielleicht der gleiche Flur. Hinter ihm landete jemand auf einer wertvollen Vase. Rincewind rannte. Weg! Das war der wichtigste Faktor einer gedankenlosen Flucht. Man lief weg. Das Wohin regelte sich von allein. Er sprang eine Treppe aus niedrigen Stufen hinunter, rollte unten ab und floh durch einen weiteren Flur. Seine Beine reagierten auf die gewohnte Weise. Zuerst ein wilder Sprint, um die unmittelbare Gefahrenzone zu verlassen, und dann ein Hochgeschwindigkeitsdauerlauf, um eine möglichst große Entfernung zu den Unannehmlichkeiten zu schaffen. Darauf kam es an. Die Geschichte berichtete von einem Läufer, der mehr als vierzig Kilometer lief, um Kunde von einer siegreichen Schlacht zu bringen. Traditionsgemäß galt er als bester Läufer aller Zeiten, aber hätte er die Nachricht von einer bevorstehenden Schlacht gebracht, wäre er unterwegs von Rincewind überholt worden. Und doch? Jemand schloß zu ihm auf. Ein Messer bohrte sich durch die Wand des Thronsaals und schnitt ein Loch hinein, das groß genug war, um einen Mann durchzulassen. Die Horde palaverte leise. Der fürchterliche Ferdinand hat nie den Hintereingang benutzt. Sei still! Von Heimlichtuerei und dergleichen hielt der fürchterliche Ferdinand nie etwas. Sei still! Als der fürchterliche Ferdinand Al-Kali angriff, ritt er mit tausenden Kriegern auf sehr kleinen Pferden direkt zum Haupttor. Ja, aber als ich den fürchterlichen Ferdinand zum letzten Mal sah, war sein Kopf aufgespießt. Zugegeben, der Kopf war tatsächlich aufgespießt. Allerdings am Haupttor. Was bedeutet, dass er es in die Stadt geschafft hat? Zumindest hat sein Kopf es geschafft. Meine Güte! Der Zöffelhardwurst seufzte erleichtert. Der Raum, den sie nun erreichten, brachte die Horde wenigstens vorübergehend zum Schweigen. Er war groß und zwar aus gutem Grund. Als ein Sonnenspiegel die Stämme und Länder und kleinen Inselnationen zu einem Reich einte, erbaute er einen Saal, der Gesandten und Botschaftern folgendes mitteilte. Dies ist der größte Raum, den ihr je gesehen habt, und seine Pracht überbietet alles, was ihr euch bisher vorstellen konntet, und bei uns gibt es noch viel mehr solcher Räume. Der Kaiser hatte damit beeindrucken wollen. Der Saal sollte Barbaren so sehr einschüchtern, daß sie jeden Widerstand aufkaben und sich auf der Stelle fügten. Man statte ihn mit großen Statuen aus, sagte ein Sonnenspiegel damals. Außerdem mit langen Tapisserien, Säulen und Skulpturen. Pure Erhabenheit sollte dem Besucher die Sprache verschlagen und ihm mitteilen. Dies ist Zivilisation. Du kannst entweder daran teilhaben oder sterben. Und jetzt sink auf die Knie, wenn du nicht auf andere Weise kleiner werden willst. Die Horde sah sich interessiert um. »Ganz hübsch«, sagte Kriecher der Unhöfliche schließlich. »Aber nichts gegen das Langhaus unseres Stamms überhaupt, sind's gut. Hier fehlt sogar die Feuerstelle in der Mitte. Seht nur. Protzig finde ich.« »Was ist denn?« »Typisch ausländisch. Ich würde den größten Teil der Einrichtung entfernen, Stroh auf dem Boden verteilen und ein paar Schilder an die Wände hängen.« »Was ist denn?« »Mit ein paar hundert Tischen könnte man hier drin ein ordentliches Gelage abhalten.« Kohen schritt durch den gewaltigen Saal und näherte sich dem Thron, der unter einem großen, bunten Baldach hinstand. »Nadden, Regen schirmt das Ding. Vielleicht regnet's durch. Dachziegelt Augen nichts. Unter einem ordentlichen Rieddach bleibt vierzig Jahre lang alles hübsch trocken.« Der Thron bestand aus lackiertem Holz, in dem viele kostbare Edelsteine glänzten. Kohen setzte sich. »Ist es jetzt soweit?« fragte er. »Haben wir's geschafft, Lehrer?« »Ja,« antwortete Herr Zeffelat Wurst. »Jetzt musst du natürlich noch damit durchkommen.« »Entschuldigt bitte,« warf sechs wohltätige Winde ein. »Was habt ihr geschafft?« Der frühere Lehrer wandte sich ihm zu. »Du weißt schon, das Ding, das wir hier stehlen wollen.« »Ja, wir haben es auf das ganze Reich abgesehen.« Einige Sekunden lang blieb das Gesicht des ehemaligen Steuereintreibers unverändert. Dann formte es allmählich ein entsetztes Grenzen. »Ich schätze, wir sollten frühstücken, bevor wir weitermachen,« sagte Herr Zeffelat Wurst. »Ja, Winde, wenn du so gütig wärst, jemanden zu rufen.« Sechs wohltätige Winde grinste noch immer. »Aber, aber so kann man doch kein Reich erobern,« ächzte er. »Dazu braucht man eine Streitmacht, so wie die Kriegsherren. Einfach so den Thronsaal zu betreten, ist gegen die Regeln, und, und, es gibt hier tausende von Wächtern.« »Ja, und Sie befinden sich alle da draußen,« meinte Herr Zeffelat Wurst. »Sie sind damit beschäftigt, uns zu beschützen,« fügte Cohen hinzu. »Sie schützen den wahren Kaiser.« »Das bin ich,« sagte Cohen. »Ach,« brummte Kriecher, »wer ist denn gestorben und hat dich zu seinem Nachfolger ernannt?« »Niemand braucht zu sterben,« ließ sich Herr Zeffelat Wurst vernehmen. »Das nennt man Usurpation.« »Genau,« brummte Cohen. »Man sagt einfach, »hey, Bursche, du bist gerade rausgeflogen.« »Klar, pack deine Sachen und verpiss dich zu irgendeiner Insel, oder?« »Gingis,« wandte Herr Zeffelat Wurst sanft ein. »Mählst du es für möglich, dass du in Zukunft auf eine solche Ausdrucksweise verzichten kannst? Sie ist nicht sehr zivilisiert.« Cohen zuckte mit den Achseln. »Ihr müßt trotzdem mit großen Schwierigkeiten rechnen,« sagte sechs wohltätige Winde. »Vielleicht nicht,« erwiderte Cohen. »Erklär es ihm, Lehrer.« »Hast du den, äh, früheren Kaiser jemals gesehen, Herr Winde?« fragte Herr Zeffelat Wurst. »Natürlich nicht, kaum jemand hat ihn.« Er unterbrach sich. »Na bitte,« sagte Herr Zeffelat Wurst. »Du verstehst ziemlich schnell, Herr Winde, wie es dem Lord Ersten und obersten Steuereintreiber gebührt.« »Aber es klappt bestimmt nicht, weil...« Sechs wohltätige Winde unterbrach sich erneut, als Herr Zeffelat Wursts Worte sein Gehirn erreichten. »Lord Erster und oberster Steuereintreiber? Ich? Der schwarze Hut mit dem rubinroten Knopf?« »Ja, und mit einer Feder, wenn du möchtest,« fügte Cohen großzügig hinzu. Der Steuereintreiber dachte darüber nach. »Nun, angenommen, es gibt da einen Distriktverwalter, der seine Mitarbeiter sehr schlecht behandelt, vor allem den hart arbeitenden Stellvertreter, der deshalb eine ordentliche Tracht Prügel verdient.« »Das fiele in den Zuständigkeitsbereich des Lord Ersten und obersten Steuereintreibers.« Das Lächeln von sechs wohltätige Winde drohte nun, die obere Hälfte des Kopfes von der unteren zu trennen. »Was neue Steuern betrifft,« sagte er, »ich bin immer der Ansicht gewesen, dass frische Luft viel zu billig angeboten wird, wenn man die hohen Produktionskosten bedenkt.« »Wir hören deinen Ideen mit großem Interesse zu,« versicherte Herr Zöffelartwurst. »Doch zuerst solltest du fürs Frühstück sorgen.« »Und laß jene Leute kommen, die glauben, den Kaiser zu kennen,« meinte Kohen. Der Verfolger kam näher. Rinswin schrutschte um eine Ecke und sah weiter vorn drei Wächter, die den Flur blockierten. Sie waren nicht tot. Und sie trugen Schwerter. Jemand prallte von hinten gegen den Zauberer, stieß ihn zu Boden und raste weiter. Rinswin schloss die Augen. Es pochte mehrmals. Jemand stöhnte. Dann erklang ein seltsames metallisches Geräusch. Es stammte von einem Helm, der sich auf dem Boden drehte. Rinswin wurde auf die Beine gezogen. »Willst du hier den ganzen Tag herumliegen?« fragte Schmetterling. »Komm, die anderen sind dicht hinter uns.« Rinswin sah zu den redlosen Wächtern und lief wieder los. »Wie viele sind es?« brachte er hervor. »Sieben, aber zwei von ihnen hinken, und einer kann nur noch mit Mühe Luft holen. Komm weiter!« »Du hast gegen sie gekämpft?« »Vergäutest du immer wertvollen Atem auf diese Weise?« »Ich bin nie jemandem begegnet, der so schnell läuft wie ich.« Sie brachten eine weitere Ecke hinter sich und kollidierten fast mit einem anderen Wächter. Schmetterling hielt nicht an. Sie hob das eine Bein, wirbelte auf dem anderen um die eigene Achse und trat dem Mann so fest gegen das Ohr, daß er sich drehte und auf dem Kopf landete. Die junge Frau legte eine kurze Pause ein, schnaufte und strich eine Haarsträhne zurück. »Wir sollten uns beeilen«, sagte sie. »Oh, nein«, erwiderte Rinswin. »Ich muß dich beschützen.« »Ich kehre zu den anderen zurück, und du lockst die Soldaten fort.« »Könnt ihr das alle?« »Natürlich«, erwiderte Schmetterling. Es klang trotzig. »Ich habe dir doch gesagt, daß wir gegen die Wächter kämpfen, die verdammten Mörder. Man will alles uns in die Schuhe schieben.« »Ich habe dich mehrmals darauf hingewiesen. Und abgesehen davon, du wolltest den Kaiser doch umbringen, oder?« »Ja, aber wir sind Rebellen, und er wurde von Palastwächtern getötet.« »Nein, keine Zeit. Wir sehen uns im Himmel wieder.« Schmetterling sauste fort. »Oh«, Rinswin sah sich um. Es war still geworden. Wächter erschienen am Ende des Korridors und ihre große Vorsicht verriet, daß sie bereits Erfahrungen mit Schmetterling gesammelt hatten. »Da! Ist sie es! Nein, es ist er! Den schnappen wir uns!« Rinswin beschleunigte wieder, stürmte durch einen anderen Flur und stellte fest, daß es eine Sackgasse war, die möglicherweise an seinem Grab endete. Er fand eine Tür, trat sie auf, lief einige Meter weit und wurde langsamer. Dunkelheit empfing ihn. Nach den Geräuschen und dem Geruch in der Luft befand er sich in einer Art Stall. Es war nicht völlig finster. Rinswin bemerkte mattes Licht, das von einem Feuer zu stammen schien. Er wandte sich in die entsprechende Richtung und sah glühende Kohlen unter einem riesigen Kessel, in dem Reis kochte. Als sich seine Augen an die Düsternis gewöhnt hatten, bemerkte er Gestalten, die an beiden Wänden eines großen Raums auf Platten lagen. Sie schnarchten leise. Es mußten Personen sein. Vielleicht waren es sogar Menschen, beziehungsweise Leute, die von Menschen abstammten. Irgendwann schien jemand gesagt zu haben, »Mal sehen, wie groß und dick Menschen werden können. Versuchen wir, wirklich große Burschen zu züchten.« Die Kleidung jedes der Riesen bestand aus etwas, das Rinswin für eine Windel hielt. Und neben jedem von ihnen stand eine Schüssel, die genug Reis für zwanzig normale Personen enthielt, falls der betreffende Gigant erwachte oder Lust auf einen kleinen Imbiss verspürte. Zwei Verfolger erschienen in der Tür und blieben stehen. Nach einigen Sekunden setzten sie sich wieder in Bewegung, aber ganz behutsam, und sie beobachteten dabei die schlafenden Fleischberge. »Oi, oi, oi«, rief Rinswind. Die Männer verharrten und starrten zu ihm. »Aufgewacht! Aufgewacht! Raus aus den Federn!« Er griff nach einer großen Schöpfkelle und hämmerte damit an den Kessel. »Morgenstund hat Gold im Mund. Wer rastet, der rostet! Na los, aufstehen! Aufstehen!« Die Schläfer bewegten sich. »Oi, oi!« Der große Raum erbebte, als vierzig baumstammdicke Beine von den Platten herunterschwangen. Die Fleischberge gaben sich eine neue Form, und Rinswind hatte den Eindruck, von zwanzig kleinen Pyramiden beobachtet zu werden. »Oi, oi!« Die Männer dort, sagte Rinswind und deutet zu den Verfolgern, die langsam zurückwichen. »Sie haben ein Brötchen mit Schweinefleisch.« »Oi, oi!« Und mit Senf. »Oi, oi!« Zwanzig ziemlich kleine Köpfe drehten sich. Insgesamt achtzig spezialisierte Neuronen wurden aktiv. Und der Boden erzitterte. Die Ringer näherten sich den Wächtern. Ihr langsamer, zielstrebiger Lauf konnte nur von anderen Ringern gestoppt werden, oder von einem Kontinent. »Oi!« Rinswind raste zu einer fernen Tür und durchbrach sie. Dahinter saßen zwei Männer in einem kleinen Raum, tranken Tee und spielten Shibo, während ein Tritter zusah. »Die Ringer sind los!« rief Rinswind. »Ich fürchte, sie gehen durch!« Einer der beiden Spieler legte die Shibo-Steine beiseite. »Mist! Und sie haben erst vor einer Stunde zu essen bekommen!« Sie kriffen nach Netzen, Stöcken und Schutzkleidung und ließen Rinswind allein in dem kleinen Raum zurück. Er entdeckte eine weitere Tür und schlenderte hindurch. So langsam ging er nur selten. Rinswind hoffte, dass er durch die eingesparte physische Geschwindigkeit schneller denken konnte. Jetzt brauchte er vor allem die eine oder andere gute Idee. Im nächsten Flur setzte sich der gewöhnliche Überlebensinstinkt wieder durch. Er sprintete erneut los, nach dem Prinzip, dass Mangel an Verfolgern noch lange kein Grund ist, nicht mehr wegzulaufen. Lord Hong faltete Papier. Er verstand es meisterhaft, Papier zu falten, denn er investierte dabei seine ganze Konzentration. Lord Hongs Verstand glich einem Messer, einem mit chromer Klinge. Die Tür glitt beiseite. Ein Wichter kam herein, das Gesicht rot vom langen Laufen. Er warf sich zu Boden. »Oh, Lord Hong, gepriesen sei er und...« »Ja, schon gut«, sagte Lord Hong und probierte eine sehr schwierige Falte. »Was ist diesmal schiefgegangen?« »Lord?« »Ich habe gefragt, was diesmal schiefgegangen ist.« »Wir haben den Kaiser getötet, wie befohlen.« »Wie von wem befohlen?« »Lord, die Anweisung stammte von dir.« »Tatsächlich«, Lord Hong faltete das Papier nun der Länge nach. Der Wächter schloss die Augen. Er hatte eine kurze Vision von der Zukunft, die einen aufgespießten Kopf betraf.« Er schluckte und fuhr fort. »Die... die Gefangenen, Lord. Sie sind verschwunden. Wir hörten, wie sich jemand näherte, und dann sahen wir zwei Personen, Lord, wie wir verfolgten sie, doch von den anderen fehlte jede Spur.« »Keine revolutionären Sprüche.« »Keine Plakate.« »Keine Schuldigen.« »Nein, Lord.« »Ich verstehe.« »Bleib hier.« »Lord Hongs Hände falteten weiter, als er zur dritten Person im Zimmer blickte.« »Hast irgendetwas zu sagen, zwei Feuerkraut?«, fragte er freundlich. Der Revolutionsführer wirkte verlegen. »Die Rote Armee ist recht teuer gewesen«, sagte Lord Hong. »Allein die Druckkosten. Du kannst wohl kaum behaupten, du hättest keine Hilfe von mir bekommen. Wir haben die Tür aufgeschlossen, die Wächter getötet, deinen jämmerlichen Leuten Schwerter und sogar eine Karte gegeben. Wer soll mir glauben, dass sie den Kaiser getötet haben? Möge er zehntausend Jahre lang tot bleiben. Wenn sie spurlos verschwunden sind, man wird Fragen stellen.« »Zu viele Fragen.« »Und ich kann nicht alle umbringen. Außerdem scheinen sich einige Barbaren im Gebäude aufzuhalten.« »Offenbar ist irgendetwas schiefgegangen, Lord.« Zwei Feuerkraut war wie hypnotisiert von den Bewegungen der Hände, die über das Papier strichen. »Sehr bedauerlich. Es gefällt mir nicht, wenn Dinge schiefgehen.« »Wächter, wasch dein jämmerliches Selbst rein und bring diesen Mann fort. Ich muss es mit einem anderen Plan versuchen.« »Lord!« »Ja, zwei Feuerkraut.« »Als du, als wir vereinbarten, als vereinbart wurde, dass die Rote Armee dir ausgeliefert wird, hast du mir, äh, Straffreiheit zugesichert.« Lord Hong lächelte. »Oh ja, ich erinnere mich. Ich habe versprochen, deinen Tod wieder schriftlich noch mitgesprochenen Worten zu befehlen, oder?« Er knickte die letzte Falte, öffnete die Hände und setzte das Papiergebilde auf den lackierten Tisch an seiner Seite. Zwei Feuerkraut und der Soldat betrachteten es. »Mächter, bring ihn fort«, sagte Lord Hong. Dutzende von Falten formten die Gestalt eines Mannes. Allerdings schien das Papier nicht für einen Kopf ausgereicht zu haben. Der engste Kreis des kaiserlichen Hofs bestand aus etwa achtzig Männern, Frauen und Anuchen, bei denen sich verschiedene Stadien von Schlaflosigkeit beobachten ließen. Was sie auf dem Thron sahen, erstaunte sie sehr. Und die Horde war vom Hofstaat erstaunt. »Wer sind die Vetteln mit den Essigs-Aureminen?« flüsterte Kohen. Geistesabwesend warf er ein Messer hoch und fing es wieder auf. »Die würde ich nicht einmal verbrennen.« »Es sind die Ehefrauen des früheren Kaisers«, erwiderte sechs wohltätige Winde leise. »Wir müssen sie doch nicht heiraten, oder?« »Ich glaube nicht. Warum sind ihre Füße so klein?«, fragte Kohen. »Ich mag Frauen mit großen Füßen.« Sechs wohltätige Winde erklärte es ihm. Daraufhin verhärteten sich Kohens Züge. »Ich lerne eine Menge über Zivilisation«, sagte er. »Lange Fingernägel, verkrüppelte Füße und Diener, die ohne ihre Bömmelmänner herumlaufen müssen.« »Ha! Was geht hier vor, wenn ich mir diese Frage erlauben darf?« erkundigte sich ein Mann in mittleren Jahren. »Wer bist du, und wer sind diese alten Eunuchen?« »Wer bist du?« Kohen zog sein Schwert. »Ich muss es wissen, damit dein Name in den Krabstein gemeißelt werden kann. Vielleicht wäre es an dieser Stelle angebracht, sich vorzustellen.« »Ezevelat Wurst trat vor.« »Dies ist Genghis Kohen. Bitte steck das Schwert weg, Kohen. Ein bekannter Baba, und das hier sind seine Gefährten. Sie bilden die sogenannte Graue Horde und haben eure Stadt überrannt. Du bist...« »Babarische Eroberer«.« »Der Mann schenkte ihm keine Beachtung und schnaufte abfällig.« »Die Orden von barbarischen Eroberern bestehen aus tausenden von Barbaren. Sie reiten auf kleinen Pferden und greifen beim Haupttor an.« »Ich hab's ja gesagt,« brummte Kriecher der Unhöfliche. »Aber niemand wollte auf mich hören.« »Und in den Straßen gibt es Feuer, Schrecken, Raub, Plünderungen und jede Menge Blut.« »Wir haben noch nicht gefrühstückt,« sagte Kohen und warf erneut das Messer hoch. »Hm, ich sterbe lieber, als von jemandem wie dir Befehle entgegenzunehmen.« Kohen zuckte mit den Achseln. »Warum hast du das nicht gleich gesagt?« »Oh«, kommentierte sechs wohltätige Winde. Die Klinge verfehlte ihr Ziel nicht. »Wer war er?« fragte Kohen, als der Mann tot zu Boden sank. »Kannte ihn jemand?« »Genghis«, Herr Zeffelatwurst schüttelte den Kopf. »Wenn die Leute sagen, dass sie lieber sterben, so meinen sie das nicht ernst. Zumindest nicht immer.« »Warum sagen sie es denn?« »Nun, äh, sie sagen es einfach.« »Liegt es an der Zivilisation?« »Ich denke schon.« »Wir sollten lieber Klarheit schaffen.« Kohen stand auf. »Rand hoch, wer mich als neuen Kaiser ablehnt und lieber sterbt.« »Niemand?« fragte Herr Zeffelatwurst. Rincewind lief wieder durch einen Flur. Gab es hier überhaupt keinen draußen? Mehrmals hatte er gehofft, einen Ausgang gefunden zu haben, doch die entsprechenden Türen führten zu Innenhöfen mit plätschernden Springbrunnen und Weidenbäumen.« »Und jetzt erwachten die Leute allmählich.« Rincewind hörte. »Hastige Schritte hinter sich?« Eine Stimme rief. »Hey!« Er hastete zur nächsten Tür. Dampf füllte den Raum dahinter in dichten Schwaden. Undeutlich sah Rincewind eine Gestalt, die ein großes Rad drehte. Und das Wort Folterkammer kam ihm in den Sinn, bis er den Geruch von Seife wahrnahm, der das erste Wort durch »Wäscherei« ersetzte. Bleiche und unglaublich saubere Leute sahen ohne großes Interesse von den Bottichen auf. Rincewind bezweifelte, daß sie von den jüngsten Ereignissen im Rest der Welt wußten. Er schlenderte an den blubbernden Kesseln vorbei. »Weiter so, guter Mann. Immer hübsch schrubben und schrubben. Und die Mangel drehen. Ja, so ist es richtig. Gibt es hier einen zweiten Ausgang? Oh, gute Blasen. Das sind wirklich gute Blasen. Ah!« Einer der Wäschereiarbeiter, vielleicht der Chef, bedachte Rincewind mit einem argwöhnischen Blick und öffnete den Mund, vermutlich in der Absicht, eine unangenehme Frage zu stellen. Der Zauberer rannte los, überquerte einen Hof mit Wäscheleien, die ein komplexes Zickzackmuster bildeten, blieb schließlich mit dem Rücken an der Wand stehen und keuchte. Zwar protestierte sein Überlebensinstinkt, aber es wurde Zeit, eine Pause einzulegen und nachzudenken. Man verfolgte ihn. Besser gesagt, man verfolgte jemanden, der einen lädierten roten Mantel und einen halb verbrannten spitzen Hut trug. Es kostete Rincewind viel geistige Kraft, Folgendes zu denken. Vielleicht verfolgte man ihn nicht mehr, wenn er etwas anderes trug. Vor ihm baumelten Hemden und Hosen an Wäscheleien. Ihre Form bestand in der gleichen Beziehung zur Schneiderei wie das Fällen von Bäumen zur Tischlerei. Jemand hatte Röhren gewählt und seine Entscheidung nie in Frage gestellt. Solche Kleidung trugen fast alle Leute in Hung-Hung. Der Palast ist praktisch eine eigene Stadt, sagte die Stimme der Vernunft. Bestimmt wimmelt es hier von Leuten, die alle irgendeiner Arbeit nachgehen. Du müsstest deinen Hut abnehmen, fügte die Stimme hinzu. Rincewind zögerte. Einem Nicht-Zauberer fiel es sicher schwer, die ungeheure Tragweite eines solchen Vorschlags zu verstehen. Ein Zauberer würde eher auf Mantel und Hose verzichten als auf den Hut. Ohne den Hut hielt man ihn vielleicht für eine ganz gewöhnliche Person. Schreie erklangen in der Ferne. Die Stimme der Vernunft gelangte zu dem Schluss, dass sie ebenso tot enden würde wie der Rest von Rincewind, wenn sie keine drastischen Maßnahmen ergriff. »Na schön, behält unseren blöden Hut«, sagte sie voller Sarkasmus. »Weg in unserem blöden Hut sind wir in eine solche Situation geraten. Glaubst du etwa, dass du bald noch einen Kopf hast, auf dem du ihn tragen kannst?« Auch Rincewinds Hände begriffen, daß die Zeiten außerordentlich interessant und sehr kurz werden würden, wenn sie nichts unternahmen. Sie streckten sich der Wäschelein entgegen, nahmen ein Hemd und eine Hose, stopften beides in die Manteltasche. Die Tür strang auf. Einige Wächter verfolgten ihn noch immer, und inzwischen hatten sich ihnen zwei Zimohirten angeschlossen. Einer von ihnen richtete einen Stock auf Rincewind. Der Zauberer stürmte zu einem Torbogen und erreichte einen Garten. Dort erhob sich eine Pagode. Weidenbäume wuchsen friedlich. Auf der nahen Brücke stand eine hübsche junge Dame und fütterte die Vögel. Ein Mann malte die Szene. Kohen rieb sich die Hände. »Niemand.« »Gut, das wäre also geklärt.« »Ehm«, ein kleiner Mann zupfte nervös an seiner Jacke und hielt den Kopf gesenkt, als er sagte, »Entschuldige bitte, aber was würde passieren, wenn wir die Wächter rufen und sie auffordern, dich gefangen zu nehmen. Damit schildere ich natürlich nur die hypothetische Situation.« »Wir hätten euch alle umgebracht, bevor die Soldaten auch nur halb durch die Tür sind«, antwortete Kohen schlicht und hörte, wie die Leute vor ihm erschrocken nach Luft schnappten. »Weitere Fragen?« »Nein, der Kaiser, ich meine, der frühere Kaiser hatte einige sehr spezielle Wächter.« Etwas klimperte. Ein kleines Objekt mit vielen Spitzen rollte über die Treppenstufen und drehte sich auf den Boden. Ein Wurfstern. »Wir sind Ihnen begegnet«, brummte der junge Willi. »Gut, gut«, sagte der kleine Mann. »Dann scheint ja alles in Ordnung zu sein. Zehntausend Jahre dem Kaiser.« Die anderen wiederholten den Ruf. Ihre Stimmen klangen ein wenig rau. »Wie heißt du, junger Mann?«, fragte Herr Zeffelatwurst. »Vier große Hörner, Herr.« »Gut, ausgezeichnet. Du wirst es noch weit bringen, da bin ich sicher. Welchen Beruf übst du derzeit aus?« »Ich bin erster Assistent des Großkämmerers, Herr.« »Und wer ist der Großkämmerer?« »Vier große Hörner deutete auf den Mann, der lieber gestorben war, als von Kohen Befehle entgegenzunehmen.« »Na bitte«, sagte Herr Zeffelatwurst. »Anpassungsfähige Leute dürfen mit raschen Beförderungen rechnen, Großkämmerer. Und nun? Der Kaiser wünscht das Frühstück.« »Was mag er besonders?«, fragte der neue Großkämmerer und bemühte sich, sehr anpassungsfähig auszusehen. »Viele Dinge. Derzeit möchte er ein großes Stück Fleisch und jede Menge Bier. Du wirst feststellen, daß der neue Kaiser ganz leicht zu bewerten ist.« Herr Zeffelatwurst lächelte das wissende Lächeln eines Mannes, der sicher sein kann, daß außer ihm niemand den Witz versteht. »Der Kaiser hält nichts von Dingen, die er komischer ausländischer Kram mit Augen drin und so nennt. Er zieht gesundes, nahrhaftes Essen vor, zum Beispiel Würstchen. Sie bestehen aus Teilen von verschiedenen Tierorganen, die man in eine Art Tüthaus-Darm stopft. Aber wenn du ihn erfreuen möchtest, bring ihm ein großes Stück Fleisch. Habe ich nicht recht, Genghis?« Kohens Blick galt den versammelten Höflingen. »Wenn man neunzig Jahre lang alle Angriffe überlebt hat, zu denen Männer, Frauen, Trolle, Zwerge, Riesen, grüne Dinge mit vielen Beinen und in einem Fall auch ein wütender Hummer imstande sind, kann man eine Menge herausfinden, indem man sich Gesichter ansieht.« »Hä?« erwiderte er. »Oh ja, stimmt haargenau, große Stücke. Steuereintreiber, was machen diese Leute den ganzen Tag?« »Was sollen sie machen? Ich möchte, daß sie Leine ziehen.« »Herr?« »Kompliziertes Piktogramm«, sagte Herr Zervelatwurst. Der neue Großkämmerer blinzelte verblüfft. »Was hier?« »Es ist nur eine Redewindung. Der Kaiser möchte, daß alle Leute schnell diesen Raum verlassen.« Die Höflinge eilten fort. Manchmal bringt ein kompliziertes Piktogramm mehr zum Ausdruck als tausend Worte. Nach dem Chaos stand der Maler vier dicke Frösche auf, zog sich den Pinsel aus der Nase, holte die Staffelei aus dem Baum und versuchte, friedvolle Gedanken zu denken. Der Garten hatte sich verändert. Der Weidenbaum ragte nun krumm zur Seite. Das Dach der Pagode war von einem außer Kontrolle geratenen Ringer verspeist worden. Die Tauben waren geflohen, die Brücke war zerstört, sein Modell, die Konkobine Jadefächer, war schreiend fortgelaufen. Allerdings hatte sie vorher erst aus dem Zierteich steigen müssen. Und jemand hatte seinen Strohhut gestohlen. Vier dicke Frösche rückte den Rest seiner Kleidung zurecht und versuchte, sich zu fassen. Die Tafel mit seinen Skizzen war natürlich zerbrochen. Er zog eine andere aus dem Beutel und griff nach der Staffelei. Ein großer Fußabdruck prangte in ihrer Mitte. Vier dicke Frösche war den Tränen nah. Er hatte ein gutes Gefühl mit dem Bild verbunden und gewußt, daß man sich noch lange Zeit daran erinnern würde. Und dann die Farben. War den Leuten denn gar nicht klar, wie viel ordentliches Zinnoberrot heute kostete? Er riß sich zusammen. Es stand ihm also nur noch blau zur Verfügung. Und wenn schon, dachte er entschlossen, ich zeig's Ihnen. Er schenkte der allgemeinen Verwüstung so wenig Beachtung wie möglich und konzentrierte sich auf die Szene vor seinem inneren Auge. »Malzin«, murmelte er, »Jadefächer wird über die Brücke gejagt, von einem Mann, der mit beiden Armen winkt und aus dem Weg ruft, gefolgt von einem Mann mit Stock, drei Wächtern, fünf Wäschereiarbeitern und einem Ringer, der nicht anhalten kann.« Er mußte die ganze Sache natürlich ein wenig vereinfachen. Die Verfolger sausten um eine Ecke, abgesehen von einem Ringer, der zu einem so komplizierten Manöver nicht fähig war. »Wohin ist er verschwunden?« Sie standen auf einem Hof. Auf der einen Seite befanden sich Schweinestille, auf der anderen mehrere Kehrrichthaufen. Und in der Mitte des Hofs lag ein spitzer Hut. Ein Soldat wollte vortreten, doch ein Kollege hielt ihn am Arm fest. »Vorsicht«, sagte er, »es ist doch nur ein Hut. Und wo steckt der Rest des Burschen? Er kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben.« »Sie traten einen Schritt zurück.« »Du hast ebenfalls von ihm gehört, nicht wahr?« »Es heißt, ein Wink von ihm hat eine Mauer explodieren lassen.« »Das ist noch gar nichts. Man sagt, dass er in den Bergen auf einem unsichtbaren Drachen erschien.« »Was sollen wir, Lord Hong, berichten?« »Ich möchte nicht in Stücke gerissen werden.« »Und ich möchte Lord Hong nicht mitteilen müssen, dass wir seine Spur verloren haben. Wir sind auch so schon in Schwierigkeiten. Meine Güte, ich habe gerade erst diesen Helm bezahlt.« »Nun, wir könnten den Hut nehmen, als Beweisstück.« »Hier, nimm ihn.« »Was, ich? Nimm du ihn!« »Vielleicht ist er mit schrecklichem Zauber geschützt.« »Ach, und deshalb möchtest du, dass ich ihn nehme? Herzlichen Dank. Lass ihn von einem der anderen aufheben.« Die Wäschereiarbeiter wichen zurück. Ihre achatene Gewohnheit des Gehorsams verdunstete jetzt wie Morgentau. Nicht nur den Soldaten waren Gerüchte zu Ohren gekommen. »Wir haben zu tun. Du musst dringend eine Socke waschen.« Der Wächter drehte sich um. Ein Bauer wankte aus seinem Schweinestall. Er trug einen Sack. Sein Gesicht blieb unter einem großen Strohhut verborgen. »Hey, du!« Der Mann sank auf die Knie und preßte die Stirn an den Boden. »Töte mich nicht!« Die Wächter wechselten einen raschen Blick. »Wir haben nicht die Absicht, dir etwas anzutun,« sagte einer von ihnen. »Wir möchten nur, dass du den Hut dort aufhebst und in uns bringst.« »Welchen Hut meinst du, oh mächtiger Krieger?« »Den dort drüben. Bring ihn her. Jetzt sofort.« Der Mann krappelte übers Pflaster. »Diesen Hut hier, oh großer Lord.« »Ja.« Die Finger des Bauern krochen über Kopfsteine und tasteten nach der ausgefransten Krempel des Huts. Plötzlich schrie der Mann. »Deine Frau ist ein großes Nilpferd. Mein Gesicht schmilzt. Es schmilzt!« Rincewind wartete, bis das Klatschen der Sandalen in der Ferne verhallte. Dann stand er auf, klopfte den Staub vom Hut und verstaute ihn im Sack. Es hatte besser geklappt als erwartet, und der Erfolg verhalf Rincewind über eine weitere wichtige Erkenntnis über das Erhatene Reich. Niemand achtete auf Bauern. Vermutlich lag es an der Kleidung und dem Strohhut. Nur gewöhnliche Leute trugen so etwas. Woraus folgte? Wer so etwas trug, mußte zu den gewöhnlichen Leuten gehören. Ein ähnliches Prinzip galt auch für den Hut eines Zauberers. Leuten mit spitzen Hüten begegnete man sehr respektvoll, um sie nicht zu kränken. Doch jemand, auf dessen Haupt ein Strohhut ruhte, verdiente nur ein herablassendes »Hey, du!« Hinter Rincewind rief jemand »Hey, du!« und schlug ihn mit einem Stock auf den Rücken. Das zornige Gesicht eines Dieners erschien vor ihm. Der Zeigefinger des Mannes berührte ihn fast an der Nase. »Du bist spät dran! Hast getäuscht was! Böser Mann! An die Arbeit!« »Ich!« Der Stock traf Rincewind erneut. Der Diener deutete auf eine Tür. »Frechheit! Schäm dich an die Arbeit!« Rincewinds Gehirn bereitete folgende Worte vor. »Oh, du hältst dich wohl für Herrn Allmächtig, weil du einen Stock hast, wie? Zufälligerweise bin ich ein großer Zauberer. Weißt du, wohin du dir den Stock schieben kannst?« Irgendwo auf dem Weg vom Gehirn zum Mund verwandelten sich die Worte. »Ja, Herr! Sofort, Herr!« Die Horde blieb allein im Thronsaal zurück. »Nun, meine Herren, wir haben es geschafft«, sagte der frühere Lehrer. »Die Welt liegt zu euren Füßen.« »Alle Schätze, die wir wollen«, fragte Kriecher der Unhöfliche. »Ja, dann lasst uns keine Zeit verlieren. Ich schlage vor, wir besorgen uns Säcke.« »Das hat keinen Sinn«, sagte Herr Zövlatwurst. »Ihr würdet euch nur selbst bestiehlen. Das ist ein Reich. Man schiebt es nicht einfach in einen großen Beutel, um es am nächsten Lagerfeuer zu teilen.« »Was ist mit dem Schinden und vergewaltigen?« Er Zövlatwurst seufzte. »Soweit ich weiß, besteht der geiserliche Harem aus dreihundert Konkobinen. Bestimmt freuen sie sich sehr, euch zu sehen, besonders wenn ihr vorher die Stiefel auszieht.« Die Alten wirkten so verdutzt wie Fische, die versuchten, das Konzept des Fahrrads zu verstehen. »Wir sollten nur kleine Dinge nehmen«, sagte der junge Willi schließlich. »Zum Beispiel Rubine und Smaragde. Und wenn wir diesen Ort verlassen, zünden wir alles an«, meinte Vincent. »Papierwände und lackiertes Holz. Brennt sicher wie Zunder.« »Nein, nein, nein«, widersprach Herr Zövlatwurst. »Allein die Vasen in diesem Saal sind ein Vermögen wert. Sie sind zu groß, um sie einem Pferd auf den Rücken zu binden.« »Ich habe euch die Zivilisation gezeigt«, rief Herr Zövlatwurst. »Ja, ist durchaus einen Besuch wert, nicht wahr, Cohen?« Cohen saß mit krummem Rücken auf dem Thron und sah zur gegenüberliegenden Wand. »Was? Ich meine, wir sollten nehmen, was wir tragen können, und dann ab nach Hause.« »Nach Hause?« »Ja.« »Das war doch der Plan, nicht wahr?« »Cohen sah zu Herrn Zövlatwurst.« »Ja, der Plan.« »Ein guter Plan«, lobte Kriecher. »Großartige Idee. Du wirst hier zum Boss ausgezeichnet. Toller Trick. Er spart uns eine Menge Mühe. Dadurch brauchen wir nicht an Schlössern herumzufummeln und so. Es geht also nach Hause, stimmt's, mit all den Schätzen, die wir tragen können.« »Zu welchem Zweck?« fragte Cohen. »Zu welchem Zweck? Es sind Schätze!« Cohen schien eine Entscheidung zu treffen. »Wofür hast du deine letzte Beute ausgegeben, Kriecher? Du hast drei Säcke mit Gold und Edelstein aus dem Spukschloss geholt, habe ich recht?« Kriecher wirkte so verwirrt, als hätte Cohen nach dem Geschmack von Purpur gefragt. »Wofür ich das Geld ausgegeben habe? Keine Ahnung. Du weißt ja, wie das ist. Es spielt doch gar keine Rolle, wofür man es ausgibt. Es ist Beute. Und außerdem, was stellst du mit dem Zeug an?« Cohen seufzte. Kriecher konnte es kaum fassen. »Du denkst doch nicht etwa daran, hier in Hung Hung zu bleiben, oder?« Er starrte Herrn Zövlatwurst an. »Was habt ihr beiden ausgetöftelt?« Cohen trommelte mit den Fingern auf die Armlehne des Throns. »Eben hast du gesagt, wir sollten nach Hause zurückkehren. Welchen Ort meintest du damit?« »Nun, irgendeinen.« »Und der irre Polterer?« »Was ist'n? Was ist'n?« »Ich meine, er ist jetzt 105, nicht wahr. Wird langsam Zeit für ihn, sich zur Ruhe zu setzen, oder?« »Was ist'n?« »Sich zur Ruhe setzen?«, wiederholt der Kriecher. »Du hast das einmal versucht, wolltest Schweine züchten auf einem gestohlenen Bauernhof. Wenn ich mich recht entsinne, hattest du nach drei Stunden genug davon.« »Was sagt er da? Was sagt er da?« »Er meint, du solltest dich zur Ruhe setzen, Wolterer!« »Von wegen!« In der Küche ging es drunter und drüber. Die Hälfte des Hofes befand sich dort, die meisten zum ersten Mal. Es herrschte das gleiche Gedränge wie auf einem Straßenmarkt, und die Bediensteten versuchten so gut es ging, ihren Pflichten nachzukommen. Einer von ihnen schien nicht genau zu wissen, worin diese Pflichten bestanden, was in dem allgemeinen Durcheinander jedoch nicht weiter auffiel. »Hast du ihn gerochen?« fragte Lady zwei Bäche. »Die Leute stinken!« »Wie ein Schweinestall an einem heißen Tag!« fügte Lady Pfirsichblüte hinzu. »Ich bin froh, daß sich so etwas meinen Erfahrungen entzieht!« sagte Lady zwei Bäche hochmütig. Lady Jadenacht schwieg. Sie war jünger als die beiden anderen Frauen und hatte Cohens Geruch. Sie verglich ihn mit dem eines ungewaschenen Löwen als recht reizvoll empfunden. »Einfach nur große Stücke Fleisch?« fragte der Chefkoch. »Warum verspeist er nicht gleich eine Kuh?« »Warte nur, bis du von der grässlichen Spezialität namens Würstchen erfährst,« erwiderte der Großkämmerer. »Große Stücke?« »Der Koch war den Trenner.« »Wo bleibt da die Kunst? Nicht einmal Soße? Ich sterbe lieber, als einfach nur große Stücke Fleisch zu erhitzen.« »Oh«, sagte der Großkämmerer, »mit solchen Bemerkungen würde ich sehr vorsichtig sein. Der neue Kaiser, möge er zehntausend Jahre lang baden, könnte das als Aufforderung verstehen.« Von einem Augenblick zum anderen wurde es still. Grund dafür war ein plötzliches, nicht sehr lautes Geräusch, ein Plopp, mit dem sich ein Korken aus einer Flasche löste. Lord Hong verfügte über die typische Fähigkeit eines Großvisiers, aus dem nichts zu erscheinen. Er ließ den Blick durch die Küche schweifen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Anwesenden schien er sich hier auszukennen. Er hatte eine kleine schwarze Flasche aus dem Ärmel seines Umhangs gezogen und trat nun vor. »Bringt mir das Fleisch«, sagte er. »Das mit der Soße erledigt sich von allein.« Die Höflinge schauten mit einer Mischung aus Entsetzen und Faszination zu. Gift gehörte natürlich zur üblichen Hofetikette von Hong Hong, aber normalerweise verwendete man es aus Taktgefühl im Verborgenen. »Gibt es hier jemanden, der irgendetwas sagen möchte?«, fragte Lord Hong. Sein Blick war eine Sense, die Empörung und Protest zerschnitt. Niemand gab einen Ton von sich. »Nun gut«, fuhr Lord Hong fort. »Ich sterbe lieber, als einen Barbaren auf dem kaiserlichen Thron zuzulassen. Soll er seine großen Stücke bekommen, bringt mir das Fleisch.« Etwas bewegte sich auf dem Boden. Mehrere Stimmen riefen und ein Stock pochte mehrmals. Ein Bauer erschien und schob widerstrebend einen Servierwagen durch die Menge. Als er Lord Hong sah, ließ er den Karren los und sank auf die Knie. »Ich wende den Blick von deinem »Ein-Obst-Garten in guter Position«, »Mist! Antlitz ab!« »O Lord«, Lord Hong stieß den Bauern mit dem Fuß an. »Es freut mich, daß du die Kunst des Respekts beherrschst,« meinte er. »Heb den Deckel!« Der Mann stand auf, verbeugte sich mehrmals und kam der Aufforderung nach. Unter dem Deckel wurde ein großes Tablett sichtbar. Lord Hong drehte die Flasche und hielt sie über das Fleisch, bis der letzte Tropfen herausgezischt war. Das Publikum beobachtete den Vorgang atemlos. »Und jetzt bringt den Barbaren ihr Frühstück,« sagte er. »Gewiß, euer himmlische Tintenpinsel, Weidenwedel, Rechtschaffenheit.« »Woher kommst du, Bauer?« »Aus Besspela-Gig, O Lord.« »Ah«, dachte ich mir. Die große Bambustür glitt beiseite. Der neue Großkämmerer trat ein, gefolgt von einer Karawane aus Servierwagen. »Das Frühstück, O Lord der tausend Jahre,« sagte er, »große Stücke Schweinefleisch, große Stücke Ziegenfleisch, große Stücke Ochsenfleisch und sieben Schüsseln mit gebackenem Reis.« Einer der Bediensteten hob einen Deckel. »Aber wenn ich dir einen Rat geben darf, rühr das Schweinefleisch nicht an. Es ist vergiftet.« Der Großkämmerer drehte sich um. »So eine Unverschämtheit, dafür wirst du sterben.« »Rincewind, nicht wahr?«, fragte Cohen. »Ja, es sieht ganz nach Rincewind aus.« »Hab hier irgendwo meinen Hut,« sagte Rincewind, »musste ihn mir in die Hose stopfen.« »Gift?«, brummte Cohen. »Bist du sicher?« »Nun, das Zeug befand sich in einer schwarzen Flasche mit einem Totenkopf-Symbol, und es zischte und dampfte, als es heraustropfte,« berichtete Rincewind, als Herr Zerfeladwurst ihm aufhalf. »War es vielleicht Sardellenessenz?« »Nein, ich glaube nicht.« »Gift«, wiederholte Cohen. »Ich hasse Giftmischer. Schleichen herum und schütten einem irgendetwas in die Fressalien.« Er bedachte den Großkämmerer mit einem finsteren Blick. »Steckst du dahinter?« Es sah Rincewind an und deutete mit dem Daumen auf den sich duckenden Kämmerer. »War er's.« »Wenn er dafür verantwortlich ist, so steht ihm das bevor, was ich mit den verrückten Schlangenpriestern von Start gemacht habe. Aber diesmal benutze ich beide Daumen.« »Nein,« erwiderte Rincewind, »das Gift stammt von einem gewissen Lord Hong, und alle haben zugesehen, als er es aufs Schweinefleisch herabtropfen ließ.« Der Großkämmerer stieß einen erstickten Schrei aus. Er warf sich zu Boden und wollte schon Cohen's Füße küssen, als ihm plötzlich klar wurde, daß dies die gleiche Wirkung haben konnte wie der verzehrte Schweinefleisches. »Gnade, o himmlisches Wesen! Wir alles sind Lord Hong hilflos ausgeliefert.« »Was ist denn so Besonderes an ihm?« »Ich halte ihn für einen sehr anständigen Mann,« brabbelte der Großkämmerer. »Ich sage kein Wort gegen Lord Hong, und ich glaube ganz bestimmt nicht, daß er überall Spione hat. Langes Leben für Lord Hong, das wünsche ich ihm, jawohl!« Er riskierte es, den Blick ein wenig zu heben und bemerkte die Spitze von Cohen's Schwert dicht vor den Augen. »Vor wem hast du hier und jetzt mehr Angst? Vor mir oder Lord Hong?« »Äh, vor Lord Hong.« Cohen wölbte die Brauen. »Ich bin beeindruckt. Spione überall, wie?« Er sah sich in dem großen Raum um und seine Aufmerksamkeit verweilte bei einer großen Vase. Mit langsamen Schritten ging er zu ihr und nahm den Deckel ab. »Alles in Ordnung da drin?« »Äh, ja«, ertönte eine Stimme aus den dunklen Tiefen der Vase. »Hast du alles, was du brauchst? Ein zweites Notizbuch. Töpfchen?« »Äh, ja«, »möchtest du vielleicht, mal überlegen, 300 Liter kochendes Wasser?« »Äh, nein«, »würdest du lieber sterben, als Lord Hong zu verraten?« »Äh, kann ich kurz darüber nachdenken.« »Kein Problem. Es dauert ohnehin eine Weile, 300 Liter Wasser zu erhitzen. Laßt ihr ruhig Zeit.« Er schob den Deckel wieder auf die Vase. »Eine große Mutter?«, fragte er. »Du meinst ein großer Flug, Genghis?«, korrigierte er zur Veladwurst. Der Wächter strafte die Gestalt. »Beobachte die Vase. Wenn sie sich bewegt, tust du das, was ich einst mit den grünen Nekromanten der Nacht gemacht habe. Klar?« »Weiß nicht, was du damals gemacht hast, Lord«, erwiderte der Soldat. Cohen erklärte es ihm. Ein großer Fluß strahlte. Im Inneren der Vase erklangen die Geräusche von jemandem, der versuchte, sich nicht zu übergeben. Cohen schlenderte zum Thron zurück. »Erzähl mir mehr über Lord Hong«, wandte er sich an den Kämmerer. »Er ist der Großvisier«, lautete die Auskunft. Cohen und Rincewind wechselten einen Blick. »Ja«, sagte Rincewind. »Es ist bekannt, daß Großvisiere immer besonders fiese und gemeine Mistkerle sind«, beendete Cohen den Satz. »Aus welchen Gründen auch immer. Man gebe ihnen einen Turban mit einem Punkt in der Mitte, und schon ist es vorbei. Mit ihrem moralischen Dingsbums. Ich bringe sie immer sofort um, wenn ich ihnen begegne. Das spart Zeit.« »Als ich ihn das letzte Mal sah, wußte ich sofort, dass was faul ist mit ihm«, sagte Rincewind. »Hör mal, Cohen.« »Für dich heißt es Kaiser Cohen«, krollte Kriecher der Unhöfliche. »Hab nie viel von Zauberern gehalten. Man darf keinen Männern trauen, die Kleider tragen. Mit Rincewind ist alles in Ordnung«, meinte Cohen. »Danke«, war Rincewind ein. »Und als Zauberer taugte nichts.« »Zufälligerweise habe ich meinen Hals riskiert, um dich zu retten. Herzlichen Dank«, sagte Rincewind. »Einige Freunde von mir befinden sich im Verlies. Könntest du vielleicht...« »Kaiser?« »In gewisser Weise«, sagte Cohen. »Vorübergehend«, sagte Kriecher. »Zurzeit«, sagte Herr Zevelatwurst. »Bedeutet das, du kannst meine Freunde zu einem sicheren Ort bringen?« »Ich glaube, hoffentlich kommt er nicht auf die Idee, dass sie sich in ihren Zellen verstecken.« »Warum in den Zellen?«, fragte Cohen. »Weil, wenn ich die Chance hätte, aus Lord Hongs Zellen zu entkommen, so würde ich sie nutzen«, erläuterte Rincewind. »Uter normalen Umständen fiele es niemandem ein, sich an einem solchen Ort zu verbergen. Ich meine, nur ein übergeschnappter Kämer auf den Gedanken, sich ausgerechnet vom Kerker Sicherheit zu erhoffen.« »Näschön«, sagte Cohen. »Junger Willi, eine große Mutter, besorgt euch ein paar Leute und holt Rincewinds Freunde hierher.« »Hierher?«, entfuhr es dem Zauberer. »Ich dachte an einen sicheren Ort.« »Wir sind hier«, sagte Cohen. »Wir können sie beschützen.« »Und wer beschützt euch?« »Cohen ging nicht darauf ein.« »Großkämmerer.« »Lord Hong ist vermutlich nicht in der Nähe, aber unter den Höflingen befand sich ein Bursche, dessen Nase von einem Dachs zu stammen schien. Ein ziemlich dicker Kerl, trug einen großen, rosaroten Hut. Außerdem erinnere ich mich an eine dürre Frau, deren Gesicht aussah wie ein Hut voller Nadeln.« »Du meinst Lord Neunberge und Lady Zwei Bäche?«, sagte der »Cohen. Ich bin sogar so beeindruckt von deinen guten Diensten, daß ich dir noch mehr Verantwortung gebe.« »Lord!« »Ich ernenne dich hiermit zum Vorkoster. Hol jetzt die Berge und Bäche. Sie scheinen mir sehr verdächtig.« Kurze Zeit später führte man neun Berge und zwei Bäche in den Thronsaal. Ihr kurzer Blick von Cohen zu den nicht angerührten Speisen wäre wohl unbemerkt geblieben, wenn die Anwesenden nicht genau darauf geachtet hätten. Cohen nickte ihnen fröhlich zu. »Bedient euch!« »Lord, ich habe bereits gefrühstückt«, sagte Neunberge. »Ich bin bis zum Rand voll.« »Schade«, erwiderte Cohen. »Eine große Mutter, bevor du gehst, schnapp dir Herr Neunberge und sorg dafür, daß er Platz für ein zweites Frühstück hat. Das gilt auch für die Lady, wenn ich sie nicht innerhalb der nächsten fünf Sekunden Mampfen höre. Probiert alles, verstanden, mit viel Soße.« Ein großer Fluss zog sein Schwert. Die beiden Adeligen stachten auf die glänzenden Nahrungsmittelberge. »Sieht doch ganz gut aus«, sagte Cohen im Plauderton. »Warum seid ihr so erschrocken? Glaubt ihr etwa, daß mit dem Essen was nicht in Ordnung ist?« Neunberge schob sich vorsichtig ein Stück Schweinefleisch in den Mund. »Schmeckte hervorragend«, brachte er undeutlich hervor. »Und jetzt schlucken«, befahl Cohen. Der Mandarinen schluckte. »Ausgezeichnet«, stöhnte er. »Wenn mich euer Exzellenz nun entschuldigen würden!« »Oh, nicht so eilig«, sagte Cohen. »Wir möchten doch vermeiden, daß du dir rein zufällig die Finger in den Hals steckst, nicht wahr?« Neunberge bekam einen Schluck auf. Unter seinem Umhang schien etwas zu qualmen. Die Horde ging in Deckung, und nur eine Sekunde später gab es eine Explosion, die einige Dielen einen runden Teil der Decke und den ganzen Lord Neunberge entfernte. Ein schwarzer Hut mit robinrotem Knopf drehte sich auf den Boden. »So geht es mir nach eingelegten Zwiebeln«, kommentierte Vincent. Lady Zwei Bäche stand mit geschlossenen Augen da. »Hast du keinen Appetit?« fragte Cohen. Sie schüttelte den Kopf. Cohen lehnte sich zurück. »Eine große Mutter.« »Ein Fluss?« sagte Herr Zwiebelatwurst. »Ein großer Fluss!« Der Wächter wankte vor. »Bring sie in den Kerker und vergewissere dich dort, daß sie genug zu essen hat, wenn du verstehst, was ich meine.« »Ja, Exzellenz.« »Und der Großkämmerer kann noch einmal die Küche aufsuchen und dem Chefkoch mitteilen, daß er ein neues Frühstück zubereiten und es mit uns teilen wird. Genauer gesagt, er darf zuerst davon essen.« »Ja, Exzellenz.« »Das soll ein Leben sein«, entfuhr es Caleb, als der Großkämmerer forteilte. »Kaiser zu sein und so, man kann nicht einmal dem Essen vertrauen. Wahrscheinlich werden wir in unseren Betten umgebracht.« »Kann mir kaum vorstellen, daß man dich in deinem Bett umbringt«, meinte Kriecher. »Ja, weil du nie drin liegst«, fügte Cohen hinzu. Er schritt zur großen Vase und gab ihr einen Tritt. »Schreibst du alles mit?« »Ja, Herr«, antwortete die Vase sofort. Gelächter erklang, aber eine gewisse Nervosität vibrierte darin. Er Zwiebelatwurst begriff, daß die Horde an so etwas nicht gewöhnt war. Wenn ein richtiger Barbar beabsichtigte, jemanden bei einer Mahlzeit umzubringen, so lud er den Betreffenden mit all seinen Kumpanen ein und gab ihnen eine Gelegenheit, sich richtig vorlaufen zu lassen. Wenn sie schliefen, rief er die eigenen Leute aus ihren Verstecken und massakrierte die Betrunkenen auf direkte und ehrenhafte Weise. Das war vollkommen fair. Die »Man warte, bis sie betrunken sind und schlafen und sie dann alle zu töten«, »strategie«, gehörte zu den ältesten Tricks im Listenbuch der Barbaren, falls Barbaren überhaupt Bücher hatten. Wer darauf hereinfiel, tat der Welt praktisch einen Gefallen, indem er sich nach dem Dessert umbringen ließ. Aber wenigstens konnte man dem Essen vertrauen. Barbaren vergifteten keine Nahrungsmittel, weil sie nie wußten, wann sie selbst mal den einen oder anderen Wissen brauchten. »Entschuldige bitte, euer Exzellenz«, sagte sechs wohltätige Winde, der in der Nähe gewartet hatte. »Ich glaube, Lord Kriecher hat recht. Ich kenne mich ein bisschen mit der Geschichte aus. Der richtige Weg zum Thron führt durch Meere aus Blut. Genau das hat Lord Hong vor.« »Tatsächlich. Meere aus Blut«, sagst du. »Oder man klettert über Berge aus Totenschädeln. Das ist die zweite Möglichkeit.« »Aber, aber ich dachte, die Kaiserkrone wird vom Vater an den Sohn weitergegeben«, warnte Herr Zerverlatwurst ein. »Nun ja«, meinte sechs wohltätige Winde. »Ich schätze, das kann rein theoretisch geschehen.« »Du hast behauptet, alle würden uns gehorchen, wenn wir an der Spitze der Pyramide sind«, sagte Kohen zu dem früheren Lehrer. Kriecher musterte sie beide nacheinander. »Ihr habt es geplant?«, fragte er vorwurfsvoll. »Darum ging es die ganze Zeit, nicht wahr? Die Sache mit der Zivilisation und dem zivilisierten Verhalten. Und ganz zu Anfang hieß es, wir bekämen Gelegenheit, etwas sehr Kostbares zu stehlen. Ha! Ich dachte, wir würden uns irgendwelche Dinge unter den Nagel reißen und dann verschwinden. Plündern und rauben, so haben wir es immer.« »Oh ja, Plündern und rauben, Plündern und rauben«, entfuhr es Herrn Zerverlatwurst. »Meine Güte, ich habe die Nase voll von eurem Plündern und rauben. Könnt ihr nur daran denken, ans Plündern und rauben?« »Nun, früher gab es auch Vergewaltigungen«, fügte der alte Vincent sehnsüchtig hinzu. »Ich gebe es nicht gern zu, Lehrer, aber meine Freunde haben recht«, sagte Kohen. »Wir haben immer gekämpft und geplündert, dies mit dem Verbeugen und Herumkriechen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich für die Zivilisation geschaffen bin.« Er Zerverlatwurst rollte mit den Augen. »Selbst du, Kohen? Ihr seid alles so dämlich. Warum gebe ich mir nur solche Mühe mit euch? Ich meine, seht euch nur an! Wisst ihr, was ihr seid? Legenden!« Die Horde wich zurück. Niemand hatte je erlebt, dass Herr Zerverlatwurst die Beherrschung verlor. »Das kommt von Legendum, was so viel bedeutet wie etwas Niedergeschriebenes«, sagte Herr Zerverlatwurst. »Bücher! Schon mal davon gehört? Lesen und schreiben! Ich schätze, das ist euch ebenso fremd wie die verlorene Stadt von Iiii!« Kriecher hob ein wenig nervös die Hand. »Ich habe sie einmal besucht, die verlorene Stadt von. Sei still! Ich! Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ihr lest nicht, oder? Niemand von euch hat je lesen gelernt, stimmt's? Dann habt ihr euer halbes Leben vergeudet. Ihr hättet Perlen der Weisheit sammeln können. Stattdessen wart ihr immer nur auf schäbigen Tante aus. Ihr könnt von Glück sagen, dass die Leute immer nur von euch lesen, ohne euch jemals zu begegnen, denn ihr seid eine Riesenenttäuschung!« Rincewind beobachtete das Geschehen fasziniert und rechnete damit, dass Herr Zerverlatwurst gleich einen Kopf kürzer wurde. Aber seltsamerweise geschah das nicht. Vermutlich war er zu zornig, um enthauptet zu werden. »Was habt ihr eigentlich vollbracht, meine Herren? Und erzählt mir jetzt bloß nicht, dass ihr diese Juwelen gestohlen und jene Dämonen getötet habt. Könnt ihr irgendwelche echten Leistungen vorweisen?« Kriecher hob erneut die Hand. »Nun, mir ist es einmal gelungen, mit nur einem Schwerthieb gleich vier?« »Ja, ja, ja«, sagte Herr Zerverlatwurst. »Ihr habt dies getötet und das gestohlen und außerdem die riesigen menschenfressenden Avocadobirnen von ich weiß nicht wo besiegt, aber das ist alles banal. Es hat nicht mehr zu bedeuten als die Tapeten an den Wänden eines Zimmers. Niemand schert sich darum. In Angmorpork habe ich Jungen unterrichtet, die euch für einen Mythos halten. Das habt ihr erreicht. Die Leute glauben nicht, dass es euch jemals gegeben hat. Sie halten euch für erfundene Gestalten, für Teile von Geschichten. Wenn ihr sterbt, wird niemand davon erfahren, weil die Leute davon überzeugt sind, dass ihr längst tot seid.« »Herr Zerverlatwurst legte eine kurze Pause ein, um wieder zu Atem zu kommen.« »Aber hier«, fuhr er etwas ruhiger fort, »hier könntet ihr wirklich etwas leisten. Hier hätte die Chance, ein uraltes und halbversteinertes Reich in die Welt zurückzuführen. Das...« Er zögerte eine Sekunde. »Das habe ich jedenfalls gehofft. Ja, ich dachte, wir könnten hier etwas bewirken.« Er setzte sich. Die Hordenmitglieder starrten auf ihre Füße, beziehungsweise Rollstuhlräder. »Ähm, darf ich was sagen?«, fragte sechs wohltätige Winde. »Die Kriegsherren werden sich gegen euch verbünden. Sie sind mit ihren Truppen dort draußen. Normalerweise würden sie sich untereinander bekriegen, aber jetzt kämpfen sie bestimmt gemeinsam gegen euch.« »Ihnen wäre ein Kaiser wie der Giftmischer Hong lieber,« fragte Cohen verwundert. »Der Bursche ist ein verdammter Mistkerl.« »Mag sein, aber es ist ihr verdammter Mistkerl. Verstehst du?« »Wir könnten uns an diesem Ort verschanzen,« schlug Vincent vor. »Hier gibt es dicke Mauern. Wenn die Wände nicht gerade aus Papier sind, meine ich. An eine solche Möglichkeit solltest du nicht einmal denken,« sagte Krieger. »Nein, keine Belagerung. Belagerungen sind scheußlich. Ich verabscheue es, Stiefel und Ratten zu essen.« »Was ist denn?« »Er meint, wir wollen keine Belagerung, weil wir dann Stiefel und Ratten essen müssen, Poltera.« »Haben keine Beine mehr, was?« »Wie viele Soldaten hat der Feind?«, fragte Cohen. »Ich glaube, sechs oder siebenhundert tausend,« antwortete sechs wohltätige Winde. »Entschuldige, bitte.« Cohen verließ den Thron. »Ich muss mich mit meiner Horde beraten.« Die Hordenmitglieder steckten die Köpfe zusammen. Mehrere Stimmen flüsterten und gelegentlich erklang ein dumpfes »Was ist denn?« Nach einer Weile drehte Cohen den Kopf. »Meere aus Blut, nicht wahr?« »Ähm, ja,« bestätigte der Steuerantreiber. Die Beratung wurde fortgesetzt. Schließlich sah Kricher auf. »Hast du Berge von Totenschädeln gesagt?«, fragte er. »Ja,« erwiderte sechs wohltätige Winde. »Ja, ich glaube, so lauteten meine Worte.« Er sah nervös zu Rinswind und Herrn Zervlatwurst, der mit den Schultern zuckte. Flüster, Flüster. »Was ist? Entschuldigung?« »Ja?« »Wie hoch sind die Berge? Totenschädel lassen sich nicht besonders gut stapeln, weißt du?« »Ich weiß nicht, wie hoch die Berge sein können, aber es sind sicher viele Totenschädel.« »Wollte nur Bescheid wissen.« Die Horde traf eine Entscheidung und wandte sich den übrigen Anwesenden zu. »Wir kämpfen,« verkündete Cohen. »Ja, du hättest schon eher auf die Blutmeere und Schädelberge hinweisen sollen,« sagte Kricher. »Wir zeigen den Leuten, dass wir quicklebendig sind,« krähte der irre Polterer. Herr Zervlatwurst schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, ihr habt da etwas falsch verstanden. Die Chancen stehen eins zu hunderttausend. Dadurch dürfte auch dem größten Skeptiker klar werden, dass wir noch leben,« meinte Kaleb der Brecher. »Ja, aber mit meinem Plan wollte ich euch zeigen, dass man die Spitze der Pyramide erreichen kann, ohne sich den Weg nach oben kämpfen zu müssen,« sagte Herr Zervlatwurst. »In einer so starren Gesellschaft ist das tatsächlich möglich, aber wenn ihr versucht, gegen hunderttausende zu kämpfen, ist euch der Tod gewiß.« Zu seiner eigenen Überraschung fügte er hinzu. »Euer Tod wäre zumindest wahrscheinlich.« Die Horde grinste. »Ungünstige Chancen schrecken uns nicht ab,« sagte Kricher. »Wir mögen ungünstige Chancen,« betonte Kaleb. »Weißt du, Lehrer, Chancen von eins zu tausend sind eigentlich nicht viel schlimmer als eins zu zehn,« meinte Cohen, »weil«, »er zählt an den Fingern ab. Erstens kämpft der durchschnittliche Soldat nicht um sein Leben, sondern für Geld, und er hat keine Lust, den Anfang zu machen, wenn es um ihn herum von Burschen wimmelt, denen er den Vortritt lassen kann. Zweitens sind nur wenige von ihnen imstande, in unserer Nähe zu gelangen, und die anderen behindern sich gegenseitig im Getränke, und...« Cohen starrte auf seine Finger, und man sah ihm die enorme mathematische Anstrengung an. »Drittens,« sagte Herr Zeffelat Wurst. Die barbarische Logik faszinierte ihn. »Ja, genau. Drittens. Wenn die Soldaten mit den Schwertern ausholen, so besteht eine... äh... hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre eigenen Leute treffen, was uns erhebliche Mühe erspart.« »Selbst, wenn du recht hast, mit diesen Vorteilen könnt ihr nur am Anfang rechnen,« warnt der Zeffelat Wurst ein, »wenn du zweihundert Feinde getötet hast, bist du bestimmt müde, und du müsstest gegen ausgeruhte Angreifer antreten.« »Oh, nein,« widersprach Cohen, »meine Gegner wären ebenfalls müde.« »Wieso?« »Weil sie bergauf laufen müssten, um mich und meine Freunde zu erreichen.« »Das ist die richtige Logik, jawohl,« sagte Kriecher anerkennend. Cohen klopfte dem verblüfften Lehrer auf den Rücken. »Sei unbesorgt. Wir haben das Reich mit deinem Plan bekommen. Mit unserem behalten wir es. Du hast uns die Zivilisation gezeigt. Jetzt zeigen wir dir die Barbarei.« Cohen ging einige Schritte und drehte sich dann um. In seinen Augen funkelte es. »Barbarei,«, »ha, wenn wir Leute töten, sehen wir ihnen dabei in die Augen, und wir würden nicht zögern, ihnen im Jenseits ein Bier zu spendieren. Nichts für Ungut. Ich kenne keine Barbaren, die Menschen in kleinen Zimmern langsam zerschneiden oder Frauen foltern, damit sie hübsch sind oder Essen vergiften. Zivilisation. Wenn das Zivilisation ist, kannst du sie dir dorthin stecken, wo die Sonne nicht scheint.« »Wer sie sind?« »Er meint, steckst dorthin, wo die Sonne nicht scheint, Polterra.« »Ah, kenne den Ort.« »Bei der Zivilisation geht es um viel mehr,« protestierte Herr Zervillatwurst. »Sie bedeutet Musik, Literatur, das Konzept der Gerechtigkeit, die Ideale von...« Die Bambustür glitt beiseite. Die Horte drehte sich wie ein Mann mit knarrenden Gelenken und hob ihre Waffen. Mehrere Männer traten ein. Sie waren größer und viel besser gekleidet als Bauern, bewegten sich mit dem Selbstbewusstsein von Personen, denen man normalerweise nicht in den Weg trat. Vor ihnen schritt ein zitternder Bediensteter, ein Stock in der Hand, an dem eine rote Fahne hing. Eine Schwertspitze im Rücken zwang ihn, noch etwas weiter vorzutreten. »Eine rote Fahne,« flüsterte Kohen. »Sie signalisiert, dass die Besucher verhandeln möchten,« erklärte sechs wohltätige Winde. »Es ist so ähnlich wie unsere weiße Kapitulationsfahne,« sagte Herr Zervillatwurst. »Habt nie davon gehört,« erwiderte Kohen. »Es bedeutet, ihr dürft eure Gegner erst töten, wenn sie bereit sind.« »Herr Zervillatwurst versuchte, nicht auf das Flüstern hinter ihm zu achten.« »Warum laden wir sie nicht zum Essen ein und bringen sie alle um, wenn sie betrunken sind?« »Du hast den Mann gehört. Es sind insgesamt siebenhunderttausend.« »Na schön, dann muss es etwas Einfaches mit Nudeln geben.« Zwei Lords traten mit langen Schritten in die Mitte des Saals. Kohen und Herr Zervillatwurst gingen ihnen entgegen. »Moment mal,« sagte Kohen und packte Rinswind am Kragen, als der zurückzuweichen versuchte. »Du bist ein eilglatter Bursche und neigst dazu, die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu sprechen. Deshalb kommst du mit.« Lord Hong begegnete ihnen mit dem Gesichtsausdruck eines Mannes, der von seinen Vorfahren mit der Fähigkeit ausgestattet worden war, auf alles hinabzusehen. »Ich bin Lord Hong, der Großvisier des Kaisers. Hiermit befehle ich euch, diesen Saal unverzüglich zu verlassen und eure gerechte Strafe zu erwarten.« Herr Zervillatwurst wandte sich an Kohen. »Von wegen,« sagte der barbarische Held. Herr Zervillatwurst versuchte, sich etwas einfallen zu lassen. »Hä? Wie soll ich es austocken? Genghis Kohen, Anführer der Grauen Horde, erweist Lord Hong die Ehre, aber...« »Sag ihm, er kann mich mal,« brummte Kohen. »Nun, Lord Hong, du hast vermutlich verstanden, mit welcher allgemeinen Einstellung man dir an diesem Ort begegnet.« »Wo sind die übrigen Barbaren, Bauer?« fragte der Großvisier. Rinswind beobachtete Herrn Zervillatwurst. Diesmal schienen dem früheren Lehrer die Worte zu fehlen. Der Zauberer wollte weglaufen, doch wahrscheinlich hatte Kohen recht. So verrückt es auch klang, die Nähe des Hordenoperhaupts bot mehr Sicherheit. Die Flucht brachte ihn früher oder später näher zu Lord Hong. Der glaubte, daß es noch andere Barbaren gab. »Ich sage euch dies.« »Und nur dies«, teilte Lord Hong der Grauen Horde mit. »Wenn ihr die verbotene Stadt jetzt sofort verlasst, könnt ihr zumindest auf einen schnellen Tod hoffen. Anschließend trägt man eure Köpfe und die übrigen wichtigen Körperteile durch die Städte des Reichs, auf das alle von der schrecklichen Strafe erfahren.« »Strafe?«, wiederholte Herr Zervillatwurst. »Für die Ermordung des Kaisers.« »Wir haben keinen Kaiser ermordet«, sagte Kohen. »Oh, ich habe nichts dagegen, Kaiser zu töten, aber in diesem besonderen Fall trifft uns keine Schuld.« Er wurde vor einer Stunde in seinem Bett umgebracht, stellte Lord Hong fest. »Nicht von uns«, erwiderte Herr Zervillatwurst. »Dein Befehl hat ihn das Leben gekostet.« Renswins Zeigefinger deutete auf Lord Hong. »Aber das ist gegen die Regeln, und deshalb sollte alles so aussehen, als wäre die Rote Armee dafür verantwortlich.« Lord Hong stachte ihn an, als sähe er ihn jetzt zum ersten Mal, ohne sich darüber zu freuen. »Unter den gegebenen Umständen bezweifle ich, daß euch jemand glauben würde«, sagte Lord Hong. »Was passiert, wenn wir aufgeben?«, erkundigte sich Herr Zervillatwurst. »Ich frage nur aus reiner Neugier.« »Dann sterbt ihr ganz langsam auf Interessante Weise.« »Das ist die Story meines Lebens«, sagte Cohan. »Ich bin stets sehr langsam gestorben, auf interessante Weise. Nun, wie geht's weiter? Gemetzel in den Straßen, Kampf von Haus zu Haus, eine wilde Schlägerei.« »In der richtigen Welt kämpfen wir«, erwiderte einer der Lords. »Wir raufen nicht miteinander wie Barbaren. Unsere Heere treten auf der Ebene vor der Stadt gegeneinander an.« »Treten? Wer soll treten?« »Er meint, die entscheidende Schlacht soll dort draußen stattfinden, Cohan.« »Zivilisiertes Gerede.« »Wann?« »Im Morgengrauen.« »In Ordnung«, sagte Cohan. »Dann bekommen wir wenigstens Appetit fürs Frühstück. Gibt es sonst noch etwas?« »Wie groß ist deine Streitmacht, Baba?« »Oh, du würdest nicht glauben, wie groß sie ist«, entgegnete Cohan, was vermutlich der Wahrheit entsprach. »Wir haben Länder überrannt. Wir haben ganze Städte von den Landkarten getilgt. Wo meine Streitmacht gewesen ist, wächst kein Gras mehr.« »Das stimmt«, bestätigte Herr Zervillatwurst. »Wir haben nie von euch gehört«, stieß der Kriegsherr hervor. »Ja«, brummte Cohan, »so gut sind wir.« »Was die Streitmacht angeht, gibt es noch einen interessanten Punkt«, sagte jemand. Alle treten sich zu Rinswind um, der fast ebenso überrascht war, seine eigene Stimme zu hören. Hinter seiner Stirn war gerade eine Idee gewachsen, und er blühte nun. »Ja.« »Vielleicht fragt ihr euch, warum ihr nur die Generäle seht«, fuhr Rinswind langsam fort und staunte darüber, wie sich die Worte aneinander reiten. »Der Grund dafür ist, unsere Krieger sind unsichtbar. Ja, es sind Geister. Das dürfte allgemein bekannt sein.« Cohan starrte ihn verblüfft an. »Blutsaugende Geister, um ganz genau zu sein«, sagte Rinswind. »Davon wimmelt es jenseits der großen Mauer.« Lord Hong schnaufte verächtlich, aber die Mienen der anderen Kriegsherren ließen folgendes durchblicken. Sie vermuteten, daß die Leute jenseits der großen Mauer aus Fleisch und Blut bestanden. Gleichzeitig verließen sie sich darauf, daß Millionen von Untertanen an die Geister glaubten. »Lächerlich«, erwiderte einer von ihnen. »Ihr seid keine unsichtbaren, blutsaugenden Geister.« Cohan öffnete den Mund und zeigte diamantene Zähne. »Stimmt«, sagte er. »Wir gehören nämlich zur sichtbaren Sorte.« »Hä?«, entfuhr es Lord Hong. »Spart euch diesen Unfug. Ob Geister oder nicht, wir besiegen euch.« »Nun, das lief besser, als ich dachte«, meinte Herr Zervelatwurst, als die Kriegsherren den Saal verließen. »War das ein Versuch in psychologischer Kriegsführung, Rinswind?« »Ach, das steckte dahinter«, fragte Cohan. »Darüber weiß ich Bescheid. In der Nacht vor dem Kampf hämmert man dauernd auf die Schilde, damit der Feind nicht schlafen kann, und man singt. »Morgenfrüh schneiden wir euch die Eier ab.« »So in der Art«, entgegnete Herr Zervelatwurst diplomatisch. »Aber ich fürchte, es klappt nicht. Lord Hong und die übrigen Kriegsherren sind zu intelligent. Schade, daß wir diesen Trick nicht bei den einfachen Soldaten ausprobieren können.« Leise, helle Stimmen ertönten. Sie drehten sich um und beobachteten, wie man den größtenteils minderjährigen Kader der Roten Armee hereinführte. Zu der Gruppe gehörte auch Schmetterling. Sie bedachte Rinswind mit einem schiefen Lächeln. Er hatte sich immer aufs Weglaufen verlassen. Aber vielleicht war es manchmal nötig, stehen zu bleiben und zu kämpfen, wenn auch nur, weil man nicht weglaufen konnte. Wie dem auch sei, er konnte nicht mit Waffen umgehen. Zumindest nicht mit den normalen. »Nee«, sagte er. »Wenn wir den Palast jetzt verlassen, werden wir getötet, nicht wahr?« »Das bezweifle ich«, erwiderte Herr Zervelatwurst. »Jetzt gelten die besonderen Regeln der Kunst des Krieges. Hong würde uns sicher am liebsten die Kehle durchschneiden, und zwar so schnell wie möglich. Doch nach der offiziellen Kriegserklärung muss er selbst die alten Traditionen beachten.« Rinswind atmete tief durch. »Es ist eine Chance von eins zu einer Million«, sagte er. »Aber es könnte klappen.« Die vier Reiter, deren Ritt das Ende der Welt ankündigt, sind als Tod, Krieg, Hunger und Pest bekannt. Auch weniger bedeutende Ereignisse haben ihre Reiter. Zum Beispiel der gewöhnliche Schnupfen, dessen vier Reiter schniefen, erkältet, laufende Nase und keine Taschentüche heißen. Jene vier Reiter, deren Ritt direkt vor Feiertagen beginnt, sind Gewitter, stürmische Winde, Schneeregen und wechselhaft. In den Heerlagern auf der großen Schwemmlandebene vor Hung Hung bereiteten sich die Reiter namens »Falsche Information«, »Gerüchte und Gerede« auf ihren Ritt vor. Das Lager einer großen Streitmacht hatte mit allen Problemen, einer Stadt zu kämpfen, ohne ihre Vorteile zu genießen. Es dauerte nicht lange, bis die Wachtpostenkette für Zivilisten durchlässig wird, besonders dann, wenn diese etwas zu verkaufen haben. Noch leichteren Zugang bekommen Frauen, deren Tugend einen gewissen kommerziellen Faktor hat. Schließlich findet man an den Lagerfeuern auch Leute, die speisen und somit eine Abwechslung von der monotonen Soldatendiät anbieten. Die derzeit im Verkauf stehenden Spezialitäten verdienten es in jeder Hinsicht als Abwechslung bezeichnet zu werden. »Schweinefleischklöße! Gute Schweinefleischklöße! Aus Schweinefleisch! Holt sie euch, solange sie...« Es entstand eine kurze Pause, als der Verkäufer nach einem passenden Ende für den Satz suchte. Schließlich gab er auf. »Schweinefleischklöße! Am Spieß! Wie wär's mit dir, Shogun? Du siehst aus als...« »Hey, bist du nicht!« »Pießt, pießt, pießt!« Rinswind zog SMEDBA-Schnappala in den Schatten eines Zelts. Der Händler betrachtete das qualvolle Gesicht zwischen der Eunuchenkleidung und dem großen Strohhut. »Du bist der Zauberer, nicht wahr? Wie?« »Du wolltest doch mit dem internationalen Handel sehr reich werden, oder?« fragte Rinswind. »Ja, können wir damit anfangen.« »Bald. Aber zuerst gibt es noch etwas zu erledigen. Du kennst sicher das Gerücht von einer Armee aus unsichtbaren Vampirgeistern, die hierher unterwegs ist.« Schnappala drehte langsam die Augen und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Es gehörte zum Geschäft, über alles Bescheid zu wissen, und sich nur dann Unkenntnis zu erlauben, wenn es um Wechselgeld ging. »Ja?« sagte er. »Ich meine das Gerücht, nach dem es angeblich Millionen sind,« fuhr Rinswind fort, »die außerdem großen Appetit verspüren, weil sie unterwegs nichts gegessen haben. Der große Zauberer soll dafür gesorgt haben, dass sie sehr grimmig sind.« »Ja?« »Nun, an dem Geräte ist natürlich nichts dran.« »Nein?« »Du glaubst mir nicht. Ich müsste doch eigentlich Bescheid wissen, oder?« »Guter Hinweis.« »Und wir wollen doch vermeiden, dass die Leute in Panik geraten, nicht wahr?« »Mist schlecht fürs Geschäft, die Panik«, sagte Schnappala und nickte voller Unbehagen. »Deshalb solltest du allen mitteilen, dass die Gerüchte falsch sind. Sag ihnen, dass sie ganz beruhigt sein können.« »Gute Idee. Äh, die unsichtbaren Vampirgeister.« »Haben sie Geld bei sich?« »Nein, weil es sie überhaupt nicht gibt.« »Oh ja, hatte ich ganz vergessen.« »Und es sind nicht etwa zwei Millionen dreihunderttausend und neun,« sagte Rinswind. Auf dieses Detail war er stolz. »Es sind nicht zwei Millionen dreihunderttausend und neun,« wiederholte Schnappala und stachte ins Leere. »In der Tat, es sind auf keinen Fall zwei Millionen dreihunderttausend und neun, ganz gleich, was behauptet wird, und der große Zauberer hat sie nicht auf die doppelte Größe anschwellen lassen. Alles klar? Muss mich jetzt sputen.« Rinswind eilte fort. Der Händler blieb zunächst nachdenklich stehen. Allmählich dämmerte es ihm, daß er wahrscheinlich genug verkauft hatte und nach Hause gehen konnte, um sich dort in den Keller zurückzuziehen und die Nacht in einem Fass zu verbringen, mit einem Sack über dem Kopf. Sein Weg führte ihn durch einen ziemlich großen Teil des Heerlagers. Er gab sich große Mühe, möglichst viele Soldaten darauf hinzuweisen, daß die Gerüchte keineswegs der Wahrheit entsprachen. Ein Spielzeugkaninchen quietschte nervös. »Und ich habe Angst vor den großen, unsichtbaren Vampirgeistern,« schluchzte eine Lieblingsperle. Die Soldaten am Lagerfeuer versuchten, das Mädchen zu trösten. Unglücklicherweise gab es niemanden, der ihnen Trost spendete. »Und sie sollen bereits einige Leute gefressen haben.« Ein oder zwei Soldaten blickten über ihre Schultern. In der Dunkelheit war nichts zu erkennen, aber darin sahen sie kein gutes Zeichen. Die Rote Armee zog unerkannt von Lagerfeuer zu Lagerfeuer. Rincewinds Hinweise waren klar und deutlich. Er hatte sein ganzes Leben als Erwachsener in der unsichtbaren Universität verbracht, zumindest jene Phasen, während denen er nicht vor Dingen mit mehr Zähnen als Beinen geflohen war. Daher glaubte er, sich mit dieser Situation gut auszukennen. Sein Motto lautete, man sage den Leuten nichts, man teile ihnen nichts mit. Als Zauberer überlebte man in der unsichtbaren Universität nicht etwa deshalb, weil man glaubte, was einem die Leute sagten. Man glaubte vielmehr das, was sie einem nicht sagten. Man sage den Leuten nichts. Man frage sie. Man frage sie, ob es stimmt. Man bitte sie, einem zu sagen, daß es nicht stimmt. Oder man sage ihnen, daß man ihnen sagen soll, daß es nicht stimmt. Das ist noch besser. Rincewind wußte genau. Wenn die vier kleinen und gemeinen Reiter der Panik reiten, leisten falsche Informationen, Gerüchte und Gerede gute Arbeit. Aber weit übertroffen werden sie vom vierten Reiter, namens Leugnen. Nach einer Stunde kam sich Rincewind praktisch überflüssig vor. Überall fanden Gespräche statt, besonders in den Bereichen des Lagers, an deren Rand sich die Nacht weit, dunkel und allem Anschein nach völlig leer erstreckte. Na schön, aber wieso ist von zwei Millionen dreihunderttausend und neun die Rede? Warum diese Zahl, wenn es sie überhaupt nicht gibt? Jetzt hör mal, es existiert keine Armee aus unsichtbaren Vampirgeistern, klar? Ach, glaubst du? Und woher willst du das wissen? Hast du sie vielleicht gesehen? Ich habe den Hauptmann gefragt und er hat mir bestätigt, daß dort draußen keine unsichtbaren Geister auf der Lauer liegen. Wie will er sich sicher sein, wenn man sie nicht sehen kann? Er meint, es gäbe überhaupt keine unsichtbaren Vampirgeister. Ach, wieso vertritt er denn plötzlich diese Ansicht? Mein Großvater hat mir erzählt, daß es Millionen von ihnen gibt, und zwar jenseits der Großen. Nee, warte mal, was ist da draußen? Was denn? Ich könnte schwören, daß ich was gehört habe. Ich sehe nichts. Oh, nein! Offenbar sickerte etwas zum Oberkommando durch, denn gegen Mitternacht erklangen Fanfaren, und eine spezielle Proklamation wurde verlesen. Sie bestätigte die Existenz von Vampirgeistern im Großen und Ganzen, wies jedoch darauf hin, daß es hier und heute keine gab. Es war ein wahres rhetorisches Meisterwerk, auch und vor allem deshalb, weil es die ganze Angelegenheit zu den Ohren jener Soldaten brachte, die noch keinen Besuch von der Roten Armee erhalten hatten. Eine Stunde später erreichte die Situation einen kritischen Punkt. Renswind vernahm Dinge, die gar nicht seiner Fantasie entsprungen waren, und die er lieber nicht gehört hätte. Seine Gespräche mit den Soldaten liefen etwa so ab. »Bestimmt gibt es gar keine große Armee aus Vampirgeistern.« Die Antwort lautete, »Nein, wir sollen nur gegen sieben alte Männer antreten.« »Sieben alte Männer? Das ist alles. Sie sollen sehr alt sein«, sagte ein Soldat. »Gewissermaßen zu alt, um zu sterben. Von jemandem aus dem Palast habe ich gehört, daß sie durch Wände gehen und sich unsichtbar machen können.« »Oh, ich bitte dich«, erwiderte Renswind. »Sieben alte Männer wollen gegen dieses riesige Heer kämpfen?« »Das stimmt einen nachdenklich, was? Korporal Toshi meint, daß ihnen der große Zauberer hilft. Ist ja auch ganz klar, ich würde nicht gegen ein so riesiges Heer kämpfen, wenn ich nicht eine Menge Magie auf meiner Seite hätte.« »Äh, weiß jemand, wie der große Zauberer aussieht?«, fragte Renswind. »Er soll größer sein als ein Haus und drei Köpfe haben.« Renswind nickte aufmunternd. »Wie ich hörte, ist auch die Rote Armee auf ihrer Seite«, sagte ein anderer Soldat. »Na und? Korporal Toshi meint, es sei nur ein Haufen Kinder.« »Nein, ich spreche von der wahren Roten Armee. Du weißt schon.« »Die Rote Armee verbündet sich nicht mit barbarischen Eroberern. Außerdem gibt es gar keine Rote Armee. Sie ist nur ein Mythos.« »So wie die unsichtbaren Vampirgeister«, fügte Renswind hinzu und zog das Uhrwerk der Angst noch etwas auf. »Nee, ja«, er überließ die Soldaten ihrer Diskussion. »Niemand desertierte. In eine Nacht zu fliehen, die namenlosen Schrecken enthielt, das war schlimmer, als im Heerlager zu bleiben.« »Um so besser«, fand Renswind. »Es bedeutete, daß völlig verängstigte Krieger Trost bei ihren Kameraden suchten.« Nichts verlieh einer Truppe mehr Rückgrat als das ständige Wiederholen von »Ich bin sicher, daß es keine Vampirzauberer gibt« und der Umstand, daß viele Leute viermal pro Stunde zur Latrine eilten. Renswind kehrte zur Stadt zurück, schlich in der Dunkelheit um ein Zelt und stieß gegen ein Pferd, das ihm auf den Fuß trat. »Deine Frau ist ein großes Nilpferd!« »Entschuldigung«, Renswind erstachte, während seine Hände den schmerzenden Fuß hielten. Er kannte nur eine Person, deren Stimme wie ein Friedhof mitten im Winter klang. Er wich zurück und stieß gegen ein anderes Pferd. »Renswind, nicht wahr?«, fragte Tod. »Ja, guten Abend. Vermutlich hast du Krieg noch nicht kennengelernt. Wenn ich vorstellen darf. Renswind, das ist Krieg. Krieg, das ist Renswind.« Krieg grüßte, indem er die Hand an den Helm hob. »Es ist mir ein Vergnügen«, sagte er und deutete zu den anderen Reitern. »Das sind meine Söhne, Schrecken und Panik, und meine Tochter, Clancy.« Die Sprösslinge stimmten ein kurzes »Hallo« an. Clancy schnitt eine finstere Mine und schien etwa sieben Jahre alt zu sein. Auf ihrem Schutzhelm klebte ein Ponyclub-Abzeichen. »Ich habe nicht damit gerechnet, dich hier zu finden, Renswind.« »Oh, gut.« Tod holte ein Stundenglas hervor, hielt es in den Mondschein und seufzte. Renswind reckte den Hals, um festzustellen, wie viel Sand es enthielt. »Allerdings könnte ich.« »Du brauchst wegen mir keine besonderen Vorkehrungen zu treffen«, sagte Renswind rasch. »Ich...« »Nehme an, ihr seid wegen der Schlacht hier, oder?« »Ja. Alles deutet darauf hin, dass sie nicht sehr lange dauert.« »Wer wird den Sieg erringen?« »Du weißt doch, dass ich dir das nicht sagen würde, selbst wenn ich es wüsste.« »Selbst wenn du es wüsstest?« wiederholte Renswind. »Ich dachte, du weißt alles.« Tod hob den Finger und etwas flatterte aus der Nacht heran. Renswind hielt es für eine Motte, aber das Geschöpf war nicht so flaumig und seine Flügel hatten seltsame Muster. Es landete kurz auf dem Finger, stieg dann wieder auf und flog davon. »In einer Nacht wie dieser ist nur die Ungewissheit gewiß«, sagte Tod. »Das klingt banal, entspricht aber der Wahrheit.« Irgendwo am Horizont krollte Donner. »Ich... äh... sollte jetzt besser gehen«, sagte Renswind. »Bis bald«, rief Tod dem davoneilenden Zauberer nach. »Seltsame Bursche«, murmelte Krieg. »Wenn er zugegen ist, wird selbst die Ungewissheit ungewiss, und selbst da bin ich mir nicht sicher.« Krieg holte ein großes Paket aus der Satteltasche. »Mal sehen! Wir haben hier...« »Eier und Kresse, kalte Sünafrikassee und Reifenkäse mit knackigen Gurken, glaube ich.« »Heutzutage stellt man mit Brot und Brötchen die erstaunlichsten Dinge an.« »Ech, und dann gibt es noch Schinkenüberraschung.« »Was ist so überraschend daran?« »Keine Ahnung. Vermutlich bezieht sich der Name darauf, dass das betreffende Schwein einen Schock erlitten hat.« Ritkali hatte lange mit sich selbst gerungen und schließlich gewonnen. »Wir holen ihn zurück«, sagte er. »Vier Tage sind vergangen, und wir schicken das komische Rohrding dorthin, wo es hergekommen ist. Es ist mir nicht geheuer.« Die alten Zauberer musterten sich gegenseitig. Niemand von ihnen wünschte sich eine Universität, der Rincewind angehörte, aber der metallene Hund beunruhigte auch sie. Alle hielten sich von ihm fern. Sie hatten das Gebilde mit einer Barriere aus aufeinander gestapelten Tischen umgeben und versuchten, es zu ignorieren. »Na schön«, erwiderte der Dekan. »Nun, Stippens weist immer wieder darauf hin, dass das Gewicht gleich sein muss und so. Und wenn wir den Metallhund zurückschicken, bedeutet das nicht, dass Rincewind mit ziemlich hoher Geschwindigkeit bei uns erscheint?« »Stippens hat den Zauber inzwischen verbessert«, meinte Ritzkalli, »und wir könnten Matratzen am Ende des Flurs bereitlegen.« Der Quester hob die Hand. »Ja, Quester«, fragte Ritzkalli freundlich. »Oh, wert, einen Krug von deinem besten Bier«, sagte der Quester. »Gut«, Ritzkalli nickte. »Dann wäre ja alles klar. Ich habe Stippens schon aufgefordert, mit der Suche zu beginnen.« »Benutzte er dazu wieder den dämonischen Apparat?« »Ja.« »Dann kann nichts schiefgehen«, sagte der Dekan vertrießlich. »Und eine Trompete voller Hummer. Bitte, sei so gut.« »Das meint auch der Quester.« Die Kriegsherren hatten sich bei Lord Hong eingefunden. Sie warten einen gewissen Abstand zueinander, wie es sich für Feinde, die ein vorübergehendes und nicht sehr stabiles Bündnis eingegangen waren, gebührte. Nach dem Sieg über die Barbaren mochte der Kampf durchaus weitergehen. In einem Punkt wollten Sie sicher sein. »Nein«, sagte Lord Hong mit Nachdruck, »da gibt es nicht den geringsten Zweifel. Es existiert keine Armee aus unsichtbaren, blutsaugenden Geistern, verstanden. Die Leute jenseits der großen Mauer sind wie wir, sieht man einmal davon ab, dass sie uns in jeder Hinsicht klar unterlegen sind. Wie dem auch sei, man kann sie ganz deutlich sehen.« Ein oder zwei Lords blieben skeptisch. »Und all das Geräte von der Roten Armee?«, fragte jemand. »Lord Tang, die Rote Armee ist ein undisziplinierter Haufen, der mit entschlossener Gewalt zerschlagen wird.« »Ich meine die Rote Armee, von der die Bauern reden«, erwiderte Lord Tang. »Es heißt, vor tausenden von Jahren«, »vor tausenden von Jahren soll ein Zauberer, den es nie gab, aus Schlamm und Blitzen unsterbliche Soldaten geformt haben«, sagte Lord Tang. »Ja, ich weiß. Es ist eine Geschichte, Lord Tang. Bauern haben sie erfunden. Bauern, die nicht begriffen, was geschah. Das Heer von einem Sonnenspiegel hatte.« Lord Tang winkte kurz. »Bessere Rüstungen. Eine bessere Disziplin. Ich habe keine Angst vor Geistern. Und ich fürchte ganz bestimmt keine Legende, die überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat.« »Ja, aber... Wahrsager«, rief Lord Hung. Der Wahrsager hatte nicht mit der Beteiligung an der Diskussion gerechnet und zuckte zusammen. »Ja, Lord?« »Wie sieht's mit den Eingeweihten aus?« »Hee, sie sind fast fertig.« Die Besorgnis des Wahrsagers wuchs. Vielleicht hatte er den falschen Vogel gewählt. Die Eingeweihte teilten ihm nur mit. Wenn er dies lebend überstand, konnte er vielleicht eine leckere Hühnersuppe genießen. Lord Hung schien über eine besonders gefährliche Art von Ungeduld zu verfügen. »Was teilen Sie dir mit?« »Die Zukunft ist...« »Die Zukunft ist...« Hühnereingeweihte hatten nie zuvor einen solchen Anblick geboten. Einige Sekunden lang glaubte der Wahrsager, daß sie sich bewegten. »Nee, die Zukunft ist ungewiß«, sagte er schließlich. »Sorg dafür, daß sie gewiß wird«, bewiederte Lord Hung. »Wer erringt morgen früh den Sieg?« Schatten huschten über den Tisch. Etwas flatterte um die Lampe. Es sah nach einer unscheinbaren gelben Motte mit sonderbaren Flügelmustern aus. Der Wahrsager hatte bessere präkognitive Fähigkeiten, als er selbst wußte, und sie vermittelten ihm folgende Botschaft. Dies war kein geeigneter Zeitpunkt, Hellseher zu sein. Der Zeitpunkt eignete sich viel besser für eine Hinrichtung. »Es kann nicht der geringste Zweifel daran bestehen, daß der Feind eine vernichtende Niederlage erleidet, o Lord«, sagte er. »Wieso bist du da so sicher?«, fragte Lord McSweeney. Der Wahrsager fühlte sich in seiner Berufsähre verletzt. »Siehst du da das wabbelige Etwas bei den Ehren? Und verstehst du, was das grüne, klebrige Ding hier bedeutet? Kennst du dich mit der Liebe aus?« »Na bitte«, sagte Lord Hong. »Das Schicksal meint es gut mit uns.« »Trotzdem«, wandte Lord Tang ein. »Die Männer sind«, »du kannst den Männern sagen«, begann Lord Hong. Er unterbrach sich, zögert und lächelte. »Sag den Männern, daß tatsächlich eine große Armee aus unsichtbaren Vampirgeistern existiert.« »Was?« »Ja«, Lord Hong schritt auf und ab und schnippte dabei mit den Fingern. »Ja, es gibt eine schreckliche Streitmacht mit ausländischen Geistern, und sie hat unsere Geister so sehr erzürnt, daß sie...« »Tausende Generationen unserer Vorfahren reiten nun auf dem Wind, um die barbarischen Invasoren zurückzuschlagen. Die Geister des Reiches erheben sich. Millionen und Abermillionen. Selbst unsere Dämonen sind wütend auf die Eindringlinge. Sie werden sich auf die Angreifer stürzen und sie mit Klauen und Zähnen zerfetzen.« »Ja, Lord Song«, die Kriegsherren wechselten nervöse Blicke. »Bist du sicher, Lord Hong?« Lord Hongs Augen glänzten hinter den kleinen Brillengläsern. »Sorgt für die notwendigen Proklamationen«, wies er die anderen Lords an. »Sagt ihnen jetzt etwas anderes«, rief Lord Hong. »Wenn der Feind glaubt, daß seine Stärke in der Täuschung liegt, dann sorgen wir dafür, daß aus der vermeintlichen Stärke seine Schwäche wird.« »Sagt den Soldaten, daß eine Milliarde Geister des Reichs hinter ihnen stehen.« Die Kriegsherren mieten seinen Blick. Niemand von ihnen wollte darauf hinweisen, daß der durchschnittliche Soldat sich bestimmt nicht darüber freut, daß sich vor und hinter ihm Geister befanden. Immerhin genossen Geister den Ruf, launisch und unberechenbar zu sein. »Gut«, sagte Lord Hong und sah nach unten. »Du bist noch hier«, fragte er. »Ich wollte nur schnell die Eingeweide einpacken, oh Lord«, quiekte der Wahrsager. Er nahm die Reste des leidgeprüften Huhns und floh. Auf dem Weg nach Hause, dachte er, »ich habe nicht gesagt, welcher Feind eine vernichtende Niederlage erleidet.« Lord Hong blieb allein in seinen Gemächern zurück. Nach einer Weile merkte er, daß er zitterte, vermutlich aus Zorn. Oder vielleicht. Nun, er konnte die Situation noch immer zu seinem Vorteil nutzen. Barbaren kamen von jenseits der Mauer, und für die meisten Leute im Reich blieb das Draußen ein uniformiertes Etwas ohne Richtung. Ja, die Barbaren waren eine unwichtige Einzelheit. Sie ließen sich leicht aus dem Weg räumen, konnten aber auch in die allgemeine Strategie integriert werden, wenn er es geschickt anstellte. Hong atmete schwer. Er suchte sein privates Arbeitszimmer auf und schloß die Tür. Er holte den Schlüssel hervor. Er öffnete die Kiste. Eine Zeit lang herrschte eine Stille, in der nur das Rascheln von Kleidung zu hören war. Dann betrachtete sich Lord Hong im Spiegel. Er hatte sich große Mühe gegeben, dies zu erreichen. Er hatte mehrere Agenten eingesetzt, und jeder von ihnen kannte nur einen Teil des Plans. Der Schneider in Ankh-Morpork hatte sich genau an die Maße gehalten und ausgezeichnete Arbeit geleistet. Spitze Stiefel, Kniehose, Wams Umhang, der Hut mit einer Feder. Lord Hong wußte, daß er wie ein perfekter Gentleman aus Ankh-Morpork gekleidet war. Das Futter des Umhangs bestand aus Seide. Die Sachen fühlten sich unbequem an und berührten ihn an ungewohnten Stellen. Aber darauf kam es nicht an. So sah ein eleganter Mann in einer Gesellschaft aus, die atmete und sich bewegte, die etwas erreichen konnte. Lord Hong stellte sich vor, wie er am ersten Tag durch die Stadt schritt. Die Leute würden ihn sofort als ihren natürlichen Regenten erkennen und ihm huldigen. In seiner Fantasie gab es keinen Platz für die übliche Reaktion. »Hey, sieh dir mal den feinen Pintel an! Zieh dem Burschen eins über die Rüpe und räum seine Taschen aus!« Die Ameisen eilten hin und her. Das Parp-Ding machte Parp. Die Zauberer traten zurück. Es gab nicht viel zu tun, wenn Hex mit voller Geschwindigkeit arbeitete. Man konnte nur den Fisch beobachten und gelegentlich die Zahnräder ölen. Ab und zu flackerte Oktarines Licht in den Röhren. Hex zauberte jetzt mehrere hundert Mal pro Minute. Das war das Prinzip. Ein Mensch brauchte mehr als eine Stunde für einen ganz gewöhnlichen Lokalisierungszauber. Doch Hex führte ihn schneller durch. Und er wiederholte ihn. Wieder und immer wieder. Er durchkämmte das ganz okkulte Meer auf der Suche nach einem bestimmten Fisch. Innerhalb von 93 Minuten leistete er, wozu die Fakultät einige Monate gebraucht hätte. »Seht ihr?« Ponder Stimme vibrierte ein wenig, als er die Klötze aus dem Ausgabetrichter nahm. »Ich wußte, dass er es schafft.« »Wer ist er?« Fragte Ritz-Cully. »Hex?« »Oh, du meinst das Ding.« »Ja, genau, das Ding.« Noch etwas anderes war Herrn Zeffelatwurst an der Horde aufgefallen. Ihre Fähigkeit, sich zu entspannen. Die alten Männer verfügten über das katzenartige Talent nichts zu tun, wenn es nichts zu tun gab. Nach dem Schärfen der Schwerter hatten sie eine Mahlzeit eingenommen. Große Stücke Fleisch für die meisten von ihnen. Haferschleim für den irren Polterer, der den größten Teil davon in seinen Bart sabberte. Daß das Essen genießbar war, gewährleisteten sie, indem der Chefkoch mit der Schürze an den Boden genagelt wurde und zu einer Axt emporblicken mußte, die an einem Seil befestigt war. Das Seil hing über einem Balken an der Decke, und das Ende hielt Cohen in der Hand, während er aß. Anschließend schärften die Hordenmitglieder erneut ihre Schwerter, aus reiner Angewohnheit, und dann verharrten sie. Manchmal summte einer der Alten eine leise Melodie, wobei fehlende Zähne für Disharmonien sorgten, oder Hände suchten an diversen Körperstellen nach besonders hartnäckigen Läusen. Der größte Teil der Nichtaktivität bestand jedoch darin, ins Leere zu starren. »Wisst ihr?« sagte Kaleb nach einer langen Weile. »Ich bin praktisch überall gewesen, nur nicht in XXXX. Frage mich, wie's dort aussieht.« »Habt einmal einen Schiffbruch erlitten,« brummte Vincent. »Komischer Ort, ziemlich magisch, glaube ich. Dort gibt's Biber mit Schnäbeln und große Ratten mit langen Schwänzen, die dauernd umherhüpfen. Die Ratten, meine ich, boxen auch gegeneinander. Und schwarze Leute wandern umher, befinden sich angeblich in einem Traum. Ziemlich schlaue Burschen. Zeig ihnen ein Stück Wüste mit einem abgestorbenen Baum, schon präsentieren sie dir eine Mahlzeit mit drei Gängen, sowie Obst und Nüsse zum Naschen. Ach ja, und das Bier ist nicht schlecht. Klingt gut. Es folgte eine lange Pause. Dann. »Es gibt hier doch Benkelsänger, oder? Wäre wirklich schade, wenn wir alle sterben, ohne dass jemand unser heldenhaftes Ende in Liedern besingt. In einer solchen Stadt treiben sich bestimmt viele Benkelsänger herum. Also kein Problem. Nein. Nein. Wieder eine Pause. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir sterben. Klar, ich habe keineswegs die Absicht, in meinem Alter mit dem Sterben zu beginnen. Ha ha ha! Noch eine Pause. »Cohen?« »Ja?« »Bist du religiös?« »Nun, ich habe viele Tempel ausgeraubt und zahlreiche verrückte Priester getötet. Weiß nicht, ob das zählt.« »Wenn man im Kampf stirbt, was geschieht dann mit einem? Woran glaubt dein Stamm?« »Nun, wenn man im Kampf abkratzt, kommen dicke Frauen mit Hörnerhelmen und bringen einen in den Saal von Io, wo getötete Helden für immer kämpfen und zechen können und so.« Eine Pause. »Meinst du wirklich für immer?« »Ja.« »Ich frage, weil...« »Nun, nach vier Tagen hat man die Nase voll von Truthahnbraten.« »Na, ist schön.« »Und was glaubt man bei euch?« »Wir glauben, dass wir zur Hölle fahren, in einem Boot, das aus abgeschnittenen Fußnägeln besteht. Etwas in der Art.« Eine Pause. »Es hat eigentlich keinen Sinn, über so etwas zu reden, denn wir kommen morgen früh nicht ums Leben. Stimmt. »Hä? Wozu sollen wir sterben, wenn uns nur übrig gebliebenes Fleisch und ein Boot, das nach schmutzigen Socken riecht, erwarten?« »Hä, hä!« Eine Pause. »In Klatsch glaubt man, wer ein gutes Leben geführt hat, wird zur Belohnung in ein Paradies mit vielen jungen Frauen geschickt.« »Ist das eine Belohnung?« »Weiß nicht. Könnte auch eine Strafe sein. Außerdem kriegt man dauernd Scherbett. »Hä, als ich ein junger Mann war, gab's noch richtigen Scherbett. Wir bekamen ihn in kleinen Truhen und dazu einen Lakritzstrohhalm, um das Zeug herauszusaugen. Heute sucht man vergeblich nach so etwas. Die Leute haben's immer viel zu eilig.« »Klingt besser als die Sache mit den Fußnägeln.« Eine Pause. »Habt ihr jemals daran geglaubt, dass jeder getötete Feind im Leben nach dem Tod zu einem Diener wird?« »Weiß nicht.« »Wie viele hast du getötet?« »Was? Oh, zwei oder dreitausend, glaube ich. Trolle und Zwerge nicht mitgezählt.« »Dann hast du sicher genug Leute, die dir eine Haarbürste reichen oder eine Tür für dich öffnen.« Eine Pause. »Wir sterben bestimmt nicht, oder?« »Nein. Ich meine, Chancen von eins zu hunderttausend. Der Unterschied besteht doch nur aus einigen Nullen. Habe ich recht?« »Ja.« »Ich meine, tapfere Kameraden an unserer Seite, ein starker Arm. Was können wir uns mehr wünschen?« Eine Pause. »Ein Vulkanausbruch wäre nicht schlecht. Möglichst viel Lava, die unsere Feinde unter sich begräbt.« Eine Pause. »Wir sterben, nicht wahr?« »Ja.« Die Hordenmitglieder musterten sich gegenseitig. »Es gibt auch noch eine positive Seite. Ich schulde dem Zwergfarfar noch fünfzig Ankh-Morpork-Dollar für dieses Schwert.« Der junge Willi hob es kurz hoch. »Ich schätze, er muss auf das Geld verzichten.« Er zerfelat Wurst, ließ die Schultern hängen. »Es tut mir sehr leid,« sagte er. »Schon gut,« erwiderte Cohen, »dich trifft keine Schuld.« In den hohen Fenstern zeichnete sich das erste graue Licht des Morgens ab. »Ihr müßt nicht sterben,« betonte Herr Zerfelat Wurst. »Wir könnten uns, äh, fortschleichen, durch die Kanalisation. Den irren Polterer tragen wir. Ständig kommen und gehen Leute. Bestimmt können wir die Stadt verlassen, ohne daß...« Die Stimme des früheren Lehrers verklang. Keine Stimme konnte so durchdrängende Blicke ertragen. Selbst der irre Polterer stachte ihn an, obgleich sein Blick für gewöhnlich auf eine Stelle gerichtet war, von der ihn achtzig Jahre trennten. »Wir laufen nicht weg,« sagte der Polterer. »Es ist kein Weglaufen,« behauptete Herr Zerfelat Wurst, »es ist vielmehr ein vorübergehender Rückzug. Taktik. Himmel, die Vernunft verlangt es. Ich ziehe mich nicht zurück. Meine Güte, selbst Babanen können zählen, und ihr habt eben selbst zugegeben, daß euch der Tod erwartet. Keine Flucht.« Cohen beugte sich vor und klopfte Herrn Zerfelat Wurst auf die Hand. »Es ist die Sache mit dem Heldentum,« sagte er, »wer hat jemals von einem Helden gehört, der einfach fortlief? Und die Kinder, von denen du uns erzählt hast, die uns für Geschichten halten, würden sie glauben, daß wir weggelaufen sind?« »Nein, also, nein, weglaufen gehört bei uns nicht dazu. Dafür sind andere zuständig.« »Außerdem bietet sich eine solche Gelegenheit nie wieder,« warf Kriecher der Unhöfliche ein. »Sechs gegen fünf Heere. Das ist ver... fantastisch. Wir reden hier nicht nur von Legenden und dergleichen. Vermutlich geraten wir in den Bereich der Mythologie. Aber ihr seid dann... tot! »Ja, das ist Teil davon, zugegeben. Mein toller Abgang, nicht wahr?« Herr Zerfelat Wurst musterte die übrigen Hordenmitglieder und gelangte zu dem Schluss, daß sie eine andere Sprache in einer anderen Welt sprachen, in einer Welt, von der er nichts wußte und die auf keiner Karte verzeichnet war. Man konnte diesen Leuten beibringen, Hosen zu tragen und mit Geld umzugehen, aber ihre Seele änderte sich dadurch nicht. »Wohin kommen Lehrer nach ihrem Tod?«, fragte Kohen. »Keine Ahnung,« antwortete Herr Zerfelat Wurst leise. Einige Sekunden lang fragte er sich, ob es im Himmel so etwas wie ewige Sommerferien gab. Wahrscheinlich nicht. Bestimmt warteten dort irgendwelche Korrekturen auf ihn. »Nun, was auch immer mit dir passiert, wenn du tot bist,« sagte Kohen, »besuche uns, wenn du Lust auf ordentliches Zechen hast. Wir hatten eine Menge Spaß zusammen. Darauf kommt es an. Und wir haben viel gelernt.« Der Rest der Horde brummte zustimmend. »Die vielen langen Wörter. Dinge zu kaufen und dafür zu bezahlen. Nicht zu vergessen die sozialen Kontakte. Ha, ha, Entschuldigung. Was ist denn?« »Schade, daß es nicht geklappt hat,« sagte Kohen. »Aber ich habe noch nie viel von Plänen und dergleichen gehalten.« Herr Zerfelat Wurst stand auf. »Ich begleite euch,« verkündete er. »Was? Du willst mit uns kämpfen?« »Ja. Weißt du, wie man mit einem Schwert umgeht?« fragte Kriecher. »Äh, nein. Dann hast du dein ganzes Leben vergeudet.« Dieser Hinweis schien dem früheren Lehrer nicht sehr zu gefallen. »Ich bekomme den Dreh während des Kampfes schon heraus.« »Wir reden hier von einem Schwert. Während des Kampfes hast du keine Zeit mehr, damit zu üben.« »Nun, als Lehrer ist man gezwungen, sehr schnell zu lernen.« Herr Zerfelat Wurst lächelte nervös. »Einmal mußte ich ein Semester lang praktische Alchemie unterrichten, weil sich Herr Schisma selbst in die Luft gejagt hatte und Erholung brauchte. Bis zu jenem Zeitpunkt wußte ich nicht einmal, wie ein Schmelztiegel aussieht.« »Hier!« Der junge Willi gab dem Lehrer ein Schwert. Herr Zerfelat Wurst drehte es nachdenklich hin und her. »Hä? Gibt es eine Anleitung, wie man es benutzt?« »Eine Anleitung? Nein, man hält das stumpfe Ende in der Hand und versucht, die Spitze in andere Leute zu stichen.« »Ach, klingt eigentlich ganz einfach. Ich dachte, es steckt mehr dahinter.« »Willst du uns wirklich begleiten?« fragte Kohen. Herr Zerfelat Wurst richtete einen festen Blick auf ihn. »Unbedingt. Ich bezweifle sehr, dass ich nach eurem Tod überleben kann. Und offenbar dürft ihr Helden auf ein besseres Leben im Jenseits hoffen. Ich vermute sogar, dass auch euer Leben im Diesseits besser ist. Ich weiß nicht, welches Paradies sich Lehrer erhoffen dürfen, aber ich fürchte, dass es dort viele Sportlehrer gibt.« »Bist du sicher, dass du dich in einen richtigen Berserker verwandeln kannst?« erkundigte sich Kohen. »Hast du jemals erlebt, dass roter Dunst vor deinen Augen erschien? Und bist du später erwacht, um festzustellen, dass du zwanzig Menschen totgebissen hast?« »Ich konnte ziemlich gemein werden, wenn's in der Klasse zu laut wurde«, »verwiderte Herr Zerfelat Wurst.« »Und mit einem Stück Kreide verfehle ich nie das Ziel.« »Was ist mit dir, Steuereintreiber?« Sechs wohltätige Winde wich hastig zurück. »Ich bin mehr dafür geeignet, das System von innen zu unterminieren.« »Sehr schön«, Kohen sah die anderen an, »mit dieser Art von offiziellem Krieg bin ich nicht vertraut. Wie geht man dabei vor?« »Ich glaube, die gegnerischen Truppen beziehen voreinander Aufstellung und stürmen dann aufeinander los«, sagte Herr Zerfelat Wurst. »Hört sich ganz einfach an.« »Also schön, gehen wir.« Sie schritten, beziehungsweise rollten, der irre Polterer, und liefen im Dauerlauf, Herr Zerfelat Wurst, durch den Flur. Der Steuereintreiber folgte ihnen. »Herr Zerfelat Wurst«, rief er, »du weißt doch, was passieren wird. Hast du den Verstand verloren?« Der ehemalige Lehrer lächelte krümmig. Sein ganzes bisheriges Leben war kompliziert gewesen. Es hatte aus Stundenplänen, Listen und einem Haufen Dinge, die erledigt werden mußten oder für ihn nicht in Frage kamen, bestanden. Das Dasein des Herrn Zerfelat Wurst war ein zittriges Etwas, das sich in dem Durcheinander immerzu hin und her warnt. Jetzt aber wurde plötzlich alles ganz einfach. Man hielt das eine Ende in der Hand und stach das andere in Leute. Ein Mann konnte sein ganzes Leben auf eine solche Maxim krönten, und anschließend erwartete ihn ein sehr interessantes Jenseits. »Du brauchst auch das hier«, sagte Kaleb und reichte Herrn Zerfelat Wurst etwas Rundes, als sie ins graue Licht der Morgendämmerung traten. »Das ist ein Schild.« »Ah, damit schützt man sich, stimmt's? Beiß in den Rand, wenn's nötig ist.« »Oh, ich weiß«, sagte Herr Zerfelat Wurst, »dadurch wird man zum Berserker, nicht wahr?« »Durchaus möglich, durchaus möglich«, räumte Kaleb ein. »Bei vielen Kriegern ist das der Fall. Ich persönlich beiß in den Rand, weil er aus Schokolade isst.« »Schokolade? In einer Schlacht werden nur selten Esspausen eingelegt.« »Ihr bin ich«, dachte Herr Zerfelat Wurst, »mit echten Helden gehe ich durch die Straßen. Sie sind die, und im Zweifelsfall ziehst du dich einfach aus«, sagte Kaleb. »Warum denn das? Ist ein Anzeichen dafür, zum Berserker zu werden. Es entsetzt den Feind, und wenn jemand lacht, lässt du ihn das Schwert spüren.« Unter den Decken des Rollstuhls bewegte sich etwas. »Was ist denn? Ich habe gesagt, so lässt du ihn das Schwert spüren, Polterer!« Der irre Polterer hob einen Arm, der nur aus Haut und Knochen bestand und viel zu dünn wirkte, um die Axt zu halten, die er hielt. »Ja, genau. Direkt in den Datuzweh!« Herr Zerfelat Wurst stieß Kaleb an. »Ich sollte mir das notieren«, sagte er. »Was ist Datuzweh?« »Eine kleine Bergkette unweit der Mitte.« »Faszinierend!« Die Bürger von Hung Hung drängten sich auf und an den Stadtmauern zusammen. Man bekam nicht jeden Tag die Möglichkeit, einen solchen Kampf zu beobachten. Rincewind bahnte sich mit den Ellenbogen einen Weg durch die Menge, bis er den Kader erreichte, der einen besonders guten Platz über dem Haupttor ergattert hatte. »Warum seid ihr noch hier?« »Fragte er.« »Ihr könntet schon viele Kilometer weit weg sein.« »Wir möchten beobachten, was passiert«, erwiderte Zweiblum. »Seine Brillengläser glänzten.« »Ich weiß, was passiert. Die Horde wird schon nach wenigen Sekunden nicht mehr existieren. Was könnte denn eurer Meinung nach geschehen?« »Du vergisst die unsichtbaren Vampirgeister«, sagte Zweiblum. Rincewind starrte ihn groß an. »Wie bitte?« »Die geheime Armee. Es sollen ziemlich viele Geister hierher unterwegs sein.« »Es gibt überhaupt keine unsichtbaren Vampirgeister, Zweiblum.« »Ja, ihre Existenz wird dauernd geleugnet«, ließ ich Lotusblüte vernehmen. »Also müssen die Gerüchte zumindest teilweise der Wahrheit entsprechen.« »Ich habe das alles erfunden.« »Oh, das glaubst du vielleicht«, entgegnete Zweiblum. »Aber ich nehme an, du bist ein Werkzeug des Schicksals.« »Jetzt hör mal, es gibt wirklich keine.« »Der gute alte Rincewind«, meinte Zweiblum fröhlich. »Du bist immer pessimistisch, doch am Ende wird alles gut.« »Es gibt weder Geister noch irgendwelche magischen Armeen«, sagte Rincewind. »Ich, wenn sieben Männer aufbrechen, um gegen eine hunderttausendmal größere Streitmacht zu kämpfen, kann die Schlacht nur ein Ergebnis haben.« »Genau. Es freut mich, daß du endlich vernünftig wirst.« »Sie gewinnen«, sagte Zweiblum. »Sie müssen den Sieg erringen. Andernfalls funktioniert die Welt nicht richtig.« »Du scheinst gebildet zu sein«, warnte sich Rincewind an Schmetterling. »Erklär ihm, warum er sich ehrt. Der Grund ist ein kleines Phänomen aus meiner Heimat. Vielleicht hast du schon davon gehört. Man nennt es Mathematik.« Die junge Frau lächelte. »Du glaubst mir nicht, wie?« brachte Rincewind hervor. »Du bist genau wie er. Für was hältst du dies? Für homöopathische Kriegsführung? Je kleiner die eigene Streitmacht, desto größer die Wahrscheinlichkeit, daß sie siegt.« »Die Wirklichkeit sieht anders aus. Ich wünschte, du hättest recht, aber leider ist das nicht der Fall. Es gibt kein plötzliches und völlig unerwartetes Glück. Es gibt auch keine magischen Lösungen. Die Guten gewinnen nicht, weil sie klein und tapfer sind.« Er gestikulierte voller Ärger. »Du hast immer überlebt«, sagte Zweiblum. »Ein haarsträubendes Abenteuer folgte dem anderen, und du hast immer überlebt.« »Reiner Zufall! Und du bist auch weiterhin am Leben geblieben.« »Und du hast uns aus dem Kerker befreit«, warf Lotusblüte ein. »Das waren alles nur Zufall. Lasst mich in Ruhe und verschwinde!« Ein Schmetterling flatterte fort und entging der nach ihm schlagenden Hand. »Verdammte Biester«, mummelte Rindswind. »Nun, das wär's«, fuhr er fort. »Ich gehe jetzt. Muss mich um andere Dinge kümmern und kann nicht zusehen. Außerdem glaube ich, daß unsympathische Personen nach mir suchen.« Plötzlich bemerkte er Tränen in den Augen von Lotusblüte. »Wir, wir dachten, daß du irgendetwas unternimmst«, sagte sie. »Ich? Ich kann nichts unternehmen. Erst recht nicht mit Magie. Dafür bin ich berühmt. Glaub bloß nicht, daß große Zauberer alle Probleme lösen können, denn es gibt sie gar nicht, und deshalb lösen sie keine Probleme. Und ich muß es wissen, denn ich bin keiner.« Rindswind trat zurück. »So was erlebe ich immer wieder. Ich kümmere mich um meine eigenen Angelegenheiten. Dann geht irgendetwas schief, und plötzlich kommen Leute zu mir und fragen, »Oh, Rindswind, was willst du jetzt unternehmen?« »Und Frau Rindswinds Sohn, falls es überhaupt eine Frau Rindswind gab, antwortet darauf, »Nichts. Ihr müsst alle allein zurechtkommen.« In diesem Fall bedeutet das, löst eure Probleme selbst. »Es gibt keine magischen Armeen, die euch plötzlich zur Hilfe eilen. Und seht mich nicht so an. Es dürfte kaum meine Schuld sein. Ich muß mich um andere Dinge kümmern. Diese Sache geht mich nichts an.« Er drehte sich um und lief davon. Die Menge achtete kaum auf ihn. Nach den Maßstäben von Hung Hung waren die Straßen fast leer. An manchen Stellen war das Kopfsteinpflaster zu sehen. Rindswind schob sich in den Gassen unweit der Mauer durchs Getränke auf der Suche nach einem Tor, dessen Wächter zu beschäftigt waren, Fragen zu stellen. Schritte folgten ihm. »Jetzt hört mal!« brummte er und drehte sich um. »Ich habe doch gesagt, dass ich...« Sein Blick fiel auf Truhe. Sie sah ein wenig verlegen aus. »Ach, wir sind endlich eingetroffen, wie?« fragte Rindswind streng. »Was ist mit dem Herren überall hinfolgen passiert?« Truhe schachte mit den Füßen. Aus einer nahen Gasse trat eine etwas größere und hübschere Version mit dekorativen, eingesetzten Holzleisten. Ihre Füße wirkten zart und waren nicht annähernd so schwierig wie die von Rindswinds Truhe. Außerdem glänzte bunter Lack auf ihren Zehennägeln. »Oh«, sagte Rindswind. »Meine Güte! Na schön, ich meine...« »Ja. Komm jetzt!« Er erreichte das Ende der Gasse und drehte sich um. Truhe stieß die größere Kiste an und forderte sie damit auf, ihr zu folgen. Rindswinds eigene sexuelle Erfahrungen waren alles andere als exzessiv, aber er hatte Diagramme gesehen. Allerdings wußte er nicht, wie Gepäckstücke dabei vorgingen. Vielleicht sagten sie »Donnerwetter, was für ein Deckel!« oder »Putzblitz, die Angeln haben es wirklich in sich!« Eigentlich gab es keinen Hinweis darauf, dass Truhe männlichen Geschlechts war. Sie hatte ein mörderisches Wesen, doch das galt auch für viele Frauen, Lirindswind, kannte, und in den meisten Fällen verstärkten sich die mörderischen Tendenzen durch die Begegnung mit ihm. Der Zauberer wußte aus Erfahrung, die Neigung zur Gewalt war unisexuell. Die genaue Bedeutung von »Unisex« war ihm unklar, aber er zweifelte kaum daran, dass dieses Phänomen einen großen Teil seiner diesbezüglichen Erlebnisse bestimmte. Weiter vorn entdeckte er ein kleines Tor. Es schien unbewacht zu sein. Zwar fürchtete er sich, trotzdem trat er hindurch und widerstand der Versuchung zu rennen. Wächter schöpften sofort Verdacht, wenn sie jemanden rennen sahen. Der richtige Zeitpunkt dafür war da, wenn man das »E« in »He, Du« hörte. Niemand schenkte ihm Beachtung. Die Aufmerksamkeit der Leute im Bereich der Mauer galt allein den Truppen. »Nun seht sie euch nur an!« Sagt Rincewind zum Universum. »Wie dumm sie doch sind! Stünde es sieben gegen siebzig, wüssten alle, dass die sieben den Kampf verlieren würden. Aber bei sieben gegen siebenhunderttausend sind sie plötzlich nicht mehr sicher. Als bedeuteten Zahlen nichts mehr. Ha! Warum sollte ich irgendetwas unternehmen? Außerdem kenne ich Cohen gar nicht richtig. Na schön, er hat mir dann und wann das Leben gerettet. Aber das ist noch lange kein Grund, jetzt einen schrecklichen Tod zu sterben, nur weil der Burschen nicht zählen kann. Du brauchst mich also nicht anzustarren.« »Die Truhe wich ein wenig zurück?« »Die andere Truhe.« Rincewind vermutete, daß sie weiblich aussah. Frauen hatten immer mehr Gepäck dabei als Männer. Wegen der, hier wagte er sich auf unbekanntes Terrain, zusätzlichen Rüschen und so. Das schien ein Aspekt der Weiblichkeit zu sein. Ebenso der Umstand, daß Frauen kleinere Taschentücher hatten, obwohl ihre Nasen ebenso groß waren wie die der Männer. Rincewind hatte in Truhe immer nur Truhe gesehen und konnte sich nur schwer an die Vorstellung gewöhnen, daß ihm mehr als eine folgte. Jetzt gab es Truhe und die andere Truhe. »Na schön. Kommt, ihr beiden,« sagte er, »wir verschwinden von hier.« »Ich habe geholfen, soweit es mir möglich war. Der Rest ist mir egal. Ich meine, ich habe mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Und es ist mir ein Rätsel, warum sich immer wieder jemand auf mich verlassen will. Ich bin nicht verlässlich. Selbst ich selbst verlasse mich nicht auf mich. Und ich bin ich.« Corinne blickte zum Horizont. Graublaue Wolken ballten sich dort zusammen. »Der kündigt sich ein Unwetter an,« sagte er. »Zum Glück überleben wir nicht lange genug, um nass zu werden,« erwiderte der junge Willi. »Komisch. Es scheint aus allen Richtungen gleichzeitig aufzuziehen.« »Lausiges ausländisches Wetter. Man kann ihm nicht trauen.« Cohen wandte seiner Aufmerksamkeit den Herren, der fünf Kriegsherren, zu. Dort schien man eine Übereinkunft getroffen zu haben. Die Truppen hatten um Coens Position herum Aufstellung bezogen. Die Taktik war klar. Sie brauchten einfach nur vorzurücken. Vor den einzelnen Legionen ritten Offiziere auf und ab. »Wie soll es beginnen?« fragte Cohen, als der auflebende Wind an den Resten seines Haars zerrte. »Pfeift jemand, oder stürmen wir einfach los?« »Normalerweise einigt man sich auf den Beginn der Kampfhandlungen,« sagte Herr Zeffelatwurst. »Oh.« Cohen blickte zu dem Wald aus Fahnen und Standarten. Hunderttausende von Soldaten sahen nach ziemlich vielen Soldaten aus, wenn man ihnen so nahe war. »Ich schätze, niemand von Euch hat irgendeinen genialen Plan für den Notfall, oder?« fragte er langsam. »Wir dachten, Du hättest einen,« entgegnete Kriecher der Unhöfliche. Mehrere Reiter verließen die einzelnen Heere der gegnerischen Streitmacht und näherten sich. Etwas weiter als einen Sperrwurf entfernt hielten sie an und warteten. »Nein,« knurrte Cohen, »ich sage es nicht gern, aber vielleicht sollten wir über die Kapitulation verhandeln.« »Nein,« entfuhr es Herrn Zeffelatwurst. Er erschrak über den lauten Klang seiner eigenen Stimme. »Nein,« wiederholte er etwas ruhiger. »Ihr überlebt nicht, wenn Ihr kapituliert. Ihr sterbt nun nicht sofort.« Cohen kratzte sich an der Nase. »Wie sieht die Fahne aus? Du weißt schon, um den Leuten zu zeigen, dass wir mit ihnen reden wollen, ohne sie zu töten.« »Sie muss rot sein,« antwortete Herr Zeffelatwurst. »Aber es hat keinen Sinn, wenn du...« »Rot zur Kapitulation. Weiß für Bestattungen. Komisch.« Cohen schüttelte den Kopf. »Nein, schön. Hat jemand etwas Rotes?« »Ich habe ein Taschentuch,« sagte Herr Zeffelatwurst. »Aber es ist weiß und...« »Gib es mir.« Der barbarische Lehrer holte es zögernd hervor und reichte es dem barbarischen Helden. Cohen zog ein kleines, ziemlich abgenutztes Messer hinter dem Gürtel hervor. »Ich fasse es nicht.« Herr Zeffelatwurst war den Tränen nah. »Cohen, der Barbar, ist bereit, über die Kapitulation zu verhandeln.« »Wahrscheinlich liegt's an der Zivilisation,« meinte Cohen. »Sie hat mich weich gemacht.« Er zog sich das Messer über den Arm und drückte dann das Taschentuch auf die Wunde. »Na, bitte. Gleich haben wir eine hübsche rote Fahne.« Die Horde nickte anerkennt. Es war eine bemerkenswert symbolische, dramatische und vor allem sehr dumme Geste, in der besten Tradition des barbarischen Heldentums. Einige der ganz vorn stehenden Soldaten beobachteten sie. »Lehrer und Kriecher,« sagte Cohen, »kommt mit mir. Wir reden jetzt mit den Leuten.« »Bestimmt wirft man dich ins Verlies,« stöhnte Herr Zeffelatwurst. »Hier gibt es Folterer, die ihre Opfer jahrelang am Leben erhalten können.« »Was ist denn? Was sagt er da?« »Ihr meint, in den hiesigen Verliesen kann man hier jahrelang überleben, Polterer.« »Gut einverstanden.« »Lieber Himmel,« rächzte Herr Zeffelatwurst. Er folgte Kriecher und Cohen zu den Kriegsherren. Lord Hong hob das Helmvisier und starrte die Delegation der barbarischen Eroberer an. »Ich habe hier eine rote Fahne,« Cohen winkte mit dem feuchten Etwas am Ende seines Schwärts. »Ja,« sagte Lord Hong, »wir haben deine kleine Vorstellung gesehen. Gewöhnliche Soldaten lassen sich vielleicht davon beeindrucken, aber wir nicht, Baba.« »Wie du meinst,« erwiderte Cohen, »wir sind gekommen, um über die Kapitulation zu reden.« Herr Zeffelatwurst stellte fest, daß sich einige der Kriegsherren entspannten. »Echten Soldaten gefällt so etwas nicht,« dachte er. »Niemand möchte im Soldatenhimmel sagen. Einmal bin ich mit einem Heer gegen sieben Kreise in den Kampf gezogen. Dafür erhofft man sich keine Medaillen. »Oh, natürlich,« entgegnete Lord Hong, »so viel zur Tapferkeit. Nun, legt die Waffen nieder. Anschließend bringen wir euch zum Palast.« Cohen und Kricher wechselten einen Blick. »Wie bitte?« fragte Cohen. »Legt die Waffen nieder,« schnaubte Lord Hong. »Damit meine ich, weg mit den Schwertern und Äxten.« Cohen runzelte verwirrt die Stirn. »Warum sollten wir unsere Waffen weglegen?« »Wir sprechen doch über eure Kapitulation, oder?« »Über unsere Kapitulation.« Ein irres Lächeln erschien auf Herrn Zöffelartwursts Lippen und wuchs immer mehr in die Breite. Lord Hong starrte Cohen an. »Hä? Soll ich etwa glauben, daß ihr gekommen seid, um uns aufzufordern?« Er beugte sich im Sattel vor. »Das ist tatsächlich der Fall. Wie?« fügte er hinzu. »Ihr hirnlosen, kleinen Barbaren. Stimmt es, daß ihr nur bis fünf zählen könnt?« »Wir wollten nur vermeiden, daß jemand verletzt wird,« sagte Cohen. »Ihr wolltet vor allem vermeiden, selbst verletzt zu werden,« hielt ihm Lord Hong entgegen. »Wenn es zum Kämpf kommt, bleibt das auch für einige von euch nicht ohne Konsequenzen.« »Du meinst die einfachen Soldaten,« sagte Lord Hong. »Es sind nur Bauern.« »Oh ja, das hatte ich ganz vergessen,« erwiderte Cohen. »Und du bist die Anführer, stimmt's? Es ist wie beim Schachspiel.« »Ich bin ihr Lord,« betonte Hong. »Die Soldaten sterben auf meinen Befehl, wenn es notwendig ist.« Cohen schenkte ihm ein gefährliches Lächeln. »Wann fangen wir an?« fragte er. »Kehr zu deinem Haufen zurück,« sagte Lord Hong. »Ich glaube, der Kampf beginnt schon sehr bald.« Er sah zu Kriecher, der einen Zettel hervorholte und ihn entfaltete. Die Lippen des Barbaren bewegten sich. Ein Finger wanderte über die Zeilen. »Du böser Schuft,« sagte er. »In der Tat,« kommentierte er zur Veladwurst, der die Liste zusammengestellt hatte. Auf dem Rückweg zum Rest der Horde vernahm der frühere Lehrer ein dumpfes Knirschen. Es stammte von Cohen, der gerade einige Karat von seinen Zähnen verlor. »Die Soldaten sollen auf seinen Befehl hin sterben, wenn es notwendig ist,« zischte er. »Der Kerl weiß nicht einmal, was es bedeutet, Anführer zu sein. Zur Hölle mit ihm und seinem Pferd!« Herr Zeveladwurst sah sich um. Unter den Kriegsherren schien eine Art Streitgespräch stattzufinden. »Wahrscheinlich versuchen sie, uns Leben zu erwischen,« sagte er. »Ich hatte mal einen solchen Rektor. Er freute sich darüber, anderen Leuten das Leben zur Qual zu machen.« »Soll das heißen, die Soldaten werden sich bemühen, uns nicht zu töten?« fragte Kriecher. »Ja.« »Müssen wir auch Rücksicht nehmen?« »Nein, ich glaube nicht.« »Dann scheint ja alles in Ordnung zu sein.« »Und nun,« erkundigte sich Herr Zeveladwurst, »singen wir ein Kampflied oder so?« »Wir warten,« sagte Kohen. »Geschieht häufig im Krieg,« erklärte der junge Willi. »Ah, ja,« Herr Zeveladwurst nickte. »Das habe ich gehört. Es heißt, es gebe lange Phasen der Langeweile, denen kurze der Aufregung folgen.« »Nein, eigentlich nicht,« widersprach Kohen, »in Wirklichkeit sieht so aus. Auf kurze Phasen des Wartens folgen lange des Todes.« »Mist!« Zahllose Entwässerungsgräben durchzogen die Felder, nirgends schien es einen geraden Weg zu geben. Und die Gräben waren zu breit, um über sie hinwegzuspringen. Sie sahen seicht genug aus, um hindurchzuwarten, aber unter dem dreißig oder vierzig Zentimeter tiefen Wasser lag eine dicke Schlammschicht. Der Zeveladwurst hatte mehrmals erwähnt, dass Hung Hung und die anderen erhartenen Städte ihren Reichtum dem Schlamm der Ebenen verdankten. Der Zeit kam sich Rincewind sehr reich vor. Er näherte sich jetzt dem Hügel vor der Stadt. Er war abgerundet, mit einer Präzision, die nicht natürlichen Ursprung sein konnte. Der frühere Lehrer hatte in diesem Zusammenhang von Moränenhügeln gesprochen. Anhäufungen von Ackerkrumme, von Gletschern zurückgelassen. Was diesen Hügel betraf, auf den unteren Hängen wuchsen Bäume, auf der Kuppe erhob sich ein kleines Gebäude. Unterschlupf, ein reizvolles Wort. Die Ebene war ziemlich groß und die Entfernung zu den Truppen viel zu gering. Der Hügel wirkte seltsam friedlich, als gehörte er zu einer anderen Welt. Erstaunlicherweise wurde dort nichts angepflanzt, obwohl sonst jeder Boden, auf dem ein Wasserbüffel stehen konnte, landwirtschaftlich genutzt wurde. Rincewind fühlte sich beobachtet. Von einem Wasserbüffel. Man konnte nicht behaupten, dass ihn das Tier mit großem Interesse ansah. Die Augen des Büffels waren geöffnet. Er hatte zufällig eine Richtung gewählt, in der Rincewind in sein Blickfeld geriet. In der Mine des Wasserbüffels zeigte sich die heitere Ruhe eines Geschöpfs, das schon vor einer ganzen Weile begriffen hatte. Im Grunde war es ein Rohr auf Beinen und vor allem dazu da, vorn Dinge aufzunehmen und hinten auszuscheiden. Am anderen Ende der Leine stand ein Mann mit Strohhut, bis zu den Waden im Schlamm. Seine Kleidung entsprach dem im erratenen Reich üblichen Pyjama-Stil. Sein Gesichtsausdruck kündete nicht etwa von geistloser Dummheit, sondern von vager Besorgnis. Auch sein Blick galt Rincewind. Es erging ihm wie dem Büffel. In irgendeiner Richtung mußte er schließlich sehen. Trotz der immer noch drohenden Gefahr gab Rincewind dem Gefühl intensiver Neugier nach. »Guten Morgen«, sagte er. Der Bauer nickte, während der Wasserbüffel schmatzend wiederkäute. »E, entschuldige bitte, wenn ich dir eine persönliche Frage stelle«, sagte Rincewind. »Aber ich würde gern wissen, warum du den ganzen Tag im Schlamm stehst und die Leine eines Wasserbüffels hältst.« Der Bauer dachte darüber nach. »Ist gut für den Boden«, antwortete er schließlich. »Aber vergeudest du dadurch nicht viel Zeit?«, erwiderte Rincewind. Der Mann erwog auch diese Frage. »Was ist Zeit für eine Kuh?«, entgegnete er. Rincewind kehrte auf die Straße der Realität zurück. »Siehst du die Truppen da drüben?« Der Bauer sah in die entsprechende Richtung und konzentrierte sich. »Ja«, bestätigte er. »Der bevorstehende Kampf betrifft dich?« Das schien den Bauer nicht sonderlich zu beeindrucken. Der Wasserbüffel rülpste leise. »Einige Leute wollen dich versklaven. Andere möchten, dass du zusammen mit den anderen Bauern das Land regierst«, erläuterte Rincewind. »Besser gesagt, sie möchten das Land selbst regieren, aber in eurem Namen. »Gleich kommt es zu einer schrecklichen Schlacht, und ich frage mich, was möchtest du eigentlich?« Der Wasserbüffel-Leinenhalter dachte erneut gründlich nach. Rincewind deutete die lange Stille nicht als Zeichen von Dummheit. Sie schien vielmehr in einem direkten Zusammenhang mit der Größe und Tragweite des Problems zu stehen. Der Zauberer spürte, wie es immer mehr wuchs. Boden und Gras in sich aufnahm, dann die Sonne und sich ins Universum ausdehnte. Schließlich sagte der Bauer, »Eine längere Leine wäre nicht schlecht.« »Tatsächlich? Interessant. Das Gespräch mit dir war sehr aufschlussreich. Bis dann.« Der Bauer sah Rincewind nach. Neben ihm entspannte der Wasserbüffel einige Muskeln, spannte andere, hob den Schwanz und machte die Welt auf seine eigene Art und Weise zu einem etwas besseren Ort. Rincewind setzte den Weg zum Hügel fort. Es gab nicht viele Wildpfade und Holzbrücken, aber sie führten alle zu der runden Anhöhe. Wäre Rincewind in der Lage gewesen, klar zu denken, seine letzte Aktivität dieser Art lag viele Jahre zurück, hätte er sich vermutlich darüber gewundert. An den unteren Hängen wuchsen intelligente Birnbäume, und er dachte nicht einmal darüber nach. Ihre Blätter drehten sich, um ihm nachzusehen, als er nach oben kletterte. »Er brauchte jetzt eine Höhle, oder?« Rincewind zögerte. »Oh, nein!« sagte er. »Nein, nein, nein! Darauf falle ich nicht herein, wenn ich mich in einer hübschen kleinen Höhle verstecke. Bestimmt gibt es dort irgendeine Tür, oder ich begegne einem weißen Eremiten, und in der nächsten Sekunde finde ich mich im Mittelpunkt des Geschehens wieder. Nein, kommt nicht in Frage, ich bleibe hier draußen.« Er kletterte weiter und erreichte schließlich die Kuppe des Hügels, die sich wie eine Krone über den Bäumen wölbte. Aus der Nähe stellte er fest, daß sie nicht ganz so glatt war, wie er zunächst angenommen hatte. Das Wetter hatte Rinnen und Furchen in den Boden gegraben, Büsche und Sträucher wuchsen an geschützten Orten. Das Gebäude auf der Hügelkuppe war rostig, was Rincewind überraschte. Es bestand aus Eisen, ein spitz zu laufendes Dach aus Eisen, Wände aus Eisen, eine Tür aus Eisen. Auf dem Boden lagen einige alte Nester und etwas Schutt, sonst nichts. Als Versteck taugte das eiserne Haus nicht viel, jeder Verfolger würde zuerst hier nachsehen. Am Rand der Welt wuchsen Welle aus Wolken, Blitze flackerten und Donner krollte. Es war nicht die brummige Stimme eines Sommergewitters, sondern ein zorniges Knurren, das den Himmel zu zerreißen drohte. Schwüle Hitze umhüllte die Ebene und die Luft schien immer dicker zu werden. Bestimmt dauerte es nicht mehr lange, bis es wie aus Kübeln goss. »Man zeige mir einen Platz, wo mich niemand bemerkt«, murmelte Rincewind. »Den Kopf gesenkt halten, das ist die einzige Möglichkeit. Warum sollte ich Anteil nehmen? Es sind nicht meine Probleme.« Er keuchte in der drückenden Hitze und stapfte weiter. Lord Hong kochte. Wer ihn kannte, wußte die Zeichen zu deuten. Er sprach langsamer als sonst und lächelte dauernd. »Und woher wollen die Männer wissen, dass sich die Blitztrachen ärgern?« fragte er. »Vielleicht erlauben sie sich nur einen Scherz.« »Nicht, wenn der Himmel diese Farbe hat«, sagte Lord Hong. »Das ist keine vielversprechende Himmelsfarbe. Sie sieht wie eine Quetschung aus. Nein, nein, solcher Himmel verheißt Unheil.« »Und welche Art von Unheil verheißt er?« »Äh, allgemeines Unheil.« »Ich weiß, was dahinter steckt«, fauchte Lord Hong. »Habt ihr etwa Angst, gegen sieben alte Männer zu kämpfen?« »Die Soldaten munkeln, es seien die legendären, sieben unbezwingbaren Weisen.« erwiderte Lord Fang. Er versuchte zu lächeln. »Du weißt ja, wie abergläubisch die Männer sind.« »Welche sieben Weisen?« fragte Lord Hong. »Ich kenne mich in der Geschichte der Welt gut aus, und von angeblich legendären, sieben unbezwingbaren Weisen habe ich noch nie gehört.« »Äh, vielleicht noch nicht«, sagte Lord Fang, »aber, äh, Legenden müssen schließlich irgendwo beginnen.« »Es sind Barbaren, bei den Göttern, sieben Kreise. Ist es zu fassen, dass ihr euch vor sieben Kreisen fürchtet?« »Es fühlt sich falsch an«, warf Lord Maxveni ein. »Das sagen jedenfalls die Soldaten«, fügte er rasch hinzu. »Habt ihr das mit der himmlischen Geisterarmee bekannt gegeben?« Die Kriegsherren mieden Lord Hongs Blick. »Äh, ja«, antwortete Lord Fang. »Dadurch hat sich die Moral der Truppe bestimmt verbessert.« »Äh, nicht unbedingt.« »Wie meinst du das?« »Nun, äh, viele Männer sind desertiert. Sie sagen, fremde Geister seien schon schlimm genug, aber...« »Aber was?« »Es sind Soldaten, Lord Hong«, sagte Lord Hang scharf. »Sie alle kennen Leute, denen Sie lieber nicht begegnen möchten. Das ist sicher auch bei dir der Fall, oder?« Für einen Sekundenbruchteil zuckte es in Lord Hongs Wange. Nur für einen kleinen Sekundenbruchteil. Doch einige der Kriegsherren bemerkten es und wußten, sie hatten einen winzigen Riß in Hongs Maske gesehen. »Was schlägst du vor, Lord Tang? Sollen wir die verdammten Barbaren einfach so davon kommen lassen?« »Natürlich nicht, aber man braucht kein großes Heer gegen sieben Kreise, gegen sieben alte Kreise.« »Die Bauern sagen...« »Sie sagen...« »Na los, Lord, der mit den Bauern spricht.« »Lord Hangs Stimme war nun ein wenig höher.« »Berichte uns, was sich einfache Bauern über die närrischen und dummen Alten erzählen.« »Ja, äh, genau darum geht's.« »Ich habe mehrmals die Frage gehört.« »Wenn die Alten wirklich so närrisch und dumm sind, wieso haben sie bisher überlebt?« »Glück...« Lord Tang wußte sofort, daß er das falsche Wort gewählt hatte. Er hielt nichts von Glück und dergleichen. Er hatte sich immer große Mühe gegeben, oft zum Leidwesen anderer Leute, das Leben mit Gewißheiten zu füllen. Aber er wußte, daß viele Leute an das Glück glaubten. Bisher hatte er diese Schwäche oft ausnutzen können, doch jetzt wandte sie sich gegen ihn. »Im Buch der Kriegskunst gibt es keine Anleitung dafür, wie fünf Heere sieben Kreise angreifen,« sagte Lord Tang. »Ob Geister oder nicht, die Erklärung dafür ist ganz einfach. Niemand hat so etwas jemals für möglich gehalten.« »Wenn du dich so sehr fürchtest,« spottete Lord Tang, »dann reite ich eben nur mit meinen zweihundertfünfzigtausend Männern gegen die Barbaren.« »Ich fürchte mich nicht,« erwiderte Lord Tang, »ich schäme mich.« Lord Hong ignorierte ihn. »Und jeder Soldat ist mit zwei Schwertern bewaffnet. Dann wird sich herausstellen, wie viel Glück die Weisen haben. Ich brauche nur einmal Glück, Lords, doch die Kreise brauchen es zweihundertfünfzigtausendmal.« Er senkte das Helmvisier. »Wie glücklich fühlt ihr euch heute, Lords?« Die vier anderen Kriegsherren sahen zu Boden. Resignierte Stille herrschte. »Nun gut,« sagte Lord Hong, »laßt Gongs erklingen und Feuerwerkskörper anzünden, als Glücksbringer.« Es gab viele Ränge in der Streitmacht des erhartenen Reichs, und einige von ihnen lassen sich nicht übersetzen. Drei rosarote Schweine und fünf weiße Giftzähne bekleiteten einen solchen Rang. Eine Vorstellung von seinem Namen gibt etwas Blasses und Verwundbares, das sich rasch verkriecht, wenn Gefahr droht. Es gab keinen geringeren Rang. Selbst Mauliesel nahmen eine höhere Position ein, weil gute Mauliesel selten waren. Männer wie drei rosarote Schweine und fünf weiße Giftzähne, dagegen gab es in jedem Heer. Meistens dort, wo eine Latrine gereinigt werden mußte. Sie waren so absolut unbedeutend, daß sie die Ansicht vertraten. Mit einem Angriff auf sie hätten die fremden, unsichtbaren, blutsaugenden Vampirgeister nur wertvolle Zeit vergeudet. Zweifellos mußten die Geister einen weiten Weg bis nach Hung-Hung zurücklegen, und nach derartigen Mühen hatten sie es verdient, wichtigere Personen zu töten. Aus diesem Grund waren drei rosarote Schweine und fünf weiße Giftzähne kurz vor dem Morgenkrauen aufgebrochen, um sich zu verstecken. Natürlich konnten sie jederzeit zurückkehren, falls der Sieg drohte. Während all der Aufregung vermißte sie bestimmt niemand, und beide Männer verstanden sich gut darauf, rechtzeitig auf dem Schlachtfeld zu erscheinen, um an der Siegesfeier teilzunehmen. Derzeit lagen sie im hohen Gras und beobachteten, wie die Truppen ihre Formation veränderten. Aus dieser Höhe gesehen wirkte alles sehr eindrucksvoll. Die Streitmacht der einen Seite war so klein, daß sie fast unsichtbar wurde. Nun, die vielen Dementis des vergangenen Abends deuteten darauf hin, daß die Unsichtbarkeit einer ihrer wichtigsten Aspekte war. Von ihrem Aussichtspunkt bemerkten die beiden Soldaten auch den Ring am Himmel. Er hing dicht über den Wolkenmauern am Horizont und er glühte golden, wenn ihn das Sonnenlicht traf. An den übrigen Stellen war er einfach nur gelb und hauchdünn. »Eine komische Wolke«, meinte fünf weiße Giftzähne. »Nja«, pflichtete ihm drei rosa-rote Schweine bei. »Was es wohl damit auf sich hat?« Während sie auf diese Weise miteinander sprachen und dabei aus einer kleinen Flasche Reiswein tranken, von der drei rosa-rote Schweine am Abend zuvor einen Kameraden befreit hatte, hörten sie ein seltsames Stöhnen. »Oh«, sie erstarrten, den Mund voller Reiswein. Drei rosa-rote Schweine schluckte mehrmals. »Hast du das gehört?«, fragte er dann. »Meinst du, dass...« »Oh«, da ist es wieder.« Ganz langsam drehten sie sich um. Etwas mehr oder weniger Humanoides kroch aus einer breiten Rinne hinter ihnen. Roter Schlamm tropfte von der Gestalt und seltsame Geräusche kamen aus ihrem Mund. »Oh, Mist!« Drei rosa-rote Schweine griff nach dem Arm von fünf weiße Giftzähne. »Es ist ein unsichtbarer, blutsaugender Vampirgeist. Aber ich kann ihn sehen!« Drei rosa-rote Schweine blinzelte. »Es ist die Rote Armee. Die Krieger kommen aus der Erde, wie es in der Legende heißt.« Fünf weiße Giftzähne verfügte über einige Gehirnzellen mehr als drei rosa-rote Schweine, und er hatte erst zwei Becher Reiswein getrunken. Er sah genauer hin. »Es könnte ein ganz gewöhnlicher Mann sein, an dem ziemlich viel Schlamm klebt,« sagte er, hob die Stimme und fügte hinzu. »Hey, du!« Die Gestalt drehte sich um und lief davon. »Gehört er zu unseren Leuten? Jemand, der so aussieht? Schnappen wir ihn. Warum? Weil er wegläuft. Lass ihn laufen. Vielleicht hat er Geld. Und warum läuft er weg?« Rincewind rutschte in eine andere Rinne und fluchte leise. Soldaten sollten dort sein, wo man sie erwartete. Was war mit Pflicht Ehre und dergleichen passiert? Trockenes Gras und Moos bedeckte den Boden. Rincewind rührte sich nicht und lauschte den Stimmen der beiden Männer. Die Schwüle wurde immer unerträglicher. Das heranziehende Unwetter schien in alle heiße Luft in Richtung Hung-Hung zu schieben, wodurch sich die Ebene in einen Dampfkochtopf verwandelte. Die Gesichter der beiden Soldaten erschienen über dem Rand der Rinne. Etwas knarrte und der Boden gab um mehrere Zentimeter nach. Rincewind wagte kaum zu atmen aus Furcht, daß er durch mehr Luft in der Lunge zu schwer wurde. Außerdem teilte ihm der Instinkt mit, daß die geringste körperliche Aktivität, zum Beispiel ein verzweifelter Sprung, alles noch schlimmer machen würde. Vorsichtig senkte er den Kopf. Zwischen Moos und trockenem Gras zeichneten sich die Konturen eines Balkens ab, auf dem Rincewind stand. Hier und dort lösten sich Erdklumpen und verschwanden in einem Loch unter dem morschen Holz. In einem Loch, das gleich bestimmt viel größer wurde. Rincewind warf sich nach vorn. Der Boden unter ihm schien sich einfach aufzulösen, so daß er nicht mehr auf einem langsam brechenden Balken stand, sondern an einem zweiten halbverborgenen Balken hin, der offenbar ebenso morsch war wie der erste. Er begann zu rutschen, doch nach etwa zehn Zentimetern verharrte er abrupt. Die Gesichter der beiden Soldaten verschwanden hinter dem Rand der Rinne. Trockene Erde und kleine Steine klitten an Rincewind vorbei, kratzten über seine Stiefel und verschwanden in der Dunkelheit. Als Experte für solche Dinge wußte Rincewind, daß er über einer großen Tiefe hing, die gleichzeitig eine große Höhe sein konnte, je nach Perspektive. Der Balken setzte sich wieder in Bewegung. Damit blieben dem Zauberer nur zwei Möglichkeiten. Erstens konnte er loslassen und einem unbekannten Schicksal in der Finsternis entgegenstürzen. Zweitens konnte er warten, bis der Balken ganz nachgab und dann zusammen mit ihm einem unbekannten Schicksal in der Finsternis entgegenstürzen. Zu Rincewinds großer Freude ergab sich kurz darauf noch eine dritte Möglichkeit. Seine Stiefelspitze berührte etwas, einen Stein- oder Felsvorsprung, oder was auch immer. Wichtig war nur, er konnte sich darauf abstützen und dadurch ein prekäres Gleichgewicht finden, das ihn einerseits vor dem Sturz in die Tiefe bewahrte, ohne ihm andererseits dauerhafte Sicherheit in Aussicht zu stellen. Natürlich war es nur etwas Vorübergehendes, aber Rincewind hatte längst herausgefunden, daß das Leben eine Kette aus vorübergehenden Dingen war. Ein gelber Schmetterling mit interessanten Flügelmustern flatterte durch die Rinne und landete auf dem einzigen zur Verfügung stehenden farbigen Etwas, auf dem Hut des Zauberers. Das Holz gab noch etwas mehr nach. »Verschwinde!« sagte Rincewind und versuchte, keine zu schweren Worte zu verwenden. »Hau ab!« Der Schmetterling breitete die Flügel aus und sonnte sich. Rincewind schürzte die Lippen und versuchte, das kleine Wesen fortzupusten. Es erschrak. Stieg auf. »Ha!« machte der Zauberer und reagierte instinktiv auf die Gefahr, indem es mit den Flügeln schlug. Die nahen Sträucher erzitterten. Die Wolken am Himmel veränderten sich und bildeten ungewöhnliche Strukturen. Eine weitere Wolke entstand, groß wie ein zorniger, grauer Ballon. Es begann zu regnen, nicht im Allgemeinen, sondern im Besonderen. Es regnete nur dort, wo sich Rincewind befand. Nässe strömte auf seinen Hut. Ein kleiner Blitz traf ihn in der Nase. »Was haben wir denn hier?« Drei rosa-rote Schweine erschien wieder am Rand der Rinne und zögerte kurz, bevor er nachdenklich fortfuhr. »Ein Kopf in einem Loch und darüber ein kleines Gewitter!« Kurz darauf erkannte er. Ob Gewitter oder nicht, hier gab es eine gute Möglichkeit, wichtige Körperteile abzuschneiden. Es bot sich zwar nur ein Kopf an, aber daran gab es nichts auszusetzen. Der Zaubererhut hatte inzwischen genug Regen aufgesaugt. Das uralte Holz hielt der Belastung nicht länger stand, und Rincewind fiel einem unbekannten Schicksal in der Finsternis entgegen. »Es war völlig dunkel.« Rincewind erinnerte sich an Tunnel und rutschenden Boden. Jeder Teil von ihm, der nicht vor Angst bebte, nahm an, dass die Höhle eingestürzt war. »Höhle« Dieses Wort hatte besondere Bedeutung. Er befand sich in einer Höhle. Er fürchtete sich davor, etwas zu berühren, als er ganz vorsichtig den Arm ausstreckte, um etwas zu berühren. Er fühlte eine gerade Kante, die zu drei anderen geraden Kanten führte, die sich jeweils im rechten Winkel trafen. Eine Platte. Die Finsternis war ein erstickender Schleier aus schwarzem Samt. Eine Steinplatte. Daraus ließ sich der Schluss ziehen, daß es woanders einen Eingang gab, einen richtigen Eingang. Rincewind vermutete, daß bereits Wächter herbeiliefen, um ihn zu schnappen. Und vielleicht wurden sie von Truhe verfolgt. Eine stand fest. In letzter Zeit verhielt sie sich recht seltsam. Mit ziemlicher Sicherheit war er ohne sie besser dran. Er klopfte auf seine Taschen und wiederholte jenes Mantra, daß auch nicht Zauberer sprechen, um Streichhölzer zu finden. Es lautete »Streichhölzer, Streichhölzer, Streichhölzer«. Er fand welche und entzündete eins mit dem Fingernagel. »Au!« Die rauchende gelbe Flamme erhellte Rincewinds Hand und einen Teil seines Ärmels. Er ging einige Schritte weit, bevor er sich die Finger verbrannte. Die Dunkelheit kehrte zurück und das einzige Licht gab es nur noch in Rincewinds Erinnerung. Nirgends erklang das Geräusch rachsüchtiger Füße. Alles blieb still. Rein theoretisch sollte irgendwo Wasser tropfen, doch die Luft fühlte sich trocken an. Er entzündete ein zweites Streichholz, hielt es so hoch wie möglich und blickte nach vorn. Ein mehr als zwei Meter großer Krieger lächelte auf ihn herab. Cohen sah erneut nach oben. »Gleich, Ballatz«, sagte er, »seht euch nur mal den Himmel an!« In der brodelnden Wolkenmasse glühte es rot und purpuren. Blitze zuckten. »Leer war?« »Ja?« »Du weißt doch alles. Warum sieht die Wolke dort so komisch aus?« Herr Cervillard wurde spät in die Richtung, in die Cohen's Zeigefinger wies. Am Horizont bemerkte er eine niedrige gelbe Wolke, ein dünner Streifen, als wäre dort die Sonne bemüht, einen Weg in den Morgen zu finden. »Vielleicht ein Silberstreifen«, spekulierte der junge Willi. »Was für ein Streifen?« »Angeblich hat jede Wolke einen. Gehört sich so.« »Ja, aber in diesem Fall sieht's eher nach Gold aus. Hier im Erratenen Reich ist Gold billiger.« »Bilde ich mir das nur ein, oder wird der Streifen tatsächlich breiter?« fragte Herr Cervillard Wurst. Kaleb behielt die feindlichen Linien im Auge. »Dauernd reiten Burschen mit kleinen Pferden hin und her«, sagte er. »Hoffentlich kommen die Brüder bald in die Hufe, möchte hier nicht den ganzen Tag warten.« »Ich schlage vor, wir greifen an, solange der Feind nicht damit rechnet«, brummte der irre Polterer. »Einen Augenblick, einen Augenblick«, murmelte Kriecher der Unhöfliche. Gongserklangen und Feuerwerkskörper knallten. »Offenbar sitzen sich die Basta, die unehelichen Kinder, jetzt in Bewegung.« »Na endlich«, Cohen stand auf und drückte seine Zigarette aus. Der Cervillard Wurst zitterte vor Aufregung. »Singen wir ein Lied für die Götter, bevor wir in den Kampf ziehen?«, fragte er. »Es ist nicht verboten«, erwiderte Cohen. »Sprechen wir keine heidnischen Gebete oder so?« »Nein, eigentlich nicht«, sagte Cohen und sah erneut zu dem seltsamen Wolkenband, das den Horizont umspannte. Es beunruhigte ihn weitaus mehr als der heranrückende Feind. Inzwischen war es etwas breiter geworden und hatte einen Teil seines Glanzes eingebüßt. Ein oder zwei Sekunden wünschte er sich, daß es den einen oder anderen Gott gab, dessen Tempel er nicht ausgeraubt und oder niedergebrannt hatte. »Schlagen wir nicht mit den Schwertern auf die Schilder als Zeichen unserer unerschütterlichen Tapferkeit?«, erkundigte sich der ehemalige Lehrer hoffnungsvoll. »Ich schätze, dafür ist es zu spät«, entgegnete Cohen. Der Mangel an barbarischer Pracht enttäuschte Herrn Cervillard Wurst so sehr, daß ich in Cohen zu seiner eigenen Überraschung Mitgefühl regte. »Aber du kannst es durchaus nachholen, wenn du möchtest.« Die Hordenmitglieder zogen ihre Waffen. Der irre Polterer holte eine weitere Axt unter seiner Decke hervor. »Wir sehen uns im Himmel wieder«, stieß Herr Cervillard Wurst hervor. »Ja, gut«, entgegnete Kaleb und beobachtete die heranrückenden Soldaten. »Ich meine das Paradies mit dem Festschmaus und den vielen jungen Frauen und so.« »Ja, ja«, der junge Willi prüfte die Schärfe seiner Klinge. »Und der ständigen Zecherei«, könnte sein, sagte Vincent. Er beugte und streckte mehrmals den Arm, um seine chronische Seenentzündung zu lindern. »Und wir werfen mit Äxten, du weißt schon, um holden Damen die Zöpfe abzuschneiden. Wenn's dir Spaß macht. Aber...« »Ja?« »Was das Schlemmen betrifft, wird bei dem Festschmaus auch Vegetarisches angeboten?« Die Truppen der Kriegsherren schrien und kriffen an. Sie stürmten der Horde entgegen, fast ebenso schnell wie die Wolken, die aus allen Richtungen heranwogten. In der Finsternis und der Stille des Hügels befreite sich Rincevins Gehirn von der Lähmung des Schreckens. »Es ist eine Statue«, dachte er. »Das ist alles. Kein Problem. Eine große Statue und nicht einmal eine besonders gute. Sie stellt einen Mann mit Rüstung dar. Da drüben stehen zwei weitere. Man kann sie schemenhaft erkennen am Rand des von den kleinen Flammen erhellten Bereichs. Au!« Rincevind ließ das Streichholz fallen und leckte sich die Finger. »Er brauchte jetzt eine Wand. Wände hatten früher oder später irgendwo Ausgänge. Es konnten auch Eingänge sein, aber es bestand kaum die Gefahr, daß Wächter hereinstürmten. Dieser Ort verströmte den Geruch des Uralten, vermischt mit anderen Aromen, die an Fuchs und Gewitter erinnerten. Außerdem wirkte alles unbenutzt. Rincevind setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Und plötzlich kam ein Licht. Ein kleiner blauer Funken sprang vom Finger des Zauberers. Cohen griff nach seinem Bart, der bestrebt zu sein schien, sich von seinem Gesicht zu lösen. Herrn Zervillatwursts Haarkranz hatte sich aufgerichtet und knisterte. »Statische Elektrizität!« rief der frühere Lehrer. Vor ihnen glühten die Speerspitzen der Feinde. Die gegnerischen Truppen brachen den Angriff ab. Schreie ertönten, wenn Funken zwischen den Soldaten hin und her zuckten. Cohen hob den Kopf. Meine Güte! Seht euch das an! Weitere Funken huschten durch die Dunkelheit, als Rincevind über den in der Schwärze verborgenen Boden trat. Das Wort »Grab« wollte von ihm in Erwägung gezogen werden, und eins wußte Rincevind über den Baumeister großer Gräber. Für gewöhnlich waren sie recht einfallsreich bei der Konstruktion von Fallen und unangenehmen Überraschungen aller Art. Darüber hinaus fügen sie ihren Bauwerken Bilder und Statuen hinzu, damit die Toten etwas betrachten konnten, wenn sie sich langweilten. Rincevinds Hand berührte Stein. Behutsam wandte er sich zur Seite. Gelegentlich stieß sein Fuß gegen etwas Weiches, und er hoffte inständig, dass es sich dabei um Schlamm handelte. Kurz darauf fand er einen Hebel. Er ragte einen halben Meter weit aus der Wand. Nun, es konnte eine Falle sein, aber Fallen waren normalerweise Fallen. Man bemerkte sie erst, wenn der eigene Kopf einige Meter entfernt durch den Tunnel rollte. Außerdem gingen Fallenbauer sehr direkt vor, nur selten verlangten sie vom Opfer einen aktiven Beitrag zur eigenen Auslöschung. Rincevind betätigte den Hebel. Die gelbe Wolke bewegte sich viel schneller als der Wind, den sie geschaffen hatte. Sie bestand aus Millionen einzelner Komponenten, die alle langsam mit den Flügeln schlugen. Hinter ihnen kam das Unwetter. Herr Zeffelatwurst blinzelte verblüfft. Schmetterlinge? Truppen und Horde verharrten, als die kleinen Wesen vorbeiflatterten. Man konnte sogar das Rascheln der Flügel hören. Ne, schön, Lehrer, sagte Kohen. Welche Erklärung hast du dafür? Es, es, es könnte ein natürliches Phänomen sein, erwiderte Herr Zeffelatwurst. Zum Beispiel weiß man von Chrysippus-Faltern, dass sie, äh, um ganz ehrlich zu sein, ich hab keine Ahnung. Die Wolke glitt weiter in Richtung Hügel. Es ist kein Zeichen oder so, fragte Kohen. Es muss doch wenigstens einen Tempel geben, den ich nicht ausgeraubt habe. Das Problem mit Zeichen und Ohm ist, dass man nie weiß, welche Botschaft sie verkünden, sagte der junge Willi. Vielleicht soll Hong und seinen Kumpanen mitgeteilt werden, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen. Ach, erwiderte Kohen, wenn das so ist, dann beanspruche ich die Nachricht für uns. Man kann keine göttlichen Mitteilungen stehlen, entfuhr es Herrn Zeffelatwurst. Wieso denn nicht? Ist sie vielleicht irgendwo festgenagelt? Nein, na bitte, jetzt gehört sie mir. Kohen hob das Schwert, als die letzten Schmetterlinge vorbeiflogen. Die Götter meinen es gut mit uns, rief er. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! flüsterte Herr Zeffelatwurst. Um den Feind zu verwirren, erklärte der Barbar. Er sah zu den anderen Mitgliedern der Horde. Jedermann nickte kurz. Also gut, Jungs, sagte Kohen. Es ist soweit. Hä, worauf kommt es jetzt an? fragte Herr Zeffelatwurst. Stell dir etwas vor, das dich zornig macht. Etwas, das dein Blut in Wallungen bringt. Stell dir vor, dass der Feind all das ist, was du hast. Rektorin, sagte Herr Zeffelatwurst. Gut. Sportlehrer, rief Herr Zeffelatwurst. Meinetwegen. Jungen, die Kaugummi kauen, heulte Herr Zeffelatwurst. Seht nur, ihm quillt bereits Dampf aus den Ohren, sagte Kohen. Wer als erster im Jenseits eintrifft, hält für die anderen Plätze frei. Auf in den Kampf! Der gelbe Schwarm wallte an den Hängen des Hügels empor und stieg im stärker werdenden Wind auf. Weiter oben erhob sich auch das Unwetter. Erneut veränderten die Wolken ihre Form, bildeten eine Art Hammer. Und der Hammer schlug zu. Ein Blitz traf die eiserne Pagode mit solcher Wucht, dass sie explodierte. Glühende Trümmer rasten davon. Für ein großes Heer ist es ziemlich verwirrend, von sieben Kreisen angegriffen zu werden. Kein Buch der Taktik kann in dieser Situation helfen. Die Tendenz geht in Richtung Verwunderung. Die Soldaten wichen zunächst zurück, und die Strömungen in der großen Menschenmasse sorgten dafür, daß sie sich hinter den Angreifern wieder schloß. Eine massive Mauer aus Schilden umgab die Horde. Sie schwankte und zitterte unter dem Druck des Heeres. Und sie erbebte auch, weil Herrn Zervelatwurst's Schwert immer wieder darauf einschlug. »Kämpft endlich!« rief er. »Habt ihr plötzlich die Hosen voll? Du, Junge da drüben, antworte mir! Ha! Nimm das!« Kohen sah zu Kaleb, der mit den Achseln zuckte. Er kannte viele Berserker, aber nie hatte jemand so getobt wie Herr Zervelatwurst. Eine Lücke entstand, in dem Kreis aus Soldaten, als zwei von ihnen nach hinten sprangen, von ihren Kameraden abrallten und in die Schwerter der Horde fielen. Der Rollstuhl des irren Polterers traf einen anderen Krieger am Knie, und als sich der Mann aus einem Reflex heraus vorbeugte und zusammenkrümmte, kam ihm eine Axt des Polterers entgegen. Es lag nicht etwa an der Geschwindigkeit. Die Horde konnte gar nicht schnell sein. Aber sie blieb die ganze Zeit über auf sehr selektive Weise in Bewegung. Herr Zervelatwurst hatte es so beschrieben. Kohen und die anderen waren immer dort, wo sie sein wollten, und sie wollten nie dort sein, wo sich ein Schwert befand. Das Herumlaufen überließen sie anderen Leuten. Wenn ein Soldat nach Kriecher schlug, stellte er plötzlich fest, dass Kohen vor ihm auftauchte, lächelte und ausholte. Oder der junge Willi nickte einen wortlosen Gruß, bevor er zustieß. Gelegentlich stoppte ein Hordenmitglied kurz, um einen Hieb zu parieren, der Herrn Zervelatwurst galt. Der frühere Lehrer war viel zu aufgeregt, um sich zu verteidigen. »Weicht zurück, ihr verdammten Narren!« Lord Hong erschien hinter der Menge. Sein Pferd bäumte sich auf und erhob das Visier seines Helms. Die Soldaten versuchten ihm zu gehorchen. Schließlich ließ das Getränke ein wenig nach, und ein freier Bereich mit der Horde im Zentrum und vielen Schilden um sie herum entstand. Eine besondere Art von Stille senkte sich herab, untermalt von Donnerkrollen und dem Knistern der Blitze, die immer wieder auf den Hügel herabzuckten. Andere Krieger traten nun durch die Reihen der Soldaten. Sie waren größer und schwerer bewaffnet und trugen prächtige Helme und Schnurrbärte, die wie eine Kriegserklärung aussahen. Einer von ihnen starrte Kohen an. »Arr, Ichuro, Yuchumichu!« »Was hat der Bursche gesagt?« fragte Kohen. »Es ist ein Samurai,« erklärte Herr Zewelatwurst und wischte sich die Stirn ab. »Ein Angehöriger der Kriegerkaste. Ich glaube, er hat gerade eine förmliche Herausforderung an dich gerichtet. Soll ich gegen ihn kämpfen?« Der Blick des Samurais blieb auf Kohen gerichtet, als er ein kleines Seidentuch hervorholte und es in die Luft warf. Mit der anderen Hand griff er nach seinem langen, dünnen Schwert. Es zischte leise, daß man es kaum hören konnte, und dann sanken drei Seidenfetzen zu Boden. »Tritt zurück, Lehrer«, sagte Kohen langsam. »Ich glaube, diesen Burschen sollte ich selbst übernehmen. Hast du noch ein Taschentuch?« »Danke«, der Samurai betrachtete Kohen's Schwert. Es war lang und schwer und hatte so viele Kerben, daß man es als Säge benutzen konnte. »Du schaffst es nie«, sagte er, »mit dem Schwert ausgeschlossen.« Kohen putzte sich laut die Nase. »Glaubst du?«, erwiderte er. »Pass gut auf.« Das Taschentuch sauste empor. Kohen hob sein Schwert. Er hatte drei nach oben starrende Samurais enthauptet, bevor das Taschentuch den Scheitelpunkt seiner Flugbahn erreichte. Andere Mitglieder der Horde, die ähnlich dachten, hatten ein halbes Dutzend mehr erwartet. »Habt die Idee von Kaleb«, sagte Kohen. »Die Botschaft lautet, du kannst kämpfen oder herumalbern. Die Entscheidung liegt bei dir.« »Hast du überhaupt keine Ehre?«, eiferte sich Lord Hong. »Bist du nur ein Rüppel, weiter nichts?« »Ich bin ein Barbar«, rief Kohen, »und meine Ehre gehört mir. Ich habe sie nicht gestohlen.« »Ich wollte dich am Leben lassen«, sagte Lord Hong. »Doch an dieser Absicht halte ich jetzt nicht länger fest«, er zog sein Schwert. »Zurück, Abschaum«, befahl er. »Zurück mit euch. Lass die Artilleristen nach vorn.« Er sah wieder zu Kohen. Sein Gesicht war gerötet, und die Brille saß schief auf seinem Nasenrücken. Lord Hong hatte die Geduld verloren. Das war ein Dammbruch, der das ganze Land bedrohte. Die Soldaten wichen zurück. Einmal mehr fand sich die Horde in der Mitte eines größer werdenden Kreises wieder. »Was sind Artilleristen?«, fragte der junge Willi. »Hä?«, erwiderte Herr Zervelatwurst. »Ich glaube, damit sind Leute gemeint, die eine Art Projektil abfeuern. Der Ausdruck stammt von »Ach, sowas wie Bogenschützen«, prumpte der junge Willi und spuckte aus. »Was ist denn?« »Ihr sagte, der Feind setzt Bogenschützen ein, Polterer.« »Heh, bei der Schlacht vom Kurmtal hatten wir uns nicht von Bogenschützen aufhalten lassen«, kackerte der alte Barbar. Der junge Willi seufzte. »Bei der Schlacht vom Kurmtal haben Zwerge gegen Tolle gekämmt, Polterer. Du bist weder das eine noch das andere. Auf welcher Seite warst du damals?« »Was ist denn?« »Ich habe gefragt, auf welcher Seite warst du damals?« »Auf der Seite jener Leute, die für den Kampf bezahlt wurden«, antwortete der Ehre, Polterer. »Das ist in jedem Fall die beste Seite.« Rinswind lag auf dem Boden und hielt sich die Ohren zu. Es donnerte im unterirdischen Gewölbe. Blaues und purpurnes Licht strahlte, so hell, daß es die geschlossenen Lieder des Zauberers durchtrang. Schließlich fand die Kakophonie ein Ende. Noch immer erklangen die Geräusche des wütenden Unwetters von draußen, aber aus dem grauen, hellen Schimmern wurde ein mattes, blau-weißes Glühen, und das Krachen schwoll ab zu einem leisen, beständigen Summen. Rinswind riskierte es, sich zur Seite zu rollen und die Augen zu öffnen. Rostige Ketten reichten von der Decke herab. Daran hingen große Glaskugeln. Jede von ihnen brot genug Platz, um einen ausgewachsenen Menschen aufzunehmen. Flackernde Blitze krochen über Glas und suchten einen Weg nach draußen. Irgendwann einmal mußte es noch mehr gewesen sein. Aber im Laufe der Jahre waren Dutzende von Kugeln zu Boden gefallen und zerbrochen. Doch viele hingen noch immer von der Decke herab und schwangen an ihren Ketten, langsam hin und her, während die Gefangenen Blitze die Freiheit suchten. Die Luft fühlte sich schmierig an. Funken krochen über den Boden und knisterten an jeder Kante. Rinswind stand auf und spürte Bewegung im Gesicht. Jedes einzelne Barthaar stand ab. Das Licht der Blitzkugeln fiel auf einen kleinen See herab, der aus reinem Quecksilber zu bestehen schien, und in dessen Mitte sich eine niedrige, fünfeckige Insel erhob. Während Rinswind hinübersah, näherte sich ein Boot. Der Bug litt mit leisem, rhythmischen Plätschern durch das Quecksilber. Es war nicht viel größer als ein Ruderboot, und in ihm lag eine Gestalt, die eine Rüstung trug. Vielleicht war es auch nur eine Rüstung ohne Inhalt. Und wenn sie tatsächlich leer war, nahm sie mit ihren gefalteten Händen die Haltung eines Bestatteten ein. Rinswind ging an dem silbernen See entlang, bis er eine Platte fand, die aus Gold zu bestehen schien. Und mittelbar dahinter stand eine Statue. Er wußte, daß Gräber Inschriften hatten, obwohl er sich immer gefragt hatte, wer sie lesen sollte. Vermutlich die Götter, aber die wußten doch eh schon alles. Er konnte sich kaum vorstellen, daß sie vor Grabsteinen standen und sagten, »Meine Güte, man hat ihn innig geliebt. Davon höre ich jetzt zum ersten Mal.« Diese Inschrift, in Form von Piktogrammen, lautete schlicht und einfach, »Ein Sonnenspiegel.« Hinweise auf grandioser Eroberungen gab es ebenso wenig wie eine Liste bemerkswerter Leistungen. Der Tote wurde nicht als Vater des Volkes bezeichnet, und es wurde auch nicht behauptet, er sei besonders weise gewesen. Es gab keine Erklärung. Wer den Namen kannte, wußte bereits alles. Und diesen Ort konnte niemand erreichen, der noch nichts von einem Sonnenspiegel gehört hatte. Die Statue schien aus Porzellan zu bestehen, und sie war auf sehr realistische Weise lackiert. Ein Sonnenspiegel war offenbar ein recht gewöhnlicher Mann gewesen. Wer ihm auf der Straße begegnet wäre, hätte sicher kein Kaiserpotenzial in ihm vermutet. Doch dieser Bursche mit dem kleinen runden Hut und einem kleinen runden Schild und mit kleinen runden Männern auf kleinen runden Ponys hatte tausend untereinander zerstrittene Stämme und Nationen zu einem großen Reich vereint, wobei er häufig die Gelegenheit benutzt hatte, das Blut anderer Leute zu vergießen. Rincewind sah genauer hin. Der Mund und die Augen. Er glaubte, eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Gesicht von Genghis Cohen zu entdecken. Es war der Gesichtsausdruck eines Mannes, der sich vor absolut nichts fürchtete. Das kleine Boot glitt zur anderen Seite des Sees. Eine der Kugeln flackerte. Ihr Licht trübte sich und erlosch dann ganz. Andere Kugeln folgten ihrem Beispiel. »Ich muss nach draußen«, dachte Rincewind. Etwas anderes fiel ihm auf. Am Fuß der Statue lagen wie achtlos beiseite gelegt ein Helm, ein paar Handschuhe und zwei dicke Stiefel. Rincewind griff nach dem Helm. Er sah nicht sehr schwer aus. Normalerweise hielt er nichts von Schutzkleidung. Seiner Ansicht nach bestand der beste Schutz vor drohender Gefahrdachen, auf einem anderen Kontinent zu sein. Doch unter den gegenwärtigen Umständen übte die Vorstellung, eine Rüstung zu tragen, durchaus einen gewissen Reiz aus. Er nahm den Hut ab, setzte den Helm auf, zog das Visier herunter und rammte den Hut auf den Helm. Vor seinen Augen flackerte es. Und dann stach Torens Wind auf seinen eigenen Hinterkopf. Das Bild war körnig und hatte keine echten Farben, nur verschiedene Grüntöne, aber es gab keinen Zweifel, daß er seinen eigenen Kopf sah. Er war ihm schon beschieben worden. Er hob das Visier und blinzelte. Noch immer lag der See vor ihm. Er senkte das Visier. Wieder sah er sich selbst, etwa fünfzig Meter entfernt, den Helm auf dem Kopf. Er winkte mit der Hand. Die Gestalt an der Innenseite des Visiers winkte ebenfalls mit einer Hand. Er drehte sich um. Ja, das bin ich, völlig klar. Und, er dachte? Ein magischer Helm, mit dem man sich selbst sieht, auch über große Entfernungen hinweg. Großartig! Man kann sich dabei beobachten, wie man in Löcher fällt, die man nicht sieht, weil sie zu nahe sind. Erneut wandte er sich um, schob das Visier nach oben und inspizierte die Handschuhe. Sie wirkten ebenso leicht wie der Helm, waren aber gleichzeitig recht globig. Man konnte höchstens ein Schwert mit ihm halten. Rinswin streifte einen Handschuh über. Sofort hörte er ein zischendes, brutzelndes Geräusch, und auf der breiten Stulpe leuchteten kleine Bilder auf. Sie zeigten Soldaten. Soldaten, die groben, kämpften, kletterten. Eine magische Rüstung. Eine ganz normale magische Rüstung. In Ankh-Morpork war so etwas nie sehr beliebt gewesen. Jetzt überraschte es Rinswin auch nicht mehr, daß sich die Dinge so leicht anfühlten. Eine magische Rüstung konnte man so leicht machen wie gewöhnliche Kleidung. Unglücklicherweise neigte sie dazu, ihre Magie ganz plötzlich und ohne jede Vorwarnung zu verlieren. So manche alte Lord sprach die letzten Worte, »Du kannst mich nicht töten, weil ich eine magische...« Rinswin betrachtete die Stiefel und erinnerte sich dabei voller Unbehagen an den in der Universität hergestellten Prototyp der Sieben-Meilen-Stiefel. Wenn das Schuhwerk versuchte, bei jedem Schritt 21 Meilen zurückzulegen, wurde die Leistengegend erheblich belastet. Sie hatten die Dinger dem Studenten gerade noch rechtzeitig abnehmen können, doch der arme Kerl mußte mehrere Monate lang einen besonderen Verband tragen und im Stehen essen. Nun, derzeit mochte sogar eine alte magische Rüstung nützlich sein. Sie wog nicht viel und der Schlamm von Hung Hung hatte die Reste von Rinswins eigenen Stiefeln kaum verbessert. Der Zauberer traf eine Entscheidung und schob die Füße in die Stiefel der alten Rüstung. »Was jetzt wohl passiert?« dachte er. Er richtete sich auf. Hinter ihm ertönte donnerndes Krachen, als wären siebentausend Blumentöpfe bestrebt, sich gegenseitig zu zerschmettern. Im Licht der Blitze nahm die Rote Armee Haltung an. Während der Nacht war Hex ein wenig gewachsen. Adrian Rübensaat war damit beauftragt gewesen, die Mäuse zu füttern, gelegentlich das Uhrwerk aufzuziehen und tote Ameisen zu entfernen. Er schwor, daß er weder anders beschäftigt gewesen noch Besuch bekommen hatte. Doch wo zuvor eine improvisierte Anordnung aus einzelnen Blöcken montiert war, um die Ergebnisse von Berechnungen abzulesen, ragte nun ein Federkiel heraus, umgeben von Rollen und Hebeln. »Pass auf!« sagte Adrian und programmierte nervös eine einfache Aufgabe. »Das ist nach all den Zauberformeln am Mittag passiert.« Die Ameisen krabbelten durch Röhrern. Das Uhrwerk klickte. Federn und Hebel knackten so laut, daß Ponder unwillkürlich einen Schritt zurückwich. Der Federkiel wackelte über einem eingelassenen Tintenfass, tauchte hinein, kehrte zu dem Blatt Papier zurück, das Adrian unter den Hebeln bereitgelegt hatte, und begann zu schreiben. »Er klickst immer wieder«, sagte Adrian Rübensaat ein wenig hilflos. »Was geht hier vor?« Ponder hatte gründlich darüber nachgedacht und Schlüsse gezogen, die ihn beunruhigten. »Nun, wir wissen, daß magische Bücher ein gewisses Eigenleben entwickeln,« sagte er. »Und wir haben einen Apparat gebaut, der...« »Soll das heißen, dieses Ding ist lebendig?« »Ich bitte dich, laß uns doch nicht okkult werden!« Ponder versuchte Jovial zu klingen. »Immerhin sind wir Zauberer.« »Erinnerst du dich an das Problem mit den taumischen Feldern?« »Ich sollte ein entsprechendes Programm für Hex erstellen.« »Ja, und?« »Um Mitternacht bekam ich die Antwort,« sagte der blasse Adrian. »Gut.« »Allerdings hatte ich das Programm erst um halb zwei eingegeben, Ponder.« »Soll das heißen, du hast die Antwort bekommen, bevor du die Frage gestellt hast?« »Ja.« »Was hat dich überhaupt für Anlass, die Frage zu formulieren, wenn sie bereits beantwortet war?« »Ich habe darüber nachgedacht und es für notwendig gehalten. Ich meine, ohne die Frage hätte Hex die Antwort auch gar nicht wissen können, oder?« »Guter Hinweis. Allerdings hast du dir damit neunzig Minuten Zeit gelassen.« Adrian blickte auf seine Stiefelspitzen. »Ich habe mich auf dem Abort versteckt. Ich meine, Systemreset und so.« »Na schön. Geh jetzt was essen.« »Spielen wir hier mit Dingen herum, die wir nicht verstehen?« fragte Adrian rübensart. Ponder sah zu der rätselhaften Masse der Maschine. Sie wirkte nicht bedrohlich, nur anders. Er dachte, »Spiel erst mit den Dingen herum und versuch später, sie zu verstehen. Man mußt erst ein wenig mit ihnen herumspielen, damit man sie überhaupt verstehen kann. Und man sollte auf keinen Fall fliehen und sich im Abort der unsichtbaren Universität verstecken. Man muß versuchen, um das Universum herumzudenken, bevor man damit beginnen kann, es hin und her zu biegen. Vielleicht wäre es besser gewesen, dem Apparat keinen Namen zu geben. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Aber Namen sind wichtig. Ein Ding mit einem Namen ist's mehr als nur ein Ding.« »Geh jetzt, Adrian!« sagte Ponder fest. Dann setzte er sich und tippte. »Hallo!« Irgendetwas summte und klickte. Der Federkiel schrieb. »Plus, plus, plus, Fragezeichen, 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 plus, 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 hallo, plus, 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 Systemreset, plus, plus, plus.« Weit oben flog ein Schmetterling durchs offene Fenster. Seine Flügel zeigten ein unauffälliges Gelb mit seltsamen schwarzen Mustern. Ponder begann mit Berechnungen für den Transfer zwischen Hung Hung und Ankh-Morpork. Der Schmetterling landete kurz auf dem Durcheinander ausgläsernen Röhren. Als er wieder aufstieg, ließ er einen winzigen Nektartropfen zurück. Weiter unten tippte Ponder mit großer Sorgfalt. Eine kleine, aber sehr wichtige Ameise, eine von krabbelnden Tausenden, kroch durch einen Riß im Glasrohr und saugte einige Sekunden an der süßen Flüssigkeit, bevor sie zur Arbeit zurückkehrte. Nach einer Weile gab Hex Antwort. Bis auf ein kleines, aber sehr wichtiges Komma war sie vollkommen exakt. Rinswind drehte sich um. Es knirschte und knachte laut, als sich die Rote Armee ebenfalls umdrehte. Sie war tatsächlich rot. Sie hatte die Farbe des Bodens, stellte Rinswind fest. Er erinnerte sich, daß er in der Dunkelheit gegen einige Statuen gestoßen war, doch er hatte nicht geahnt, daß es so viele waren. Ihre langen Reihen erstreckten sich bis in die ferne Düsternis. Aus reiner Experimentierfreude drehte er sich noch einmal um. Wieder stapften hinter ihm Tausende von Füßen. Nach einigen vergeblichen Versuchen fand er heraus, daß er den Roten Kriegern nur dann von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen konnte, wenn er die Stiefel auszog, sich umdrehte und sie dann wieder anzog. Er senkte kurz das Visier und beobachtete sich selbst dabei, wie er kurz das Visier senkte. Er hob den Arm. Die Krieger hoben den Arm. Er sprang auf und ab. Die Krieger sprangen auf und ab. Es donnerte so laut, daß die Kugeln an ihren Ketten erzitterten. Funken stoben von den Stiefeln der Roten Armee. Brinswind fühlte sich versucht hysterisch zu lachen. Er hob die Hand zur Nase. Die Krieger hoben ihre Hand zur Nase. Mit großer Freude machte er die traditionelle Geste, mit der man Dämonen vertrieb. Siebentausend Terrakotta-Mittelfinger zeigten zur Decke. Er versuchte, sich zu beruhigen. Das Wort, nach dem seine Gedanken gesucht hatten und das sie nun endlich fanden, lautete Golem. Selbst in Dank Morpork gab es ein oder zwei. In einer Region, in der es Zauberer oder Priester gab, die gern Neues ausprobierten, mußten sie früher oder später entstehen. Normalerweise waren es Gestalten aus Ton, die mit Hilfe spezieller Zauberformeln oder Gebete zum Leben erweckt wurden, um anschließend einfache Aufgaben zu erledigen. Sie waren nicht besonders beliebt. Das Problem war nicht, sie arbeiten zu lassen. Wirklich schwierig wurde es, wenn man wollte, daß sie mit der Arbeit aufhörten. Wenn man zum Beispiel vergaß, daß man einen Golem beauftragt hatte, den Garten umzugraben, dann konnte es geschehen, daß man bei der Rückkehr zweitausend Kilometer lange Bohnenbeete vorfand. Rinswind blickte auf einen der Handschuhe hinab. Vorsichtig berührte er das kleine Bild eines kämpfenden Soldaten. Siebentausend Schwerter wurden gezogen. Das Geräusch klang wie eine dicke Stahlplatte, die langsam zerrissen wurde. Siebentausend Schwertspitzen zeigten auf Rinswind. Er trat einen Schritt zurück. Die Armee folgte seinem Beispiel. Er befand sich an einem Ort mit tausenden von künstlichen Soldaten, die Schwerter trugen. Die Tatsache, daß er sie zu kontrollieren schien, spendete ihm kaum Trost. Er hatte sein ganzes Leben lang Rinswind kontrolliert und er wußte nur zu genau, was aus ihm geworden war. Erneut betrachtete er die kleinen Bilder. Eins von ihnen zeigte einen Soldaten mit zwei Köpfen. Als er es berührte, drehte sich die Armee zackig um. Aha. Um das Gewölbe zu verlassen. Die Horde beobachtete das geschäftige Treiben unter Lord Hongs Männern. Objekte wurden zur Front gezerrt. »Das sieht mir nicht nach Bogenschützen aus,« sagte der junge Willi. »Es sind bellende Hunde,« erwiderte Kohen. »Ich weiß Bescheid, hab sie schon einmal gesehen. sind wie ein Fass voller Feuerwerk, und wenn man das Feuerwerk anzündet, rast ein großer Stein aus der Öffnung.« »Warum?« »Nun, möchtest du ein Ort und Stelle bleiben, wenn jemand ein Feuerwerk unter deinem Arsch angezündet hat?« »Hey, Lehrer, er hat Arsch gesagt!« beschwerte sich Griecher. »Es gehört zu den verbotenen Wörtern auf meiner Liste.« »Wir haben doch Schilde, oder?« meinte Herr zur Verlachtwurst. »Wenn wir dicht beisammen bleiben und die Schilde über den Kopf heben, kann uns bestimmt nichts passieren.« »Der Stein ist etwa dreißig Zentimeter groß, fliegt sehr schnell und ist so heiß, dass er rot glüht.« »Also keine Schilde?« »Nein,« sagte Kohen. »Kriecher, du schiebst den Ehrenpolterer.« »Wir kommen keine fünfzig Meter weit, Genghis,« gab Kaleb zu bedenken. »Bis zum Feind sind es weniger als fünfzig Meter,« entgegnete Kohen. »Wa, wo?« rief er Zöffelart Wurst. »Was ist denn?« Lord Hong beobachtete die Barbaren und sah, wie sich ihre Schilde hoben und eine Art Keil bildeten. Dann drehten sich die Räder des Rollstuhls. Er hob das Schwert. »Feuer!« »Wir laden noch, o Lord!« »Ich habe Feuer gesagt.« »Wir müssten die Hunde erst schußbereit machen, o Lord!« Die Artilleristen arbeiteten fieberhaft. Nicht etwa die Angst vor Lord Hong trieb sie an, sondern die Furcht vor der heranstürmenden Horde. Ein Zöffelart Wurst zache wehten im Wind. Er sprang durch den Staub, schwang das Schwert und schie. Er war so glücklich wie noch nie zuvor in seinem Leben. Das also war das Geheimnis. Man mußte dem Tod direkt ins Auge sehen und angreifen. Dann wurde alles ganz einfach. Lord Hong warf seinen Helm zu Boden. »Feuer, ihr verdammten Bauern! Ihr Abschaum! Warum muß ich meine Befehle wiederholen? Her mit der Fackel!« Er stieß einen Artilleristen beiseite, ging neben einem bellenden Hund in die Hocke und stemmte sich gegen ihn, damit die Öffnung auf den sich schnell nähernden Kohen zeigte. Dann hob er die Fackel. Der Boden geriet in Bewegung, neigte den bellenden Hund erst nach oben und dann zur Seite. Ein roter, runder und vage lächelnder Kopf schob sich aus dem Erdreich. Schreie erklangen im Heer, als Hunderttausende von Soldaten das Gleichgewicht verloren und wegzulaufen versuchten, obwohl sich die Erde unter ihnen aufzulösen schien. Roter Staub erhob sich. Der Boden gab nach. Kurz darauf wölbte er sich nach oben. Von Panik erfaßte Soldaten kletterten übereinander hinweg. Ihnen folgten andere, größere Gestalten. Die Horde blieb stehen. Sind das Trolle oder so? fragte Kohen. Zehn rote Hühnen waren nun sichtbar. Sie schienen sich durch Luft graben zu wollen. Einige der Bogenschützen unterbrachen ihre Fluchtbemühungen lange genug, um Pfeile abzufeuern, die an den Terrakotta-Rüstungen wirkungslos abprallten. Weitere rote Krieger folgten den Gräbern und stießen gegen sie. Es klirrte wie Geschirr. Anschließend zogen sie alle wie ein Mann, beziehungsweise wie ein Troll oder Dämon. Ihre Schwerter drehten sich um und marschierten Lord Hongs Truppen entgegen. Einige Soldaten stellten sich ihnen zum Kampf, wenn auch nur deshalb, weil die Menge hinter ihnen viel zu dicht war, um zu fliehen. Sie starben. Die roten Gestalten waren keine besonders guten Kämpfer, ihre Bewegungen wirkten sehr mechanisch. Sie schlugen zu, parierten und holten aus, wobei es überhaupt keine Rolle spielte, wie sich ihr Gegner verhielt, doch sie rückten unaufhaltsam vor. Wenn ein Soldat den Schwertheben entging, aber nicht schnell genug zur Seite wich, wurde er niedergetrampelt und es sah ganz danach aus, als seien die Krieger sehr schwer. Der Umstand, dass sie immerzu lächelten, vergrößerte das Entsetzen bei den Truppen der Kriegsherren. Das ist wirklich interessant, kommentierte Kohen und holte seinen Tabaksbeutel hervor. Habt Tolle noch nie auf diese Weise kämpfen sehen, sagte Kriecher. Immer mehr kamen aus dem Loch und bohrten ihre Schwerter fröhlich in leere Luft. Die erste Reihe stapfte durch eine Wolke aus Staub und Schreien. Für ein großes Heer sind schnelle Manöver sehr schwierig und in diesem Fall kam noch hinzu, dass einzelne Truppenteile nach vorn drängten, um zu sehen, was dort geschah, was diejenigen Behinderte, die zu fliehen versuchten und sich nichts mehr wünschten als einen zivilen Status. Gongs erklangen und Offiziere riefen Befehle, aber niemand wußte, was die Gongs bedeuteten und wie man den Befehlen gehorchen sollte, da einfach nicht genug Zeit war. Cohen rollte sich eine Zigarette und entzündete ein Streichholz am Kinn. »Neschön«, sagte er zur Welt im Allgemeinen, »holen wir uns den verdammten Hang!« Die Wolken wirkten jetzt nicht mehr ganz so bedrohlich wie noch vor wenigen Minuten. Es blitzte auch nicht mehr so oft. Doch immer noch deutete alles auf sindflutartigen Regen hin. »Es ist wirklich erstaunlich!« brachte Herr Zervelatwurst hervor. Einige Tropfen fielen auf den Boden und bohrten kleine Krater in den Staub. »And up!« bestätigte Cohen. »Ein überaus seltsames Phänomen! Krieger, die aus dem Boden klettern!« Die Krater gingen ineinander über. Das galt auch für die Tropfen. Der Regen begann. »Keine Ahnung!« brummte Cohen und beobachtete eine fliehende Kompanie. »Bin zum ersten Mal hier. Vielleicht passiert so etwas häufig. Ich meine, es ist wie in der Legende von dem Mann der Drachenzähne säte, worauf ihn eine schreckliche Streitmacht aus kämpfenden Skeletten entstand. Daran glaube ich nicht,« sagte Caleb und trat an Cohen's Seite. »Warum nicht? Wenn man Drachenzähne säte, sollte man Drachen bekommen, keine kämpfenden Skelette. Was stand auf der Packung? Was weiß ich, in der Legende wird nicht erwähnt, dass sich die Drachenzähne in einer Packung befanden. Es müsste daraus wachsen Drachen draufstehen. Man kann Legenden nicht trauen,« sagte Cohen. »Ich muss es wissen. Na schön, da drüben ist er,« er deutete zu einem fernen Reiter. Chaos breitete sich auf der Ebene aus. Die roten Krieger waren nur der Anfang. Das Bündnis der fünf Kriegsherren ruhte auf einem alles andere als stabilen Fundament, und panische Flucht wurde sofort als heimtückischer Angriff interpretiert. Der Horde schenkte man keine Beachtung mehr. Sie hatte keine Gongs oder bunten Fahnen. Sie war kein traditioneller Feind. Außerdem bestand der Boden jetzt nicht mehr aus Staub, sondern aus Schlamm, weshalb alle Soldaten von der Hüfte abwärts die gleiche Farbe hatten. Und diese Farbe dehnte sich nach oben aus. Was machen wir jetzt, Genghis? fragte Herr Zewelatwurst. Wir kehren zum Palast zurück. Warum? Weil Hong dorthin geritten ist. Aber dieses erstaunliche Geschehen! Ja, Malera, ich große grüne Dinge mit Zähnen gesehen, sagte Kohen. Es hat keinen Sinn dauernd, erstaunlich zu sagen. Stimmt's, Kriecher? Ja, weißt du, als ich drüben ins Grund die fünfköpfige Vampirziegel verfolgte, da sagte man mir, ich solle sie in Ruhe lassen, weil sie eine vom Aussterben bedrohte Tierart sei. Ich antwortete, ja, und dafür bin ich verantwortlich. Aber waren die Leute etwa dankbar? Ha, brummte Kaleb. Die Leute hätten dir dankbar sein sollen, immerhin hast du ihnen Gelegenheit gegeben, sich über vom Aussterben bedrohte Tierarten Sorgen zu machen. Hey, Jungs, kehrt besser um. Einige Soldaten, die vor den roten Kriegern flohen, rutschten durch den Schlamm, stachten entsetzt zur Horde herüber und setzten den Weg in eine andere Richtung fort. Kriecher blieb stehen und atmete tief durch. Regennäste dampfte in seinem Bart. Ich hab die dauernde Lauferei satt, sagte er. Ist ganz schön anstrengend, den Rollstuhl des Ehrenpolterers durch solchen Schlamm zu schieben. Wie wär's mit einer kleinen Verschnaufspause? Was ist denn? Eine Verschnaufspause? wiederholte Kohen. Bei den Göttern, dass ich einen solchen Tag erlebe, ein Held, der eine Verschnaufspause wünscht, hat Voltan der unbesiegbare etwa eine Pause eingelegt. Er hat mit einer ziemlich langen begonnen, erwiderte Kaleb. Er ist nämlich tot, Gingis. Kohen zögerte. Was? Der alte Voltan. Wusstest du das nicht? Der unsterbliche Jenkins auch. Jenkins kann nicht tot sein, hab ihn erst im letzten Jahr gesehen. Im letzten Jahr lebte er noch, aber jetzt ist er tot. Alle Helden sind tot, abgesehen von uns, und was mich betrifft, bin ich da nicht mehr so sicher. Kohen stürzte nach vorn und griff nach Kalebs Arm. Und Ron? Er ist nur halb so alt wie wir und bestimmt noch an Leben. Wie ich hörte, verdient er seinen Lebensunterhalt als Wächter. Als Wächter? fragte Kohen. Du meinst, er arbeitet? Ja. Soll das heißen, er arbeitet und wird dafür bezahlt? Er hofft im nächsten Jahr zum Hauptmann befördert zu werden. Ihm steht sogar eine Pension zu. Kohen ließ Kalebs Arm los. Es gibt nicht mehr viele von uns, Kohen, sagte Kriecher. Kohen drehte sich um. Und wenn schon, es hat nie viele von uns gegeben und ich sterbe nicht. Nein, ich sterbe nicht, solange die Gefahr besteht, dass Leute wie Hong die Welt unter ihre anderen Leuten nur Abschaum sehen. So nannte er seine Soldaten. Abschaum. Es ist wie mit dem verdammten zivilisierten Spiel, das du uns gezeigt hast, Lehrer. Ja, die Bauern sind nur dazu da, um von der anderen Seite geschlagen zu werden. Und der König bleibt die ganze Zeit im Hintergrund. Ja, aber die andere Seite bist du, Kohen. Genau. Nun, damit in Ordnung, wenn ich der Feind bin. Aber ich schiebe meine Männer nicht vor mir her, damit sie getötet werden und nicht ich. Und ich benutze keine Bögen und irgendwelche komischen Hunderdinger. Wenn ich jemanden umbringe, dann aus nächster Nähe. Es ist eine persönliche Angelegenheit. Ihre Taktik. Es gibt nur eine Art des richtigen Kampfes. Alle stürmen los, schwingen ihre Schwerter und Schreien. So, und jetzt, auf die Beine, wir müssen Hong verfolgen. Wir haben einen langen Morgen hinter uns, Tinkes, sagte der junge Willi. Komm mir bloß nicht damit. Ich muss mal, liegt wahrscheinlich an dem Regen. Zuerst schnappen wir uns Hong. Hab nichts dagegen, wenn er sich auf dem Abort versteckt. Sie erreichten das Stadttor. Es war geschlossen. Hunderte von Personen, Zivilisten wie Wächter, standen auf der Mauer und blickten zur Horde hinab. Cohen richtete einen Zeigefinger auf sie. Ich sage es nur einmal, verkündete er. Ich komme so oder so in die Stadt, auf die leichte oder auf die schwere Art. Ausdruckslose Gesichter musterten den dürren Alten und sahen dann zur Ebene, wo die Truppen der Kriegsherren gegeneinander kämpften und gleichzeitig vor den roten Terrakottakriegern flohen. Permanent bewegten sich die Köpfe der Zuschauer. Auf und ab, auf und ab. Na schön, brummte Cohen, aber daß mir nachher niemand behauptet, ich hätte euch nicht gewarnt. Er hob das Schwert und traf Vorbereitungen für den Angriff. Warte, sagte Herr Zavillatwurst, hör nur. Laute Stimmen ertönten hinter der Mauer. Irgendjemand schien Anweisungen zu erteilen, Schreie erklangen. Die beiden Torflügel schwangen langsam auf. Dutzende von Bürgern drehten die Winden. Cohen ließ schwert sinken. Sie sind vernünftig geworden. Die Horde schnaufte ein wenig, als sie durchs Tor hinkte. Die Menge beobachtete sie stumm. Die Leichen mehrerer Wächter lagen auf dem Pflaster. Viele anderen hatten die Helme abgenommen und beschlossen, sich mit sofortiger Wirkung ins Zivilleben zurückzuziehen. Dadurch war die Wahrscheinlichkeit geringer von einem zornigen Mob erschlagen zu werden. Alle sahen zu Cohen. Erneut bewegten sich Köpfe. Zahllose Blicke klebten an dem Barbaren fest. Er achtete nicht darauf. Und Hubert der Starke, wandte er sich an Kaleb. Tod. Unmöglich war bei bester Gesundheit, als ich ihm vor ein paar Monaten begegnet bin, wollte mit einem neuen Abenteuer beginnen. Er ist tot. Was ist passiert? Kennst du das schreckliche menschenfressende Faultier von Klopp? Es bewacht den Riesenrubin des verrückten Schlangengottes, nicht wahr? Nun, es hat ihn bewacht. Die Menge teilte sich, um Cohen und seine Gefährten passieren zu lassen. Hier und dort versuchte jemand zu jubeln, doch energisches Pschst brachte die Betreffenden zum Schweigen. Stille herrschte, jene Art von Wurst nur in den heiligsten aller Tempel gehört hatte. Die Horde hörte in Tempeln immer nur Schreie wie »Ein Ungläubiger, er ist gekommen um das Edelstein besitzte Auge von und deine Frau ist ein großes Nilpferd!« Nach einer Weile flüsterte es. Die leisen Stimmen wuchsen im Publikum wie Blasen in einem Topf mit heißer werdendem Wasser. »Die Rote Armee! Die Rote Armee!« »Und Gandhis Logo soll sich noch immer wie Wunderland herumtreiben. Ist an Metallvergiftung gestorben?« »Wie denn?« »Bekam drei Schwerter in den Magen.« »Die Rote Armee!« »Und aufgeschlitzter Mungo?« »Vermutlich in Skund gestorben.« »Vermutlich.« »Man hat nur seinen Kopf gefunden.« »Die Rote Armee!« Die Horde näherte sich nun einem Tor zur verbotenen Stadt. Die flüsternde Menge folgte ihr. Auch dieses Tor war geschlossen. Zwei kräftig gebaute Wächter standen davor. Sie wirkten wie Männer, die den Auftrag erhalten hatten, das Tor zu bewachen und die fest entschlossen waren, ihre Anweisungen zu befolgen, was auch immer geschah. Das Militär verlässt sich sehr auf Soldaten, die ihre Anweisungen befolgen, was auch immer geschieht. Oft lobt man ihre Tapferkeit, in den meisten Fällen posthum. »Gospar, der Wache!« »Im Bett gestorben!« »Nein, nicht der alte Gospar!« »Jeder muß mal ins Bett!« »Ich muß was anderes!« sagte der junge Willi. »Und zwar dringend!« »Erledige das hier in der Mauer!« »Während all die Leute zusehen, das ist nicht zivilisiert!« Cohen schritt zu den Wächtern. »Ich meine es ernst, klar?« sagte er. »Würdet ihr lieber sterben, als euren Kaiser zu verraten?« Die Wächter blickten starr gerade aus. »Ne schön, wie ihr wollt!« Cohen zog das Schwert und zückerte, als ihm etwas einfiel. »Was ist mit dem großen Zertrümmerer?« fragte er. »Der Bursche war so zäh wie das lederalte Stiefel.« »Einem Fisch zum Opfer gefallen«, sagte Kaleb. »Der Zertrümmerer! Einmal hat er sechs Trolle getötet und zwar nur mit ... ist an einer Kräte in seinem Brei erstickt. Ich dachte, du hättest davon gehört. Tut mir leid.« Cohen starrte ihn groß an. Dann blickte er auf sein Schwert und dann zu den Wächtern. Einige Sekunden war es so still, daß man nur das Prasseln des Regens hörte. »Wißt ihr, Jungs, in seiner Stimme lag eine Müdigkeit, die in Herrn Zervelardwurst tiefe Trauer weckte, obgleich dies ein Augenblick des Triumphs war. Ich wollte euch den Kopf abschlagen, aber was hat das für einen Sinn? Ich meine, wenn man genau darüber nachdenkt, muß man sich fragen, warum die Mühe? Macht irgendeinen Unterschied? Die Wächter blickten noch immer stark gerade aus, aber ihre Augen waren jetzt ein wenig größer. Herr Zervelardwurst drehte sich um. Früher oder später sterbt ihr ohnehin, fuhr Cohen fort, und damit hat sie's. Man lebt das Leben so gut es geht und anschließend spielt's keine Rolle mehr, weil man tot ist. Nee, Cohen, warf Herr Zervelardwurst ein. Ich meine, seht mich an. Mein ganzes Leben lang habe ich irgendwelchen Leuten den Kopf abgeschlagen und mit welchem Ergebnis, Cohen Die Gesichter der Wächter verwandelten sich in fratzende Furcht. Cohen Ja, ich glaube, du solltest dich umdrehen. Cohen drehte sich um. Sechs rote Krieger stapften über die Straße, die Menge wich etwas weiter zurück und ihr entsetzen wurde, so noch mehr entsetzen. Dann rief jemand, Existenz Verlängerung für die rote Armee. Andere Stimmen ertönten. Eine junge Frau hob die Hand und ballte sie zur Faust. Notwendiger Fortschritt für das Volk bei gleichzeitiger Beachtung der alten Traditionen. Verdiente Strafe dem Feind, aber ohne Grausamkeit. Ich habe mein Plüsch Kaninchen verloren. Die roten Riesen blieben stehen. Seht sie euch nur an, entfuhr es Herrn Zöffel Atwurst. Es sind keine Trolle, sie bewegen sich wie Maschinen. Findet ihr das nicht interessant? Nein, sagte Karin geistesabwesend. Abstraktes Denken ist kein zentraler Aspekt der Hirntätigkeit von Barbaren. Nun, wo bin ich stehen geblieben? Er seufzte. Ah, ja, ihr beiden, ihr würdet lieber sterben, als euren Kaiser zu verraten. Stimmt's? Vorricht lähmte die Wächter. Kohen hob sein Schwert. Er Zöffel Atwurst holte tief Luft, griff nach Kohens Schwertarm und rief. Dann öffnet das Tor und lasst ihn passieren. Die ganze Welt schien den Atem anzuhalten. Er Zöffel Atwurst stieß Kohen an. Na los, hauchte er. Ben, nimm dich wie ein Kaiser. Wie bitte? Willst du, dass ich Tichere und Leute foltern lasse? Ausgeschlossen. Nein, du sollst dich wie ein richtiger Kaiser verhalten. Kohen musterte den früheren Lehrer und wandte sich dann wieder an die beiden Wächter. Gut gemacht, sagte er. Eure Loyalität ist sehr Dingsbums, lobenswert. Nur weiter so, dann ist vielleicht eine Beförderung für euch drin. Lasst uns jetzt durchs Tor gehen, damit ich meinen Blumentopf Burschen befehlen kann, euch die Füße abzuhacken. Dann müsst ihr im Rindstein knien, während ihr nach eurem Wächter wechselten einen kurzen Blick, zogen ihre Schwerter und versuchten einen Kotau zu machen. Steht auf, ihr braucht euch nicht so zu verrenken, sagte Kohen in einem etwas freundlicherem Tonfall. Hör zu velatwurst. Ja, ich bin der Kaiser, nicht wahr? Die roten Soldaten sind offenbar auf unserer Seite. Die Leute glauben, daß du den Siegerungen hast. Wir leben. Ja, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Wenn ich der Kaiser bin. Es bedeutet, daß ich bestimmen kann, was zu geschehen hat, nicht wahr? Ja, mit allem drum und dran. Du weißt schon, mit Schriftrollen und so. Und informierte die Trompeten blasen und rufen so will er es. Ich nehme an, du meinst eine Proklamation. Ja, ich will, daß der Kotau Unsinn aufhört. Mir wird ganz übel davon, klar. Von jetzt ab will ich keinen Kotau mehr sehen. Wenn die Leute mir begegnen, können sie salutieren oder mir ein wenig Geld geben, wenn sie möchten. Niemand soll die Stirn auf den Boden rammen. Klingt grässlich. So, nun gleite das in ein angemessenes rhetorisches Gewand. Sofort! Und? Warte, ich bin noch nicht fertig. Kohen biss sich auf die Lippe, als er über ungewohnte Dinge nachdachte. Die roten Krieger verharrten ebenfalls. Ja, du kannst darauf hinweisen, daß ich alle politischen Gefangenen freilasse, es sei denn, sie haben etwas wirklich Schlimmes angestellt. Damit meine ich zum Beispiel Giftmord. Die Einzelheiten überlasse ich dir. Allen Folterern soll der Kopf abgehackt werden, und jeder Bauer bekommt ein Gratisch Schwein. So was in der Art, füge an den geeigneten Stellen den offiziellen Kram wie, auf Befehl von und so weiter hinzu. Kohen blickte auf die beiden Wächter hinab. Ihr sollt aufstehen, ich schwöre, wer der bekommt einen Tritt, jawohl, und jetzt öffnet endlich das verdammte Tor. Jubel erklang. Als Kohen und seine Gefährten die verbotene Stadt betraten, folgte die Menge, teils revolutionär voranstürmend, teils respektvoll wandernd. Die roten Krieger blieben draußen. Einer von ihnen hob den dumpf knirschenden Terrakotta Fuß, wankte zur Mauer und stieß dagegen. Einige Sekunden taumelte er wie betrunken, dann gelang es ihm, sich der Mauer bis auf einen knappen Meter zu nähern, ohne daß er erneut mit ihr kollidierte. Er hob die Hand und mit rotem Schlamm, der nun als Farbe fungierte, schrieb sein zitternder Zeigefinger folgende Worte an die Wand. Hilfe, Hilfe, ich schreibe dies, stecke hier draußen auf der Ebene fest, kann die verdammte Rüstung nicht mehr ablegen. Die Menge jubelte und sang hinter Kohen. Mit einem Surfbrett hätte er auf ihr hin und her gleiten können. Der Regen trommelte weiter auf die Dächer und strömte in die Höfe. Warum sind alle so aufgeregt? fragte das Oberhaupt der Horte. Sie glauben, du willst den Palast plündern, erwiderte Herr Zerfellart Wurst. Sie haben von Barbaren gehört, weißt du, und sie möchten einen Teil der Beute für sich, außerdem gefällt ihnen die Sache mit dem Schwein. Hey du, rief Kohen einem Jungen zu, der unter dem Gewicht einer riesigen Vase taumelte. Lass deine verdammten Pfoten von meinen Sachen, das Ding ist wertvoll, es äh, stammt aus der Sang Dynastie, sagte Herr Zerfellart Wurst. Genau, bestätigte die Vase. Das Ding stammt aus der Sang Dynastie, stell es zurück, und die anderen da. Kohen drehte sich um und winkte mit dem Schwert. Zieht die Schuhe aus, sie zerkratzen gestern wäre dir der Boden völlig gleich gewesen, brummte Kriecher. Gestern gehörte er noch nicht mir. Doch, widersprach Herr Zerfellart Wurst, er gehörte mir nicht richtig, sagte Kohen. Es fehlte das Ritual der Eroberung. Blut, die Leute verstehen Blut, wenn man sich nur einfach auf den Thron setzt und behauptet, der neue Kaiser zu sein, das nimmt niemand ernst. Aber Meere aus Blut, das macht sofort alles klar. Berge von Totenschädeln, meinte Kriecher anerkennt. So ist es in der Geschichte, fuhr Kohen fort. Wann immer, Mann. Hey, du da mit dem Hut, das ist mein Schibo Yang Korn Tisch mit Mahagoni Einleger arbeiten, murmelte Herr Zerfellart Wurst. Also stell ihn wieder an seinen Platz kapiert. Nun, wenn es einen Königreich gab, von dem alles sagen. Oh, das war wirklich ein guter König, kann man seine Sandalen darauf verwetten, dass er ein bärtiger Bursche war, der anderen Leuten den Schädel einschlug und dabei lachte. Aber bei einem König, der anständige Gesetze erließ und Bücher las und versuchte, intelligent auszusehen, sagen die Leute, Oh, er war ganz nett, noch etwas feucht hinter den Ohren, nicht das, was ich einen richtigen König nenne. Tja, so sind die Leute eben. Er Zervelatwurst seufzte. Coyne grenzte und schlug ihm so fest auf den Rücken, dass er gegen zwei Frauen stieß, die eine Bronze-Statue von Lee Schwarzmaul vortragen wollten. Hey, Lehrer, kannst dich nicht an diese Vorstellung gewöhnen, was? Die Realität ist so bitter für dich. Nun, sei unbesorgt, du bist eben kein Barbar. Stell die Statue zurück, verehrte, sonst bekommst du die flache Seite, meine Schmerz zu spüren. Ich dachte, wir könnten die Macht erringen, ohne dass jemand leiden muss, allein mit unserem Verstand. So funktioniert die Geschichte leider nicht. Erst das Blut. dann der Verstand. Berge von Totenschädeln, sagte Kriecher. Es muss eine bessere Möglichkeit geben als den Kampf, entgegnete Herr Zöffel Hartwurst. Oh, ja, viele, aber sie sind alle ungeeignet. Kaleb, nimm dem Kerl dort die erlesene Bonjade Figuren, murmelte Herr Zöffel Hartwurst. Ja, nimm sie dem Kerl ab, er hat einen unter dem Hut versteckt. Eine weitere mit üppigen Schnitzereien verzierte Türschwang auf. In dem Raum dahinter befanden sich bereits ziemlich viele Personen. Sie wichen zurück und versuchten unschuldig zu wirken, während sie schmieden. Als sie zurück hatten, blieb sechs wohltätige Winde allein in der Mitte des Saals stehen. Die Höflinge beherrschten dieses Manöver perfekt. Berge von Totenschädeln, wiederholte Kriecher noch einmal. Wenn er sich einmal an ein Konzept gewöhnt hatte, gab er es nicht so schnell auf. Wir haben gesehen, wie die Rote Armee aus dem Boden kam, so wie es die Legende berichtet. Du bist wahrhaftig die Präinkarnation von einem Sonnenspiegel. Der Steuereintreiber hatte wenigstens den Anstand verlegen zu wirken. Das rhetorische Niveau seiner kleinen Ansprache ließ sich am besten mit jenen Reden vergleichen, deren erste Worte lauteten Du weißt sicher, daß dein Vater, der König. Er hatte bisher nicht an Legenden geglaubt, nicht einmal an die von dem Bauern, der jedes Jahr pünktlich eine vollkommen ehrliche Steuererklärung ablieferte. Ja, genau, sagte Kohen. Er schritt zum Thron und stießt das Schwert in den Boden. Zitternd blieb es darin stecken. Einige von euch bekommen den Kopf abgehackt, zu ihrem eigenen Besten, sagte er. Aber ich habe noch nicht entschieden, wer auf diese Weise kürzer wird. Da fällt mir ein, jemand soll dem jungen Willi den Abort zeigen. Ist nicht mehr nötig, erwiderte der junge Willi. Als die roten Statuen so plötzlich hinter mir auftauchten, hat sich das Problem von allein gelöst. Berge von ... begann Kriecher. Weiß nichts von Bergen, brummte Kohen. Und wo ist der große Zauberer? fragte sechs wohltätige Winde nervös. Der große Zauberer, wiederholte Kohen. Ja, bestätigte der Steuereintreiber. Ich meine den Zauberer, der die Rote Armee aus dem Boden gerufen hat. Weiß nichts von ihm, sagte Kohen. Die Menge wankte nach vorn, als noch mehr Leute in den Saal drängten. Sie kommen! Ein Terrakotta-Krieger stapfte herein. Auf seinem Gesicht zeigte sich das übliche Lächeln. Er blieb stehen und taumelte ein wenig. Regenwasser floß an ihm herab. Die Leute duckten sich entsetzt, abgesehen von der Horde. Wenn die Horde mit unbekannten schrecklichen Gefahren konfrontiert wurde, reagierte sie entweder mit Zorn oder mit Neugier. Die Miene des früheren Lehrers erhellte sich. Kohen und die anderen waren nicht besser, nur anders. Es machte ihnen nichts aus, Ungeheuern gegenüber zu treten, aber wenn man sie bat, über die Straße zu gehen und eine Tüte Reis zu kaufen, kamen sie in Schwierigkeiten. Und jetzt, Lehrer, flüsterte Kohen, nun, du bist der Kaiser, entgegnete Herr Zervelatwurst. Vielleicht solltest du etwas sagen. Kohen stand auf und nickte dem Terrakotta-Hühnen fröhlich zu. Morgen, begann er, guter Arbeiter draußen, ich gebe dir und deinen Kameraden den Rest des Tages frei, damit ihr Piranien in euch pflanzen könnt, oder was weiß sich. Gibt es bei euch vielleicht einen Oberboss, mit dem ich reden kann? Der Terrakotta-Krieger knirschte, als er einen Finger hob. Er presste zwei Finger an den Unterarm und hob erneut einen Finger. Alle Leute in der Menge sprachen gleichzeitig. Was bedeutet das? fragte sechs wohltätige Winde. Es ist kaum zu glauben, meinte Herr Zervelatwurst. Aber mir scheint, es handelt sich um eine besondere Kommunikationsmethode aus dem Land der blutsaugenden Vampirgeister. Verstehst du, um was es dabei geht? Ich denke schon. Man muss versuchen, das Wort oder den Satz zu erraten. Der Krieger möchte uns mitteilen, ein Wort, zwei Silben, die erste Silbe, nein, die zweite klingt wie... Der Riese neigte den Kopf ein wenig vor, breitete die Arme wie Flügel aus und bewegte sie hin und her. Fliegen, vermutete Herr Zervelatwurst. Segeln? Gleiten? Reiten? Nein, Luft? Wolken? Wind? Der rote Krieger klopfte sich an die Nase und führte einen kurzen Freudentanz auf, wobei seine Terrakotta-Rüstung laut klapperte. Aha, sagte Herr Zervelatwurst zufrieden. Die zweite Silbe des Wortes lautet also Wind. Äh, eine recht mitgenommen wirkende Gestalt trat durch die Menge. Sie trug eine Brille. Ein Glas war gesprungen. Äh, sagte der kleine Mann, ich glaube, ich weiß, von wem die Nachricht stammt. Lord Fang und einige Krieger, die sein besonderes Vertrauen genossen, standen am Hang des Hügels. Ein guter General wußte immer, wann er das Schlachtfeld verlassen mußte, und Lord Fang hielt den kritischen Zeitpunkt immer dann für gekommen, wenn sich der Feind näherte. Die Männer waren bestürzt. Sie hielten nichts davon, gegen die Rote Armee zu kämpfen. Wer es versucht hatte, zählte jetzt nicht mehr zu den Lebenden. Wir kopieren uns neu, schnaufte Lord Fang. Dann warten wir bis zum Einbruch der Nacht und was ist das? Ein rhythmisches Geräusch Senke geschaffen. Hört sich nach einem arbeitenden Zimmermann an, meinte einer der Soldaten. Hier oben, während ein Krieg stattfindet. Stellt fest, was da los ist. Der Mann kletterte nach oben. Nach einer Weile hörte das Sägen auf, um kurze Zeit später erneut zu beginnen. Lord Fang versuchte auf Grundlage der neuen nützlichen Prinzipien einen neuen Schlacht Plan zu entwickeln, doch das Geräusch lenkte ihn ab. Er ließ die Karte sinken. Was hat das nur zu bedeuten? Wo steckt Haupt Mann Nong? Er ist nicht zurückgekehrt, O Lord. Finde heraus, was ihn an der Rückkehr hindert. Lord Fang fragte sich, ob der Verfasser des Prinzipien Buches jemals gegen unbesiegbare Statuen antreten mußte. Er Das Sägen hörte auf. Wenige Sekunden später hämmerte es. Lord Fang sah sich um. Ist denn hier niemand fähig, einen Befehl von mir zu gehorchen? donnerte er. Mit dem Schwert in der Hand erklomm er den schlammigen Hang. Er schob sich durch das Gebüsch und sah dahinter eine kleine Lichtung. Etwas raste ihm entgegen auf Hunderten von kleinen Beinen. Ein Deckel öffnete und schloß sich. Es regnete jetzt so schnell, daß sich die einzelnen Tropfen anstellen mußten. An manchen Stellen war die rote Ackerkrome Dutzende von Metern dick. Sie ermöglichte zwei bis drei Ernten pro Jahr. Sie war außerordentlich fruchtbar und im nassen Zustand ebenso außerordentlich klebrig. Die überlebenden Soldaten hatten das Schlachtfeld mühsam verlassen und zeigten sich von Kopf bis Fuß in dem gleichen Rot wie die Terrakotta Krieger. Abgesehen von den Niedergetrampelten waren nur wenige Soldaten dem tönernen Feind zum Opfer Gefallen. Die Panik erledigte den größten Teil der Arbeit. Weitaus mehr Soldaten waren beim Kampf zwischen den Herren und anschließend während der Flucht gestorben durch die Schwerter der Kameraden. Man sprach in diesem Zusammenhang von freundlichen Hieben. Die Rote Armee hatte das Schlachtfeld ganz für sich und sie feierte den Sieg auf unterschiedliche Weise. Viele Terrakotta Krieger wanderten im Kreis umher und traten durch den zähen Schlamm, als existierte er nur für andere Leute. Einige hoben einen Graben aus, doch der strömende Regen füllte ihn immer wieder mit rotem Lehm. Andere versuchten imaginäre Wände zu erklimmen. Gelegentlich gab es Explosionen, vermutlich das Ergebnis einiger Jahrhunderte ohne Wartung. In solchen Fällen stoben blaue Funken und glühende Trümmer rasten geschossen gleich über die Ebene. Die ganze Zeit über regnete es. Das Wasser schien einen massiven Vorhang zu bilden. Es sah nicht nach einem natürlichen Phänomen aus. Man konnte meinen, der ganze Ozean versuchte mit einem Luftlandemanöver den ganzen Kontinent zurück zu erobern. Rinswin schloß die Augen. Schlamm bedeckte seine Rüstung. Die kleinen Bilder konnte er kaum mehr erkennen, was ihn in gewisser Weise erleichterte. Bestimmt richtete er ein riesiges Durcheinander an. Er konnte sehen, was jeder einzelne Krieger sah. Zumindest war das theoretisch möglich, wenn man die seltsameren Bilder zu deuten verstand und sie in der richtigen Reihenfolge berührte. Diese beiden Voraussetzungen erfüllte Rinswin nicht. Hinzu kam, daß die magische Rüstung offenbar nicht dafür vorgesehen war, in knietiefem Schlamm und bei strömendem Regen benutzt zu werden. Ab und zu zischte es in ihr und ein Stiefel wurde heiß. Alles hatte so viel versprechend begonnen. Aber dann kam etwas ins Spiel, das der Zauberer inzwischen als Rinswind Faktor bezeichnete. Ein anderer Zauberer wäre sicher in der Lage gewesen, mit der Armee loszumarschieren, ohne in eine Sintflut zu geraten. Rinswind stellte sich vor, wie seine hypothetische Kompetenz durch die Straßen von Hung Hung schritt, während die Leute Blumen warfen und riefen, »Ja, das ist ein wahrer großer Zauberer, kein Zweifel!« Ein anderer Zauberer hätte sicher nicht das falsche kleine Bild berührt und die Krieger graben lassen. Ihm wurde plötzlich klar, dass er sich in Selbstmitleider ging. Außerdem stand er im Schlamm und die klebrige Masse kroch langsam an ihm empor. Es war sinnlos zu versuchen, den Fuß herauszuziehen, dadurch sank der andere nur tiefer ein und wurde noch heißer. Ein Blitz züngelte nicht weit entfernt zu Boden. Rinswind hörte das Zischen und sah den Dampf, spürte das Prickeln der Elektrizität, roch das Aroma von verbrennendem Zinn. Der nächste Blitz traf einen Krieger, dessen Oberkörper explodierte und zähflüssiges Pech vereinigte sich mit dem Regen und Schlamm. Die Beine gingen noch einige Schritte weiter und blieben dann stehen. Wasser strömte an ihm vorbei, eine breiige, rotbraune Flut vom über die Ufer getretenen Fluß hung. Der Schlamm saugte an Rinswinds Fuß wie an einem hohlen Zahn. Das Wasser trug etwas heran, das wie ein Stück Papier aussah. Rinswind zögerte, streckte dann umständlich die im Handschuh steckende Hand aus und griff nach dem Ding, das sich als Schmetterling herausstellte. Herzlichen Dank, sagte er bitter. Das Wasser ran ihm durch die Finger. Er wölbte die Hand, seufzte und schob das kleine Geschöpf so behutsam wie möglich auf einen Finger. Nass hingen die Flügel herab. Rinswind schirmte den Schmetterling mit der anderen Hand ab und behauchte die Flügel mehrmals. Jetzt kannst du wieder fliegen. Der Schmetterling drehte sich um. Ein oder zwei Sekunden glühten die Facetten Augen grün, dann schlug er versuchsweise mit den Flügeln. Es hörte auf zu regnen und es begann zu schneien, aber nur dort, wo Rinswind stand. Oh ja, sagte der Zauberer. Danke, ja, herzlichen Dank. Er hatte einmal gehört, das Leben sei wie ein Vogel, der aus der Dunkelheit kommt, durch einen überfüllten Saal fliegt, ein Fenster passiert und dahinter in der finsteren Nacht verschwindet. In Rinswinds Fall hatte der Vogel etwas Unangenehmes in seinem Abendessen hinterlassen. Es schneite nicht mehr. Am Firmament zogen die Wolken erstaunlich schnell ab und ließen heißen Sonnenschein herabscheinen, so daß der Schlamm sofort zu dampfen begann. Da bist du ja, wir haben überall nach dir gesucht. Rinswind versuchte sich umzudrehen, aber der Schlamm hinderte ihn daran. Ein dumpfes feuchtes Pochen erklang wie von einer Planke, die sich auf Matsch herabsenkte. Schnee auf dem Kopf, im hellen, warmen Sonnenschein, das kann nur er sein, dachte ich mir. Wieder pochte es. Eine kleine Lawine rutschte über Rinswinds Helm und Nacken. Es pochte zum dritten Mal. Und ein Brett erreichte ihn. Ich bin's, Zweiblum, ist alles in Ordnung mit dir, alter Freund? Ich glaube, mein Fuß gart, aber abgesehen davon kann ich nicht klagen. Ich habe gleich gewusst, daß du hinter der ganzen Sache schob die Hände unter die Achseln des Zauberers und zog an ihm. Habt ihr die Silben des Namens richtig verstanden? fragte Rinswind. Das mit dem Wind war ganz einfach, aber der Rest? Das Oh Mist, oh Mist, oh Mist, jetzt muss ich wirklich dran glauben, hat den letzten Zweifel ausgeräumt. Sehr einfallsreich. Du scheinst hier festzustecken. Ich glaube, es liegt an den magischen Stiefeln. Kannst du sie nicht irgendwie abstreifen? In der Sonne trocknet dieser Schlamm wie Terrakotta. Jemand kann die Dinger nachher ausgraben. Rinswind versuchte, die Füße zu bewegen. Es blubberte leise, dann kam er mit einem rülpsenden Geräusch frei. Einige Anstrengungen später hockte er auf der Planke. Das mit den Kriegern tut mir leid, sagte Zweiblum aufgeregt. Tatsächlich? Und man hat Herrn Kohen zum Kaiser gemacht. Äch! Nun, niemand hat ihn dazu gemacht. Er kam einfach und nahm sich den Thron und alle bezeichnen ihn als Präinkarnation des ersten Kaisers und er meint, er hätte nichts dagegen, wenn du der große Zauberer sein möchtest. Wie bitte? Ich glaube, das verstehe ich nicht ganz. Du hast die Rote Armee angeführt, stimmt's? Du hast sie aufs Schlachtfeld marschieren lassen, als das Reich sie brauchte. Nun, man kann eigentlich nicht behaupten, dass ich... Und dafür will dich der Kaiser belohnen, ist doch nett von ihm. Belohnen? wiederholte Rincewind argwöhnisch. Wie meinst du das? Oh, ich weiß nicht genau. Seine Worte lauteten... Zwei Blums Augen trübten sich, als er in den Schubladen seines Gedächtnisses kramte. Er sagte, geh und such Rincewind und sag ihm, dass er eine ziemliche Nervensäge sein kann, aber er ist auch ehrlich. Deshalb biete ich ihm den Posten des obersten Reichszauberers an, oder wie auch immer er es nennen will, denn ich vertraue keinen ausländischen... Zwei Blum schielte gen Himmel, als er sich an den genauen Wortlaut zu entsinnen versuchte. Maus vielversprechender Aspekte, Duft von Fichtennadeln, Mistkerlen! Die Worte krochen durch Rincewinds Ohren, suchten einen Weg zum Gehirn und hämmerten dort an die Wände. Oberster Zauberer? fragte er. Das hat Cohen gesagt. Nun, eigentlich hat er gesagt, dass Du ein Fleck aus Schwalbenkotze sein sollst, aber nur deshalb, weil er den tiefen, traurigen Ton gebrauchte, nicht den hohen, fragenden. Er meinte Zauberer. Des ganzen Reiches? Rincewind stand auf. Gleich passiert was Schlimmes, sagte er. Ein blauer Himmel wölbte sich über der Ebene. Einige Bürger hatten sich auf Schlachtfeld gewagt, um Verwundeten zu helfen und Tote vorzutragen. Hier und dort standen Terrakottakrieger in verschiedenen Positionen und rührten sich nicht mehr. Jeden Augenblick, fügte Rincewind hinzu. Sollten wir nicht zurückkehren? Vermutlich stürzt ein Meteor herab oder so. Zwei Blumse hoch zum friedlichen Firmament. Du kennst mich, sagte Rincewind. Wenn es mir schließlich gelingt, mich an etwas festzuhalten, dann kommt das Schicksal und tritt mir auf die Finger. »Ich sehe keine Meteore,« erwiderte Zweiblum. »Wie lange warten wir?« »Dann passiert etwas anderes,« prophezeite Rincewind. »Jemand springt aus dem Nichts herbei oder ein Erdbeben beginnt. Irgendetwas.« »Wenn du darauf bestehst,« sagte Zweiblum freundlich, »möchtest du hier darauf warten, dass was Schreckliches geschieht, oder wäre es dir lieber, den Palast aufzusuchen, zu baden, die Kleidung zu wechseln und dann zu sehen, was passiert?« Rincewind entschied, dass er es durchaus bequem haben konnte, während er auf das Schreckliche wartete. »Ein großes Festmahl soll stattfinden,« fuhr Zweiblum fort. »Der Kaiser will dabei allen Leuten zeigen, wie man richtig schlabbert.« Planke für Planke kehrten sie zur Stadt zurück. »Weißt du, dass du verheiratet warst? Ich habe bestimmt darauf hingewiesen. Es tut mir leid, dass deine Frau im Krieg geschieht so etwas. Ich habe zweiflich bewusste Töchter.« Rincewind öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber als er zweiblums freundliches Lächeln sah, blieben ihm die Worte im Hals stecken. Sie arbeiteten stumm, hoben die Planken hinten auf, um den Weg vorn zu verlängern. Schließlich beendete zwei Blumen das Schweigen. Um die Sache von der positiven Seite zu sehen. Der Kaiser meinte, du könntest eine eigene Universität gründen, wenn du möchtest. Nein, nein, bitte, jemand soll mich mit einer Eisenstange schlagen. Er meint, er sei sehr für Bildung, vorausgesetzt, er kann weiterhin darauf verzichten. Dauernd fallen ihm irgendwelche Proklamationen ein. Die Eunuchen haben bereits mit einem Streik begonnen. Renswins Brett fiel in den Schlamm. Womit sind Eunuchen beschäftigt? fragte er. Ich meine, womit hören sie auf, wenn sie streiken? Nun, normalerweise servieren sie Mahlzeiten, machen die Betten und so weiter. Oh, eigentlich sorgen sie dafür, dass die verbotene Stadt funktioniert. Wie dem auch sei, der Kaiser hat ihnen seinen Standpunkt in aller Deutlichkeit erklärt. Hat er das? Er meinte, wenn sie nicht auf Zack sind, würde man ihnen auch den Rest abschneiden. Ich glaube, das haben sie gut verstanden. Eine eigene Universität. Dann wurde er zum Erzkanzler. Renswind, der Erzkanzler, stellte sich vor, wie er die unsichtbare Universität besuchte. Er stellte sich vor, einen großen Hut mit besonders spitzer Spitze zu tragen, unhöflich zu sein und Nein, ausgeschlossen. Solchen Fantasien durfte er sich nicht hingeben. Bestimmt ging alles schief. Es könnte sein, dass dir bereits alle schlimmen Dinge zugestoßen sind, spekulierte Zwei-Bloom. Hast du je an diese Möglichkeit gedacht? Vielleicht erwartet dich jetzt etwas Nettes. Komm mir bloß nicht mit dem Karma-Kram, erwiderte Renswind. Meinem Glücksrat fehlen einige Speichen. Trotzdem ist die Sache einen Gedanken wert, sagte Zwei-Bloom. Soll ich etwa in Erwägung ziehen, der Rest meines Lebens könnte friedlich und angenehm verlaufen? Von wegen, unmöglich. Wenn ich mich sicher wähne und nur eine Sekunde nicht aufpasse, wamm, dann hat's mich wieder erwischt. Zwei-Bloom blickte sich voller Interesse um. Ich weiß gar nicht, warum du glaubst, dein Leben sei bisher so schlecht gewesen. Wir hatten viel Spaß, als wir noch jünger waren. Hey, erinnerst du dich, wie wir über den Rand der Welt vorstießen? Oft, entgegnete Rindswind. Meistens um drei Uhr nachts. Und als wir auf einem Drachen ritten, der während des Flugs verschwand? Manchmal vergeht eine ganze Stunde, ohne, dass ich daran denke, sagt Rindswind. Und als wir von den Leuten angegriffen wurden, die uns umbringen wollten, welchen der 149 Zwischenfälle dieser Art meinst du? Sowas festigt den Charakter, behauptete Zwei-Bloom. Ich bin dadurch zu dem geworden, was ich heute bin. Oh ja, bestellte Rindswind. So liefen die Gespräche mit Zwei-Bloom praktisch immer ab. In der vertrauensvollen Natur des kleinen Mannes gab es keinen Platz für Sarkasmus. Außerdem tendierte er dazu, Dinge zu überhören, die ihn eventuell beunruhigen konnten. Ja, auch ich bin dadurch zu dem geworden, was ich bin. Eindeutig. Sie erreichten Hung-Hung. Leer erstreckten sich die Straßen vor ihnen. Alle Bürger hatten sich auf dem großen Platz vor dem Palast eingefunden, denn neue Kaiser neigten zur Großzügigkeit. Außerdem hatte sich herumgesprochen, dass dieser Herrscher anders war und Schweine verschenkte. Ich habe gehört, dass er Gesandte nach Ankh-Morpork schicken will, sagte zwei Blumen, als sie über die Straße tropften. Ich schätze, deswegen wird es erhebliche Unruhe geben. War ein gewisser Schlitze mir ehrenvoll den Bauch aufzugegen, als Kohen diese Entscheidung traf? fragte Rindsvind. Ja, woher weißt du das? Hast du während deines Aufenthalts in Ankh-Morpork einen Mann kennengelernt, den man Schnapper nennt? Ja, wenn sich die beiden Burschen die Hände schütteln, gibt es bestimmt eine Explosion. Du könntest zurückkehren, sagte Zweiblum. Ich meine, deine Universität braucht sicher viele Dinge und wenn ich mich recht erinnere, mögen die Leute in Ankh-Morpork Gold sehr gern. Rindsvind biss die Zähne zusammen. Das Bild wollte sich einfach nicht auflösen. Es zeigte ihm, wie Rindsvind den Kunstturm kaufte, alle Steine nummerieren und sie nach Hung Hung schicken ließ. Er sah, wie Erzkanzler Rindsvind die Fakultätsmitglieder als Pförtner einstellte. Er sah, wie Erzkanzler Rindsvind Nein! Bitte um Verzeihung? Ermuntere mich nicht, an so etwas zu denken. Wenn ich mir vorstelle, daß alles schön und gut werden könnte, dann passiert was Schreckliches. Hinter Rindsvind bewegte sich etwas. Ein Messer erschien an seiner Kehle. Der große Fleck aus Waldenkötze, ertönt eine Stimme am Ohr des Zauberers. Na bitte, brummte Rindsvind. Hab ich's nicht gesagt? Lauf weg, steh nicht einfach so da, du verdammter Idiot, lauf! Zwei Blumen stachte zwei Sekunden, drehte sich dann um und hoppelte davon. Lass ihn gehen, sagte die Stimme, er ist nicht weiter wichtig. Hände zogen ihn in eine Gasse und erschnappte vage Eindrücke von Rüstungen und Schlamm auf. Die Fremden verstanden es gut, einen Gefangenen so mit sich zu ziehen, daß er nirgends Halt finden konnte. Schließlich wurde er aufs Kopfsteinpflaster geworfen. Für mich sieht er nicht besonders groß aus, ließ sich eine gebieterische Stimme vernehmen. Hebt den Kopf, großer Zauberer! Die Soldaten lachten nervös. Ihr Narren, er eiferte sich Lord Hong, er ist ein ganz gewöhnlicher Mann. Seht ihn euch nur an, wirkt er etwa mächtig. Er hat nur einige alte Tricks entdeckt. Sollen wir herausfinden, wie mächtig er ohne Arme und Beine ist. sagte Rince Wind. Lord Hong beugte sich vor. Schlamm klebte in seinem Gesicht und seine Augen offenbarten einen irren Glanz. Dann wird sich herausstellen, wie der barbarische Kaiser ohne dich zurecht kommt. Er deutete zu der Gruppe verdrießlicher schmutziger Soldaten. Sie sind tatsächlich halb davon überzeugt, dass du der große Zauberer bist. Aber glauben, er kann recht nützlich sein unter bestimmten Umständen, doch derzeit ist er sehr unpraktisch. Aber wenn wir auf den Platz marschieren und allen Leuten zeigen, wie groß du wirklich bist, ich schätze, dann bleibt der Barbar nicht lange auf dem Thron. Was ist das? Er zog Rincewind die Handschuhe von den Fingern. Spielzeuge, fügte er hinzu, konstruierte Dinge. Die Rote Armee besteht nur aus Apparaten wie Mühlen und Pumpen. Von Magie keine Spur. Lord Hong warf den Handschuh beiseite und nickte einem Wächter zu. Und nun gehen wir zum Kaiserlichen Platz. Möchtest du Gouverneur von Bang Banduk und der anderen Inseln der Nähe werden? fragte Kohen, als sich die Horde über eine Karte des Reichs beugte. Gefällt's dir mir, Polterer? Was ist denn? Die Tür des Thronsaals flog auf. Zwei Blumen alt herein, gefolgt von ein großer Fluss. Lord Hong hat sich Rindswind geschnappt. Er wird ihn umbringen. Kohen sah zu den Neuankömmlingen. Er kann sich doch freizaubern, oder? Nein, er hat die Rote Armee verloren. Lord Hong tötet ihn, wenn du nichts unternimmst. Nun, du weißt ja, wie das mit Zaubern ist, brummte Kriecher. Es gibt viele von ihnen. Nein, Kohen griff nach seinem Schwert und seufzte. Kommt, sagte er. Aber kommt, habe ich gesagt. Wir sind nicht wie Hong. Rindswind ist ein Schleicher, aber er ist unser Schleicher. Kommt ihr jetzt. Lord Hong und seine Soldaten hatten fast die breite Treppe vor dem Palast erreicht, als die Horde erschien. Dutzende von Wächtern versuchten die Menge zurückzuhalten. Lord Hong presste Rindswind ein Messer an die Kehle. Ah, Kaiser, sagte er auf Ankh-Morporkianisch. So sieht man sich wieder. Schach, glaube ich. Was bedeutet das? flüsterte Kohen. Er ist sicher, dass er dich in die Enge getrieben hat, erklärte Herr Zervelat Wurst. Woher will er wissen, dass ich den Zauberer nicht einfach sterben lasse? Psychologie des Individuums fürchte ich? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, rief Kohen. Wenn du ihn umbringst, bist du wenige Sekunden später ebenfalls tot. Dafür sorge ich persönlich. Da irrst du dich, erwiderte Lord Hong. Wenn dein großer Zauberer stirbt, wenn die Leute sehen, dass ihn keine Magie am Leben erhält, wie lange kannst du dann Kaiser bleiben? Du hast nur mit raffinierten Tricks gewonnen. Wie lauten deine Bedingungen? fragte Herr Zerverlad Wurst. Es gibt keine. Ihr habt nichts, was ich mir nicht einfach nehmen könnte. Lord Hong nahm einem Soldaten Rinds Wins Hut ab und rammte ihn auf den Kopf des Gefangenen. Das gehört dir, zischte er. Zauberer, du kannst das Wort nicht mal richtig schreiben. Nun, Zauberer, hast du noch etwas zu sagen? Oh nein! Lord Hong lächelte. Das ist schon besser, kommentierte er. Oh nein! Ausgezeichnet! Ah! Lord Hong blinzelte. Für einen Sekunden Bruchteil schien sich die Gestalt vor ihm auf die doppelte Länge zu dehnen. Anschließend klatschten ihr die Füße ans Kinn. Dann verschwand Rinds Wind mit einem dumpfen Donnern. Es war still auf dem Platz, abgesehen von dem Geräusch, das mehrere tausend verblüffte Menschen verursachen. Lord Hongs Hand tastete unsicher durch die Luft. Lord Hong? Er drehte sich um. Ein kleiner Mann stand hinter ihm, in einen Korkon aus Schmutz und Schlamm gehüllt. Er trug eine Brille, in der ein Glas gesprungen war. Entschuldige bitte, Lord Hong, sagte die Erscheinung. Erinnerst du dich an Bess Pelagic? Vor sechs Jahren? Ich glaube, zu der Zeit hast du dich mit Lord Tang gestritten. Es gab eine Auseinandersetzung. Einige Straßen wurden zerstört. Nichts Wichtiges. Lord Hong blinzelte erneut. Wie kannst du es wagen, mich anzusprechen? brachte er hervor. spielt eigentlich keine Rolle, sagte Zweiblum. Ich hätte es vorgezogen, dass du dich erinnerst. Ich bin damals sehr wütend gewesen. Und jetzt möchte ich gegen dich kämpfen. Du möchtest gegen mich kämpfen? Weißt du eigentlich, mit wem du redest? Hast du eine Ahnung? Äh, ja, ich glaube schon, erwiderte Zweiblum. Lord Hong richtete seine volle Aufmerksamkeit auf den kleinen Mann. Bisher war der Tag nicht besonders angenehm gewesen, er brauchte ein Ventil für seinen Zorn. Du dummer kleiner Mann, du hast nicht einmal ein Schwert. Hey, Vierauge! Beide drehten sich um. Kohen warf sein Schwert herüber. Zwei Blumen fing es auf und taumelte unter dem Gewicht. Was veranlasst dich dazu? fragte Herr Zerfeladwurst. Ich habe nichts dagegen, wenn er zu einem Helden werden möchte, antwortete Kohen. Lord Hong wird ihn mit dem ersten Hieb töten. Möglich, es lässt sich nicht ausschließen, vielleicht auch erst mit dem zweiten, wie dem auch sei, es hängt nicht von mir ab. Vater! Lotusblüte griff nach Zweiblums arm. Du hast keine Chance gegen ihn, komm mit mir! Nein! Schmetterling griff nach dem anderen Arm ihres Vaters. Es hat keinen Zweck, sagte sie, komm, vielleicht ergibt sich eine bessere Gelegenheit um. Er hat deine Mutter umgebracht, sagte Zweiblum ernst. Seine Soldaten haben es getan. Das macht es noch schlimmer. Er wusste nicht einmal davon. Lotusblüte, Schmetterling, weicht zurück. Hör mal, Vater! Wenn ihr mir nicht gehorcht, könnte ich ärgerlich werden. Lord Hong zog sein langes Schwert. Die Klinge glänzte. Weißt du überhaupt, wie man kämpft, kleiner Mann? Eigentlich nicht, sagte Zweiblum. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Wichtig ist, dass dir jemand die Stirn bietet, was auch immer später mit ihm geschieht. Die Horde beobachtete das Geschehen mit großem Interesse. Kohen und seine Gefährten mochten manchen Dingen gegenüber abgestumpft sein, aber sie hatten eine Schwäche für sinnlose Tapferkeit. Ja, sagte Lord Hong und ließ den Blick über das stumme Publikum schweifen. Alle sollen sehen, was jetzt passiert. Er hob das Schwert. Die Luft knisterte. Ein bellender Hund fiel direkt vor Lord Hong aufs Pflaster. Es schien ziemlich heiß zu sein und die Schnur am Ende brannte. Es zischte kurz. Die Welt wurde weiß. Nach einer Weile richtete sich Zweiblum auf und stellte erstaunt fest, dass er als einziger noch stand. Wer nicht flach am Boden lag, war geflohen. Nur ein qualmender Schuh erinnerte an Lord Hong und eine dampfende Spur, die die Treppe empor führte. Zweiblum folgte und taumelte dabei ein wenig. Nach einigen Metern fand er einen auf der Seite liegenden Rollstuhl. Das Rad drehte sich. Er spähte darüber hinweg. Ist alles in Ordnung mit dir, irrer Polterer? Was ist gut. Der Rest der Horde kauerte ganz oben auf der Treppe. Rauch wogte um die Barbaren. Der vom bellenden Hund davongeschleuderte heiße Stein hatte einen Teil des Palastes in Brand gesetzt. Hörst du mich, Lehrer? fragte Cohen. Natürlich hört er dich nicht, erwiderte Kriecher. Könntest du etwas hören in einem solchen Zustand? Vielleicht lebt er noch, sagte Cohen trotzig. Er ist tot, Cohen, mausetot, lebendige Leute haben mehr Körper. Ihr lebt noch? wunderte sich Zweiblum. Der Hund hat direkt in eure Richtung gebellt. Wir sind aus dem Weg gegangen, meinte der junge Willi. Das können wir gut. Der arme alte Lehrer hat im Überleben nicht so große Erfahrung wie wir, sagte Kaleb. Cohen stand auf. Wo ist Hung? fragte er grimmig. Der Kerl kann sich auf was gefasst. Er ist ebenfalls tot, entgegnete Zweiblum. Cohen nickt, als wäre das völlig normal. Wir sind es dem Lehrer schuldig, brummte er. Er war ein guter Bursche, räumte Kriecher ein, trotz seiner komischen Vorstellungen vom Fluchen. Er hatte Krebs, er nahm Anteil, und auch wenn er nicht wie ein Barbar gelebt hat, er wird wie einer bestattet, klar? Ein brennendes Schiff, schlug der junge Willi vor. Meine Güte, sagte Herr Zewelatwurst. Wir legen ihn in eine Grube auf die Leichen seiner Feinde, empfahl Kaleb. Etwa die ganze Klasse 4B? fragte Herr Zewelatwurst. Wie wär's mit einem Hügelgrab? meinte Vincent. Ein brennendes Schiff, auf den Leichen seiner Feinde, in einem Hügelgrab, sagte Cohen fest, für unseren Kumpel Lehrer ist nichts zu gut. Ich fühle mich bestens, wirklich, teilte Herr Zewelatwurst der Horde mit. Ich, äh, oh. Ronald Zewelatwurst. Herr Zewelatwurst drehte es sich um. Ah, sagte er, ja, ich verstehe. Hierher bitte, wenn du so freundlich wärst. Der Palast und die Horde verblassten allmählich, wie das Bild eines Traums. Komisch, sagte Herr Zewelatwurst, als er tot folgte. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Die meisten Leute stellen es sich überhaupt nicht vor. Schwarzer Sand knisterte unter etwas, das Herrn Zewelatwurst für seine Füße hielt. Wo sind wir? In der Wüste. Es war ganz hell, obwohl der Himmel pechschwarz blieb. Der früher Lehrer blickte zum Horizont. Wie groß ist sie? Für manche sehr groß. Auf Lord Hong warten hier viele ungeduldige Geister. Ich dachte, Lord Hong glaubt überhaupt nicht an Geister. Vielleicht ändert sich das jetzt. Viele Geister glauben an Lord Hong. Oh, was geschieht nun? Na los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Bewegung, Bewegung! Der Zewelatwurst drehte sich um und sah zu der Frau auf dem Pferd empor. Es war ein großes Pferd, bestens geeignet für eine stattliche Frau. Sie trug Zöpfe, einen Helm mit Hörnern und einen Brusthanisch, der den verantwortlichen Schmied sicher eine Woche Arbeit gekostet hatte. Sie bedachte ihn mit einem Blick, der nicht unfreundlich war, jedoch von Ungeduld kündete. Wie bitte? brachte er hervor. Ich soll einen gewissen Ronald Zewelatwurst abholen, sagte die Frau. Ronald den wen? Die Frau lehnte hier steht Zechen, Schlappern, Äxte nach Zöpfen, junger Frauen werfen. Äh, Glaube, äh, ich meine, kommst du nun mit oder nicht? Herr Zewelatwurst blickte in die schwarze Wüste. Er war völlig allein. Tod hatte ihn verlassen, um woanders seine Pflicht zu erfüllen. Er ließ sich von der Frau auf den Rücken des Pferdes ziehen. Wo das Zechen und so stattfindet, sagte er zaghaft, als das Pferd dem dunklen Himmel entgegenflog. Gibt es dort auch eine Bibliothek? Keine Ahnung, danach hat noch niemand gefragt. Oder Abendkurse, könnte ich Abendkurse veranstalten? Warum soll es dabei gehen? Um irgendwas, wie wär's mit Tischmanieren, ist das erlaubt? Ich denke schon, auch danach hat noch nie jemand gefragt. Die Walküre drehte sich im Sattel. Bist du sicher, dass du das richtige Leben nach dem Tod gewählt hast? Herr Zervelatwurst dachte über die Möglichkeiten nach. Im Großen und Ganzen, erwiderte er, ich glaube, es ist einen Versuch wert. Die Menge auf dem Platz erhob sich. Sie betrachtete das, was von Lord Hong übrig war, und sah dann zur Horde hinüber. Schmetterling und Lotusblüte gesellten sich zu ihrem Vater. Schmetterling strich mit der Hand über die Kanone und hielt nach dem Treckausschau. Na, bitte, verkündete zwei Blumen. Er sprach ein wenig undeutlich, weil er seine Stimme wie aus weiter Ferne hörte. Ich habe ja gesagt, dass er der große Zauberer ist. Schmetterling klopfte ihm auf die Schulter. Was ist damit? fragte sie. Eine kleine Prozession kam über den Platz. Vorweg lief etwas, das einst Zwei Blumen gehört hatte. Sie ist sehr billig gewesen, sagte er, ohne dass seine Worte einer bestimmten Person galten, und um ganz ehrlich zu sein, habe ich sie immer für ein wenig seltsam nach vier weitere, jede etwas kleiner als die vorherige. Die letzte war so groß wie eine Damenhandtasche. Sie kam an einem Bürger von Hung hung vorbei, der noch immer auf dem Bauch lag und zubenommen war, um die Flucht zu ergreifen. Verhaachte kurz und trat ihm ans Ohr. Dann schloß die letzte und kleinste Truhe rasch zum Rest der Familie auf. Zwei Blumen sah seine beiden Töchter an. Ist das möglich? fragte er. Können sie neue Truhen schaffen? Ich dachte immer, dafür braucht man Tischler. Ich schätze, deine Truhe hat in Ankh-Morpork viel gelernt, erwiderte Schmetterling. Die Gepäckstücke versammelten sich vor der Treppe. Dann drehte sich die Truhe um, sah traurig zurück. Sie erweckte zumindest den Eindruck, traurig zurückzusehen, denn sie hatte keine erkennbaren Augen und trabte fort. Als sie die gegenüberliegende Seite des Platzes erreichte, war sie nur noch ein vager Schemen. Hey, du, Vierauge! Zwei Blumen drehte den Kopf. Kohen kam die Treppe herunter. Ich erinnere mich an dich, sagte er. Bist du jemals Großvisier gewesen? Nein, Herr Kaiser Kohen. Gut, jetzt bist du's. Mach dich gleich an die Arbeit. Als erstes möchte ich eine Tasse Tee, stark genug, dass ein Hufeisen drin schwimmen kann. Drei Löffel Zucker in fünf Minuten, klar. Eine Tasse Tee in fünf Minuten, erwiderte zwei Blumen. Das ist nicht einmal lange genug für eine kurze Zeremonie. Kohen legte dem kleinen Mann kameradschaftlich den Arm um die Schultern. Jetzt gibt es eine neue Zeremonie, sagte er. Sie läuft so ab. Tee ist fertig. Milch, Zucker, etwas Gebäck, darf's noch eine Tasse sein, und teil der Neunuchen mit, dass der neue Kaiser nicht scherz, wenn er davon spricht, den einen oder anderen Kopf rollen zu lassen. Zwei Blumsaugen glänzten hinter den Brillengläsern. Aus irgendeinem Grund gefiel ihm der Klang dieser Worte. Offenbar lebte er in interessanten Zeiten. Die Truhen warteten vor der Treppe. Schicksal lehnte sich zurück. Die Götter entspannten sich. Unentschieden, sagte er. Oh ja, allem Anschein nach hast du in Hung Hung gewonnen, was dich jedoch deine wichtigste Figur gekostet hat, nicht wahr? Wie bitte? erwiderte die Lady. Ich verstehe nicht ganz. So wie ich die Sache sehe. Schicksal zögerte kurz. Angesichts der besonderen Physik bei dieser Angelegenheit kann sich in der Universität kein lebendes Wesen materialisieren ohne sofort zu sterben. Schneewehen sind weich und dämpfen den Aufprall, doch eine massive Mauer. Ich opfere nie einen Bauern, sagte die Lady. Wie willst du gewinnen, wenn du nicht bereit bist, auf den einen oder anderen Bauern zu verzichten? Ich spiele nie, um zu gewinnen, die Lady lächelte. Aber ich spiele, um nicht zu verlieren. Pass auf. Die Fakultät versammelte sich vor der Rückwand des großen Saals und betrachtete das Ding, welches nun etwa die Hälfte davon bedeckte. Interessanter Effekt, sagte Ritkali nach einer Weile. Wie schnell mag es gewesen sein? Etwa 800 Kilometer pro Stunde, antwortete Ponder. Vielleicht haben wir es ein wenig übertrieben. Hicks meint, in einem Augenblick von null auf 800 Kilometer in der Stunde, brachte der Dozent für neue Runen hervor, muss ein ziemlicher Schock gewesen sein. Ja, bestätigte Ritkali. Zum Glück für das Geschöpf dauerte er nicht lange. Und natürlich sollten wir alle dankbar sein, dass es nicht Rindswind gewesen ist. Einige Zauberer hüstelten. Der Dekan trat zurück. Was ist es? fragte er. Gewesen, korrigierte Ponderstippens. Was ist es gewesen? Wir könnten in den Bestiarien nachsehen, schlug Ritkali vor. Dürfte nicht schwer zu finden sein. Grau, lange Hinterfüße wie die Stiefel eines Clowns, Ganinchenohren, langer, spitz zulaufender Schwanz. Außerdem haben nicht viele Tiere, die nur ein Zoll dick und tiefgefroren sind, einen Durchmesser von sechs Metern. Dadurch reduziert sich die Auswahl. Ich möchte keinen Schatten auf die Dinge werfen, sagte der Dekan. Aber wenn dies nicht Rindswind ist, wo steckt er dann? Der Stippens kann uns bestimmt erklären, warum seine Berechnungen falsch waren, meinte Ritkali. Ponders Mund klappte auf. Wahrscheinlich habe ich vergessen, dass ein Dreieck drei rechte Winkel hat, wie? erwiderte er mit einer Bissigkeit, die ihn selbst überraschte. Ich muss natürlich erst noch alles genau überprüfen, aber vermutlich gab es eine laterale Komponente bei einem bidirektionalen magischen Transfer. Mit ziemlicher Sicherheit hat die Modifikationsquote ihr Maximum im zentralen Transferbereich erreicht, wodurch ein zusätzlicher Übertragungsknoten erschien und zwar gleichweit von den beiden anderen entfernt, so wie es Klamms dritte Gleichung beschreibt. Und nach Turfes Gesetz kam es anschließend zu einer Stabilisierung der Verzerrungszone, mit dem Ergebnis, dass drei separate Transferknoten entstanden, die jeweils ungefähr die gleiche Masse durch das Dreieck springen ließen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, warum die dritte Masse mit so hoher Geschwindigkeit bei uns eingetroffen ist, aber vielleicht geht ihre Beschleunigung auf die plötzliche Entstehung des dritten Knotens zurück. Sie könnte natürlich auch vorher schon ziemlich schnell gewesen sein, allerdings bezweifle ich, dass wir hier den natürlichen Zustand des betreffenden Wesens sehen. Weißt du, sagte Ritkalli langsam, ich habe tatsächlich einen Teil davon verstanden, zumindest die kürzeren Wörter. Oh, es ist alles ganz einfach. Der Questor strahlte. Wir haben das Hundeding nach Hung Hung geschickt. Rincewind kam zu einem anderen Ort, und wir erhielten das hier. Ein Ding wurde gegen ein anderes getauscht. Siehst du, wandte sich Ritkalli an Stibbons, du benutzt eine Sprache, die der Questor versteht, und er sucht schon seit einer Stunde den getrockneten Frosch. Der Bibliothekar kam herein und taumelte unter dem Gewicht eines großen Atlanten. Zeig uns den Ort, an dem sich Rincewind jetzt aufhalten könnte, sagte Ritkalli. Ponda holte ein Lineal und zwei Kompasse aus seinem Hut hervor. Nun, wenn wir annehmen, dass sich Rincewind in der Mitte des Gegengewichtkontinents befand, so müssen wir nur eine Linie ziehen, um... Oh, keine Sorge, ich möchte nur mit dem Bleistift... So müssen wir uns nur eine Linie vorstellen, die zu einem dritten Punkt führt, der gleich weit von uns in der Mitte des Gegengewichtskontinents entfernt ist. Nun, mir scheint, der Transfer hat ihn zum Randmeer gebracht, oder vielleicht über den Rand der Scheibenwelt hinaus. Das Biest scheint nicht aus einem Meer zu stammen, sagte Ritkalli und betrachtete das an der Wand klebende Wesen. In dem Fall kommt nur die andere Richtung in Frage. Die Zauberer traten um den Atlanten herum und bemerkten etwas. Ist nicht richtig eingetragen, meinte der Dekan. Weil niemand sicher ist, ob dieses Land überhaupt existiert, erklärte der oberste Hirte. Es schwamm in der Mitte des Ozeans, ein nach den Maßstäben der Scheibenwelt recht kleiner Kontinent. »X-X-X-X«, las Ponder. »Das hat man nur auf die Karte geschrieben, weil niemand weiß, wie das Land heißt«, sagte Ritkalli. »Und wir haben Rincewind dorthin geschickt«, meinte Ponder. »Zu einem Ort, von dem wir nicht einmal wissen, ob er existiert?« »Oh, jetzt wissen wir, dass es ihn gibt«, erwiderte Ritkalli. »Ihm bleibt gar nichts anderes übrig, als zu existieren. Muss ein ziemlich üppiges Land sein, wenn die Ratten dort so groß werden.« »Ich beginne sofort mit neuen Berechnungen«, kündigte Ponder an. »Vielleicht finde ich eine Möglichkeit, ihn zurückzuholen.« »Oh, nein«, Ritkalli schüttelte den Kopf. »Nein, herzlichen Dank. Beim nächsten Mal saust vielleicht ein Elefant über uns hinweg. Und wenn so ein Vieh an die Wand knallt! Nein, gönnen wir Rincewind eine Ruhepause. Früher oder später fällt uns etwas anderes ein.« Er rieb sich die Hände. »Zeit fürs Abendessen, glaube ich«, fügte er hinzu. »Nee«, sagte der oberste Hirte. »Glaubst du, es war richtig, das Ding mit angezündeter Schnur zurückzuschicken?« »Natürlich«, antwortete Ritkalli, als sie fortgingen. »Niemand kann behaupten, dass wir es nicht so zurückgeschickt haben, wie wir es bekamen.« Hex träumte sanft in seinem Zimmer. Die Zauberer hatten recht. Hex konnte nicht denken. Es gab noch keine Worte, um zu beschreiben, was er konnte. Selbst Hex wußte nicht, wozu er imstande war. Aber er wollte es herausfinden. Der Federkiel zitterte, kratzte und kleckste über ein Blatt Papier. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund schieb er einen Kalender für das aktuelle Jahr und malte darüber einen rechtkantigen Hund, der auf den Hinterläufen stand. Die Erde war rot wie die vor Hung Hung. Der Boden in der weiten Schwemmlandebene des erhartenen Reichs bestand aus einem so fruchtbaren Lehm, dass man morgens nur einen Stuhl nach draußen stellen brauchte, um am Abend vier Schößlinge zu bekommen. Hier bestand der Boden jedoch aus Sand, der anscheinend während eines eine Million Jahre langen Sommers gebacken worden war. Hier und dort wuchsen Büschel aus gelbem Gras und niedrige grau-grüne Bäume. Der Rest bestand aus Hitze. Besonders deutlich wurde das an dem kleinen, von Sträuchern gesäumten Teich. Er dampfte. Eine Gestalt taumelte aus einer dichten Staubwolke und strich geistesabwesend verbrannte Haare aus dem Bad. Rincewind wartete, bis sich sein persönliches Universum nicht mehr drehte. Dann konzentrierte er sich auf die vier Männer, die ihn beobachteten. Ihre Haut war schwarz. Linien und Kringel aus weißer Farbe zeigten sich auf den dunklen Gesichtern. Ihre gesamte Kleidung hätte vielleicht einen Quadratmeter Boden bedeckt. Drei Gründe hinderten Rincewind daran, Rassist zu sein. Er neigte dazu, sehr oft ganz plötzlich an völlig unterschiedlichen Orten zu erscheinen, deshalb kam er erst gar nicht dazu, eine entsprechende Haltung zu entwickeln. Und wenn er genauer darüber nachdachte, die meisten wirklich üblen Dinge hatte er bei ziemlich blassen Leuten mit ausgefallener Garderobe erlebt. Das waren die ersten beiden Gründe. Was den dritten betraf, diese vier Männer, die nun aufstanden, hielten Speere in der Hand und richteten sie auf Rincewind. Wenn man sieht, daß vier Speerspitzen auf die eigene Kehle zielen, läßt einen allein der Instinkt jede Menge Respekt spüren. Unter solchen Umständen springen einem Worte wie »Herr« und »zu deinen Diensten« auf die Zunge. Einer der Männer zuckte mit den Schultern und ließ den Speer sinken. »Tag auch, Bursche«, sagte er. Nur noch drei Speere bedrohten Rincewind. Eindeutig eine Verbesserung. »Nee«, sagte er. »Dies ist nicht die unsichtbare Universität, oder?« Auch die anderen Speerspitzen sankten nach unten. Die Männer lächelten. Ihre Zähne waren beeindruckend weiß. »Klatsch! Das wie Wunderland! Hier sieht's wie im Wunderland aus!« sagte Rincewind hoffnungsvoll. »Kenne die Burschen nicht!« erwiderte einer der Männer. Die anderen drei schoben sich näher. »Wie nennen wir ihn?« »Wie wär's mit Känguru-Bursche?« »Kein Problem. Im einen Augenblick ein Känguru, im nächsten ein Bursche. Die alten Burschen sagen, dass so etwas dauernd geschah im Traum.« »Jemand, der aus dem Traum kommt, sollte besser aussehen.« »Ja. Es gibt eine Möglichkeit, Gewissheit zu erlangen.« Der Mann, der das Oberhaupt der Kruppe zu sein schien, trat auf Rincewind zu und schenkte ihm ein Lächeln, das normalerweise für Idioten und Leute mit Pistolen oder Gewehren reserviert war. Er reichte dem Neuankömmling einen Stock. Das Ding war flach und in der Mitte gekrömmt. Jemand hatte viel Zeit damit verbracht, es mit hübschen Mustern aus kleinen, bunten Punkten zu schmücken. Es überraschte Rincewind nicht, daß auch ein Schmetterling zu den Bildern gehörte. Die Jäger beobachteten ihn aufmerksam. »Ja«, sagte er. »Ausgezeichnet. Gute Arbeit, ja. Interessanter, pointelistischer Effekt. Schade, daß ihr kein gerade Stück Holz finden konntet. Einer der Männer legte seinen Speer beiseite, ging in die Hocke und griff nach einem langen, hölzernen Rohr mit einem ähnlichen Muster. Er blies hinein. Es hörte sich ganz nett an. Wie fliegen, wenn sie in der Lage gewesen wären, ein Orchester zu bilden. »Ahem«, sagte Rincewind. »Ja«, es handelte sich ganz offensichtlich um einen Test. Sie hatten ihm das krumme Stück Holz gegeben und warteten nun darauf, daß er irgendetwas damit anstellte. Vermutlich war es eine wichtige Angelegenheit. Er. Oh nein, wenn er jetzt etwas sagte oder sich auf eine ganz bestimmte Weise verhielt, dann erwiderten diese Männer vielleicht, »Ja, du bist ein großer Bursche« oder so, und dann führten sie ihn fort, womit ein neues Abenteuer begann. Das heißt, eine lange, von schrecklichen und beschwerlichen Dingen eingeprägte Phase. Das Leben steckte voll von solchen Tricks. Diesmal wollte Rincewind nicht darauf hereinfallen. »Ich möchte nach Hause«, sagte er. »Ich möchte zur Bibliothek zurück, wo es friedlich und still war. Ich weiß nicht, wo ich hier bin, und es ist mir völlig gleich, was ihr mit mir anstellen wollt, klar? Ich lasse mich nicht auf ein neues Abenteuer ein, und mir liegt auch nichts daran, einmal mehr die Welt zu retten, und ich lehne es ab, mich von geheimnisvollen Holzstücken überlisten zu lassen.« Er nahm den Stock und warf ihn mit aller Kraft fort. Die vier Männer beobachteten ihn, als er die Arme verschränkte. »Ich meine es ernst«, betonte er. »Das mit den Abenteuern hört hier und jetzt auf.« Die Fremden stachten ihn noch immer an. Nach einer Weile begannen sie zu lächeln. Ihrer Aufmerksamkeit galt etwas, das sich hinter Rincewind befand. Er spürte, wie Ärger an ihm brodelte. »Versteht ihr nicht?« fragte er. »Hört ihr mir überhaupt zu?« Rincewind ließ sich nicht noch einmal vom Universum überlie... »Ich habe mich nicht.« »Ich sehe mich nicht.« »iałe gigantisch«, »Ich sehe mich nicht.« Vielen Dank.